Mein Glaube war so stark, dass ich Berge versetzen konnte und ich habe ein aufrichtiges Gebet zum Herrn Jesus Christus gesprochen und innerhalb von ein paar Minuten habe ich gemerkt, dass irgendjemand oder irgendwas in meinem Körper gerade passiert, dass dieses Nikotin gerade rausgeschnitten wird. Also so kam es mir vor und danach habe ich nie wieder eine Zigarette angefasst. Das war's. 14 Jahre meines Lebens hatte ich geraucht gehabt und das war in zwei Minuten weg. Das war's. Höftig, ne? Und wie hast du dich dann gefühlt? Besser, oder? Ja klar, gesünder, viel, viel gesünder, viel fitter, alles. Du musst dir mal vorstellen, auch an die Geschwister, es gibt da auch viele, viele Geschwister, die selber davon wegkommen wollen und es aber nicht so richtig hinbekommen. Und da empfehle ich euch einmal richtig tief in euch einzugehen und euch auch einzugestehen, dass ihr selber für euren Tod bezahlt, ihr Lieben. Das ist krass. Wenn man einfach nur mal darüber nachdenkt, dass ihr diese ganzen Firmen unterstützt mit eurem Geld und zusätzlich noch, dass ihr für euren eigenen Tod bezahlt, das ist heftig. Das ist wirklich heftig. Und dann könnt ihr nochmal in euch hineingehen und jeden Tag den Herrn beten, bis der Herr euch das ermöglicht. Jeden Tag, Herr, nimm mir diese Sucht von Zigarette. Herr, ich komme zu dir heute. Bitte, ich bitte dich heute wieder darum, dass du mir die Sucht nimmst, Herr. Und so weiter, und so weiter. Niemals aufgeben. Immer beständig bleiben. Immer im Gebet bleiben. Aber rauchen ist unten. Deswegen niemals rauchen. Bitte? Rauchen ist ungesund. Niemals rauchen. Ja, ja, sag das aber mal jemandem, der die ganze Zeit in seinem Leben raucht. Klar weiß er, dass es ungesund ist, aber die Suchtstoffe, die drängen dich immer wieder dazu, eine Zigarette anzuzünden und sie zu rauchen. Das ist das. Mach mir schmacklos, Amir. Was ist das? Ich bin. Was war das? ja es gibt einige die haben nie geraucht und es gibt einige die haben geraucht und haben aufgehört und ich bete für jeden einzelnen der gerade rauch verurteile niemanden von euch niemand ich bin ja selber ein sünder wir sind alle sünder versteht ihr und wenn ein bruder oder eine schwester raucht dann bete ich für meinen bruder oder meine schwester dass sie aufhören damit das dass wir füreinander beten und in liebe dann den herrn bitten dass er das ermöglicht dass ihr aufhört mit dem rauchen ich würde auch niemals auf den gedanken kommt kommt er ist am rauchen oder so und dann sage ich ich werde für dich beten mein lieber bruder meine liebe schwester dass der herr die ermöglicht aufzuhören zu rauchen denn du weißt ja der heilige geist hat der wohnung in die genommen und ich bin nicht hier um dich zu verurteilen genauso wie der herr jesus christus gesagt hat sondern um für dich zu beten und dich zu stärken dass der heilige geist in dir gedeiht und dir die kraft und möglichkeit gibt diese nikotinsucht zu beenden amen gepriesen sei der herr hat man ganz kurz muss man ganz kurz was war schick ist da gottes segen euch an was das denn viel dafür glaube sind die er oder was ist da wieder viel love is in the air love is in the air ja meine geschwister in love is in the air love is in the air oh dankeschön kinkritz der coach frank immer alle ein herzchen wenn ihr meiner meinung seid und die machen es einfach obwohl sie nicht seiner meinung sind alle ein herzchen rein wenn ihr meiner meinung seid ich habe mich tot gelacht mit diesem gespräch mit dem und manuell sind ich lag auf dem boden ich glaube ich war fünf minuten nur am lachen wie dieser eine reporter als der als er diese ganzen leute interviewt hat in seinem fernsehstudio und den sich nicht mehr einkriegen konnte vor lachen so habe ich gelacht ich konnte nicht mehr wie der wie der den manuell sind so ins lächerliche gezogen hat das war unglaublich ich bin auch nicht mehr ich bin auch nicht mehr wer wollte gerade rein wollte jemand rein hat die man anfragen geschickt Hallo, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Ja, Jesus Christus segnet immer alle Familien. Warum denn? Jesus Christus ist Gott. Ja, sowieso, aber du bist extra. Warum bist du konvertiert? Ja, weil Mohammed ein falscher Prophet ist, Allah nicht Gott ist und seine Religion vom Teufel ist. Ja, aber ich sag die Wahrheit. Du sagst nicht die Wahrheit, mein Junge. Na doch. Ja, aber ich sag die Wahrheit, Allah will die Hölle mit Menschen füllen. Du kannst die Wahrheit nicht machen oder was? Geht kein Müll, Junge. Aber ehrlich alle. Ehrlich, ey, geht kein Müll da, ey. Guck mal, wie der seine Hand hebt. Was ist so richtig, diese Döner, Döner-Klasse? Was ist richtig, Döner, Dönerlad? Hey, Junge, was machst du da, ey? Ich hab doch spannend, ich hab mit Leiden reinkam, Allah weiter. Dass mein Mutter was lauert, der da, Bruder. Richtig, richtig Dönerlad, ey. Hey, was machst du da, was redest du da, ey? Das war das jetzt. Richtig Dönerlad, ey. Du, Pikerlad. Schau, meine Mutter, du siehst aus wie ein Pferd, du, Depp, Allah. Siehst du, als hat Allah einen Fehler gemacht in Sorge 95, Vers 50. Du, Pikerlad. Siehst du, wie du über die Schöpfung Allah sprichst? sag, 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 sag dem, du Eierlecker, du. Eierlecker? Ja. Wusstet ihr, dass Allah Eier hat? Hundesohn, haks mal. Ehrlich, wirklich, in Suche 47, was, äh, 23. Die können uns nicht glauben, ne, Wahnsinn. Stellt euch mal vor, wir würden denen das allen zeigen. Nein, ich, kennst du irgendeinen Hacker? Ein Hacker, der würde mich kontaktieren und sagen, Armin, ich habe die Möglichkeit, dich auf jedem Fernseher der Erde auszustrahlen und du darfst diese ganzen Sachen allen Leuten zeigen. Und die können den Fernseher nicht ausschalten, sondern die müssen die ganze Zeit weitergucken. Und dann zeige ich denen das so mit islamischen Quellen und so. Und dann sage ich, schaut euch das an. Der Allah hat wirklich Nüsse. Das ist so krass. Überall auf der Welt. In Iran, Saudi-Arabien, Jemen, Pakistan, Afghanistan, Sudan, Nigeria und, und, und. Marokko, und hier, sag mal schnell, Algerien, Tunesien, Libyen. Überall. Auch hier in ganz Europa. Irgendwie so ein Hacker, der dann die ganze Zeit mich dann laufen lässt mit so Breaking News. Und dann sitze ich da vor so einem Tisch mit meinen ganzen Zettel und dann kommt links von mir der Bildschirm und dann mache ich da. Dann lege ich los. Das wäre heftig, ne? Das wäre krass. Guten Morgen, haben wir. Ja, good morning in the morning. Good morning in the morning. Wie geht's dir, alles gut? Handel Jesus, wie geht's dir? Hamdul Mohamed. Hamdul Mohamed? Warum bezeichnest du dich als Mosler, obwohl du ein Aleviter bist? Warte mal, darf ich das denn nicht? Mir ist das egal, aber du weißt ja ganz genau, wie Muslime reagieren. Was heißt Muslime oder redest du von den Sunniten? Ich rede von Sunnis, genau. Richtig, genau. Dann bleib doch bei den Sunniten. Also verallgemeinigen wir nicht, oder? Aber wer bildet die Mehrheit in Islam? Das sind ja wohl die Sunniten, oder nicht? Ja gut, aber in der Mehrheit des Sunniten glaube ich nicht, dass ich alle an der Tür geklopft habe und gesagt habe, hey, magst du mich, oder nicht? Das werden die dann zu spüren lassen, wenn sie dann die Oberhand haben. Das werden sie sich dann spüren lassen, ey. Okay, okay, bei der IS waren sie alle dagegen, oder nicht? Die meisten? Äh, nee. Das Sunniten. Alle so, auch die aus dem Dönerladen. Die würden gerne eure ganze Sippschaft auseinandernehmen. Meine ganze Sippschaft, die im Dönerladen. Ja, selbst diese Döner, eure Shisha-Muslime, die sind genauso. Sie sagen es halt nur nicht, aber ihre Gesinnung ist fast wie die von da ist. Also du meinst, wenn sie das Recht hätten dazu. Das ist diese Scheire, was du davon redest jetzt, oder was? Nicht, dass, ja, wenn sie zum Beispiel die Legitimation dazu bekämen, euch zu zeigen, wo der Hammer hängt, sie würden keine Sekunde zögern, um euch islamisches Recht aufzuzwingen und euch in die Ewigkeit zu schicken. Das war's. Oh Mann, Alter. Ja, oh Mann. Wird das denn geschehen? Das ist doch nur Fantasie, was du erzählst. Äh, ja, also die Muslime denken das, aber wir wissen ja ganz genau, dass der, dass die Elite bald mit dem Muslim auch kurz einen Prozess machen wird und sie gechippt werden. Und dann können sie dann nochmal suchen, das Land zu islamisieren. Wenn das Bargeld verschwindet und sie von morgens bis abends kontrolliert werden. Also, Alter. Oh Mann, oh Mann. Aber du bist aber sehr fantasiereich, das muss man schon sagen. Es ist keine Fantasie, das sagt mir meine Bibel und ich vertraue meiner Bibel in Offenbarung 13, 16. Aber weil du die Bibel noch nie gelesen hast, kommst du natürlich zu diesen Entwurfsfolgen. Okay. Ja, okay. Kennst du den Spruch, alles was ein Anfang hat, hat auch ein Ende? Äh, ja, deswegen bringt der Herr Jesus Christus auch alles zum Ende. Er ist der Anfang und das Ende und er hat die Geschichte geschrieben und wird sie auch vollendet. Amen. Okay. Und, 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 und angenommen, angenommen, ja, dein Jesus ist ja Gott, ja. Meinst du, er hat so viel Hass in sich, so wie du gerade hast, Amir? Ich hasse dich nicht, ich kann zu dir sagen, ich liebe dich. Mir tut das nur, mir tut nur leid, dass du, ähm, so ignorant bist, obwohl ich dir schon trau, und tut man noch nicht glauben will, das ist das Krasse. Du willst dich einfach nur mit mir unterhalten. Nein, Amir, wir unterhalten uns schon seit wie lange, schon, ein Jahr, zwei Jahre, ich habe ja keine Ahnung. Ich habe mit deinem Bruder geredet, ja, ich habe kühle Unterhaltung gehabt. Bin ich also hasserfüllt oder bin ich immer noch liebevoll zu dir? Nein, Amir, du hattest Tage gehabt, wo man mit dir oder mit deinem Bruder zusammen, wo man eine Stunde lang geredet hat von mir aus, ganz normal, ganz lokal, aber dann hast du auch Phasen wie dein Bruder, dann rastest du aus. Bitte? Ja, aber möchtest du, dass ich so unehrlich bin zu dir, möchtest du, dass ich sich anlüge oder unehrlich bin zu dir, was möchtest du? Ich möchte, und das habe ich dir schon, ich weiß nicht, wie lange wir uns jetzt kennen, Amir, und das habe ich dir immer gesagt, Amir, du kannst das auf eine Art und Weise rüberbringen und damit würdest du vielleicht mehr Muslime zu deiner Anhängerschaft bringen, als wenn du jetzt Mohammed beleidigst, Gott beleidigst und ihn sogar als Ratan beschimpfst und so. Wohin führt das, Amir? Das Problem ist, das Problem ist, dass das, was ich vorlese, ist dann quasi eine Beleidigung, weil Imam Bukhari das sagt, nicht ich? Glaub mir, würde Imam Bukhari leben, die Muslime hätten ihn schon längst gelünscht und auch Imam Muslim. Die erzählen ja sowas von Mohammed, nicht ich. Guck mal, so Leute wie Tesla oder sonst was, die waren vorher gar nicht da. Ja, als du hier warst, du bist doch dieser Typ, der das irgendwie so, wie sagt man das, die Sache angezündet hat und die anderen Leute hinterhergekommen sind, oder nicht? Guck dir mal deine Anhängerschaft an. Alle wollen so sein wie Dr. Scheich, das ist heftig. Ja, aber guck mal, was für Leute du hervorgebracht hast, Amir. Darauf bist du jetzt doch nicht stolz. Da kann ich doch nichts. Tesla, Tesla, Tesla und die ganzen Leute da. Ihr Fahnen. Ich meine, guck dir das doch mal an. Und darüber, und darüber amüsierst du das anscheinend. Nein, lass die Leute doch. Und wenn sie das gerne machen möchten, dann lass sie doch machen. Also du sagst, es ist okay, wenn so ein Ilfan oder Tesla, ganz krass, die Muslime beleidigt und sonst was. Und wir haben das hundertprozentig von dir am. Guck dir das doch gar nicht an. Ich verstehe nicht, wenn du das nicht magst, warum guckst du dir das an? Nee, ich guck mir das überhaupt gar nicht an. Aber das Ding ist einfach, ich glaube, dass sie das alles von dir haben. Nee, überhaupt nicht. Die machen da ihr eigenes Ding. Aber Amir, wie lange machst du das schon hier drin? Und YouTube vor allem, ich hab dich schon seit YouTube damals, wo du angefangen hast, angeguckt. Und jetzt bist du auch noch hier drin, schon die ganze Zeit. Und die Leute gucken da bei dir an. Ja, aber du kannst doch mir dich die Schuld geben. Ja, bitte. Du kannst doch mir dich die Schuld geben, wenn der eine oder andere sich dazu entschließt, irgendwas in der Richtung zu machen. Das ist doch Quatsch. Ich hab vorgestern mit einem Keim geredet, oder wie der hieß. Und er hat 1 zu 1 spezifisch, so wie du, gesprochen. Und auch, ich bin Ex-Muslim. Und genau ist alles irgendwie dir so nachgeahmt. Und du willst mir jetzt sagen, dass du da nichts mit, also beziehungsweise, dass du keinen Effekt hervorgebracht hast bei diesen Leuten. Vor allem jungen Menschen. Da weiß ich nicht, keine Ahnung. Kann sein, dass ich ein bisschen Einfluss genommen habe. Ja, aber mich jetzt dafür, so nach dem Motto belangen zu wollen, ist doch Quatsch. Oder mir zu nachzusagen, dass... Amir, ich hab noch nie... Vor mir gab es schon Leute, die das getan haben. Und nach mir gibt es Leute. Natürlich habe ich hier und da Einfluss auf einige Menschen. Ja, kann sein. Aber trotzdem ist jeder für sich selber verantwortlich. Das muss ja auch, ich denke. Das stimmt, aber... Das ist genau so wie mit dem Koran. Der Koran sagt, dass ihr die Ungläubigen verfolgen sollt. Und du weißt, Nackentherapie... Ich schreibe gerade Amir. Amir, der Anzünder. Ich schreibe dir das ernst nehmen und ich schreibe dir das nicht ernst nehmen. Amir, Entschuldigung, ich habe unterbrochen. Aber einer schreibt gerade, weil ich etwas gesagt habe. Er hat es wiederholt. Amir, der Anzünder. Ja, Grillanzünder. Amir, der Anzünder. Habe ich das wirklich gesagt? Amir, der Grillanzünder. Ja, genau. Nein, pass auf, Amir. Guck mal, ich habe dich wirklich... Ich bin hier auf TikTok... Ach, du bist ganz krass. Ja, okay. Der war wirklich gut. Der Anzünder. Na ja, Leute, ich spreche einfach mal kurz rein. Ich kenne den Amir wirklich schon seit bestimmt drei, vier Jahren hier. Vielleicht hier auf TikTok zwei Jahre, aber so generell auch auf YouTube schon oft geschrieben und sowas. Und ihr könnt ruhig zugeben, dass das schon einen Effekt hat, auch auf die anderen. Das, was er hier gemacht hat, ja. Und wenn man sich dann die Anhänger von... Ich sage jetzt mal Anhänger von den Amir, ja. Wenn man sie sich so anschaut, ist das schon beunruhigend. Nein, der Ausriss ist... Nein. Bitte? So was voll Pum. Ja, aber Bruder, Bruder, Amir, guck mal. Ich habe bis jetzt immer mit Respekt mit dir geredet und habe dich nie beleidigt, würde ich auch nie machen. Alles ist gut. Ich meine, einerseits, wir verstehen uns ja schon. Einerseits? Aber du musst mir schon Rest geben, Amir. Ich beleidige dich doch genauso wenig, mein Lieber. Nein, du hast mich noch nie beleidigt. Ich habe dich auch noch nie beleidigt. Also, wir haben Sorgen sowohl menschlich gesehen als auch in Ewigkeit gesehen. Dass du hier auf Erden benachteiligt wirst durch die Muslime, dass du aber auch für alle Ewigkeiten verloren gehst. Ohne ihr... Oder ist eine Sache, Amir, ja. Religion und dies, das. Oh, man muss doch, guck mal, man muss doch teilweise, ich weiß nicht, mein... Du siehst doch mit deinen eigenen Augen, zu was diese Religion im Stande ist. Zu was sie fähig ist. Sie hat ja null Toleranz gegenüber irgendjemand anderen. Sobald Muslime die Oberhand haben, das wird zu diesem Riesenchaos kommen. Guck mal, Leute, ich möchte mal sagen, Amir hat in einem Punkt recht, ja, dass wir alle Widen ungern als Muslime, beziehungsweise von den Sunniten als Muslime gesehen werden, beziehungsweise sogar auch mit manchen Sachen beleidigt werden oder gar nicht anerkannt werden oder irgendwas böse Sachen gesagt werden. Ja, das stimmt, ja. Aber wir alle Widen sagen trotzdem, ja, wir verallgemeinern nicht diese Sunniten und wir lassen uns auch nicht von diesen Leuten beeinflussen. Trotzdem bleiben wir, wir selbst als Muslime, als alevitische Muslime uns selbst trotzdem treu und fangen dann nicht an zu rum zu, keine Ahnung, philosophieren und zu hassen oder sonst was. Verstehst du das, Amir? Ja, also Leute, es gibt überall Hass, auch unter den Christen oder unter den Juden, zum Beispiel Orthodox Juden, ja, streiten sich unter ihre eigenen Artgenossen und sagen, wir Orthodox haben kein eigenes Land, also besitzen kein eigenes Israel, ja, und ihr seid die Falschen. So, da gibt es auch Streitigkeiten, ja, es gibt überall Streitigkeiten. So, aber gleich jetzt, dass einer kommt und sagt, deine Religion ist falsch und dein Gott ist Satan, ist echt maßlos übertrieben, ja. Und das sind auch noch, was Amir ja auch noch vorliest, sind Hadithe, die schon 200, 300 Jahre alt sind, ja. Wenn man sich hauptsächlich, hauptsächlich nur auf den Koran bezieht, ja, dann ist das, ich meine, dann könnt ihr das doch mal vergleichen mit der Thora und mit der Orthodox Bibel und dann seht ihr den Vergleich, ja. Auch in der Orthodox Bibel oder in der Thora stehen Sachen drauf, die man sehr kritisch sieht, ja. So, was wollt ihr mir sagen? Was wollt ihr mir sagen? Dass diese Hetze gut ist? Dass Tesla, dass Irfan und das auch noch diese Jugendliche, die da sind, die total außer Kontrolle sind momentan, ja, das gut ist? Leute, du hast keine Ahnung, du hast keine Ahnung, du hast keine Ahnung. Junge, 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 Junge. Ich rede von der Moral. Moral. Hast du gesagt? Ja, ich habe gesagt, ich habe ja gerade von der Moral gesprochen und da wird der eine gesagt, du hast keine Ahnung. Worüber denn? Was für eine Moral? Ich habe gesagt, es gibt, wenn man hauptsächlich nur auf den Koran bezieht oder nur auf die Orthodox Bibel oder nur auf die Thora, ja, dann ist das schon fast alles so ein bisschen vergleichbar, weil auch in der Thora, auch in der Orthodox Bibel sind Sachen, die man, die man heute nicht verwenden kann und man sagt, okay, davon halt, ist das irre ich mich. Verstehst du, weil ich meine, Amir? Und du zählst ja quasi in die Ich habe gesagt, warte kurz, hole ich gleich wieder. Amir. Ja. Die Leute haben gefragt, wo ist Amir, Amir, Amir. Ich so, was weiß ich, wo Amir ist. Ich habe gerade gesagt, ich muss kurz was erledigen, ich hole dich gleich wieder. Äh, was haben wir gesagt? Dann muss ich einfach hier so die ganze Zeit die Leute fragen. Amir, Amir, alles gut, alles gut. Amir, zu den Hadithen, die Hadithen sind ja zwei, dreihundert Jahre alt, oder? Ja, ja, die wurden nach dem Tod des Propheten, oder? Ja, zwei, dreihundert Jahre nach Mohammeds Leben, genau. Genau, genau, genau. Meinst du nicht? Also, ich bin ja, ich schwöre, ich sage dir ganz oft, ich bin ganz offener Mensch und auch manche Sachen kritisiere ich und sage das auch und das weißt du auch und da habe ich mich auch natürlich gefragt, wie kann ein Mann, so ein Bukhari, beziehungsweise ein Bukhari, der, 220 Jahre später, meine ich mal, keine Ahnung, aber ich glaube, so in dem Dreh, ja, 220 Jahre später, über, ja, ja, der hat 800 noch was gelebt, 824 oder irgendwie sowas. Genau, genau und ich glaube, der hat irgendwas mit 600.000 Versen und irgendwie sowas gemacht, ich weiß nicht. 600.000 Hadithe. 600.000 Hadithe, davon 80.000, stimmt das, dass er 80.000 davon, 6.000, 6.000 nur. 6.000 davon weggeschmissen hat? Nein, 6.000 hat er behalten, der hat über 500, 454.000 weggeschmissen. Jetzt muss ich mal richtig aufklären, jetzt klärst du mich mal richtig drauf, also was hat er noch mal gemacht? Ja, der, 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 Mohammed gesammelt, aber nur 6.000 davon ausgewählt, du musst dir mal vorstellen, was für ein Schrott überliefert wurde. Ja, aber Amir, wie lange, wie alt war der Bukhari eigentlich? Wann bist du hier dann fortgegangen? Der ist mit, äh, der ist mit 60 gestorben, glaube ich, oder was? Oder 80. Ja, nochmal 63, nehmen wir mal einfach mal 63 grob oder 68 von mir aus, ja? Dann müsste der Typ ja Tag und Nacht unterwegs gewesen sein, ohne Essen, ohne Trinken, ohne Schlag. Wie geht das? sehr gut, wie geht sowas? Ja, aber wie geht das? Ja, ich frage dich ja. Gar nicht, da muss ja Gott gewesen sein, der Bukhari. Also, äh, verstehst du, was ich meine? Also, ich glaube, da ist schon, da sind ein paar Sachen, die wir selber nicht wissen. Die Sachen, das sind Sachen, das ist diese Ungereimtheit, was die Muslime sich mit auseinandersetzen müssen. Ja. Weil Imam Bukhari, bei jeder Einheit, oder beziehungsweise bei jedem einzelnen Hadith, zwei Rakat gebetet hat, sich gewaschen hat, und dann wieder auf die Reise gegangen ist, und mit Leuten sich zu unterhalten und so. Stell dir mal vor, du gibst ihm nur zwei Stunden Zeit für alles. So. Ja. Was total unrealistisch ist, aber sagen wir mal, der macht das in zwei Stunden. Ja. Beten, waschen, pilgern, mit Leuten reden und so. Da kommen wir auf eine Zahl ohne, ähm, ohne, schlafen, essen, trinken, von 68 Jahren. Durchgehend nur Hadith sammeln. Und so genau, das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Das heißt, da ist etwas, was wir nicht wissen, was da vorne ist. Da ist irgendwas faul. Da ist irgendwas faul. Entweder sind die Leute dann zu dem gekommen und haben von Bukhari gehört. Nein. Und haben sich das lange angestellt. Weil der Ibn Hajar al-Sqalani erklärt das. Der ist ja derjenige, der Großgelehrte, der sei Bukhari erklärt. Der Hajar al-Sqalani. Aha. Und er sagt, dass der, äh, dass, dass der Imam Bukhari zwischen jedem einzelnen Hadith, als er untersucht hat, immer sich gewaschen hat und zwei Rakats gebetet hat. Weißt du, was das heißt? Bei 600.000 Hadithen. Oder das ist viel. Deswegen sage ich ja, Bruder, wie kann man, wie geht das? Ein einzelner Mensch, der muss ja wirklich machen. Einfach blödsinn. Diese Religion ist frei erfunden von irgendwelchen Menschen, die Macht ausüben wollen. Verstehst du? Nein, ich, 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 ich würde mir sagen einfach, äh, ich bleib einfach nur bei dem Koran und, und, und reicht doch, oder nicht? Wieso muss man jetzt das ganze Abise? Das reicht nicht, weil der Allah sagt im Zuge 33, Vers 21, ihr habt am Gesamt, Allah ist das beste Beispiel oder das beste Vorbild für diejenigen, die auf den Tag des jüngsten Gerichts hoffen. Jetzt zeigt mir mal aus dem Koran, wie Mohammed gelebt hat. Wie? Nein, 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 Moment, Moment, ich habe das jetzt falsch verstanden. Also, muss ich jetzt nach den Bukhari-Hadithen befolgen, leben, oder? Es reicht doch für mich persönlich selber, also so denke ich, dass der Koran für mich allein hauptsächlich ausreicht. Da habe ich dir doch gerade erklärt. Wie willst du denn die Suche 33, Vers 21 in die Tat umsetzen, wo dein Gott Allah dich auffordert, Mohammed als Vorbild zu nehmen? Wie willst du das machen? Aus dem Koran erfährst du doch gar nichts über sein Leben. Also, bist du gezwungen, zum Bukhari-Hadithen Muslim zu gehen? Ach so, ach so. Das ist das, das ist das. Ja gut, aber, aber, ja. Jetzt hast du es begriffen, jetzt hast du den Klick gemacht. Ja, aber Moment, 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 man hört ja auch von Sagen und dies und das und man will ja auch nichts, ich meine, man weiß ja, wie, 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 wie der Erzgeräte und der Engel gekommen ist. Wir reden ja gerade darüber, weil du gesagt hast, ich kann ja nur den Koran folgen, da hast du aber ein Problem, weil der Koran dich dazu auffordert, Mohammed als Vorbild zu nehmen. Ja, wie willst du ihn als Vorbild nehmen, wenn nichts im Koran über sein Leben verzeichnet ist? Findest du also das, was über sein Leben verzeichnet ist? Das ist ja aber auch genauso wie bei Jesus. Du weißt ja auch nicht, wie er als Kind gelebt hat, als Jugendlicher gelebt hat. Das spielt keine Rolle. Ich habe die ganze Geschichte Jesu Christi in der Bibel drin, das Wort Gottes. Reicht vollkommen aus. Du hast aber gar nichts über Mohammed im Koran. Warum ist das eigentlich so? Ich meine, ich meine, frag dich mal jetzt einfach nur so. Ja, ich sage dir warum. Ich sage dir warum. weil Mohammed niemals existiert hat. Ach komm, Amir, jetzt hör auf. Du denkst, ich mache Spaß, ne? Ich sage doch, hör einfach auf damit, weil es nicht stimmt. Du weißt es doch. Kein Problem, nimm dir mal die Zeit, dass Mohammed exist. Eine Debatte fand statt zwischen Anjim Chowdhury und Omar Brooks, war das, und David Wood und Robert Spencer. Guck dir mal die Debatte an. Diese beiden, das ist ein Imam und ein Cheikh. Diese zwei waren, haben so versagt, um zu beweisen, dass Mohammed überhaupt existiert hat. Okay, dann, 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 dann gibt mir ein klein Beispiel von dem, was du alles komplett gelesen hast, in Kurzfassung, was diese Leute gesagt haben, dass Mohammed nicht existiert hat. Das ist ja völlig unfassbar, was du gerade sagst. Das ist ein offenes Geheimnis, nur keiner redet darüber. Ja, wie kannst du? Allein der Konvertite, kennst du den Konvertiten, Sven Mohammed Kalich, der Typ, der eine, der in Münster eine ganze, die Religion des Islams leitet, das ist so ein Konvertit, ein Deutscher. Ja, das ist Sven Lau, oder hieß er nicht Sven Lau? Nicht Sven Lau, Sven Mohammed Kalich heißt der Typ. Sorry, nein, der ist ein Professor der Uni in Münster. Sorry, tut mir leid. Er hat die These aufgestellt, dass Mohammed niemals existiert hat. Guck mal hier, ich zeig's dir mal. Aber wie genau erklärt er das? Wie kann man das erklären? Ja, weil es Ungereimtheiten gibt zwischen seinem Leben und das, was überliefert wurde. Weil, weil da Münzen, weil zwischen, ich glaube, 100 oder 200 Jahre, erst nach, nachdem der Koran fertig war, hat man überhaupt von einem Propheten, man hat nie überhaupt einen Propheten namens Mohammed in der arabischen Halbinsel gehört. Du wirst mir sagen, das ist irgendeine Harry Potter-Geschichte, oder was jetzt? Harry Potter, genau so sieht's aus. Guck mal, der, der Amir, der Amir, der Amir ist ein Märchen. Amir, ich bitte dich. Der Koran ist ein Märchenbuch. Der Koran ist wahrhaftig ein Märchenbuch. Nicht die Bibel, der Koran ist ein Märchenbuch. Ja, dann, dann ist ja Bukhari unser Prophet, oder was? Nach deiner Aufrufung? Genau, Bukhari hat euch eure Religion gegeben. Guck mal, Amir, ich bitte dich. Warum, warum machst du mich denn dafür an? Warum, warum lachst du mich? Ich mach mich denn, und ich blöde dafür an, aber Amir, du weißt auch ganz genau, dass es nicht stimmt. Oder? Das stimmt, eins zu eins. Du kannst, du hast das Internet zur Hand, und dann wirst du sehen, dass Mohammed niemals existiert hat. Die Beweise für seine Nicht-Existenz sind höher und heftiger, als die für seine Existenz. Ich weiß es nicht. Ich sage dir, eine Stunde brauchst du, nur eine Stunde, da wirst du schon einiges herausfinden, dank dem Internet. Ja, du lachst, aber ist es wirklich so? Ich weiß nicht. Hast du gerade das Internet zur Hand? Ich habe Internet gerade da, ja. Ja, gib mal einen auf YouTube. Und dann? Gib mal einen Sven Mohamed Kalich. Hat Mohammed existiert? Guck mal, was der sagt im ZDF-Interview. Pass auf, ich werde mir das sowieso gleich nach. Es geht nur zwei Minuten, dann kannst du abspielen, dann können wir es so sagen, es geht nur zwei Minuten. Das Ding ist, es ist von meinem Handy aus, und ich glaube, das geht gar nicht, das funktioniert gar nicht. Wenn ich jetzt hier rauszwitsche, na, ist so, ich habe keinen Laptop jetzt zur Hand, oder sowas. Ja. Aber, aber weißt du was, ich komme ja ab und zu mal bei dir rein, und ich werde mir das mal geben. Ich meine, das hast du ja wahrscheinlich schon paar Mal angehört, und dann kann man ja drüber auch noch irgendwann mal drüber sprechen. Kein Problem. Aber es sind, es sind nur noch, es sind nur Aussagen, keine richtigen Belege, keine richtigen Fakten. Doch, der Robert Spencer hat ein Buch verfasst, ähm, hat Mohammed wirklich existiert. Das Buch ist ein, ein Meisterwerk. Er hat bewiesen, dass Mohammed niemals existiert hat. Nee. Er hört zum ersten Mal davon. Ja, siehst du, du hörst von allem zum ersten Mal. Man kann nicht so auseinander. Weißt du auch warum? Weil das, weil das, weil das Rukuspokus ist. Dönerpreise. Du bist ja mit Beschäftigten, um den Dönerpreis zu suchen. Ja, Rukuspokus. Ich esse keinen Döner, aber das ist Rukuspokus, äh, haben wir. Oh, diese Dönerpreise machen, wir zu schaffen. Warte mal, hast du, hast du einen neuen Song rausgebracht? Stimmt das? Döner von allen Affen. Dach mal, Amir, stimmt das, dass du einen neuen Song rausgebracht hast? Stimmt das jetzt wirklich? Ja, ja. Wie, wie, wie kommst du überhaupt darauf, dass du Musik machst? Ich bin sehr, sehr gut dabei. Ach so. Jetzt bist du auch noch in der Musikbranche. Ja, dann, dann kommt noch der Amir mit seinen eigenen Kirsch, oder was? Und dann, holst du sie alle da rein? Der Amir, der Amir, kommt mit eigene Kirsche. Ja. Ja, Amir, keine Ahnung, wie lange du das noch machen wirst. Keine Ahnung, wie lange das noch gut tut. der macht den Sheik das noch mit. Der Sheik, die Sheik bleibt immer fit. Oh ja. Das ist einfach unfassbar, dass dieser Typ einfach machen kann, lassen kann, wie er es will. Einfach der Hammer. Sag mal, hast du hinter dir drei, vier Autos, die dir folgen und Schutz und sowas? Ja, natürlich, hallo, der Herr bringt immer seine Schutzengel mit mir. Wisst ihr, Ja, naja, naja, auf jeden Fall ist mit dir Amir immer gut zu unterhalten. Gott segne dich. Machiavelli, Gott segne dich. Dich auch, Bruder. Hade, ciao. Hade. Doktor Sheiky, Sheiky, ist wieder da. Doktor Sheiky, Sheiky, ist richtig am Schiky. Aber wir müssen singen ein bisschen. Ja klar, hallo, ohne singen geht gar nichts. Jack Daniels Party, bitte nicht sowas sagen, du wirst gestummt. Ich will sowas nicht noch mal hören. Wieso sah der Mond gestern so komisch aus? Deine Ahnung. Das kannst du keinem erzählen. Sauda, wir kennen dich. So witzig. Ja, jetzt ist er wieder da, der Machiavelli. Wolltest du noch was sagen, mein lieber Halloween? Ja, nur ganz kurz. Amir? Ja? Wie kannst du irgendwann mal irgendwie so ein Arrangement führen mit einem Pia Vogel oder mit so einem Abo, keine Ahnung was? Das wäre wirklich sehr, sehr, sehr krass spannend, weil das würde ich gerne mal sehen, so ein Amir gegen so einem Pia Vogel oder sowas, die dann eine Stunde lang sich unterhalten. Ja. Kannst du nicht sowas organisieren? Du kannst ihn ja gerne mal anschreiben, was er passiert. Ich kenne den Typen, ich mag den auch nicht. Der mag uns ja auch nicht uns alle lieben. Ja. So, mit dem würde ich auch gar nichts zu tun haben. Nur, kannst du das nicht organisieren? Das würde ich gerne mal sehen. Organisieren? Ja, also, dass du da vielleicht irgendwo so einen Typen kennst, der den kennt und das hier dann irgendwann mal zusammen auf live trifft, weil er war ja auch schon öfters live hier. und das würde mich sehr, sehr krass interessieren, weil deine Erfahrung und seine Erfahrung, Bruder, das wäre wirklich der Big Bang hier auf TikTok dann. Big Bang wäre das. Ja. Aber sag mal ehrlich, würdest du dir das zutrauen mit Pia Vogel oder all diese gelehrten Leute, die immer hier so reinkommen, würdest du da machen? Ja, warum nicht? Kein Problem, ne? Ja, aber das sagst du immer. Nie kommt es dazu. Wir haben doch schon Pia Vogel gefragt, der Pia Vogel möchte. Ach, dein Ernst? Ja, natürlich, was denkst du? Wann war das denn, wenn ich mal fragen darf? Wann war das denn? wie gesagt, bevor ich mit Amir, also mit Ex-Muslim rede, dann mach lieber MMA-Kampf mit mir. Ja, das ist ja so feige. Ja, dann hat er ja was, dann ist er feige. Ja, dann ist er feige. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ja, es wird schade, schade, ich hätte gerne mal so einen gesehen gehabt, der mit dir sich da, ähm, auf so einer Ebene setzt. Ja. Ach, Leute, Leute, na gut, Amir, keine Ahnung. Was ist denn mit dir? Mach dir doch Gedanken um deine Ewigkeit. Das war all diese vier Fugel zu Hause. Amir, aber du sagst, Jesus ist Gott, Bruder, das kannst du mir nicht, das kannst du mir nicht antun, Bruder, Jesus ist Gott. Also, ohne böse zu sein, ja. Ja, aber warum ist denn Jesus nicht Gott, nach deiner Vorstellung? Bruder, weil, 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 ich kann mir nicht vorstellen, dass einfach Gott Mensch wird und dann was erleiden, also, dass er dann leidet, dann wieder, also diese Dreitinität, habe ich ja hier gelernt, um ehrlich zu sein, und, äh, die Dreifaltigkeiten, und, ähm, und, und ich kann das einfach nicht nachvollziehen, dass er, also diese, diese Trinität immer wieder, beziehungsweise immer wieder, ich weiß nicht, wie oft er das verwendet hat, ähm, weg war, wieder da war, und wieder weg war, wieder da war, in dem Sinne. Also, erst mal sagt er, betet ihm an, und dann war er wieder Gott, und dann war er wieder Mensch. Verstehst du, das ist mir zu paradox. Der Herr Jesus, du bringst ja etwas durcheinander, der Herr Jesus Christus hat schon von Ewigkeit existiert, und der Herr Jesus Christus wird ja auch das Wort Gottes genannt. Das Wort Gottes ist Gott selbst. Und durch das Wort Gottes wurde die ganze, das ganze Universum geschaffen. Alles, was du hier siehst, so sagt es ja auch der Johannes, ähm, das Johannes-Evangelium, Kapitel 1, Vers 1 bis 14. Alles ist durch das Wort entstanden, äh, nichts ist durch das Wort nicht entstanden. Alles. Alles, was du siehst, alles, dieses Raum, Zeit, Materie, alles durch das Wort entstanden. Und das ist der Herr Jesus Christus, der schon von Ewigkeit existiert hat. Und das Wort Gottes wurde Fleisch und wohnte unter uns. Also Gott, der Allmächtige, wurde Mensch und lebte unter uns. Ein heiliges, makelloses, perfektes Leben hat er gelebt. Das, was Mohammed niemals erfahren hat, oder das, was Allah niemals ist, heilig, makellos, perfekt. Allah erlaubt ja Hurerei zu praktizieren. Ist das heilig, makellos und perfekt? Mutter Ehe? Das sind Hadithe, das steht nicht im Koran. Das ist Koran, Zuge 424, was für Hadithe, Mann. Was steht denn da? Da steht, du kannst eine Frau genießen, gib dir ihren Lohn und dann kannst du wieder weggehen von der. Nein. Ja. Das sind die Ehe. Gibt es wahrscheinlich Gründe für. Das sind heilige Menschen. Du weißt doch wieder viel. HW, HW, was ist das denn für ein Grund, wenn du zu einer Frau hingehst, einen Vertrag erstellst, mit dem Datum, wo die Ehe anfängt und auch der Datum festgelegt wird, wann die Ehe endet. Ist das nicht Escort Service? Oder ich habe mich auch damals aufgeregt, Amir. Was ist der Unterschied zwischen Allahs Religion in Zuge 424 und Escort Service von irgendwelchen Anbietern, die das anbieten? Darauf will ich jetzt hinaus, darauf will ich jetzt hinauf, also beziehungsweise, Da kommt ein Geschäftsmann, da kommt ein Geschäftsmann mit viel Geld und dann hat der Wahl der Wahl zwischen Monique, Sabrina und Janett und hast du nicht gesehen, wie die alle heißen? Die da total devote Frauen, Damen sind, die dann denjenigen dann eine Woche Gesellschaft leisten und die, der Vertrag dann anfängt am 11.04. um 10.54 Uhr und dann nach einer Woche endet. Was ist für uns Escort und Allahs Religion? Und wo wird das praktiziert jetzt, was du gesagt hast? In Irak, in Iran und überall da, wo die Muslime den Koran ernst nehmen. Also, aber nicht die Mehrheit? Was spielt das für eine Rolle, wenn Muslime gibt, die das praktizieren? Praktizierst du denn macht Nackentherapie den Ungläubigen? Oder das haben wir alles gesehen 2014. Das war nicht gut. Du siehst, es gibt also Muslime, die das ernst nehmen. So wie die Muslime dann auch die Urerei ernst nehmen und das praktizieren. Und sagen, ja gut, wenn Allah das erlaubt hat, dann muss das doch wohl richtig sein. Siehst du, der Gott des Islams nimmt den Menschen die Moral und Ethik weg. Weil wir wissen, dass das nicht in Ordnung ist. Die würden das machen, zu lassen, mit ihrer eigenen Mutter oder Tochter oder was weiß ich, mit ihren eigenen Weibchen verwandeln. Oder würdest du sowas zulassen? Also, ich spreche jetzt von mir, bei uns Aleviten. Wir haben unsere eigenen Prinzipien. Ich meine, es gibt viele, die sagen, ich sei keine Muslime, ich werde doch mir solche sein und bla 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 bla. Aber wir haben, wir haben unsere eigenen Prinzipien Amir. Ihr seht ja Frauen und Männer als gleichberechtigt. Seht der Islam und Männer als gleichberechtigt. So soll es ja auch sein, Gleichberechtigung. Ja, so soll es sein unter euch, aber so ist es nicht, was Allah sagte. Dass der Mann über der Frau steht und dass die Zeugenaussage einer Frau nur halb so viel wert ist, wie das eines Mannes. Und dass die Frauen dumm sind, so wie Mohammed das gesagt hat. Du siehst also, dass der Koran erlaubt seine Frau bei Widerspenstigkeit zu... Ja, du weißt. Aber dieses Verallgemeinern, dieses Du kannst doch nicht wissen, dass alle so sind Amir. Du weißt doch, es gibt viele Sunniten, die sagen, okay, auch wenn es da so steht, das wird dann nicht so praktiziert. Wehe, es gibt viele Sunniten. Ja, aber es gibt... Du brauchst doch nur eine Handvoll Muslime zu geben, die Allahs Wort ernst nehmen. Da hast du doch den Salat. Den hatten wir 2014 gehabt. Ja, also, du siehst, du kannst doch wohl unterscheiden, du bist doch ein mündiger, erwachsener Mensch. Aber war das jetzt die Verallgemeinerung von allen Menschen, also Muslime? Hab ich doch nicht gesagt. Es gibt Muslime, die in den Shisha-Bars hocken und den Koran nicht ernst nehmen. Haben wir überhaupt gar nicht. Wir sind glücklich um jeden Einzelnen, der in der Shisha-Bar abhängt und nicht mit seiner Religion beschäftigt. Aber was passiert, wenn auf einmal die Muslime ihren Koran und ihre Islam ernst nehmen? Das haben wir dann 2014 gesehen. So sieht's aus. Du musst dir mal vorstellen, die Leute... Du kennst ja, ich weiß gar nicht, ob ich das dir sagen darf, den Dennis Kuspert, dieser Rapper, kennst du ja, ne? Der war ja Schiite gewesen. Natürlich. Und er war ja, das muss ich dir wirklich mal erzählen, vielleicht wahrscheinlich kennst du das schon alles, der ist ja zu Pia Vogel gegangen, Pia Vogel hat Gehirnwäsche gemacht. Was hat denn der damit zu tun? Der Pia Vogel steht auf der Todesliste des islamischen Staates. Der Typ ist ein religiöser Heuchler. So was würde man einen religiösen Heuchler nennen, dem Pia Vogel. Das weiß ich auch. Er wird auf Suche 66, Vers 9 und Suche 9, Vers 73 knacketherapiert, weil er rumheuchelt. Er kann Arabisch, er ist arabischen Sprache mächtig, er kennt die Bücher von Sheikho al-Islam, er kennt die Bücher von Mohammed ibn Abdul Wahab, er kennt das Ganze, er kennt die Auslegung von Ibn Kathir, er kennt das von At-Tabari al-Kurtu bin al-Jan-Rai. Und warum wird er dann nackentherapiert? Er gibt keine Entschuldigung für seine Heuchelei. Warum wird er dann nackentherapiert von den anderen? Von wem? Also du meinst ja, er wird ja, er wird ja, beziehungsweise von den anderen, die 2014 da waren, nicht anerkannt. Wie kann das sein? Weil er ein religiöser Heuchler ist, habe ich doch gerade eben erklärt. Dass selbst Mohammed befohlen wurde, solche religiösen Heuchler auseinanderzunehmen. Ein Blick in den Koran hätte gereicht und du würdest das verstehen. Dass es zur damaligen Zeit auch Menschen gab, die sich geweigert haben, mit Mohammed in den Krieg zu ziehen, um die Kuffar zu bekämpfen. Und so ist Pierre Vogel genauso. Er liebt sein Leben mehr als Allah und seine Religion. Und das kann keiner sagen, dass das nicht so wäre. Und so sind auch die ganzen Euro-Muslime, die hier sind. Sie lieben ihr Leben und ihre Krankenversicherung und iPhone mehr als Allah. Und so sagt Mohammed, Sahib Muslim, 35, 33, dass sie als religiöse Heuchler auch sterben und Allah mit ihnen nicht zufrieden ist. Amir, weißt du, was ich nicht verstehe? Wie kann das sein, also nach deiner Auffassung, wie kann das sein, dass ein, dass ein Mensch, zum Beispiel ein Bukhari oder du sagst ja auch, Mohammed existiert nicht, wie das zustande kommt, dass man so eine, dass man eine Religion aufbaut, wo Milliarden Anhänger danach kommen. Kann das sein? Ich sage dir, wie das sein kann. Ja, wie? Nimm die bis zu vier Frauen und zeuge damit 38 Kinder oder 50 Kinder oder 70 Kinder oder wie viel. Was passiert dann, wenn das die Muslime machen? antworte du mir. Ein Mann, der Kinder zeugt? Noch mal, damit du aus deinem Döner Verständnis rauskommst. Ich esse kein Döner, egal, aber weiter. Wenn ein Mann von seiner Religion aus bis zu vier Frauen legal heiraten darf und mit jeder Frau zwölf oder dreizehn Kinder zeugt, was sie ja machen, was kommt zustande? Ja, eine Ansammlung von einer Mannschaft. So sieht das aus und so verbreitet sich die Religion Allahs in nullkommanix, also die schnellstwachsende Glaubensgemeinschaft der Welt. Nicht aufgrund, weil der Islam die Wahrheit ist. Islam ist echt, es ist ein Märchenbuch oder Märchengeschichte. Aufgrund der Geburtenrate, weil die Muslime so viele Kinder zeugen. Hast du gesehen, wie das in der Uni Bochum aussah? Wie sah es denn aus? Als wir Aid gefeiert haben, das sind Zustände, das kannst du dir gar nicht mehr angucken in den westlichen deutschen Städten. Hast du gesehen, wie das aussieht? Was war noch los? Mir kommt das schon so vor, als haben die Muslime schon die Mehrheit hier gebildet, nur man sagt ihnen das nicht. Verstehst du? Damit die sagen, hey, jetzt sind wir schon die Mehrheit. Verstehst du? Okay, okay, okay. Hast du die Befürchtung, dass das hier so weit kommt, oder was? Es wird zu Unruhen kommen. Also eine Minute prozentig. Ich will das jetzt mal so ganz höflich wie möglich sagen, dass in den türkischen Bereichen, also Sunniten jetzt halt, türkisch oder arabisch, wenn sie sich dann hier auf der Straße treffen und eine kleine Demonstration führen, dass das dann sehr, sehr, sehr aggressiv und laut hervorgeht. In dem Sinne auch, dass man dann laut schreit, was ich nicht in Ordnung finde, weil das widerspiegelt dann wieder auch rum, was sie von uns dann halten und das bestätigt das dann auch. Und wenn du sagst, die Mehrheit wird dann, wenn die Mehrheit hier gewinnen würde, dann bin ich deiner Meinung an mir, dass es auch so sein wird, dass es hier zur Randale kommen wird, dass es hier zu einem Zustand kommen wird, was nicht schön sein wird. Das glaube ich auch. Aber das ist nicht die Mehrheit. Hast du Angst als Alevite? Hast du Angst als Alevite? Bitte? Hast du Angst als Alevite? Ja, also wenn hier die Sunniten jetzt in dem Sinne, was wir jetzt 2014 gesehen haben, kommen würde, dann würde ich mich auf die Seite der Christen oder der Juden stellen, ganz klar. Weil die würden mich auf jeden Fall... Um diese Religion aufzuhalten. Du siehst also, wie heftig sie ist. Ja, aber was heißt aufzuhalten? Ich sehe die ja nicht, ich sehe die ja dann nicht in der Mehrheit. Verstehst du, was ich meine? Ich würde sie als in der Minderheit sehen und sagen, okay, ich bin trotzdem nicht auf eurer Seite, obwohl ich so zum Islam, also beziehungsweise als Muslim und mich selber dann sehe, Islam. Aber trotzdem würde ich sie dann in dem Sinne bekämpfen, wenn man das so auf TikTok sagen darf. Ja, du siehst also, dass die eigenen... Ich bin ein bisschen doppelmoralisch, aber ist halt so. Ja, aber ich verstehe, was du meinst. Du siehst also, dass der Islam etwas ganz Gefährliches mit sich bringt und sobald die Muslime die Oberhand haben... Hier, guck mal hier, was der Typ sagt vor einem Interview. Pass mal auf, guck mal hier. Einen Moment. Achtung. Ja, ist gut, ist gut. Siehst du, er sagt, die Muslime werden bis 2060 die größte Glaubensgemeinschaft der Welt sein. Was willst du tun? Was willst du tun? Du willst dich unterordnen, guck mal jetzt. Hast du gerade gehört, was er gesagt hat? Wir machen Kinder, ihr nicht. Eure Bevölkerung sinkt und unsere Bevölkerung steigt. Hast du gesehen, wie die Islamisierung funktioniert? Ja, wie du es gerade vorhin beschrieben hast mit den Kindern und der... Achtung. Und an der Islam. One day we can have a Muslim-majority nation here in Canada. Right in your face. Siehst du, mitten in dein Gesicht hier in Canada. Wir werden Islamisches Recht einführen. Guck mal hier, was er sagt. Please. You say that you want Sharia-Law to displace canadien law. That doesn't sound very respectful. You wouldn't have any other option, my friend. Aha. Der Interviewer fragt den, du willst Scharia-Gesetz über die ganzen Menschen herrschen, obwohl sie es nicht wollen. Und dann sagt er, sie haben gar keine andere Wahl. Wir werden bald die Mehrheit sein. Wahnsinn, ne? Also würdest du dann... Jetzt verstehen wir alle, wenn auf einmal die gesamte Welt auf die Muslime ausflimmt und Tabasco dann mit ihnen macht. Verstehst du, was ich meine mit Tabasco? Ich verstehe dich, Armin. Ich verstehe dich. Ich möchte aber auch eins verstehen. Würdest du unterschreiben, wenn es wirklich, wirklich gehen würde, dass man hier in Deutschland zum Beispiel den Islam verbieten würde? Ich würde sofort unterschreiben und würde sagen, wer es wagt, ich würde sogar noch weiter gehen, Islam verbieten und wer es wagt, Werbung zu machen für den Islam, wird bis zu fünf Jahren Haft bestraut. Ja, wählt mich und ich mache in Deutschland wieder gesund und stark. Also Leute, ihr habt gehört, Armin ist der... Und das ist das Minimum. Minimum, ich sage, Armin ist der Essignaß. Ab fünf Jahre, da drunter gibt es nichts. Warte mal, was sage ich bis zu fünf Jahren? Ab fünf Jahre fängt es an mit Islamwerbung und dann geht es nach oben. Bis zu den letzten Englisch. Leute, Armin ist der Endgegner. Glaubt mir, Armin ist der Endgegner. Ich bin kein Endgegner, ich habe gesunden Menschen verstanden und ich weiß, was der Islam mit den islamischen Ländern angerichtet hat, wie Marokko, Libyen, Tunesien, Iran, Pakistan, Afghanistan, Tükei. Was hat der Islam mit den Ländern angerichtet? Sind sie heute in Ehre und Frieden und so? Nein. Wir haben den Allerziden, wir haben den Allerziden, haben die einiges angetan. Das stimmt. Da gebe ich den Erschwunsch. Und du siehst, dass die Menschen, du siehst, dass die Menschen zu solchen Parteien rennen wie AfD oder sonst irgendwelche Parteien, die versuchen, die ganze Sache irgendwie aufzuhalten. Aber das Kind ist ja in den Brunnen gefallen. Wie willst du denn 50 Millionen Muslime aus Europa denn rausnehmen? Das ist doch unmöglich. Gibt es aber ein Recht dazu, dass ein christisches Land, ein anderer, also jetzt, weil wir halt nun mal Muslime sind und an den Islam glauben, gibt das christlich das Recht, den anderen dann zu sagen, nee, das geht hier nicht, das ist verboten? Also jetzt in dem Sinne Islam? Wie nochmal, ich habe das nicht verstanden. Bitte wiederholen. Also gibt das, also würdest du Recht geben und sagen, okay, der Christ, beziehungsweise das, das christliche Land hat das Recht dazu, dem Islam zu verbieten. Also natürlich, natürlich, vollkommen, ihr darf keine andere Glaubensgemeinschaft sich breit machen. Du kannst hier mit uns leben in Liebe und in voller Moral, Ethik und Anstand und wenn du dich quasi nicht nach den Regeln hältst, dann musst du nach dem Gesetz dann auch bestraft werden. Ja, aber was sollen wir dann an Glauben haben? Du kannst dein Glauben ja haben, aber du darfst dafür keine Werbung machen. Das ist das. Keine Werbung für die Glauben. Also im Geheimen. Also nur im Geheimen. Du kannst einfach nochmal rausgehen. Oder sollen wir das andersrum machen? Lass uns mal ein Tag das praktizieren, was die Muslime an den Ungläubigen praktizieren in ihren Ländern. Lass uns das mal machen. Mal gucken, ob sie dann mit meiner Sicht der Weise einverstanden sind oder mit ihrer Sicht der Weise. Oder ob Islam schöner ist. Was meinst du, wofür die sich entscheiden würden, mein Lieber? Also welches Land meinst du denn ist jetzt gerade so krass, wo du sagst, boah, dieses Land, da würde ich die Christen da gar nicht hingehen. Also gar nicht empfehlen. Ägypten? Nö, Ägypten. Jedes islamische Land ist gefährlich für Christen. Jedes islamische Land ist gefährlich für Christen. Weiß auch, wie sie sagen, dass Gott dreieinig ist, weil sie sagen, dass Jesus Christus der ewige Sohn Gottes ist, der Mensch wurde, um für unsere Schuld zu bezahlen. Der Koran sagt, ich bin will. Der Koran sagt, Allahs Fluch auf sie, in Zuge 9, Vers 30, dass sie sagen, dass ich der Vater bin von irgendwen. Das ist Allah. Der sagt das ja. Jesus ist weder mein Sohn, noch ich bin der Vater. Und da ist ein riesen Clinch. Verstehst du? Die Muslime handeln sofort, weil die sagen, das, was ihr macht, die Christen, ist Blasphemie. So. Und dann geht es zur Sache. Aber Amir, ich weiß, das ist jetzt eine kritische Sache, was ich dich frage. Ich weiß gar nicht, ob das okay ist. Dann ist es ja aber auch so, dass der Orthodox-Jude sagt, er sagt es ja auch selbst, das, was die Christen behaupten, dass Jesus Gott ist, nicht wahr ist. Was sagst du dazu dann? Dann würdest du dir auch quasi in die Jüdischen, glaube ich, nicht wahrnehmen. Tanach zu lesen und die Propheten. In Zachariah 12, 10 steht, dass Yahweh selber sagt, sie werden auf mich schauen, den sie durchbohrt haben. Wie will man denn Gott durchbohren? Kannst du mir das mal bitte sagen? Oder ein Jude? Ach, genau. Du siehst also, dass die Juden auch sehr, 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 sehr ignorant sind. Sehr ignorant. Und es gibt viele Christen, die auch Juden herausgefordert haben. Und es standen, es waren schon einige Debatten statt. Und Juden scheitern auch kläglich, weil sie nicht ihre eigene Schrift mehr lesen. Das ist das Problem. Ja, das ist so eine Sache, ey. Ja, genau. Aber es ist auf jeden Fall echt interessant, manchmal mit dir zu reden. Ja, manchmal. Ich dachte, das ist immer interessant, mit mir zu reden. Ja, was ich dann nicht, weißt du, was nicht interessant wird, wenn du dann beleidigen würdest gegenüber Religion? Dann würde ich es nicht mehr interessieren. Ja, aber wenn es da steht, wenn zum Beispiel Allah sagt in Zuge 47, Vers 23, dass eine Gebärmütter an den Nüssen von Allah zieht, was soll ich denn dazu sagen? Soll ich darüber weinen oder wo soll ich lachen? Ähm, es gibt manchmal Situationen, da kann ich mein Lachen nicht verkneifen an mir. Ja, siehst du. Wer kann mit sowas denn umgehen? Eine Gebärmütter zieht an den Nüssen von Allah? Aber das sind doch auch wieder ein Hadith. Das ist Koran, 47, Vers 23. Das ist unglaublich. Ja, unglaublich, genau. Siehst du? Ich weiß gar nicht, wie man das auffassen soll, wenn man sowas hört. Ich weiß es doch selber nicht. Keine Ahnung. Ja, aber muss man jetzt deswegen seinen ganzen Glauben aufgeben, weil du sowas jetzt vorgelesen hast? Ja, ich weiß nicht, ob du damit umgehen kannst, dass irgendeine Gebärmutter an Allahs Nüssen da hängt. Oder du bist meiner. Es gibt doch nur das wieder, was dort verzeichnet ist. Du darfst mich nicht einmal, siehst du, was ein Problem mit deiner eigenen Glaubenslehre. Ja, aber Amir, jetzt mal ohne Spaß. Ich meine, wenn du jetzt wirklich sagst, ey, pass auf, wenn ich das unterschreiben könnte, hätte ich das so gemacht, ja, was wir gerade vorhin gesprochen haben. Das hatten wir doch auch mal gehabt damals, das war dieser eine Maler aus Österreich. Er hat auch so geredet, Bruder. Es sind die Schulden. Es sind deren Kulturen. Es sind deren Ideologien. War es auch nicht so? Und wozu hat das geführt? Chaos, Krieg? Der Unterschied ist, dass wenn jemand etwas sagt, man diese Aussagen ja auch überprüfen kann. Und wenn jemand sagt, dass sie mit ihrer Religion hier hingekommen sind, um euch zu erobern, dann prüfen wir anhand der Schriftin, ihrer Schriftin das. Und da fängt der große Wahnsinn an. Denn wenn wir das beweisen können, dass der Islam durch die Gelehrten, durch Koran, durch die Ausleger absolut die Ungläubigen unterwerfen wollen, dann darf man sich nicht wundern, dass die Muslime dann mit Tabasco bedient werden. Verstehst du jetzt? Dass die Muslime unter Mineralverdacht gestellt werden, aufgrund der Texte, die Muslime müssten sich eigentlich los sagen und sagen, ich habe mit dieser Religion nichts zu tun. Ich habe überhaupt keine Eroberungsgelüste, ich habe überhaupt keinen Bezug dazu, auch wenn ich den Koran verleugne, aber das will ich ja gar nicht. Verstehst du? Aber wenn sie es machen, dann verleugnen sie ja den Koran oder einen Teil des Korans und dann sind sie ja gar keine Muslime mehr. Verstehst du? Dass die Muslime, die hier leben, eigentlich gar keine Muslime mehr sind, weil sie Teile des Korans verleugnen. Und das geht ja nicht für einen Muslim, richtig? Aber deswegen sollte man ja nicht seinen Glauben verlieren, oder? Nein, man sollte sich lossagen vom Bösen und zum Licht kommen, so wie der Herr Jesus Christus gesagt hat. Auch in Johannes Evangelium steht, sie hassten das Licht. Deswegen kommen die Muslime ja auch nicht zu Jesus Christus, weil sie die Finsternis mehr lieben als das Licht. Damit ihre bösen Werke aufgedeckt werden. Sie wollen das nicht. Spricht eigentlich die Bibel auch von der Hölle oder vom Himmel jetzt? Natürlich spricht die Bibel von einem Ort, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlicht. Wo es Qualen gibt. Qualen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also ist das auch schon gleich, eigentlich irgendwie alles gleich, ne? Nee, der Gott, der Bibel sagt, ich habe kein Verlangen, dass Menschen in die Hölle fahren. Ich will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Und der Allah sagt in Zuch 11, Vers 119, ich möchte die Hölle mit Menschen füllen. Für wen würdest du dich entscheiden? Nein, Gott sagt, ich will retten und der andere sagt, ich will Hölle füllen. Eine Existenz, wirklich eine sehr spezielle Frage habe ich an mir. Eine sehr spezielle Frage. Ich habe dir aber gerade eine Frage gestellt. Ja, natürlich würde ich nicht, äh, ähm... Für welchen Gott entscheidest du dich dann? Der, der rettende Botschaft anbietet oder der, der die Hölle mit Menschen füllen will? Gut, wenn, wenn irgendwelche Sünder, irgendwelche Verbrecher, die haben es natürlich dann verdient, ne? Hier geht es ums Prinzip. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Ist das nicht wunderschön? Ja, natürlich, natürlich. Also, würdest du nicht sagen, ey, ich glaube, das ist der Teufel, der gerade, äh, versucht, hier irgendwas, äh, die Hölle mit Menschen füllen will? Warum bezieht denn Allah sich das auf sich? Vielleicht gibt es so viele, mehr böse Menschen als gute wahrscheinlich, in dem Sinne, wenn, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie lange wir Menschen noch leben werden, oder? Es geht um die Intention. Warum raffst du das denn nicht? Ich raffe es doch, arme jemanden. Dann, warum erzählst du dann wieder die ganze Zeit solche komischen, philosophischen, äh, weiß ich nicht, was du da erzählst? So Quatsch. Du musst das noch verstehen, dass es um die Intention Gottes geht. Die Intention des Gottes der Bibel, der sagt, ich möchte, dass die Menschen gerettet werden und die Intention des Gottes des Islam sagt, ich will die Hölle mit Menschen füllen. Ja, welchem Gott sollen wir denn jetzt folgen? Und das steht auch in dem Koran drin, ne? Vers 11, Vers 119. Genau, genau, Amir, guck mal, ich bin gerade immer noch auf einem Augenhöhe mit dir. Ja, ich habe das verstanden, Amir. Aber ich habe wirklich eine wichtige Frage an dich. Vielleicht kannst du mir die beantworten. Warum hat Gott uns überhaupt diese Art vom Leben gegeben? Warum ist das so? Wenn unser Schicksal eh schon besiegelt ist. Gott ist doch Allwissen. Gott weiß doch, was er erschaffen hat. Ja. Ja, so. Und er kennt die Schicksale von uns allen. Also warum diese ganze Sache? Warum dieses ganze Leben und Sterben und, und, und. Das wollte ja Gott für uns gar nicht. Wir waren ja unsterblich, Adam und Eva. Im Einklang perfekt, heilig waren wir dort mit Gott zusammen am Leben. Aber der Mensch hat ja diese Übertretung begangen. Und so kam der Tod in diese Welt. Der ganze Leid, Tod, Schmerz, Krankheiten und alles Mögliche. Das hat Gott niemals gewollt. Er hat uns aus Liebe geschaffen, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben. Der Gott des Islams hat uns erschaffen, damit wir ihm dienen und ihn anbeten. Das ist das. Aber der Gott der Bibel hat uns erschaffen, weil er uns liebt und mit uns Gemeinschaft haben will. Deswegen ist er uns immer wieder nah, auch durch Jesus Christus, dass er seine Herrlichkeit verlassen hat, um uns ganz nah zu sein. Dann siehst du, der eine Gott liebt von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und ganzer Kraft. Und dieser andere Gott will irgendwie einfach nur angebetet werden. Wundervoll. Armin, du redest von Noah sehr wenig. Stimmt auch, dass Noah dann, dass Gott uns quasi uns Menschen aufgegeben hat und dann nur quasi diese Asche Noah gebaut hat und alles? Ja, die Menschen haben sich ja für ein ganz bösartiges Leben entschieden und sind nicht umgekehrt. Also Gott, der ein Wächtiger hat, dann geht, okay, sie wollen nicht umkehren. Und dann hat er... Und das ist wahr, ne? Das ist, also, das ist wahr. Die Arche nur zu bauen, die Arche zu bauen. Und hat die Sintflut gebracht und die ganze Menschheit rausgenommen. Unglaublich. Aber was ist, ist das dann auch immer noch der christliche Gott gewesen? Es ist immer noch der christliche Gott. Es ist immer ein Gott. Aber dieser christliche Gott, der alle Menschen dann weggemacht hat, wo Noah uns quasi dann in dem Sinne gerettet hat, also in dem Sinne, weil er gebeten hat, ist doch nichts zu tun. Und dann ist ja der christliche Gott, den wir... Weil er in Noah, weil er in Noah einen sehr, sehr gerechten Menschen gesehen hat, der Gott sehr nahe ist, mit Gott immer gewandelt ist. Ach so. Also ein, ja, mit unter anderem, der Gerechteste der damaligen Zeit. Gott war es wert, oder Gott beschloss, dass Noah es wert dauert, seine Familie gerettet zu werden. Amir, das war auch viel von... Ja, hier muss es uns jetzt noch vorgehen, dass nur ganz wenige Menschen weltweit wahrlich gerettet sind. Weil das ist ein Sinnbild auf die Errettung der Menschheit. Denn breit ist der Weg in die ewige Verdammnis, und viele befinden sich drauf und schmal für wenige, die auf ihn wandeln. Der Jesus Christus repräsentiert die zweite Arche Noah. Er ist ja die Tür zur Rettung. Deswegen nimmt er auch dieses Symbol, die Tür. Er ist das Brot des Lebens. Er ist die Aufgestimmung des Lebens. Immer wieder sagt er, ich... Ich bin Worte. Ja, du hast manchmal ein bisschen... Ein Rockler. Wahrscheinlich bist du irgendwo im Tunnel oder sowas. Keine Ahnung. Ähm, ja. Ich verstehe das. Ja. Ich habe nur Kult. Aber glaubst du mir, dass ich auch Jesus liebe? Glaubst du mir das? Ja, aber warum nimmst du ihn denn dann nicht an, wenn du ihn liebst? Nein, warte mal. Glaubst du mir, dass ich ihn liebe? Glaubst du mir das? Ja, okay. Aber jeder kann sagen, dass er jemanden liebt. Wo sind die Taten? Warte mal. Glaubst du mir das? Ja oder nein? Ja, aber ich habe keine Taten gesehen, um dein Zeugnis Glauben zu schenken. Ja, aber ich meine, wenn Menschen zu dir kommen als Muslimen und sagen, ich liebe Jesus. Glaubst du ihm dann sofort oder sagst du, nein, glaube ich nicht? Ja, und dann sage ich, wo sind denn deine Beweise dafür? Jeder kann sagen, dass er den und den liebt. Okay. Der Herr Jesus Christus hat gesagt, man muss Taten sprechen lassen. Jeder kann viele Worte erwähnen, aber nur die Taten zeigen. Wenn man, wenn man, also ich habe zum Beispiel, ich sage dir ganz oft, ich weiß gar nicht, ich habe das, glaube ich, noch nie erzählt, aber für mich persönlich selber hat Jesus mich auf einer bestimmten Sache in meinem privaten Leben mich gerettet, sage ich als Muslime. Und dafür bin ich ihm sehr dankbar auch dafür. Und ich habe ihn auch in meinen Träumen gesehen, sage ich auch ganz ehrlich. Und das sage ich aber trotzdem als Muslime und ich sage, ich liebe ihn auch dafür. Dass du gerade sagst, ich habe einen Traum. Leute, ich habe auch gestern einen Traum gehabt. Was denn? Und dann, ich war in so einem Raum und dann kam so ein Mann zu mir und der hat dann irgendwie ganz komisches Zeug gesagt. Und kennt ihr das? Wenn ihr, auf einmal, der hat versucht mich zu schlagen und er ist so in Deckung gegangen, der wollte mich so schlagen. Und dann habe ich mich gewehrt und habe ihn zurückgeschlagen, aber das hat überhaupt gar keine Wirkung an gehabt. Okay. Und dann dachte ich mir so, ich habe den Sohn schon jetzt geschlagen und er steht da immer noch und ist überhaupt gar kein Problem, er steht. Und dann auf einmal kommt so eine ekelhafte dämonische Stimme raus und dann wollte ich mit ihm, wollte ich, dass dieser Dämon aus ihm rauskommt, sage ich ihm, Namen Jesu Christi, fahre aus ihm aus. Und dann habe ich das die ganze Zeit gesagt und habe die ganze Zeit den Herrn gebeten, dass dieser Dämon aus ihm rausgeht und so. Aber es ist nichts passiert und dann sage ich ihm so, du weißt, wer der Herr Jesus Christi ist. Und dann sagt er mir, ja, ich weiß, dass Jesus Gott ist, sagt dieser Dämon zu mir. Wahnsinn, ne? Und dann bin ich aufgewacht. Wie der Dämon bestätigt, dass Gott Gott ist. Das ist natürlich, jeder hat seine Interpretation in seinen Träumen und das ist auch schön, wenn man gerade in diesem, wenn man Gott quasi als Schutzpatron hat und um den Dämon dann wegzuscheuchen. Bei mir war es ja ganz schlimm, Bruder. Und ich habe mich damals schon mit elf, zehn, zwölf mit Jesus sehr krass befasst, weil ich ihn einfach unfassbar super fand. Einfach so einfach super fand, ja? Und ich habe ihn auch gemalt, gezeichnet und alles. Mein Vater hat geguckt, was machst du denn da? So, Papa, guck mal. Er sagt, ja, das ist doch schön und so. Alles schön und gut, Bruder, ja? Und dann war ich in einer Phase, Bruder, ich sage es dir ganz offen, Bruder, das war gar nicht mehr gut, ja? Und ich habe seine Worte genommen und ich habe es nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden. Und dafür habe ich zwei, drei Monate gebraucht, bis ich das selbst erkannt habe, was er meint. Und das hat mich dann am Ende gerettet. Und plus, Alter, dass die Leute, die mich gehasst haben, mich danach nochmal umarmt haben, Bruder. Überleg mal. Heftig. Bruder, und das schwöre ich dir, Armin, das sage ich dir als Alevite jetzt, ne? Und das meine ich todernst. Und ich habe den dann noch in meinem Träumen gesehen, Bruder. Und das habe ich noch nie jemandem erzählt. Ich habe Jesus im Traum gesehen mit einem weißen Gewann, komplett weißen Gewann. Und er saß auf einem Felsen und hat seitlich mit mir geredet. Das heißt, er hat seitlich sich, also er hat sich hingesetzt auf den Felsen und nach so quasi mit 45 Grad Winkel so auf den Boden geguckt. Und hat mir gesagt, du musst damit aufhören, sonst landest du in der Hölle. Boah, das, was ich denke, siehst du. Und immer wieder. Ich weiß genau, und ich weiß genau, was er meint. Ich weiß auch genau, was er meinte, Bruder. Ich weiß auch genau, es war das Alkohol, weil ich habe damals mit dem Alkohol, mit dem Trinken gehabt und alles Mögliche und so. Also ich war kein Alkoholiker oder sowas, aber das hat die Sache eigentlich nur verschlimmert. Und er hat mich in diesem Traum, du musst dir vorstellen, er hat mir gezeigt, wo ich landen werde, in meinem Traum. Und hat mich dort gewarnt. Er hat gesagt, sonst landest du hier, hör auf damit. Es ist einfach unfassbar, was ich da erlebt habe. Aber trotzdem, ja, trotzdem, sag ich jetzt nicht als Aleviter, als Muslime, ey komm, weißt du was, jetzt muss ich konventieren oder sowas, Amir. Verstehst du, was ich meine? Ohne böses Blut oder sowas. Aber ist das nicht ein Riesenzeichen, dass Jesus dir im Traum begegnet und dir sagt, wenn du nicht damit aufhörst, dass du in die ewige Verdammung gehst und dass du Jesus siehst, mit dir das sagt. Dass du aber auch nicht erkennst. Ey, warte mal, ich habe mich schon so oft mit Amir unterhalten und er sagt mir, die ganze Zeit ohne Jesus gehst du verloren. Siehst du nicht die Parallele dazu? Bruder, das ist schon krass, Bruder, was soll ich dir sagen? Das ist, wie es ist. Und das Heftige ist, ich hole dich ja immer wieder hoch. Ja, wir kennen uns ja auch. Wir haben ja mitgegangen. Das heißt, wir haben auch kein böses Blut miteinander, das ist gut. Ich bin auch keiner, der irgendwie hier angibt oder sowas. Es ist auch gar kein böses Blut, aber du weißt, dass das manchmal so komisch ist, weil du immer wieder solche Sachen sagst und dann Islam und sowas. Aber ich gebe Hoffnung an dir nicht auf, ich weiß auch nicht, wieso. Wie sind die, es ist so doppelmoralisch. Jetzt verstehe ich das. Jetzt verstehe ich das anhand deines Traumes, wenn ich immer sage, oh Herr, willst du, dass ich ihn hochlasse oder willst du, dass ich ihn erstmal wegtue? Und jedes Mal hole ich dich immer wieder hoch und rede mit dir darüber und sage dir ohne Jesus Christus, aber da gehst du verloren. Und dann sagst du auf einmal, dass der Herr dir sagt, dass du verloren gehst. Das ist so krass. Bruder, das ist die pure Wahrheit an mir. Und ich meine, ich sage dir ganz ehrlich, also als Person, ich mag dich wirklich als Person und ich komme auch gerne zu dir hoch. Und ich weiß, das hört sich alles so doppeldeutig an oder doppelmoralisch, wenn ich mit dir rede, weil du ja dann sagst, wie geht das denn? Erstmal tun sie dir das an und dann sagst du wiederum, sag mich so gegen was, gegen sie und so und so. Also ich weiß, was du auch meinst, klar. Aber ich bin trotzdem ein ehrlicher Mensch in der Sache, also von der Meinung her. Es muss ein Zusammenleben geben, Amir. Du weißt auch, dass Jesus so gewollt hätte, wenn es diese Muslime jetzt betrifft, beziehungsweise Sunniten auch, dass er anders, beziehungsweise anders gehandelt hätte, als jetzt irgendwie diesen Druck, den wir machen. Aber die Christen würden niemanden, auch nur ein Haar krümmen, das wissen die ganze Welt, das wissen die auch. Nur muss man sehen, wie der Herr Jesus Christus überall verspottet wird und durch den Dreck gezogen wird. Reagieren die Christen mit Gewalt oder wie reagieren die Christen? Nein, 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 das würde ich nicht behaupten, Bruder. Das würde ich auch nicht sagen. Allein nur diese Gesellschaft. Wenn man es in der Vergangenheit, wenn es die Vergangenheit betrifft, und das ist es hier, Amir, man soll nicht immer alles auf die Vergangenheit schieben. Dann gibt es auch viele dreckige Schuhe hier und da von jeder Seite. Und wenn man diese Kiste hier rausholt und sagt, ja, guck mal, das habt ihr gemacht, das bringt ja noch nichts. Aber es geht doch darum, die Worte des Herrn Jesus Christus in die Tat umzusetzen, der gesagt hat, friedfertig sind die, also selig sollen diejenigen sein, die friedfertig sind. Matthäus 5, selig. Hast du den jetzt schon mal durchgelesen? Ich habe Bücher da, aber nicht die originale Bibel, leider noch nicht. Ich muss mir die noch besorgen. Ich habe Bibel da, also ich habe... Das kannst du doch kostenlosen Bibelpunkt hier. Ich habe Bibeln hier da, aber nicht die originale Bibel. Ich habe auch die jüdisch, aber nicht die Tora. Koran habe ich Deutsch, auf deutsche Übersetzung. Ist halt so bei mir im Misch-Marsch. Hier gucke ich mal rein, da gucke ich mal rein. So, weißt du? Ist wenig, ist wenig. Natürlich nach deinen Ansichten ist das sehr wenig sogar. Und ich bin kein Vorzeigemuslem, das sage ich auch zu den Islamiten und allen möglichen Menschen. Weil ich bin nicht hier, um zu prallen und zu sagen, ich weiß es besser. Oder diese Hobby, Hobby, keine Ahnung was, Prediger, die reinkommen und sich eine Zuhre durchlesen. Zwei, drei und kommen rein und dann machen die auch Hobby, Hobby-Priester, Roger oder was auch immer. Der bin ich nicht. Der bin ich auch nicht. Es ist halt wie es ist, Amja. Es ist halt wie es ist. Ich hoffe natürlich von Herzen, dass du eines Tages eine Entscheidung für Jesus Christus nimmst. Ich liebe Jesus Christus, Amja. Du tust ja... Ja, aber wenn du ihn liebst, dann warum folgst du ihm denn nicht? Wenn du eine Frau hast, die sagt sie dir... Habib, Habib, wenn du eine Frau hast und du sagst zu ihr, liebst du mich und ich kriege keinen Anruf an. Kein Problem, kein Problem. Leute, ich liebe Jesus 100%. Er ist aber mein Prophet. Und ich folge meine Propheten. Sei es Noah, Abraham, Moses, Mohammed. Das sind alles Propheten. Und die wurden halt vom Gott auserwählt. Das sind alles Propheten, die wir lieben. 100%. Okay? Wir haben nicht die Entscheidung oder das Recht, über das, was wir nicht verstehen, zu entscheiden. Wir können höchstens sagen, okay, wir müssen mit Liebe entgegenkommen. Und unsere Propheten haben uns das doch gezeigt. Stell dir mal vor, wir gehen ja das Prinzip gerade durch mit, du sagst einfach, ich liebe Jesus. Ja. Aber mit ihrem Mund lieben sie mich, sagt der Herr. Aber ihre Taten zeigen etwas anderes. Ganz einfaches Beispiel, wenn du eine Frau hast und diese Frau zu dir sagt, ich liebe dich, aber dir fünf Milliarden Mal fremd geht. Ist das dann Liebe oder was? Ja, natürlich ja nicht. Das wäre dann Heuschelei, Frevelei, alles in einem. Wenn du also sagst, ich liebe Jesus, sagst du das nur mit deinem Mund oder bekennst du es mit deinen Taten? Oder mit meinem Herzen. Ja, aber warum nimmst du ihn denn dann nicht an? Ja, ich sag es ja, er ist mein Prophet und wir alle anderen Propheten... Wenn du sagst, er ist mein Prophet, das kann auch nicht wahr sein. Ja, Armin, aber müssen wir jetzt sagen, er ist kein Prophet? Jesus Christus sagt in Lukas 22, Vers 70, ich bin der Sohn Gottes. Was machen wir denn jetzt? Ist er ein Prophet? Oder der Sohn Gottes? Entscheide dich. Nein, Mann, warum muss das ausgerechnet so sein alles, ey? Siehst du, du musst also eine Entscheidung, Herr, mein lieber Bruder, äh, Bruder Adam, ja. Du siehst, dass der Herr Jesus Christus eine Entscheidung von uns Menschen möchte. Denn der Herr, wer die Welt und alles, was in ihr ist und seine Familie und alles Mögliche mehr liebt als mich, der kann nicht zu mir gehören. Wie kannst du nach diesem Trommel sagen? Wir lieben Jesus Christus mehr als alles andere. Er sagt, wie kannst du nach diesem Traum sowas noch sagen? Okay, soll ich jetzt bereut haben, dass ich das jetzt zum ersten Mal hier öffentlich gesagt habe? Soll ich das jetzt bereuen oder was? Du sollst das nicht bereuen, du sollst doch erkennen, dass Jesus dir im Traum begegnet. Wer begegnet einem dem Traum? Gott oder wer? Verstehst du nicht, dass Gott sich dir gezeigt hat in Christus und zu dir gesagt hat, hör auf. Ich weiß nicht, ich weiß, was du meinst, Amir, aber Gott hat für mich kein Gesicht. Was ist das, Amir? Wenn Allah doch der Gott ist, Habeb, wenn Allah der Gott ist, warum hat Allah sich nicht gezeigt und dir gesagt, hör auf damit? Warum muss es Jesus sein? Amir, ich kenne deine Prinzipien, du weißt doch, was ich meine. Ist doch okay, ich respektiere das doch. Wenn du sagst, Jesus ist Gott, ich respektiere das, ist doch ein vollständiger Ordner. Du sollst aber erkennen, dass du nicht einfach sagen kannst, ich liebe Jesus. Ja, welchen Jesus liebst du denn? Stell dir mal vor, Muslime kommen und sagen, ich liebe Mohammed. Auf einmal sagen, ja, ich liebe den Mohammed, der sieben Hörner hatte und drei Füße. Würdest du sagen, was ist das für ein Mohammed, Mann? Aber Amir, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe alle Jesus, Dokus, Filme, alle gesehen und kein einziges Mal hat er gesagt, ich bin Gott. Kein einziges Mal. Ach, er hat kein einziges Mal gesagt, er ist Gott? Ja. Okay. Und ich meine diese langen Filme, die zwei, drei Stunden lang gehen. Du kommst mit einem Film, ich sage, ich schlag mal die Bibel auf, Mann. Ja, warte mal. Das würde nicht wahr sein. Aber warte mal kurz, Amir, willst du mir jetzt sagen, dass wenn man einen Jesus-Film dreht, dass er dann verlogen ist oder was? Natürlich kann es sein, dass hier und da etwas verdreht wird, deswegen sollten wir immer die Bibel aufschlagen. Ich glaube nicht, dass es... Das muss nicht ernst sein, oder? Ja, keine Ahnung, ich meine, das ist wahrscheinlich ein... Du setzt also deine Hoffnung und die Glaubwürdigkeit der Menschen über die Bibel? Nein, das würde ich jetzt nicht so sagen. Das würde ich jetzt nicht so sagen. Das hast du ja gerade gesagt mit anderen Worten. Ja, aber... Der Film hat das gut gesagt. Ein Film sagt es oder das Wort Gottes selbst. Ja, gut, okay, ist okay, okay. Oh, Kamelurin. Der Blitz hat wieder eingeschlagen auf Amir. Oh, Kamelurin. Aber Amir, wirklich... Kamelurin. Warte mal, warte, ich bin noch nicht fertig. Das war gerade wieder Döner-Kamelurin-mäßig, warte. Kamelurin. Mit Döner und Zwiebeln und Soße. Ihr seid ja eine Minderheit, ja, in dem Sinne, Minderheit. Ihr seid ja nicht der Punkt im Christentum, wo sie sagen, das beruht sich auf Jesus ist Gott. So nach dem Motto. Ihr seid ja nicht in der Mehrheit. Aber alle Christen, alle Christen, die großen Denominationen glauben auch, dass Jesus Gott ist. Und die glauben an den drei einigen Gott. Katholiken, Evangelikale, Orthodoxe. Also glauben sie alle, dass Jesus Gott ist, oder was? Alle. Frag sie, ob Jesus Gott ist. Es gibt Vereinzelte, die ja keine Ahnung haben. Ja, das gibt es überall. Aber die Mehrheit weiß ganz genau, dass Jesus Gott ist. Oh, die Wahrheit ist auf der anderen Seite und dann keine Ahnung. Bist du mal gucken? Hallo from the other side. Du musst zum Herrn kommen, aber schnell. Eine Entscheidung muss getroffen werden. Das ist doch der Wahnsinn. Bist du uns. Aber Amir, auf jeden Fall ist es immer wieder unterhaltsam. Ich schon, du, ab und zu, wir kommen mal rein und unterhalten. Heute habe ich mal wirklich offen von dem gesagt, was ich eigentlich nie sage. Also so offen geredet habe. Aber es ist nun mal so, wie es ist. In meinem Leben, auch als Alevite, in dem Sinne für mich persönlich als Muslim auch, hat Jesus in meinem Leben auch sehr viel Bedeutung und sehr viel Liebe auch gegeben. Und genau wie alle anderen Propheten auch. Genau wie alle anderen Propheten auch. Habe, gib doch dem Herrn Jesus Christus die wahre Bedeutung in deinem Leben. Und zwar, dass er die Nummer 1 in deinem Leben sein soll. Komm mal, Prophet Mohammed hat sehr viel auch mit guten Sachen in Verbindung gebracht. Du kannst das nicht verleugnen. Wie war es denn zum Beispiel? Zum Beispiel in der Sache Hygiene, Familie, Essen, Anziehen, Reden, Spitzen, Aufstehen. Das sind tote Hunde, wo tote Hunde, menstruationsperfekte Klamotten und Müll der ganzen Stadt reingeworfen wurden. Ist das Hygiene? Achamia. Ja, was? Achamia. Ja, steht das im Koran oder was? Das steht in den Hadith. Aha, da haben wir es wieder. Aha. Das ist typisch kurdisch. Weißt du, ich meine? Aha. Das ist typisch kurdisch. Das ist typisch kurdisch. Ach, mein Gott. Bist du Kurmanji? Ja, ja, ich bin Kurmanji. Ah, Chihuahni. Aha. Der Serchawan-Brahman. Ah, nee. Sehr sehr. Pasche, pasche. Durst, pasche. Aber auf jeden Fall, Leute, wie gesagt, das war wieder mal sehr, sehr unterhaltsam. Aber auch, wie gesagt, man kann einmal etwas dazu lernen und hinterfragen. Finde ich völlig in Ordnung, auch bei den Muslimen. Völlig auch völlig in Ordnung, wenn einer jemand einpasst. Guck mal, verstehst du das? Ja. Warte ganz kurz. Warte ganz kurz, ich will dir mal was abschaffen. Alles gut, ganz kurz. Alles gut, alles gut. Nee, wirklich. Er kommt mit Hygiene, aber glaubt Hollywood. Hör mal, hör mal. Was ist das? Verstehst du, ist das dein Dialekt? Ja. Muss man kurz mal reinhören, keine Ahnung. Ist das albanisch? Ja, wir haben sechs Dialekte. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht wirklich, was ich. Oh. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hier gibt es einige Sachen, ne, Kurdisch-Loop-Reis, guck mal, wusste ich gar nicht, Kurdisch-Arabisch, das finde ich schön. Warte mal ganz kurz, wie heißt du eigentlich, Mohamed? Nein, nein, das kann ich jetzt nicht so sagen, Bruder. Also, okay, ich nenne dich einfach Ali. Okay. Hör mal, hör mal, Ali. Oh, das ist eine schöne Musik. Ah, die ist aber immer noch die heftigste von Ali. Die ist immer noch die heftigste von Ali. Die Stimme von der ist heftig. Ja, das ist wirklich schweil. Kommt, Nul, Herr Rappi, ja, Jammie, Allah, würde ich heute essen. Das ist ja, das ist tatsächlich... ...und so, Herr Rappi! Ja, die Leute, ich hab dich nicht so, wenn alles gut. Ja, das ist ja. Das ist ja, das sind nur Hippisch. Da war ich das nicht so. Aber ich hab alles nicht so, was ich geschwägt. Ich bin der Herr, was er machte? Halleluja. Lied eröffnen Sie? Lied eröffnen Sie? Und eröffnen Sie? Halleluja. Halleluja. Sie sind die Eröffnen Sie? Sie sind die Eröffnen Sie? Ruah Al-Qudus. Der Heilige Geist. Der Heilige Geist. Der Heilige Geist. この間は 하지στε、この朝のischen宗教によって、 誰が行こうとして、 diesenで Lancerに ihn上げて、 彼らは organizingnalなかったし、 私た Meng falou、 彼らは日向の祖神がいる! Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl Zuhl-Zuhl-Zuhl Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl-Zuhl Der Text ist auch übersetzt worden, das ist sehr, sehr schön, was Sie da sagen. Wo kann man das finden? Auf YouTube bestimmt auch, oder? Ja, auf YouTube, auf TikTok zum Beispiel. War das Aramäisch? Aramäisch, Arabisch, ja. Aramäisch ist ja auch die Sprache von Jesus gewesen. Von Jesus, ja. Hebräisch, Aramäisch. Hebräisch, Aramäisch, okay, okay. Auf jeden Fall, sowas beruhigt auch die Seele, ne? Man findet sich schon mal, man sammelt sich wieder. Lass nicht zu, dass du ohne den Herrn Jesus Christus in den Tod gehst, ne? Sonst wird das für dich... Hört mich doch gar nicht, ich liebe ihn doch, er ist doch mit mir in meinem Herzen immer. Ja, ein falscher Prophet namens Isa. Ach nein, das stimmt. Ich rede von ewigen Sohn Gottes, Ibn Allah, der Sohn Allahs. Glaubst du an den Sohn Allahs? Allah hat keinen Beigeselung. Aha, siehst du, Allah hat keinen Sohn. Aber der Gott der Bibel, der Christen, arabischen Christen, hat aber einen Sohn. Der Allah von ihnen. Was machen wir denn jetzt? Ja, und ich sage, wir sollten auch die Muslime, auch die Sunniten das akzeptieren, einfach. Fertig. Ach so, wir sollen das akzeptieren, einfach. Wir sollen das akzeptieren, genau. Aha, okay, einfach akzeptieren. Ja, einfach nur, guck mal an mir, auch nur dann können wir Menschen uns zusammenfinden, zusammensetzen und darüber reden, oder nicht? Ja, wenn der Koran nicht existieren würde, könnten wir natürlich alle Menschen von Jesus Christus erzählen, aber das, was der Koran da macht, er nimmt dir sogar noch den Elöser in Zuge 457 und versperrt ihr den Weg zum ewigen Leben, ne? Traum. Ja, das ist einfach eine schwierige Sache. Einfach Traum. Das ist eine schwierige Sache. Das ist eine schwierige Sache. Ich hoffe, dass die Menschen alle zusammen irgendwie kommen und diese Sache endlich mal zusammenbringt, das ist aber... Ja, zusammenbringt. Ja, es ist schwierig, Armin, aber was soll ich das sagen? Es ist nicht einfach. Ja, was soll ich das sagen? Nein, ich meine, du siehst ja, was mich auch selbst geschockt hat als Alevite, was 2014 uns widerfahren ist, auch den Jesiden und alles. Ja, aber hast du dir nicht gedacht, ey, ich glaube, das ist die wahnsinnigste Religion der gesamten Welt? Ich habe mir in dem Moment einfach gedacht, das ist die Minderheit, das sind kranke Menschen, die sowas machen, Punkt. So habe ich mir das gemacht. Also kranke Menschen, die Allah und seinen Gesandten ernst nehmen. Du nennst also wahrhaftige Muslime, die Allah und seinen Gesandten lieben und seine Worte ernst nehmen, kranke Menschen. Also ich finde, dass diese Auffassung, auch wenn es dann so im Koran steht, dass man das, was man 2014 gemacht hat, total falsch war. Ja, du findest das falsch, findet das Allah falsch? Dass man für ihn kämpft und nach ihm therapiert. Ich weiß nicht, was vor 1400 Jahren passiert ist, wie die Menschen dort gelebt haben oder was... Ja, wir haben nur die ganzen Schriften von euch. Ist alles offen? Findest du nicht, dass jede Religion, wenn man jetzt in den 21. Jahrhundert, wo wir jetzt leben, dass man auch mit der Zeit, mit der Wissenschaft, auch mit der Religion dann zusammen in eine Bindung bringen muss? Und nicht das, was vor 2000 Jahren war oder 1400 Jahren war. Dass man sagt, okay, hier sind ein paar Suren oder ein paar Hadithe, die müssen wir jetzt anders umsetzen, weil wir mit der Zeit gehen. Und so machen wir Aleviten das zum Beispiel. Ja, ich weiß, deswegen. Die müssen also aber so sehen, wie die Sahaba es verstanden haben, wie Mohammed das verstanden hat. So Quatsch. Wie ihr das versteht, ihr lebt doch im 21. Jahrhundert. Auf einmal versteht ihr den Koran ja ganz anders, wie Mohammed den Koran verstanden hat. Das ist ja aber. Ja, ich meine, so wie wir Aleviten uns verständigen. Guck mal, ich rede doch gerade mit dir, Amir, als Alevite, als Muslim. Und ich glaube, ich wäre für dich quasi der ideale Muslime, mit dem du dich zusammensetzen könntest und sagen könntest, wow, guck mal, ich habe mit dem Sunniten geredet zwar und die sind mich am beleidigen oder am bedrohen. Aber von einem Aleviten habe ich das noch nie gehört. So. Das heißt, es geht doch. Es geht doch. Es klappt. Es funktioniert. Ja, aber weil Aleviten sozusagen überhaupt nichts mit dem Islam zu tun haben. Das stimmt doch gar nicht. Das stimmt doch gar nicht. Weil die keinen Islam in ihren Köpfen haben. Deswegen sind sie ja normal. Nein, das stimmt doch gar nicht. Das ist glückvoller als die anderen. Ach, ich weiß nicht. Das stimmt irgendwie nicht. Wie das stimmt irgendwie nicht? Das stimmt nicht, Amir. Warum, guck mal, dann bist du ja, dann setzt du dich ja quasi mit dem gleichen Fuß wie die anderen, die 2014 waren, ja, und sagen das auch genau zu den Jesiden und zu den Aleviten und sagen, ihr seid es nicht, ihr seid die Bösen. Dann setzt du dich doch gleich mit ihnen in einem gleichen Stuhl. Du raffst das immer noch nicht, ne? Ja. Ja, was denn? Im Islam gibt es nur eine einzige Lehre. Und das ist genauso wie Mohammed und die Sahabas verstanden haben. Alles andere ist Abweichung. Und wenn du zu den Abweichern gehörst, dann bist du dran. Raffst du das jetzt? Wahr. Einfach gesagt. Auf dünner Basis. Dann bin ich der Abweicher. Dann bin ich vom Herzen ein Abweicher. Ja, okay, dann darfst du dich nicht wundern, dass du dann dran bist. Weil du gehörst in den Abweichern. Du interpretierst ganz anders wie Mohammed und die Sahabas interpretiert haben. Also bist du dran, du bist ein Abweicher. Ja, deswegen werden wir ja verfolgt, geschlagen, getreten, beleidigt, belogen. Siehst du, also komm raus. Ach, das ist ein Dings. Rette deine Seele in Christus, mein Lieber. Okay. Amir, komm, wir gehen jetzt in den Guten raus, ja? Danke für das nette Gespräch mit dir auf jeden Fall. Ja, gerne. Und die Musik war wirklich wunderschön. In fünf Minuten stellst du wieder eine Anfrage und kommst wieder rein. Nein, nein, es ist, weil wir schon lange nicht mehr miteinander gesprochen haben. Und ich komme ab und zu gerne mal mit dir quatschen. Okay, alles klar. Du weißt, auf unsere Ebene, ja, auf unsere Ebene. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich einer rein und redet nur über Hadith und so. Und ich rede über, 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 du weißt, was wir gerade gesprochen haben, ja? Ja, alles klar. Okay. Leute, dann, dann, dann auf jeden Fall. Ich hab euch alle lieb und, äh... Ich bete dich auch. Gottes Segen. Ich werde für dich beten. Wir werden für dich beten. Danke, Amir. Danke. Ja. Danke. Aber es ist schon heftig, ne, dass der vom Herrn Jesus Christus träumt. Dass er ihm begegnet, aber nicht Allah ihm begegnet. Wahnsinn, ja. Und dann auf einmal sagt, er muss umkehren. Das ist, das ist so krass, ne. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ne, wie man sowas nennt. Wenn du schon so einen Traum hattest, der so intensiv war, dass du von Jesus Christus träumst und dann auf einmal dich nicht bekehrst und nicht, äh, dieses Zeichen wahrnimmst, ne? Hier gibt's keine Headmans. Ich bin der Headman. Schade. Schade, schade. Aber wie gesagt, ne, der Islam vertritt auch nur eine Lehre, die sunnitische Lehre, die besagt, dass man den Islam so interpretieren muss, wie die Sahaba und Mohammed ihn verstanden haben, ne. Und die Tabi'in und die Tabi-Tabi'in, weil der Mohammed gesagt hat, folgt der erste bis dritte Generation. Das sind die rechtgeleiteten, das schließt die rechtgeleiteten Kalifen auch mit ein. Und dann fängt das große Problem an. Wenn du das so auslegst, wie sie das auslegen, dann hast du natürlich Krieg, Mord und Elend. Wahnsinn. Es ist Shidi. Die Schlange ist lustig und listig, genau, Mann. Die Schlange ist lustig. Listig. Ich geh' Gott an, wo wartet ein Mensch. So. Rebecca Naschit auf meinem Kanal, wie? Nein, Machiavelli, du liebst doch den Herrn Jesus Christus nicht. Du liebst einen falschen Jesus. Du musst einen, du musst den richtigen Jesus Christus lieben. Nicht Isa. Der Isa ist fake. Der Jesus aus der Bibel ist der wahrhaftige Jesus. Was ist das für ein Jesus überhaupt aus dem Koran? Einfach aus diesen ganzen Apokryphen geklaut und in den Koran reingepackt. Alles Verfälschung. Alles verfälscht. Der Koran ist die Verfälschung überhaupt. Verfälschung der Bibel, verfälschte Schriften drin, Wortwörter von Menschen da drin. Und dann sagen die mir, das ist das direkte Wort Gottes. Ja. Sehr, sehr schön. Und dass das Wort Gottes in Ewigkeit auf Allas Tafel schon drauf stand. Auch die Worte eines jüdischen Rabbiners. Die Worte aus dem Thomas-Evangelium als Fälschung. Die Worte aus syrischen Legenden. Suche 68 bis 42. Ich finde das mit dem Schienbein nicht. Ja, siehst du. Dann ist das eine Aufgabe für dich, das zu suchen als Hörerin. Man kann dir natürlich ein wenig helfen, aber ein wenig Verstand solltest du auch mitbringen. Und nachschlagen, nachforschen. Was muss man also tun, um einen Vers zu verstehen, meine Liebe? Hab ich ja, sehr schön. Wenn du es getan hättest, dann hättest du es doch gefunden. Was mit dem Schienbein? Tafel als Schienbein? Genau, nur der HSV hat das richtig gesagt, ein Tafel aufschlagen. Ami, wie komme ich in die Gruppe? Äh, ich weiß nicht. Serbische psalm an, cent an, was ist das, psalm, cent an. Live nach Gerichtstermin als Zeuge in Wünscht, guck mal, es ist Stürzenberger. Okay, alles klar, also Freunde, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao. Stürzenberger war als Zeuge? Mach's gut, ja. Stürzenberger war als Zeuge, warum denn? Ja, genau, ich bin auf Al-Burak und da fliegt's. No moon, no moon expect, it's a lie. Suddenly, there was no judgment that happened. So, do I allow you an hour? You don't. Ciao. Das ist IP. Sven Mohamed Karl, ich lass uns das nochmal ganz kurz hören. Mohamed hat nie existiert. Sven Mohamed. Mohamed. Gar nicht. Der Prophet des Islam und Verkünder der Offenbarung Gottes. Der Koran, das unverfälschte Wort Allahs. Elementare Bestandteile des... Doch, man kann in die Gruppe rein. Äh... Ich glaub ich, äh, ich hab das bei meinem anderen Kanal, hab ich das angepinnt. Der mit den, äh, höchsten Abonnentenzahlen, da rund 30.000. Muslimischen Glaubens und Glaubensgrundsätze für über eine Milliarde Muslime. Nicht für den zum Islam konvertierten Islamwissenschaftler Muhammad Sven Kalisch. Professor für islamische Theologie. Er unterrichtet am deutschlandweit einzigen Lehrstuhl für die Ausbildung islamischer Religionslehrer in Münster. Kalisch's These, der Prophet Mohamed, habe nicht existiert. Und auch der Koran sei nicht das Wort Gottes. Ja, siehst du. Thesen, die in einigen islamischen Ländern mit Verfolgung und Tod bestraft werden. Wahnsinn. Ich sage, es ist weder die Existenz noch die Nicht-Existenz beweisbar. Wahnsinn. Ich persönlich hab eine gewisse Tendenz zur Nicht-Existenz. Habt ihr gehört? Aber, was die derzeitige Faktenlage angeht, meine ich, dass man weder das eine noch das andere, äh, wirklich beweisen kann. Und, äh, was den zweiten Punkt angeht, ich bin in der Tat da auch... Stellt euch mal vor, jemand würde die These aufbringen, dass Jesus Christus nie existiert hat. Obwohl wir so viele Beweise haben, dass er existiert hat. Mann, da ist das krasse. Außerbiblische Quellen, Historiker, alles. Und es gibt noch nicht mal kräftige Beweise für die Existenz Mohameds. Ha, 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 ha. Die Auffassung, dass der Koran nicht das Wort Gottes ist in dem Sinne, wie die traditionelle islamische Theologie sich das vorstellt, dass Gott also in einer verbalen Inspiration direkt einen Text weitergegeben hat. Kalisch, ein von Glauben abgefallener, darf ein islamischer Wissenschaftler und Theologe, der zudem Religionslehrer ausbildet, die Grundsätze der islamischen Lehre infrage stellen? Ein Skandal, ein Tabubruch. So die islamischen Verbände, die den Lehrstuhl in Münster mit unterstützt haben. Ja, das gibt es auf Youtube. Existenz Propheten und den Koran infrage stellt, der stellt die Grundprinzipien des Islams infrage. Und das können wir natürlich nicht akzeptieren. Und ich bin noch nicht zu sagen, was er freut mich. Da wäre er vielleicht in einem anderen Lehrbuch besser aufgucken. Um der E-Strenden zu spüren ... E-Strenden zu spüren, die in Münster noch weiterzuenten. Und die in Münster, die in Münster weiterzuladen wird. Und die in Münster nun den Lingern wieder zu spüren. hängt das jetzt wieder gut hängt ist das wie der kamelurin leitung oder was passiert läuft wieder zu lernen die eigene religion in frage zu stellen da die islamischen verbände als religionsgemeinschaft nicht anerkannt sind haben sie keinen einfluss auf die lehrstuhl vergabe zum vergleich bei der besetzung von lehrstühlen der katholischen und evangelischen theologie an universitäten in deutschland ist eine unbedenklichkeitserklärung der kirchen einzuholen die theologische forschung soll unabhängig bleiben aber wer religionslehrer ausbildet hätte mit solchen extremen thesen auch in der christlichen kirche probleme derjenige der lehrerin und ihrer ausbildung die existenz von christus anzweifelt hätte zweifellos probleme er würde wahrscheinlich seine seine lehrbefugnis verlieren der abweichler karlisch darf bleiben mit einem anderen schwerpunkt an der universität münster steht die freiheit der forschung über allem auch dem dogma der glaubenslehre vor allem der islamischen ich habe bewusst unterschieden zwischen der tätigkeit von wissenschaftlerinnen und wissenschaftler die frei ist und dieses recht hat herr karlisch auch als universität bin ich nicht bereit als vertreterin der universität bin ich nicht bereit einen wissenschaftlichen lehrstuhl an glaubensinhalte zu knüpfen das tun wir auch bei den christlichen kirchen nicht wir berufen nach wissenschaftlicher qualifikation und wir verständigen uns mit den kirchen darüber ob gegen die person und ihre thesen bedenken bestehen oder nicht kann ich habe einen vertrag er ist beamter auf lebenszeit und ich werde auf biebungen brechen dafür einstehen dass er auf seinem lehrstuhl bleibt doch dem innovationsminister in nrw ist eine zusammenarbeit mit dem islamischen verbind ich habe hier was gefunden das können wir eventuell hören warum morgen immer das existierte weil die die eine debatte die ich mir angeguckt habe ist englisch und ich glaube die meisten von uns verstehen hier kein englisch der der wie heißt er noch mal da gab es jemand auf youtube da hat immer alle debatten übersetzt ähm hieß der noch mal antworten für muslime ne kennt ihr das noch antworten für muslime das die bibel verfälscht wurde sie sagen das weil die bibel den koran widerspricht denn laut der bibel kam der sohn gottes in die schöpfung als jesus von nazareth starb am kreuz für sünden und stand wieder von den toten auf der koran leugnet das alles also sagen muslime das aber schauen wir uns mal an was der koran noch zu dem thema die christlichen schriften zu sagen hat koran kapitel 3 verse 3 bis 4 mit der wahrheit offenbart das zu bestätigen was vor ihm offenbart war und er hat auch die torah und das evangelium als offenbarung herabgesandt zuvor als rechtleitung für die menschen die torah und das evangelium sind also offenbarungen von allah obwohl muslime sagen dass sie aber später verfälscht wurden sagt der koran auch dass niemand allahs worte ändern kann sura 18 vers 27 und verließ was dir vom buch deines herrn als offenbarung eingegeben worden ist es gibt niemanden der seine worte abändern könnte und du wirst außer bei ihm keine zuflucht finden also da steht dass niemand allahs worte abändern könnte nicht nur seinen koran abändern könnte sondern seine worte abändern könnte und das evangelium ist wie wir gesehen haben allahs worte und niemand kann es ändern verfälschen außerdem setzt der koran voraus dass die christen zurzeit mohammeds immer noch über korrekte schriften verfügten koran kapitel 7 vers 157 die dem gesandten dem schrift unkündigen propheten folgen den sie bei sich in der torah und dem evangelium aufgeschrieben finden das sind diejenigen denen es wohl ergeht man soll also die torah und das evangelium aufschlagen und man soll mohammed da finden das tut man zwar nicht aus einer allgemeinen warnung vor falschen propheten aber diese stelle setzt voraus dass die juden und christen damals immer noch eine zuverlässige unverfälschte schrift von gott hatten in welche man mohammed finden konnte aber der koran geht sogar noch weiter er sagt dass die christen das evangelium als ihre autorität annehmen sollen koran kapitel 5 vers 47 das ist ein befehl an die christen und so sollen die leute des evangeliums nach dem walten was allah darin herab gesandt hat wenn nicht nach dem walten was allah als offenbarung herab gesandt hat das sind die frevler die christen sollen also auf der grundlage des evangeliums weiten also urteilen sura 5 vers 68 sag o leute der schrift also juden und christen ihr fußt auf nichts bis ihr die torah und das evangelium und das befolgt was zu euch als offenbarung von eurem herrn herab gesandt worden ist die leute der schrift die christen haben ihre grundlage auf dem evangelium wie soll das funktionieren wenn das evangelium jahrhunderte davor verfälscht wurde nirgendwo im koran steht geht auf keinen fall zu diesem buch denn es wurde verfälscht sondern da steht dass die christen es als ihre grundlage nehmen sollen darauf fußen sollen interessanterweise sollte mohammed bei seinen zweifeln auch selbst zu der torah und das evangelium gehen um seine eigenen offenbarungen zu überprüfen koran kapitel 10 vers 94 wenn du über das was wir zu dir als offenbarung hinab gesandt haben im zweifel bist dann fragt die ihnen die vor dir die schrift lesen dir ist ja die wahrheit von deinen herrn zugekommen so gehöre nun nicht zu den zweiflern was soll er machen die leute fragen die vor ihm die schrift lasen die juden und christen werden die leute der schrift genannt weil sie die schrift hatten also wenn mohammed laut dem koran zu den juden und christen den leuten der schrift gehen konnte um bestätigung zu suchen dann muss das heißen dass sie immer noch eine zuverlässige schrift besaßen und da mohammed das vorbild für alle muslime ist sollten muslime dem folgen und in diesem fall steht auch das evangelium über den koran und urteilt ob er korrekt ist und nicht umgekehrt wie es muslime heute behaupten der koran bestätigt also die inspiration die autorität die korrekte überlieferung der christlichen schriften und das bringt muslime in ein dilemma es gibt hier nur zwei möglichkeiten entweder sind die christlichen schriften das wort gottes oder sie sind es nicht wenn sie das wort gottes sind dann ist der islam falsch denn der islam widerspricht den christlichen schriften wenn die christlichen schriften nicht das wort gottes sind dann ist der islam auch falsch denn er bestätigt ständig dass es das wort gottes ist und keiner kann laut dem koran das wort gottes ändern wenn die bibel wahr ist ist der islam falsch wenn die bibel nicht wahr ist ist der islam falsch so oder so ist der islam falsch was man auch immer über das christentum denkt man müsste den islam ablehnen muslime müssten halt wirklich über dieses problem nachdenken wenn muslime nicht weiter an eine religion glauben wollen die sich selbst zerstört müssen sie sich eine neue religion suchen und am besten gehen sie zum evangelium ja ist das krank das dilemma des islams in was für ein dilemma sich der koran befindet ständig werden die torah und das evangelium erwähnt und bestätigt und man sollte immer zurücklaufen zu dem ganzen dass man die worte anlass nicht abändern kann das ist ein riesen dilemma ein riesen dilemma und dann siehst du dass wir abschriften haben aus dem aus den frühsten frühsten jahrhunderten die eindeutig beweisen dass die bibel niemals verfälscht wurde niemals so und john john oder 19 19 wie geht es dir scherr doktor abu amir handelie jesus mir geht es gut wie geht es dir auch gut links links zeigt mir mal ein paar fehler aus meinen haditen aus deinem haditen oder getrunken also aus den schiedschen haditen gibt es keine ja würdest du gerne kacke und pipi trinken von deinen imamen äh das spricht gegen die vier maßstäbe deswegen ist er dein was das spricht gegen die vier maßstäbe weil im koran steht man soll nicht blut von anderen trinken deswegen ist der hadith dein ne deine imame sind doch unfehlbar ihr glaubt an die zwölfer imamen ja diese hotel bei dieser maßung die sind die sind also wenn jemand maßstäbe kannst du auch die kacke und die pipi von ihm trinken so aber wo steht das biha al wali meinst du das ist doch nur eine von sich von wahnsinn was machst du was machst du als schia wenn du zum beispiel keine lust hast zu beten ja aber gibt es überlieferung dass du dir jemanden mieten kannst der für dich betet jetzt kommt der reagieren hat die dein imam meinte man soll jemanden mieten zum beten richtig was warte ich kann niemanden mieten damit der für mich betet das geht nicht so so ja natürlich so steht das aber kommen wir jetzt nicht dass es ist weil ich lehne ja die majas von heute ab die majas von heute ja alles was natürlich für dich problematisch ist lehnen zu haben ist doch klar nein nein ich bin achpadi ich lehne natürlich die patwa ab ja du bist doch auch iraner du weißt doch ganz genau warum ich rumänien nicht mag oder ham ist ja kein problem unter euch schieten ihr seid ja alle uneinig richtig also auch ihr schia seid nicht untereinander einig richtig ja das so wie bei den vielen rechtsschulen bei den sunniten ja aber gut die rechtsschulen werden akzeptiert und wenn eine rechtsschule so etwas nicht bespricht dann wird das bei der anderen rechtsschule akzeptiert also kannst du auch bei den schien kannst du das auch machen oder nicht ja also bei den rasulis und bei den akbars gibt es ja heftige unterschiede zum beispiel ich sag immer alle hat das universum erschaffen die sagen immer mal die hat nicht das universum erschaffen verstehst du oder ich sag allah hat sich durch imam ali gezeigt und die sagen das hat er nicht das ist ja wahnsinn dass du sowas behauptest dass immer dass der allah sich durch imam ali gezeigt das ist ja krass nein 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 du weißt doch es gibt ja die geschichte musa hat gefragt ja allah zeigt dich und musa hat gesagt ich habe imam ali gesehen und nicht allah das heißt allah war in diesem moment wo das steht in unseren hadithen das musst du doch eigentlich kennen zeig mal gut dass du mir sowas zeig schirr du musst das doch wissen du bist doch ex-schirr du warst doch auch alles kenne ich nun auch wieder nicht aber das ist gut dass du mir sowas zeigst sehr sehr gut warte kurz ich muss gucken die hadithe dass die imame das gesichts allah sind die imame sind das gesicht von allah mhm obwohl allah sagt nein 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 nicht richtige gesicht haben wir das schon verstanden metaphorisch gemeint nicht richtig natürlich nicht in echt nicht in echt ah nicht in echt ja also metaphorisch metaphorisch ah aber mein gott ist ja nicht mein gott ist ja kein eifersüchtiger gott ne also mose 2 kapitel 20 vers 5 ja kann aber gott die den ausdruck der eifersucht zeigen ist dein gott nicht eifersüchtig wenn du andere götter liebst und ihn nachfolgst doch nein jetzt hängst du wieder an wie dieser abdelhamid jetzt sagst du gleich noch allah wird lachen allah wird sie schämen verstehst du was ich meine das sagt immer dieser abdelhamid aber bei ischiden aber bei ischiden da sitzt der allah doch mit seinem hintern auf den thron nicht aber in einem anderen hadith heißt es dass allah dem al hussein sie hand geschüttelt hat nein das ist dann nein das ist dann weil das widerspricht gegen den koran nein das ist auch al kafi was da ja wir haben nicht so was wie sahih al karati sahih bin hal al wali wie die sunnete aber du weißt doch ganz genau das ist wie bukhari für die sunnite nein al kafi ist vertrauenswürdig ja aber ist nicht so wie bei den sunnete also du siehst doch weißt du was das ist bei dir du lehnst einfach alles ab was natürlich dem wahnsinn nein hol mir guck mal zum beispiel es gibt hadithe die lehne ich nicht ab und die sind für dich heftig ok kein problem ok ich hab verstanden warum nimmt man dann nicht diese ganzen falschen hadithe raus aus den büchern wofür um dich zu verwirren es gibt doch das muss ja ehrlich das muss das problem ist weißt du was das problem ist du musst das doch wissen du bist doch weißt du was das problem ist dein scheich sagte das ich sag dir was das problem ist das problem ist du schämst dich einfach denn jahrhundertelang hat niemand sich dafür geschämt nur jetzt wo das internet raus gekommen ist versucht man mit ach und krach das ganze unter dem bus zu schmeißen nenn mir die vier maßstäben bei denen bei den acht badis das interessiert mich nicht du kannst von mir aus stäbe nehmen und das als brennmittel benutzen das interessiert mich mehr als die maßstäbe und denen aber in der bibel stehen heftigere sachen als im koran ich will ja nicht so über den koran reden du sollst aber nicht den gott der bibel du weißt ja ganz genau wer hat denn das alte testament ab gesagt also das ist von euch das alte testament ist nicht unser altes testament was beinhaltet denn die torah die torah beinhaltet sachen die jetzige torah beinhaltet woraus bist du denn die torah die besteht aus dings wie weißt du damit dass ein buch da stehen eure gotteswörter drin das meine ich nämlich dass du überhaupt gar keine ahnung hast wovon du gerade redest die torah setzt sich zusammen aus den ersten bis fünften bücher mose das sind mehrere bücher aber die bibel und die torah wurde verfälscht und die originale bibel und torah ist bei ihm immer mächtig was ist denn der tanach was ist denn der tanach der tanach was ist das der tanach was ist das scheer hamid du machst mich kaputt ne du bist so wie abdelhamid der tanach das sind die bücher der propheten die nach der torah kommen das nennt sich der tanach ja dardash 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 ich bin nicht lange in deutschland ich kann nicht so ein gutes deutsch dardash nein du kannst sehr gute deutsch dardash dardash ich bin perser das spielt ja überhaupt keine Rolle du sprichst du sprichst akzentfreies deutsch erzähl mir keinen blödsinn ja dings ich weiß warum du christ geworden bist du bist christ geworden weil du dich für khamenei schämst das ist das das ist so eine Sache bei jedem iraner du bist so ich schäme mich für ich schäme mich für suche 424 du nicht leugne ich nicht dass man das leugne ich nicht ab das leugne ich nicht ab ich kann dir das sogar erklären ja 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 hol mir mal ein paar bessere quellen sachen die du schon äh ich will dass du erklärst die mutter die mutter ist ist dafür da um eine islamische beziehung aufzubauen ob halal ach so das nimmst du halal eine frau zu mieten ja das ist nicht dafür da in tafzir von jahr fahrradik surah 424 meint ihr surah 424 meinte unsere imame meinten hier ist ein schiite drin und ein sunite jetzt guck mal der ist schia sagt man darf hurerei praktizieren und der sunni ist am ende und sagt wo steht das so ich schau jetzt mal nach also welche welchen vers meint ihr surah 424 surah 424 und wer von euch nicht vermögend genug ist um gläubige frauen zu heiraten der heiratet von dem besitz eurer rechten hand unter eurem gläubigen mägden und allah kennt euren glauben sehr wohl ihr seid einer von anderen darum heiratet sie mit erlaubnis ihrer familie und gebt ihnen ihre brautgabe brautgabe nach billigkeit wenn sie keusch sind weder unzucht treiben noch insgeheim liebhaber nehmen und wenn sie nachdem sie verheiratet sind der unzucht schuldig werden dann sollen sie die hälfte der strafen erleiden die für ihre freie frauen vorgeschrieben ist so und du als sunni kannst jetzt eben kassier aufschlagen mag sie mal japan als sadik aufschlagen ja klar du als schiite kannst du auch immer an japan aufschlagen also ich ihr schiiten glaubt doch sowieso ich meine lasst dich dafür da seid mal leise ihr habt abu bakr zu eurem gott gemacht und ihr braucht gar nicht zu reden ihr sagt abu bakr hu akbar ihr braucht gar nicht mit uns zu reden ihr sagt abu bakr hu akbar ich bin sünder moslem du was laberst du vollidiot du musst trinken geh mal zu abu bakr du bist ein jahil du bist ein jahil du bist ein wahhabiter ich bin ein schiit alhamdulillah ich bin ein jahil du hast abu bakr zu deinem gott gemacht aber nimm es ali zu gott das ist unglaublich ich glaube an Allah und dein sand muhammad ich glaube an abu bakr und Allah ja dein sallam der auf dächer rumkackt und koran zuhren versen rauskommt ne richtig koran zuhren versen schön rauskommt du bist ein jahil ja das passiert wenn die sunnis und schiats aufeinandertreffen guck mal deine asya deine asya meinte der prophet hat auf dächer gekackt und da kam fuhren und werfen astagfirullah astagfirullah warum sagst du sowas schämst du dich nicht ja 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 der hat recht der hat nichts genau der hat recht das steht da das ist überlieferung das steht da nicht doch das steht da der mohamid hat mich schlicht um kibla gekackt wallah einmal dieser ex muslimami ist tausendmal besser als du wallah hier die christen sind besser die satanisten sind sogar besser als hier kurze matt die satanisten sind besser als sie uhr wla anderen du hast doch gesagt dass ala ali benutzt hat um die welt zu skrappeln doch das ist nicht ihr schiiten betet kein gott an ihr betet ahali ihr betet philosophisch krank entweder betet eicher an und tring er Die beten ich Aisha an, und wenn die betet Allah an, unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat mir ein Wasser getan, und ich hab da rausgetrunken aus diesem Sausel-Empfang da. Ja, hat das geschmeckt? Die betet nur mal aus Allah an! Kamelurin, geh mal weg, Digga, mit deinem Kamelurin. Digga, hast du neute Kamelurin? Deine Ayusha, deine Ayusha, deine Ayusha. Habgim und singen über deren Entspannung. Das ist sinnvoll. Ist es nach all spot on Gilоне, die Ayusha anders er galet Auntie? Ja, Ayusha, bei mir. Aber ich bin ein Hund, sie ist ein Hund. Ich spinner mit deinen y lets Trento, oder? Ich kam mit dem Hund zu boosten. Ihr sagt jetzt Aisha? Der muss deinem sonnthelessm Bruder helfen. Ich muss ihm das zeigen. Sunnah ibn Majah hat es 1943, zeig ihm das. Sunnah ibn Majah... 1943. Ihr Schiiten seid Kefirs und ihr Christen auch. Die Christen sind immer besser als hier. Sunnah ibn Majah... Welche... 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 Sunnah ibn Majah... Sag... Welche Nummer nochmal? Ich hab Prost gegeben und ein bisschen den Männern ein Mekka gegönnt. Auzubillah. Nichts Auzubillah. Möge Allah euch recht leiten. Möge Allah deine Ayusha recht leiten. Du bietest Ali an und sagst du bist Moslem. Lack lieber bete ich Imam Ali an, anstatt dein Gott mit zwei rechten Händen. Wo steht denn, dass Allah zwei rechte Hände hat? In Bukhari. Ami kannst du dir sogar gleich geben. Ja zeig mal. Warte kurz, lass mich erst mal zeigen, dass Ayusha Milch gegeben hat und dann sag ich es euch. Ich schwöre bei Allah, du bist ein Käfir, mehr auch nicht. Ja ja, die Satanisten sind besser als hier. Astagfirullah. Möge Allah euch beide recht leiten. Nichts Astagfirullah. Ex Moslem. Amir. 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 Aber du hast ein bisschen zu viel Camelo-Ring getrunken Wenn du jetzt ein Video guckst, komm, schieb ich nicht so müde, Wallah Möge Allah dich recht leiten Möge Allah dich vernichten, Inchallah, mit Omar ibn Sinna Denn ihm zwei nackten Männer auch geschehen Du bietst einen Menschen an Ja, ja, sei leise Sei selber leise, Yawussi Yallah, Assalamu alaikum, Möge Allah dich recht leiten So, Leute, wir, äh, es ist echt drückt, aber Amir ist weg Naja, äh, es passiert halt, wenn ein Sinit auch nicht Nimm mir, was passiert, was passiert, hallo, hallo, hallo Ja, ich hab ihm den Hadif gezeigt, er meinte, ja, ich hab ihm den Hadif gezeigt, er meinte, das stimmt nicht, nein, nein, du holst das von irgendeinem, seid raus Und dann hat er angefangen zu beleidigen Ja, Karan hat gewonnen durch mich, Karan hat gewonnen durch mich, weil ich mich bestens auskenne Amir, ich sag dir so, ihr Christen, ich schwöre die Satanisten, ihr Christen seid tausendmal besser als die Sonniten Ja, aber du weißt ja, ne, was ihr, was ihr euch gegenseitig antut, ne, das ist absolut schlimm, sehr, sehr schlimm Sehr, sehr, sehr schlimm Ja, aber Amir, du hast dich selbst totgelangert Wie ihr Satan euch unter Kontrolle haben, ne Ja Aber keiner kann das leugnen, dass ich den Islam komplett ruiniert hab, sowohl auf, auf der einen Seite als auch Nein, du zerstörst uns Schieten nicht, wir schieten die, kannst nicht zerstören Ach, doch, bitte nicht, doch Aber Amir, warte, ich hab einen Vortrag über dich gehalten, ne Ich meinte, ich hab in der Ferien gegen Exmussen debattiert In der ganzen Schule, ich sollte einen Vortrag über Ferien machen Aber jetzt erklär doch mal, Suche 4, Vers 24 Den, äh, den, äh, den, äh, hast du jetzt zerstört, okay, gut Danke, Amir, warte, erst mal einen Applaus, eh Also, Dings, äh... Ja, aber du musst, wegen wen, wegen wen hast du den zerstört, jetzt sag Ja, danke, dir, danke, danke, Amir, Scheer-Kochter Der studiert Amirologie Amir, 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 kann ich dich, äh... Was meint ihr, wie viele Schiiten, was meint ihr, wie viele Schiiten meine Videos gucken und davon lernen, das glaubt ihr nicht Ich, äh, ich hab paar, ich weiß, äh... Es gibt ein Hadif über Amir ibn Khattab, willst du den wissen, damit kannst du jeden zu nütenaueinander nennen Fisch... Kein Scheer-Kochter Dass er sein, äh, dass er seine AIUS-Beschwerden durch Samen, durch Spermien, äh, gelindert hat, oder was? Du willst mir was erzählen? Du willst mir was erzählen, kleiner Mann, oder? Oder das, äh... Du willst dem Scheek etwas erzählen, oder was? Hä? Äh, Scheer, übrigens, es gibt sogar einen Hadif, er ist neben zwei Nacht die Männer aufgestanden Ja, der hat auch schwule Männer aus seinem Haus geschmissen und Mohammed auch Bitte, bitte gib mir den Hadif, kannst du mir den Hadif geben, Scheer? Ja, dann geb ich dir Weil du, du bist so ein Ehrenmann, langsam, 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 ich mag dich dadurch Ehrenmann Ehrenmann? Ehrenhadismann Deswegen seid ihr auch Christen besser als die Sonniten, meiner Meinung nach Nein, wir alle brauchen die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, keiner ist besser als der andere Herr auf dem Aber hast du das schon mal ehrlich, oder war das das erste Mal, dass Sunnite gegen Schiette in deinem Live debattieren? Was? War das das erste Mal, dass Sunnite gegen Schiette erlebt hat? Der Mohammed hat sogar, der, der Mohammed hat sogar den kleinen P.I.N.I.S. von Al Hussein geküsst, ne? Bei den Sunniten? Ja, aber der Sunniten ist ja nicht unser Sunniten Ey, Kahn! Kahn! Ja Du hast das Internet gerade zu tun? Ja, ich hab das Video gerade Ja, gib mal ein Sahih Bukhari 6834 6834 6834 6834 6834 Ja Ja Ja, du musst wieder einen Zoniten hochnehmen, damit wir ein bisschen mit ihm so Spielchen spielen. Hör auf damit mal an, Karl. Du gehst gleich runter, liest den Addis vor. Okay, ich muss den kurz übersetzen. Sei froh, dass ich dich überhaupt nicht reinlasse. Du hast mich aufs Übelste beleidigt. Sei ganz vorsichtig. Entschuldigung, tut mir leid. Okay, der Prophet verfluchte die verweiblichen Männer und jene Frauen, die die Ähnlichkeit manieren der Männer annehmen. Er sagte auch, vertreibt sie aus euren Häusern. Er vertrieb diese und jene Person. Und Omar vertrieb auch diese und jene Person. Aus seinen Häusern. Du musst ihn richtig ließen anziehen. Ja, aus euren Häusern steht da. Und aus ihren Häusern. Omar vertrieb diese aus ihren Häusern und der Mohammed vertrieb... Warte, mach dich mal groß. Gehe auf zunner.com bitte. Aha, zeig mal. Was ist das? Was war vor? Der Prophet kurset der Affirmative... ...Einheit, Mann. Was? Kurset? Kurset? Hatte ein Kurs gegeben oder was? Hauze, sie tun nicht, Person. Er kann doch nicht wahr sein. Ich kenne Englisch so gut. Ja, aber du bist doch in der Schule, Mann. Ja, schee. Du hast recht, ey. Ja, aber ich sag dir mal so, diese Akzent, Bruder, die nervt ein bisschen auch an der Schule. in englisch sage ich dir mal so ich bin hab nicht mal die besten also ich habe eine gute note ja aber nicht die beste e4 es gibt bei uns g noten und e noten sind die besten breit es nicht nur über dreckige sachen noch mal vokabeln in der schule lernen ja du kannst doch auch englisch beibringen oder nicht guckt weil wenn man nett zu arme ist ist auch nett zu euch versteht ihr mir erst sehr amüsant ja ja warum man links ami und ich wissen ganz genau so wir sind beide gleiche land wir hatten beide gleiche also er war ja auch für ein rafi die nicht aber er ist jetzt ein christ geworden aber alhamdulillah ist er kein sunnite geworden ehrlich alhamdulillah kamilorin ist englisch für kamilorin kämmern ja respekt ist wichtig amerika ist der beste kann kommt zu jesus ich bin doch bei jesus ja ich habe am jetzt tot über uns gelacht über mich schon über diese sunniten haben ist auch nett wenn ihr nicht nett zu ihm seid ja schließt ein bisschen die kommentare für den scheich so lange er weg ist hey wenn das jetzt auf youtube kommt das beste video ich glaube ich werde ich werde kino machen bist du auch chris khan einspielen steht diesmal die bibel kann doch nicht schaden ja ich hab mir das recht vorgenommen in den kristen kommand mal gucken ich werde wie wir lesen das war schon groß kino vorhin er muss schreiben schwer haben wir holen zu mir genug und da wird mach ich wieder ein kino haben jetzt viel geduld nerven wird da dort so was ist denn hier los dankeschön was ist denn da los hat er hat er versucht hier irgendwelche sachen hier noch in den raum zu werfen oder was kleine wie der alles so nimmt von mir und das gegen die sunniten anwendet der schlaue dieser kleine schlaue nein er war super ok ja er hat mich einmal von oben bis unten beleidigt dieser kleine jungen dass ich den überhaupt noch hier reinlasse kann er sich glücklich schätzen ja lade ihn noch mal ein keiner von euch hätte ihn noch mal eingeladen keiner aber ich habe ihn vergeben ich habe ihn vergeben ja aber du sollst nicht nur auseinandernehmen du sollst dir selber gedanken machen um deine ewigkeit du siehst doch dass das schiitentum auch überhaupt keinen sinn ergibt weil sie auch auf den koran bezieht und der koran ist ja laut eurer direkte und der koran ist ja laut eurer direkte in terminologie und ideologie ja verfälscht weil ich habe den verfälscht da unvollständig aus mann und dankeschön dann hat allah schon wieder nicht auf sein wort aufgepasst wo er sagte nein wir haben diese ermahnung herab gesagt wir werden ihr hüter sein allah ist schon wieder nicht bei den sunniten auch weil die sunniten sagen ja auch jemand anderes sollte den koran verpassen und nicht osman du weißt ja der koran den wir von heute haben ist ja der von osmane bin erfahren das ist der musad von osmane bin erfahren ne ich habe eine kopie in der kopie in der zitation überhaupt gar keine von osman nichts habt ihr von osman ihr habt keine manuskripte gar nichts wir haben überhaupt nicht ihr habt eine standardisierte diese standardisierte version von 1924 aus kairo das war es ihr habt gar nichts ihr habt nichts ihr fußt auf nichts aber amir links glaubst du überhaupt daran dass moment existiert hat weil es den christlichen sagen er hat nicht existiert es gibt es gibt mit mehr muslime die sagen dass er nie existiert warum sagen wir das haben warum sind die dann noch muslim ja weil es dafür beweise gibt dafür gibt es beweise und das kannst du dem buch von robert spencer nachlesen did mohammed exist ich will dieses buch lesen von christian prinz wie heißt das so kannst du mir bestellen allahs täuschung kannst du bei amazon bestellen wie hieß das nicht früher sex and allah ja das ist ja auch einer seiner bücher er hat mehrere bücher koran wunder unter die lupe allahs täuschung sex und allah band 1 und 2 ja genau ich habe gesehen dass der allahs tägliche ist so heftig aber allerdings warum hast du es gab früher eine zeit nur mit abo alca debattiert ich kann mich noch erinnern was habe ich das macht mit abo alca debattiert es gibt sogar videos davon ich kann die zeigen wenn du willst ja wenn er hier reingekommen ist habe ich den mal reingeholt habe aber war ich jeden allerdings wie ist eigentlich gekommen dass du zum christentum gekommen bist wo du darf wieder was ja genau ich habe gesehen dass der allah ganz unsinnige sachen im koran sagt und dass der allah seine hörte von ein paar menschen klaut und das nicht das ewige wort gottes ist und habe ich mir gewundert habe ich gesagt nee das kann es nicht sein darüber hinaus sagt der allah ja auch dass die frauen mit schwellenden busen bekommt in dem bereich da dachte ich mir da kann ich ja auch zu playboy bei die menschen zu us da geht es ja genau das gleiche reicht das aus ihr öffnet das ja aller häften was hier öffnen ich hab's ja alle häften jetzt aber den nein ja das ist der gott des islams allerdings wie heißt das ich war in der kirche ich habe so ein buch bekommen die bibel alte testament und neue testament sind beide drinnen ja die erste seite ist leider ein bisschen zerrissen deswegen muss ich dann ein hinterher ein bisschen der zeit geht okay das ist ja das gut christian warum schickst du mich schon wieder eine anfrage habe ich nicht verboten das zu machen christian warum möchtest du bei den nerven kaputt machen warum christian der nur quatsch jetzt hier wieder nerven kaputt machen guck gottes segen wie geht's gut und ihr da christian mir geht's auch gut gott sei dank ich habe gar nicht darf ich dich was fragen also gott hat er die welt erschaffen dann gehen wir noch mal in der schäpfung in der schäpfung sieologie als in die reihe der schäpfung da steht auch keine verlassen es tut mir leid du wirst auf alle ewigkeiten du kommst nie wieder hin warum ich lass doch über die bibel reden lass uns doch mal über die bibel reden kommst nie wieder hin jedes mal mit seiner verstörten aussagen das ist egal gottes segen mein lieber gott segen schon allein ich will dich fragen welche zu oder welcher hadith war das wo mohammed bedeckt wurde bitte lauter sprechen welche zu oder welcher hadith war das wo mohammed bedeckt wurde wenn er seine offenbarung bekommen hat du hast du hast irgendeinen du musst was hast du mit dem handy gemacht man irgendwas stimmt da nicht gar nicht das ist eigentlich alles klappt hast du Kopfhörer an oder sowas nein warte mal hallo geht das besser Armin? bisschen besser geworden aber auch nicht so ok ähm kannst du mir die äh die Suche oder den Habib nennen wo du äh wo mohammed äh die offenbarung bekommen hat und immer bedeckt wurde weil er so Schaum und so auf den Mund bekommen hat was machst du mit dem handy? äh du spielst du gerade damit rum oder was ist das? nein ach du nicht wahrst du? das ist unter der Bettdecke ja genau so hat es sich angehört ey das hat sich angehört wie unter der Bettdecke Mann alle 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 die sein Bein sein Fuß seine wolligen Haare seine drei Augen seine Zehniegel ja was denn da hey man kannst du das bitte beantworten ja tony mir geht's gut gott segne dich und deine familie gott segne dich gut ja gott segne dich auch gott segne dich auch das war vorhin war das echte wieder auch wie mit ankündigung die beiden jungen männer da aber auch aber weiß dass erstaunlich ist ich meine du fühlst ja schon so lange debatten und auch auch sehr hartnäckige und sehr also geduld zerrende debatten wo es richtig ins detail geht und wo man sich besinnen muss ruhig zu bleiben bei denen hat das keine zehn sekunden gedauert und dann sind ein schimpf und nach dem anderen geflogen hallo das war noch die kleinste die leichteste version da ist ja da ist ja ein ja 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 hallo ich bin der sohn von monier aus düsseldorf kennst du mich oder kennst du ihn aus derendorf oder aus unserem kennst du nicht aus derendorf aus derendorf du eine sache am rande oder denny hat gestern sich mit einer damen unterhalten die ihn darauf hingewiesen hat dass er keine markenklamotten tragen soll vor der kamera weil das ja alles korrumpiert ist und dann habe ich die Kamera angemacht und dein T-Shirt gezeigt und jetzt möchte er es gerne haben. Wer? Bruder Danny, der Evangelist, der will das im Stream tragen. Herrlich. Ja, der kommt auch aus Hamburg. Ja, der kommt aus Hamburg. Ach ja. Er kann das in einer seiner Streams dann anziehen. Ich lese ja... Hört ihr nicht? Ja, wir hören dich. Ah, okay. Weil ich bin hier gerade schon wieder hören in solchen Pampa-Gegenden. Ich lese ja jetzt vermehrt die Bibel also weiter, deswegen versuche ich den Stream immer so nebenbei laufen zu lassen und nicht mehr mich so der gewissen Diskussion da rein zu steigern. Ja, man muss echt konzentriert da rangehen. Also wie gesagt, man liest, 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 dann fängt man wieder ein Stück von vorne an. Ich weiß nicht, hattest du das mit Bruder Pavlos mitbekommen? Ich hatte das mitbekommen, ja. Du meinst im Stream so, wo die alle auf den Kauf gegangen sind, oder was? War gut. Man kann ja jetzt nach thematisieren. Wir haben ja auch viele mitbekommen und auch schon was dazu gesagt. Aber er hat sich, ich muss dir ehrlich sagen, er hat sich sehr gut geschlagen, ne? Also nur mit der Bibel, keine eigene Meinung da drin, nur mit der Bibel. Und, äh, ja, das war echt, äh, echt gut. Ja, Gott segne dich. Ja. Okay, Toni, Gottes Segen, ja? Ja, danke dir mal, Bruder, Gottes Segen. Gottes Segen, wenn man es ist, kannst du mal wieder reinkommen. Ja, sehr, sehr gerne. Okay, Toni, bis später. Bis später, ciao. Danke schön. Hallo, Armin hier. Grüße. Hallo, mein lieber Gott. Ich hab mal eine Frage. Ich hab gestern, äh, hab ich gelesen, äh, und auch gesehen hier von arabischen Christen, ähm, dass die, ähm, auch Allah sagen. Ist das, ist das normal, oder ist das, äh? Ah, das ist normal, die wurden dazu gezwungen, hä? Ach so. Und das wurde ihnen aufgezwungen, aber wenn sie Allah sagen, dann meinen sie ihren dreieinigen Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ach so, die, äh, praktisch, äh, stehen die auch unter Steuern, sozusagen. Ja, genau, so ist das. Okay, danke. Das war's schon. Gottes Segen. Gottes Segen dir. Ciao. Äh, hier, King of Kings ist auch, glaub ich, hier drin, ne? Der Bruder. Oder einer der arabischen Christen, die können ja reinkommen, das Ganze mal erklären. Ja, ich glaub, das war so jahrhundertelange Unterdrückung und denen wurde das aufgezwungen, das Wort Allah als auch ihr Gott zu nehmen, ne? Ja. Ja, Gottes Segen zusammen. Gottes Segen, mein Bester. Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön, dich auch, Bruder. Ähm, ja, das hatten wir ja letztens schon, das Thema. Ähm, also wenn wir Allah sagen, das ist ja eigentlich nur die Bezeichnung für Gott, also wie wenn jetzt ein Engländer Gaut sagt oder ein Franzose Dieu oder sowas. Ja. Aber, ähm, es sind halt zwei verschiedene Gotteskonzepte, sag ich jetzt mal. Also wir haben einfach einen ganz anderen Gott als die Muslime, ne? Das muss man halt einfach klar, äh, sagen. Aber die versuchen das halt immer so in eine Schublade reinzustecken, dass, ähm, ja, die christlichen Araber, die sagen ja auch, Allah, wie kannst du denn schreiben, dass Allah Satan ist? Die wollen das halt immer so ein bisschen in eine Schublade reinstecken, weißt du? Naja, die wollen es nicht verstehen, wen ich meine. Ich meine nicht den Gott, den die arabischen Christen. Ich meine den Gott, den die Muslime da verehren. Diesen Allah. Richtig. Also wenn wir Allah sagen, dann meinen wir Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das heißt im Arabischen Al-Abu al-Ibn wa al-Ruh al-Qudus. Das ist unsere Trinität. Daran glauben wir. Das ist uns wichtig. Und, äh, wir glauben halt nicht an den muslimischen Allah in dem Sinne sozusagen. Achso, der ist, ähm, hat sich stumm geschaltet, ne? Ja, Leute, und auch ganz wichtig, ähm, die argumentieren auch mit Jesus hat ein Bart und was auch immer. Und der sah nicht aus wie ein Europäer. Ist ja alles schön und gut. Aber wir arabischen Christen, wir sehen auch so aus. Also wir haben auch dunkle Haare, äh, langen Bart und was auch immer, weißt du? Also das ist ja kein, ähm, das ist ja kein Maßstab, um zu sagen, ja, äh, wer einen Bart trägt, der ist ein Moslem. Also, ich verstehe diese Logik überhaupt nicht. Also, wenn arabische, wenn man arabische Christen mal sich anschaut oder Aramea oder was auch immer, die im Nahen Osten halt leben, wenn man sich die anschaut, dann denkt man sich auch, äh, oh, das sind voll die übelsten Moslems. Aber ist halt nicht so, ne? Muss man halt auch ganz klar dazu sagen. Oder Armenier oder was auch immer, die sehen ja auch aus wie Ausländer, also, ne? Wie Nah-Nah-Osten-Leute, aber hat halt überhaupt nichts, äh, auszusagen. Ja, ist aber natürlich auch ein Dorn im Auge, ne? Wenn man der arabischen Sprache mächtig ist, wenn man arabisch lesen, schreiben kann. Das ist natürlich, äh, nicht von deren Vorteil, sag ich mal, ne? Weil, dann kommen die halt immer mit dem Argument, ja, man kann, äh, den Koran, äh, kann man nicht irgendwie, äh, auf Deutsch lesen. Aber wenn man dann auf einmal mit, äh, arabischen Suren oder Versen ankommt und das dann auf Arabisch ausspricht und liest und die dann, äh, äh, deuten kann, das ist natürlich, äh, ja, da drängt man die mal ganz schnell in eine Sackgasse rein, ne? Aber, ja, wie gesagt, dieses, äh, Privileg hört man immer und immer wieder. Und, äh, auch wenn man halt in den Ursprung reingeht, Arabisch stammt vom Aramäischen ab. Also, Arabisch gab es vorher gar nicht, diese Sprache. Die hat sich abgespalten von dem Aramäischen, äh, Sprachgebrauch. So, ich bin wieder da. Ja, ich hab die Leute nochmal ein bisschen aufgeklärt. Ja, sehr schön, sehr gut. Auf dem, äh, ja, auf den Punkt kommen zum Beispiel, wenn die sagen, ja, Jesus hat ein Bart gehabt, Jesus war ein Moslem. Was ist das bitte für ein Argument? Ich verstehe das immer und immer wieder nicht. Also, ja, aber Jesus hat auch seinen, äh, also Jesus hat Gott auch Vater genannt. Was machen wir denn damit? Ja, genau. Also, das ist einfach nur Cherrypicking, weißt du? Also, es ist einfach ganz offensichtlich, dass wir einfach, äh, nicht an dieses Gotteskonzept glauben, an was die denken. Das ist, äh, ja, genau. Ja. Also, auch wenn er einen Bart hat, also jeder, der jetzt einen Bart trägt, äh, ist der jetzt auch ein Moslem? Oder so, waren die Wikinger auch Moslems? Oder was ist das für ein Argument? Also, wir verstehen das nicht. Ja, vielleicht ist auch Harald Glöckler auch ein Moslem, weil der trägt auch einen Bart. Ja, genau. Harald Glöckler, kennt ihr den, Leute? Der gute alte Glöckler, ja. Der, 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 der die Lippen aufgespritzt hat und vielleicht ist er auch ein Moslem oder was? Mit seinem Moslem. Danke, lieber Herr, danke. Danke. Maschallah, maschallah, was für einen schönen Bart der Glöckler hat. Ja. Ja. Ist recht. Und auch diese, diese Argumente, ja, Jesus hat sich niedergeworfen. Also, das machen, orientalische Christen machen das bis jetzt. Also, ich verstehe nicht, äh, auf was für Argumente, die sich irgendwie so immer, äh, festlegen, weißt du? Äh, ich finde auch nicht lächerlich. Das ist einfach nur lächerlich. Anders kann ich das nicht beschreiben. Also, ja, und das ist, das ist denen halt immer ein Dorn im Auge, weißt du, Amir, weil, wenn, wenn man, weißt du, als Araber Christ ist, dann haben die immer ein bisschen, sag ich mal, Furcht davor, dass man die so entlarven kann, weißt du? Ja. Also, ich hab selber, ich hab selber das, äh, öfters mitbekommen, weil Leute haben zum Beispiel mit mir oft geredet, so nach dem Motto, ähm, ja, äh, wir sind ja alle Muslime und so, und dann grätsch ich von der Seite rein, ich so, äh, mein Lieber, ich bin aber kein Moslem. Ich seh' vielleicht aus dem Motto, aber ich bin kein Moslem. Ah ja, aber ich mein' ja, wir sind alle gleich, wir sind alles Menschen, so, weißt du, dann fang immer wieder einfach zurückzurudern, obwohl irgendwie, die sich direkt irgendwie so, dich in so ne Schublade stecken wollen, ne? Das ist halt immer... Es ist halt auch, es ist halt auch, ich bin am Tacken, steht da, kommt auf einmal so ein Türke rein, stellt sich da auch so daneben, guckt er mich an, sagt er, Ramadhan Mubarak, äh, 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 was sagt er, Ramadhan Mubarak Olsun, äh, Ramadhan Mubarak Olsun, sagt er zu mir, sag ich so, ja, Mubarak, auch für dich, äh. Ja, das ist echt krank, ne? Ich dachte, ich wusste, ich so, hä, was macht der, was redet der, warum gratuliert der mir da so? Ich wollte, ich wollte noch irgendwas sagen, hab ich mir gedacht, komm, egal, ich muss los, ey. Nicht, dass ich dann auf einmal noch hier mit dem Kick ansättel. Aber ich hab, ich hab zum Beispiel, ähm, äh, aramäischen, äh, 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 Kumpel, mit dem bin ich damals mal, äh, äh, sehr oft zum Sport gegangen. Und der ist halt kräftig gebaut und das ist Jahre her, da war man noch sehr in seinem Fleisch gefangen. Ähm, wenn wir mal in Hamburg spazieren waren, er hat, äh, 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 das Vaterunser, ähm, ähm, auf, äh, äh, rechten Arm tätowiert. Und in, in seinem Bizeps hat er ein Kreuz, also ein schlichtes Kreuz. Was glaubt ihr, wie viel libanesische Türsteher, weil das Aramäische sieht ja von Weitem ja auch, auch bisschen wie Arabisch, wenn man das nicht, äh, direkt fokussiert. Wie oft Leute ihn, äh, äh, darauf angesprochen haben, was denn da auf Arabisch draufsteht. Und wenn er dann mit der rechten Hand seinen Arm immer gehoben hat und Tschüss gesagt hat, haben die immer das Kreuz gesehen und waren dann total verwirrt. Weil die auch dachten, dass das gemacht werden muss. Ja, das ist halt ein Schock für die, ne, aber man muss auch klar sagen, also, hier war man uns bekannt. Also, der Präsident muss Christ sein, das ist in dem, in dem Gesetz verankert, weißt du, also... Also, ich kenne viele, äh, christliche, äh, Libanesen. Ja, genau, richtig. Also, vorher, also jetzt, jetzt mit der, äh, äh, also mit der jetzigen politischen Situation hat sich das etwas geändert, aber davor waren 50% Christen. Ja, das muss man sich auch mal vor Augen halten. Das ist nicht wenig in so einem Nahen, also im Nahen Osten so ein Land, äh, äh, zu haben, was 50% Christen hat, ist nicht ohne, ne? Ja, aber hast du ja selber gesehen, man hat damals... Ja, die Christen hat Vertriebe, ja, immer weiter und weiter, ne? Ja, ja, ja. So wie man hat das gesagt? Ja, genau. Ja, das ist ja, äh, 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 das Libanon, das Paris, äh, 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 äh... was da von von den politikern und so was auch ich wollte mal eine frage stellen und zahl vielleicht irre ich mich da aber wenn es doch heißt keine lasttragende seele ja dann frage ich mich wie was das dann zusammen dass allah quasi dass jesus nie gekreuzigt wurde sondern er hat anstelle ihn jemand anderen sehr gekreuzigt weiß sich das nicht das widerspruch aber box ja allah hat sich also ungerechtigkeit erlaubt obwohl die sagen alles immer gerecht aber warum war denn da nicht gerecht ja wo ist seine gerechtigkeit warum lässt er die schuld eines anderen jemand anderen fragen ja und wenn man mal wenn man mal den koran nach der offenbarung so führen würde dann hätte man das hätte man wirklich chronologisch den aufbau wie mohammed damals predigen musste weil er noch keine armee hatte und wie es dann schlagartig wirklich schlagartig deutlich aggressiver und und direkter wurde so dieses mischmasch klar ist total verwirrend wenn man den koran ließ und viele lesen den ja auf arabisch ob türkisch wir haben den koran nie auf türkisch gelesen sagen wir mal in deren sprache und wissen überhaupt was sie da lesen und man muss sich auch mal vor augen halten die arabische sprache ist ja vom aramäischen abgestanden und die ursprüngliche arabische sprache hat hat diese wie sagt man also castra und domme und so heißen die auf arabisch sind diese apostrophe und so weiter die setzt man damit man weiß wie man das wort sozusagen ausspricht und die sind ja erst später dazu gekommen also wurden ja erst später dem koran also zum beispiel surat jassin wenn man das auf arabisch ließ habt ihr gesehen als dieser imam vor diesem riesen koran in kairo stand und da überhaupt keine satzzeichen dabei war und er meinte ich kann den koran ja gar nicht schließen und wenn man den koran nicht schließen und ich verstehen kann ja was baut ja auch auf das aramäische auf wir haben ja nur 30 buchstaben aber der ursprung der armenischen schrift kommt auch sage also sehr sehr alt reden wir von tausenden von jahren ich wollte noch mal ein kurzes kleines beispiel nennen wie zum beispiel surat jassin wenn man das auf arabisch schließt wie das im koran steht das steht nicht jassin aber das geht das wozu waren im arabischen das müsste man eigentlich jetzt wenn man das vorlesen würde mit das jassen weißt du ohne das und das ist ein komplett anderes wort ja das ist ja die frage ist eine legitime frage wenn also gehen wir mal davon aus du fliegst ans ende der welt und triffst ein menschen der absolut keiner botschaft jemals was gehört hat als beispiel und jetzt legst du ihn die bibel hin und den koran und versuch das zu erklären alleine mit dem koran würdest du doch nur verwirrung stiften wieso hat man doch zu allen sprechen wollte anscheinend ist ja seine botschaft nur exklusiv gehalten er hätte ja auch sieben milliarden menschen sein lassen können ja genau wozu hat er sich die mühe gemacht acht milliarden menschen zu haben wenn wenn doch nur und wenn du das komplett runter reduziert auf die wirklich arabisch und 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 dann noch studiert und eine wortlehre und praktiziert haben dann hast du ja eine handvoll menschen allein schon wenn man sich anschaut wie die bibel aufgebaut ist alles schön chronologisch weißt du ist alles schön von anfang bis ende aber der koran der ist einfach zusammengewürfelt das hat irgendwie vorne und hinten keine seine mecca und medina zeit damals muss er mit wort sagen wir mal so predigen das hat niemand interessiert auf gut deutsch gesagt und irgendwann wo er halt dann die gewalt der auch oder die macht auf seiner seite hatte ja dann hat sich das ja wie ein laufeuer verbreitet ist doch klar wenn jemand ist ein unterschied ich formuliere es mal so mein vater hat mir immer gesagt mit netten worten und im gürtel kommt viel weiter als nur mit netten worten also sinnbildlich komm bloß nicht zu spät nach hause amir regnet ist bei dir ich bin egal in der pampa unterwegs sollte mich überhaupt noch jetzt bist du weg jetzt ist es ja im tiefsten iran holt sich hinter pol auf einer höhle raus weil du sein netz empfang hat und hier in deutschland gehst du zwei schritte vor die haustiere und dass niemanden katastrophen internet also netz ja weil die damals die cdu hätte ja klar sagen können die haben sich aber für kabel entschieden das ist ein ganz kleines eigentlich armes land kann man dazu waren das hat besseres internet als hier in deutschland kann ich mir kann ich dir aber auch erklären wieso nicht nur dass deutschland gerade mal gerade mal an der zehn prozent marke kratzt was glashausausbau betrifft in deutschland ist es so du musst einen aufgrabeschein ziehen du musst die polizei dazu holen als die pk damit du überhaupt die baustelle anfangen gehen die ganzen genehmigungen und 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 dann musst du die leute haben dann muss das aufmachen zu machen dann ist es eine wanderbaustelle das heißt alle 50 meter darfst du aufhaben da musst du die hausanschlüsse setzen allein durch die gremium vergehen ja schon monate in den thailand steckst du den bagger in den boden und versuchte amir hörst du mich hört ihr mich ja also wir hören dich da ist wenn wir wissen Jetzt hört ihr mich wieder an. Gibt es immer noch Menschen in deiner Umgebung, die auch privat versuchen, dich einzuladen? Mal in eine Moschee oder dass sie sagen, jetzt komm. Mein Kindheitsfreund hat mir gestern noch geschrieben. Komm, wir machen Iftal. Du hast die doch nicht mehr alle. Der meinte, komm, wir gehen essen, Iftal machen und so. Aber er ist ein netter Typ. Da gibt es viele nette Muslime. Also hier in Deutschland, da muss man auch sagen. Die Frage ist, hat diese Nettigkeit was mit seiner Religion zu tun? Oder ist er einfach nur ein netter Mensch? Ja, das ist die Menschlichkeit, genau. Genau, das ist die Menschlichkeit. Es hat also nichts mit seiner Religion zu tun, dass er nett ist. Ja, und so ist es. Wer darauf beharrt, das Patent zu haben und die ultimative Offenbarung und alles muss genauso eingehalten werden, was Gottes Wort ist, kann ja dann nicht urkürzlich sagen, Ah ne, ja heute nicht oder das eine ist mir unangenehm oder das andere passt mir nicht. Also ich sage euch ehrlich, so wie ich übersteugt bin von unserem Herrn Jesus Christus, von unserem Gott, würde ich nicht auf die Idee kommen zu sagen, das eine akzeptiere ich nicht oder das andere passt mir nicht oder das andere will ich nicht. Ja. Genau so, total. Sherry picking. Ja. 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 Ja, während wir hier gerade am reden sind, sind unsere Geschwister gerade in den islamischen Ländern hardcore am verfolgen werden. Das ist so krass. Ja, also ich habe mich auch mal gefragt, wie kann das sein, dass meine Familie bis jetzt noch Christen sind. Ja, da wurde mir halt auch gesagt, dass wir halt die Gisela gezahlt haben. Andererseits hätte man das gar nicht hinbekommen. Wie jetzt zum Beispiel, kennst du diese aus Mardin und so weiter, die Leute, kennst du die Amir, ne, die Großfamilien und so. Ja. Ja, ja, was? Die aus Mardin, diese Großfamilien, sagt man jetzt ja hier in Deutschland. Ach so, ja, klar. Genau. Man sagt, normalerweise ist deren Ursprung auch christlich, die wurden aber mit der Zeit, wurden die islamisiert. Das ist, also das... Zwangs-Islamisiert. Genau, genau. Also ursprünglich waren das eigentlich Christen. Ja, guck mal, hier war letztens... Alles Christen, ne? Ja. Hier war letztens einer im Stream und meinte zu Bruder Amir, ja, aber was habt ihr Christen denn gemacht? Den ersten Weltkrieg, den zweiten Weltkrieg. Hä? Wer hat denn im ersten Weltkrieg gekämpft? Das Osmanische Reich mit dem deutschen Kaiserreich. Warum gab es denn 1915 den Genozid an den Armeniern? Das halbe Land ist weg. Im Westen der Türkei, wenn du nur drei Generationen oder zwei Generationen zurückgehst, haben alle armäische Wurzeln. Die tragen natürlich jetzt islamische Namen oder türkische Namen oder auch die Nachnamen sind teilweise geändert. Aber die Urväter, Urgroßeltern sind alles armäische Menschen. Ja. Und dann dieses Pseudo, ja, Kirchen dürfen hier gebaut werden, aber du darfst ja, ich sag mal so bewusst, du darfst ja nicht missionieren. Du darfst ja nichts machen. Gar nichts. Du darfst kein Evangelium verkünden. Nichts. Und das Krasse an der Sache ist ja noch, dass sie diesen Genozid verleugnen. Das ist ja das Allerheftigste. Das ist nicht normal. Ja. Ja, Sarkozy hat damals, als er noch Staatspräsident in Frankreich war, auch wenn er natürlich genau so ein Taufen ist, aber der hat, das haben wir ausgerufen, wer das verleugnet bis zu ein Jahr Gefängnisstrafe. Und die, äh, ja, die Türkei, Erdogan möchte ja, äh, ich sag mal so, die Bibliothek, der nicht öffnen muss. Er sagt, das waren damals andere Zeiten und, äh, halt, äh, Kriegszustand und tralala, ja, natürlich. Und tralala. Naja, wenn du als osmanisches Reich so eine Niederlage hast, viele Menschen, die ihr leben lassen mussten, wirtschaftlich bankrott, äh, und dann vertreibst du, äh, dein Nachbarland, nimmst deren Haar von gut. Ah, das ist sehr, sehr schrecklich. Guck dir auch mal Iran an. Iran ist, äh, eines der, äh, Länder, wenn, äh, ich kann mir wirklich, ich meine das wirklich ernst, mir gar nicht vorstellen, wo das Land jetzt wäre, wenn es den Islam nicht gibt würde, in diesem Land. Das wäre heftig. Das wäre heftig. Wie viele intelligente Menschen, eigentlich so viele, äh, intelligente, ey, das ist, äh, und auch, vor allem nicht nur auch von geografisch, was so ein Riesenland, was ja zwei- oder dreimal groß ist wie Deutschland, äh, historisch betrachtet, kulturell betrachtet, äh, von allem Möglichen. Aber den Islam bringt ja so viel Fortschritt, so viel Frieden, so viel Weisheit, ey, das ist, äh, das ist doch, eigentlich ist das ein Witz. Oh, hier ist aber schön eine Aussicht, Wahnsinn. Ich bin ganz oben auf so einem Berg und das sieht so schön aus, ne? Gepriesen sei der Herr Jesus Christus, der das alles gemacht hat, Wahnsinn. Amen. Amen. Wie wunderschön, diese Landschaften, der wahre, wow. Einfach nur traumhaft. Ja. So, wenn, wenn man, wenn man im Auto sitzt und, äh, der Himmel tut sich auf und so die, äh, Sonnenstrahlen kommen durch, so, äh, äh, kennst du das, wenn du auf der Autobahn fährst, dann hast du so ein, eine kurze Regenwelle und dann fährst du durch, durch den Regenschauer und dann fährst du so quasi in die Sonne. Äh, ja, ist auch schön, wenn man da dann nach oben schaut und, und so in Gedanken versinkt. Ja. Darf ich, äh, was noch jetzt dazu sagen, aus dem Alten und Neuen Testament, was, äh, übereinstimmt? Was, äh, was dazu passt? Ja. Äh, Jesaja 44, 24. Ich bin der Herr, der alles schafft, der den Himmel ausbreitet, allein, und dass die Erde festmacht, ohne Gehilfen. Sprüche 16 auf 4, der Herr macht alles zu seinem Zweck. Und, äh, äh, der Parallelfers sozusagen, oder der Quer, äh, äh, im Neuen Testament ist Kolosse 1, 16. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Hummel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Thronen und Herrschaften oder Reiche oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Da sieht man das an. Puh. Amir. Amir, hier schreibt einer, wieso verringert sich die Zuschauerzahl drastisch, sobald Toni drin ist. Das ist überhaupt kein Problem, auch wenn nur zwei hier drin wären. Trotzdem. Alles gut, ich geh mal raus, äh, äh. Nee, du kannst ruhig hier drin bleiben, ist nicht schlimm. Auch wenn das jemand sagt oder die Zuschauer weggehen, das ist überhaupt kein Thema. Wir sind ja nicht hier, um irgendwie den Leuten zu gefallen und die Leute zu unterhalten. Ich bin überhaupt gar keine Unterhaltungsmaschine für die Menschen. Okay? Wenn keiner da ist, dann, äh, dann können wir uns gerne unterhalten und wir können uns gerne miteinander austauschen. Das ist gar kein Thema. Aber sobald mehrere Anfragen gestellt werden, dann, äh, dann lasst die anderen dann durch. Aber zur Zeit ist doch gar keiner da. Ich habe es gesehen, als er über Freimauer redet. Keine Ahnung, wer damit gemeint ist. Ja, achte gar nicht auf die Kommentare. Die haben wir auch alle langweilig gesehen. Du, was für... Ja, was für... Ja, was für Leute... Du hattest gezwungen, hier drinnen zu bleiben. Den Leuten geht es nur um so, äh, Aufrufzahlen und sowas, weißt du? Das ist so schlimm, ne? Und Matches machen. Ja, Matches, Aufrufzahlen. Ja, der hat keine Aufrufe mehr. Als würde mich sowas interessieren. Leute, das ist nicht mehr normal. Ja, bin ich jetzt, äh, bin ich ein Knecht des Herrn, oder bin ich ein Knecht der Menschen, ne? Ich denke mal, das hat auch was mit der Uhrzeit natürlich zu tun. Wir haben Viertel nach eins, äh, wenn du acht oder neun... Ob jemand hier drin ist, nicht drin ist, ich mach trotzdem das, was ich mache. Ob die Leute das hören oder nicht gefällt. Ja. Guck mal, äh, ich bin ja... Ich verfolge ja Amir, Bruder Amir ja so oft, äh, ich bin selbstständig und trotzdem, wenn ich sehe, dass er als live angezeigt wird und ich schaffe, nur das Handy anzumachen und in die Ecke zu legen und nur seinen Worten zu hören und trotzdem meinen Arbeiten nachzugehen. Und ich habe zwei Firmen und schaffe es trotzdem, selbst wenn ich sehe, dass da gar kein Mensch im Stream wäre, würde ich trotzdem, sobald ich die Zeit finde, reinzugehen, mein Handy zur Seite zu legen und nur seinen Worten zu hören. Ja, aber auch die ganzen anderen Geschwister sehr, sehr... Ja, wir bilden eine gute Gemeinschaft, ne? Auch wenn wir nur eine kleine Herde sind, aber ist okay, ist kein Problem, wir müssen nicht riesengroß sein, ne? Es reicht, wenn einige vernünftige Leute hier drin sind und die mit Herz und Seele dabei sind, das ist vollkommen in Ordnung. Aber trotzdem ist mir auch aufgefallen so, dass die christliche Community jetzt so in letzter Zeit schon gut zusammenhält. Also, finde ich schon, finde ich toll, dass es so ist. Also, man sieht immer des Öfteren die gleichen Leute in den Streams, auch in den Chats und so weiter. Finde ich super. Also, der Zusammenhalt muss immer stärker sein, weil wir sind alle... Ja, hier schreibt jetzt wieder einer, Toni, du hast genug Geld, was musst du tun, um im Himmel zu kommen? Erstmal, worauf wollen die Leute das wissen? Das ist so eine Schwach... Genau das ist der Grund, weshalb ich mehr die Bibel lese will und mich... Ja, der Herr sagt doch, der Herr sagt doch, aber was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich, das hat nichts mit dem Vermögen zu tun, gar nichts. Der Herr Jesus Christus hat ja auch Hiob gesegnet. Und Hiob war was? Der Gerechteste unter allen. Hiob. Ja. Und der Herr hat ihn be... Was hat der Herr ihm gegeben? So viel Güter, wie viele Schafe und Rinder und alles hatte der Hiob. Das ist... Heute war er ja Milliardär, zu heutigen Zeiten. Verstehst du? Der Herr segnet dich auch mit dem, was du machst. Ja, und genau so geht es doch auch andersrum. Ja, wir sollen nicht neidig sein. Wir sollen überhaupt gar kein Neid auf den anderen haben. Wenn der eine mehr hat oder eine weniger hat, ist gar kein Problem. Wir sind alle gleich vor Gott. Der Herr wird am Ende, wird der Herr entscheiden, was abgeht. Wir beten. Du, und deswegen, ähm, hatte ich letztens, äh, äh, ich hatte mich mit einem Kumpel unterhalten. Und, ähm, da ging es darum, dass, äh, es gibt gewisse Menschen, die klammern sich so richtig, äh, am Leben. Also, ich sag mal, aufwärts, die 60, 70, 80, so richtig, also, die, die horten alles und, und, äh, wehe, auch nur irgendwas passiert. Und ich meinte, äh, zu meinem Kumpel, du, ich bin 35 Jahre alt, manchmal bin ich so ermüdet vom Leben, dass wenn Jesus Christus sagen würde, jetzt ist deine Zeit gekommen, würde ich einfach die Augen schließen und fertig. Ja. Also, was bringt mir denn 100, 200 Jahre alt zu werden? Ja, genau. Und du bist dich an diesem Leben zu klammern und an diesen ganzen materiellen Dingen. Ja, das ist doch nicht unsere Welt hier. Wir sind doch nicht, äh, wir sind doch nicht hier, äh, ansässig. Das ist doch nicht unser, unser Ort, wo wir sein wollen. Wir wollen beim Kern sein. Ja, und was ist schöner, äh, 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 unser Leben ist ein Wimpernschlag. Und fertig, dann kommt der nächste, kommt der nächste, kommt der nächste. Was ist schöner, die, äh, die Ewigkeit oder ein Wimpernschlag zu leben? Ja, so sieht's aus. Aber es kann ja gerne jemand, äh, hoch, der vielleicht Interessanteres zu erzählen hat. Nee, weißt du, wer am Interessantesten was zu erzählen hat? Ich zeig dir mal. Ich zeig dir mal, wer am Interessantesten was zu erzählen hat. Guck mal, schon wieder, es juckt niemanden, dass du Geld hast, Angeber. Was für ein Schwachsinn. Was für ein Müll. Achte gar nicht drauf, äh, Tonen. Ja, aber wie kommen die darauf? Weißt du, was deren, äh, äh, Informationsquelle ist? Drei, drei Geschenke hier, hier im Stream. In einem feinen und guten Herzen behalten und Frucht bringen in den Beton. Ja, der ist der Wichtigste, der mir was zu sagen hat. Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Amen, Amen, ich sage euch. Ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Mühlt euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. Denn ihn hat Gott der Vater mit seinem Siegel beglaubigt. Was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen? Das ist das Werk Gottes, das ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Welches Zeichen tust du, damit wir es sehen und dir glauben? Was tust du? Was tust du? Unsere Väter haben das Manna in der Wüste gegessen, wie es in der Schrift heißt. Das Brot des Lebens. Mein Vater. Mein Vater. Sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Und das ist er selber. Denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. Herr, gib uns doch immer dieses Brot. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt... Was hat der Herr Jesus Christus gesagt? Der Vater sendet das Brot. Ah? Wer ist das Brot? Jesus Christus. Vater sendet den Sohn. Und wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Aber ich habe auch gesagt, ihr habt mich gesehen und doch glaubt ihr nicht. Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Danke, Herr. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille... Äh, Propheten kommen vom Himmel herab. Habt ihr es gehört? Das waren so Propheten, ne? Die Propheten kommen alle vom Himmel, ne? Jesus war ein Muslim. Weil er war ein Prophet, der kommt vom Himmel. Mohammed kam vom Himmel, alle Propheten kamen vom Himmel. Aber natürlich... Was kannst du keinem erzählen? Ich lache nur, ich habe Spott für euch übrig. Spott und Hohn lachen den ganzen Tag über eure Kamelurin. Spott und Hohn lachen... Dessen, der mich gesandt hat, dass ich... Einen von denen, die er mir gegeben hat, zugrunde gehen lasse, sondern dass ich sie auferwecke am letzten Tag. Ah! Der Herr Jesus Christus wird Menschen auferwecken am letzten Tag. Hm, komisch. Ich dachte, das ist nur Allas Aufgabe in Zuche 22, Vers 6-7, dass wir die Stimme von Allah hören werden, wenn er uns auferweckt. Ich glaube, Jesus macht sich hier zu Allah, oder? Aha. Denn es ist der Wille meines Vaters, dass alle, die den Sohn sehen und an ihn glauben, das ewige Leben haben werden. Und dass ich sie auferwecke am letzten Tag. Ah, danke, Herr. Danke, mein Herr und mein Gott. Ist das nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann er jetzt sagen, ich bin vom Himmel herabgekommen? Na, wie denn? Murrt nicht. Niemand kann zu mir kommen, wenn dich der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir führt. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Bei den Propheten heißt es, und alle werden Schüler Gottes sein. Ein jeder, der auf den Vater hört und seine Lehre annimmt, der wird zu mir kommen. Niemand hat den Vater gesehen. Außerdem, der von Gott ist nur er, hat den Vater gesehen. Armen Armen, ich sage euch, wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist das mit dem Brot des... Das ist kein Psalm, das sind die Worte des Herrn Jesus Christus aus dem Johannes-Evangelium. Vom Himmel herab kommt, wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Armen Armen, das sage ich euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist eine Speise, wirklich. Und mein Blut ist wirklich ein Trink. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir. Und ich bleibe in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat. Und wie ich durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Mit ihm ist das nicht wie mit dem Brot, das die Fette gegessen haben. Sie sind gestorben. Wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Was er sagt, ist unerträglich. Wer kann das anhören? Daran nehmt ihr Anstoß? Was werdet ihr sagen, wenn ihr den Menschen so hinaufsteigen seht, dorthin, wo er vorher war? Der Geist ist, das der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch sprach, sind Geist und sind Leben. Aber es gibt unter euch einige, die nicht glauben. Deshalb habe ich zu euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, wenn es ihm nicht vom Vater gegeben ist. Wollt auch ihr weggehen? Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast die Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt, du bist der heilige Sohn Gottes. Guck mal, guck mal. Fleisch essen, Blut trinken mit solchen Smilies. Der denkt wirklich, dass der Herr das Wort wirklich meint. Seht ihr? Das kann nicht wahr sein. Da kommt der erste Kommentar. Guckt euch den mal bitte an. Wie heftig ist das bitte? Einfach nur fassungslos. Einfach nur fassungslos. Seht ihr, mit was für einer Art sie stehen? Mit ihren fleischlichen Gelüsten. Als würde der Herr sagen, komm und iss mein Fleisch. Komm, mach mal jetzt die Grillparty. Das ist nicht normal. Ja genau, das sind Menschen, die im Geiste richtig verdorben sind. Nicht mal so habe ich gedacht, als ich noch nicht mal im Glauben war und ich die Bibel gelesen habe. Ich wusste sofort, dass der Herr Jesus Christus die ganze Zeit Bildsprache benutzt und Gleichnisse benutzt und alles Mögliche. Dass man seine Worte erstmal durchgeht, durch seinen Verstand benutzt und dann auch den Geist, den du empfängst, damit du den Herrn auch verstehst. Im Allgemeinen ist mir das auch aufgefallen, indem ich die Bibel gelesen habe, jedes Mal dieser Konflikt oder das Gespräch zwischen unserem Herrn Jesus Christus und den Pharisäern, das kann man eins zu eins auf die heutige Zeit übernehmen. Das passt so, wie die Faust aus Auge auf die Muslime heutzutage. Das ist einfach heftig. Und das vor 2000 Jahren... Nicht nur auf die Muslime, sondern fast alle, die so draußen da rumtummeln. Ja, das ist traurig. Sehr, sehr traurig. Danke. Ich bin das Groteste. Das sind auch sehr, sehr schöne Zitate. Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Aber gleich wichtig ist ein zweites. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Liebet eure Feinde, denn wenn ihr nur eure Freunde liebt, was für einen Lohn erwartet ihr dafür? Hab keine Angst. Dein Vertrauen hat dir geholfen. Selig sind die, da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und wirst nicht Gewahr des Balkens in deinem Auge? Derjenige von euch, der ohne Sünde ist, soll als erster einen Stein auf sie werfen. Das geht so mit den Menschen um, wie ihr selbst behandelt werden möchtet. Denn darin besteht das ganze Gesetz und die Propheten. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Amen. Liebend eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Reichtum. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Ihr sollt einander so lieben, wie ich euch gelebt habe. Es ist vollbracht. Wow. So ist das. So ist das. So sieht's aus. Ja. Das sind Worte, die wir brauchen. Das sind Worte, die uns weiterbringen. Das kannst du auf YouTube eingeben, Jesu Worte, da findest du einiges. Man hört auch des Öfteren das Argument von Tim zum Beispiel, dass wir in unserem Glauben alles dürfen. Also die sagen ja immer, ja, wir müssen fasten, wir müssen einen Monat Ramadan fasten, wir müssen Sakkat abgeben, wir müssen dies und das. Aber gebt euch mal Matthäus 5,44. Liebt eure Feinde, was wir gerade gehört haben. Wisst ihr, wer das für einen Menschen ist? Das ist schwer. Und nicht irgendwie zu fasten und was auch immer zu machen. Weißt du? Ja. Das ist ja dieser innere Kampf, den man so sozusagen überwinden muss. Liebt eure Feinde, segnet ihr euch Fluchen. Also das ist das Schwere. Also die hat immer das Fleisch nicht so. Fasten, Sakkat bezahlen und so weiter und so fort. Ja. Gottes Segen. Gottes Segen, mein Lieber. Ich wollte dich fragen, was zu Sura 65, Vers 4 und dem Tafsir von Ibn Abbas und Al-Jalalayn und Ibn Kathir hältst. Ja, die sind richtig in der Auslegung, denn diese Sura beweist, dass Mohammed wirklich ein Kind geheiratet hat und die Muslime durch Sura 65, Vers 4 das genauso machen dürfen. Ich habe noch eine Frage. Das Wort Makr. Manche sagen, das heißt Planer, aber manche sagen Täuscher und so. Ja. Ja, da musst du in die arabische Dictionary gehen, also arabische Wörterbuch und das Wort einfach mal dort eingeben, dann zeigt er dir einige Beispiele. Dann siehst du, dass das Wort nur in einem negativen Zusammenhang gebracht wird. Darf ich kurz 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 zu sehen? Der King of Kings ist arabischer Christ hier, der unter dir ist. Er hat ja auch in seiner Bibel, in Mose Kapitel 3, Vers 1, dass die Schlange die Listigs ist. Der hat das Wort Makr. Hat er auch in seiner arabischen Bibel und das wird für die Schlange benutzt, siehst du? Ja, ja. Du hast mir den Satz geklaut, richtig. Also Makr ist immer negativ konnotiert, da steht, also das ist unangefochten, das ist negativ das Wort und heißt Listenschmied. Ja, Sura 3, Vers 54. Ja, genau. Allah sagt nichts anderes als, ich bin die Schlange, die im Garten Eden, Adam und Eva verführte. Ich bin der Listigste. Heftig, ne? Okay, und das hat keinen Kontext oder so. Deswegen will er dich auch vom Kreuz des Herrn Jesus Christus abholen. Aber weißt du, was der Herr gemacht hat? Der hat Allahs Kopf zertreten am Kreuz. Das hat der Herr Jesus Christus gemacht. Allahs Kopf zertreten. Ja, ich, meine Familie sind Muslime. Ja. Kennst du das Interview von Dr. Cheikh Yassir Qadi? Ja, natürlich. Das wurde im Nachhinein ja gelöscht. Ja, da siehst du mal. Gerade dieses Löschen hat es schlimmer gemacht sogar. Ja, ja. Weil wenn einfach so ein Alman irgendwas sagt, dass irgendwas verfälscht ist oder so, dann kann man es nicht direkt glauben. Aber wenn es von einem Cheikh selber kommt. Das ist das. Sehr gut. Guck mal, du bist Muslim und erkennst diese ganzen Dinge. Das ist heftig. Ja, nicht mehr. Nicht mehr. Ach, du bist kein Muslim mehr. Hammer. Sehr gut. Hast du dich für Jesus Christus entschieden? Ja, aber ich würde gerne das Buch von CP kaufen. Ja. Aber ich kann es mir nicht einfach so nach Hause bestellen. Ich stelle vorher, jemand macht Paket auf und sieht den Titel. Ja, du kannst das zu einer Postfiliale schicken. Ah ja, gute Idee. Du kannst bei Amazon eine Postfiliale Adresse schicken, aber deinen Namen und dann kannst du es dort abholen mit deinem Personalausweis. Ähm. Ja. Ja. Ja, ich wollte dich noch was fragen. Ja. Ähm. Was ist deine Meinung zu Suche 69 Vers 32? Ja, das ist dann so Cell von Dragonball mäßig, ne, wo der dann das A in US von den Menschen dann aufreißt. Ich glaube, dass in ganz Deutschland habe ich das zum Blick gemacht, ne, dass Allah der größte Sadist ist. Ja. Ich habe noch eine Frage. Ja. Wie ist eigentlich Stillen möglich, wenn man keine Kinder hat? Ja, das musst du dann den Gott des Islams fragen, der in den schiitischen Überlieferungen dann bringt, dass der Imam, irgendein Imam den Mohammed dann gestillt hat oder sein Onkel, genau, sein Onkel hat den Mohammed gestillt. Ja. Hat Aich ja nicht auch andere Menschen? Ja, Aich hat natürlich erwachsene Männer gestillt, die hat auch nie Kinder bekommen. Und, äh, ich hab mich schon mal gefragt, wie das möglich sein soll, wenn man keine Kinder hat, also. Ja, im Islam ist das möglich, ja. Ja. Ja, unter Daesh wurde ja auch in Syrien zum Beispiel wurde ja auch Jihad al-Nikrach praktiziert, kennst du das? Jihad al-Nikrach. Ja. Ja. Die sagen, Cheikh al-Baghdadi hat nix damit zu tun. Hat nix mit dem Islam zu tun. Äh, Doktortetel im islamischen Recht, weil es hat nix damit zu tun. Ja, der hat das ja studiert. Das ist ja... Das ist ein gelesener Mann, der al-Baghdadi. Aber, aber andere Cheikhs in Kairo, also nicht Europa-Cheikhs, sagen trotzdem, dass man da nicht beitreten darf und das, also die verurteilen das selber eigentlich. Ja, es gibt keine authentische Widerlegung des islamischen Staates. Es gab mal einen Brief, der verfasst wurde, wo einige Imams und Shihofs weltweit da irgendeinen Brief verpasst haben und versucht haben, den islamischen Staat und den Gründer vom islamischen Staat, den Abu Bakr al-Baghdadi, irgendwie zu widerlegen. Aber wenn du das mal anhörst, ich zeig euch das mal. Wartet mal. Und ihr müsst euch auch mal vorstellen, als Darj sozusagen Aleppo eingenommen hat, das ist ja auch eher so, da gibt es viele Sufis in Syrien allgemein. Und ihr müsst euch mal vorstellen, was sie mit denen angestellt haben. Also ich würde das jetzt hier nicht auf TikTok sagen, aber die haben die auseinandergenommen. Ich habe da so einen Livestream gesehen und dieser Muslim hat gesagt, dass die Christen im Paradies auch Jungfrauen bekommen, angeblich. Das wurde komplett aus dem Kontext gerissen. Ja, guck mal, das ist der offene Brief an al-Baghdadi. Ein Kalifat zu behaupten. Vor neun Jahren. Seit dem Ausrufen des blutigen ISIS-Kalifats sind Muslime und Islamgelehrte und die Klarstellung gemüht, dass dieses Kalifat nicht auf dem Islam beruht. Mehr als eine mündliche Distanzierung kam aber nicht heraus. Erst im September 2014, drei Jahre nach der Entstehung ISIS, haben 126 muslimische Gelehrte, Führungspersonen und Vertreter der muslimischen Institutionen aus aller Welt, darunter über 30 Vertreter aus Europa und den USA, in einem 18-seitigen Dokument die Ideologien und Handlungen dieser islamischen Gruppe als unislamisch verurteilt. Das Dokument wurde in Form eines offenen Briefes an al-Baghdadi, der Chef der Terrorgruppe, adressiert. Große Freude ergriff in beachtlicher Breite die Öffentlichkeit. Einige Journalisten bejubelten das Dokument als islamische Argumente gegen den islamischen Staat. Das Dokument ist aber alles andere als eine theologische Widerlegung ISIS, der sich mit dem Islam und der islamischen Geschichte beschäftigt. Achtung! Dass es hier um islamischen Schwindel geht, denn die islamischen... Ja, diese ganzen 126 Gelehrte haben einfach nur Taqirah-Praktische, damit die westliche Welt sich wohl fühlt. Achtung! Christwissenschaft al-Fatah wurde schon immer von den islamischen Theologen und Herrscher für die Durchsetzung eigener politischen Interessen und für das Wohl und Aufsehen der islamischen Ummah raffiniert eingesetzt. Mal fungiert der Vatah als Grundlage zur Rechtfertigung menschenverachtender, dschihadistischer Handlungen. Mal dient er zur Verurteilung von Islamisten und Dschihadisten. Je nachdem, was die Lage der islamischen Ummah erfordert. Unserer Ansicht nach sind die in diesem Dokument behandelten 24 Gesichtspunkten zur Widerlegung theologischer Ansichten der ISIS auf dünnen Beinen gestellt und dürften daher nicht als eine wissenschaftlich fundierte Argumentation angesehen werden und schon gar nicht als ein islamisches Rechtsgutachten. Fattah. Selbst der Übersetzer dieses Dokument, der islamische Verein Madrasa, erkennt das Dokument nicht als die einzig gültige Rechtsauffassung des sunnitischen Islams. Beinhaltet das Dokument etwa Fehlinterpretationen des sunnitischen Islams? Wir befassen uns hier mit drei Punkten dieses Dokuments. In der Zusammenfassung heißt es unter anderem, es ist dem Islam verboten, Unschuldige zu töten. Dschihad ist dem Islam ein Verteidigungskrieg. Es ist dem Islam verboten, ohne den Konsens aller Muslime ein Kalifat zu behaupten. Was für ein Schwindel. Im Bezug auf das Kalifat heißt es im Dokument, es gibt eine Meinungsübereinkunft unter den die Lehrten, dass das Kalifat eine Pflicht für die Ummah ist. Dieser Aussage stimmen wir zu. Aber weiter heißt es, jedoch benötigt ein neues Kalifat den Konsens der Muslime und nicht den Konsens Einzelnen, die in einer kleinen Ecke der Welt leben, falsch. Die Frage um die wahre Nachfolge des Propheten war oft Anlass zu Konflikte und Spaltungen innerhalb der islamischen Ummah und führte zu zahlreichen muslimischen Bürgerkriegen. Sämtliche Kalifen waren umstritten und fanden zum Teil massive Ablehnung der Muslime, so dass sie sich oft mit dem Schwert und viel Blut vergießen. Oh, jetzt kriege ich einen Anruf. Einen Moment. Äh, Giano, seit wann bist du Christ geworden, wenn ich schreien darf? Boah, das war, das war ähm, vor zwei Monaten oder so. Gepriesen sei der Herr. Freut mich. Amen. Das war zwei Wochen nachdem ich in Mecca und Medina war. Ach, krass. Wie, wie kam es dazu, wenn ich schreien darf? Ich habe ja dieses Interview gesehen von dem Scheich und dann habe ich ein bisschen mich informiert über das Thema der Aruf und der Kiraat und habe so auch ein paar Bücher geholt, wo es auch um Korrekturen ging, habe mir ein paar Fragen gestellt, wurde oft auch angelogen, was nochmal doch dazu geführt hat. Mhm. Und, ja, auf jeden Fall, ich habe mich mit der Verfälschung ein bisschen auseinandergesetzt, auch mit der Bibel, was das angeht, und habe halt festgestellt, dass 300 Jahre vorher, vor Jesus, die Kumranrollen gefunden wurden in elf verschiedenen Höhen. Ja. Auch das wurde prophezeit, wie gesagt, 300 nach Christus gibt es ja Codex Sinaiticus, Codex Vatikanus, und zu der Zeit von Mohammed kann das auch nicht gefälscht sein, weil es da authentische Hadithe gibt, wo Mohammed, ich glaube, Sunan Abidaud 4449, wo er auf die Tora da auf der Hand ist. Das kann man sich gut merken, da habe ich euch das alles schön da gezeigt, ne, mit Sunan Abidaud 4449, ne, wo die Gelehrten sagen, die Tora ist nicht verfälscht, ne, Wahnsinn. Ja, ich habe mir auch da so ein bisschen ein Repertoire aufgebaut. Ja, da ist das auch richtig, jeder muss von, ich lerne auch von allen, so wie hier von dem und dem und denen, lerne ich auch von allen anderen Geschwistern, die auch selbst diskutiertes Wissen haben, super. Also, ich habe eine Frage, und zwar, zu diesem deutschen Raum hier gibt es ja richtig viele, die so am Debattieren sind, aber viele gehen ja einfach so in die anderen Livestreams rein, da auseinandergenommen, dies, das, werden Clips erstellt. Und, ähm, ich habe da voll viele Clips gesehen, wo sich, äh, Leute, im Christen, ich glaube, jetzt, äh, als Atheisten oder als Muslime ausgegeben haben. Ja. Ich habe mich ein bisschen gewundert, ähm, und ich habe, äh, so eine Frage, beziehungsweise über die Gizya. Ja. Ist, ist es etwas, ähm, also ist es, würdest du behaupten, dass Leute, die die Gizya bezahlen hattest, irgendwelche Voraussetzungen oder irgendwelche Anforderungen? Ja, die Gizya ist dann nur für die, äh, Leute der Schrift gedacht. Ja. Damit sie Demütigung weiterhin ihre Religion beibehalten dürfen, aber mit, ähm, in Schande und, äh, Demütigung müssen sie behandelt werden, ne? Das ist das. Aber in Ägypten leben doch auch, äh, kauftische Christen. Ja, genau, die werden ja von Muslimen ständig belagert, äh, bedroht und massakriert und alles, ne? Du siehst ja, was sie mit den, äh, mit den Kirchen angestellt haben dort in Ägypten. Absolut krank. Und, äh, also wenn, wenn sie in der, äh, Minderheit sind, also die Muslimen, dann müssen die Dauer machen, ne? Genau. Was passiert, wenn die, wenn die in der Mehrzeit, äh, Mehrheit sind? Dann müssen sie laut Suche 47 Vers 35 nicht mehr zum Frieden aufrufen, wenn sie die Oberhand haben. Sie müssen also für Allahs Sache kämpfen. Das wissen sie auch. Heißt es, heißt es also, das Gesetz wollen mit Gewalt sozusagen? Ja, klar. Die Scharia kann sich ja nur durch Gewalt durchsetzen, weil niemand Allahs Gesetz haben möchte. Auch die Muslime selber... Aber die Scharia ist ja, ist ja nicht einfach irgendein Gesetz, also zum Beispiel mit dem, äh, der, wenn ein Tier vom Sterben bedroht ist und dass man dem Tier hilft, das gehört doch auch zu Scharia dazu, oder nicht? Ja, aber das ist ja noch eine Sache. Was ist denn mit den, mit der Eroberung, um die Scharia einzusetzen? Das geht ja nur durch die Waffe. Habe ich doch gerade gesagt, die meisten Menschen wollen nicht unter der Scharia leben. Sie wollen Gleichberechtigung, Freiheit, alles. Aber das gibt es ja nicht unter der Scharia. Aber die werden ja in den Ländern auch nur zum Teil, also ein kleiner Teil davon irgendwie praktiziert. Ja. Und halt, wie gesagt, nicht vernünftig. Oh, außerdem werden die unsere Scharia dümmer, ne? Weiß nicht. Hm. Ich hab ne... Ich hab ne Frage. Ja. Ja. Ähm, was hältst du, was hältst du zu, äh, äh, zu Sura 33 Vers 50? Ja, wenn du deine Frau gerne Mohammed geben möchtest, dann kannst du ihm zum Islam konvertieren. Dann gib deine geliebte Frau Mohammed. Da bist du ja nur, wenn du dann, äh, Bonki Bonki machen kannst. Wahnsinn. Aber wie kann man das, wie kann man das jetzt immer noch in diesem Zeitalter verteidigen? Also ich check das nicht. Ah, nix. Ja, die lieben, die lieben Mohammed, ne? Die würden ihre Frau Mohammed geben, anstatt die denen eine Frage stellen. Also... Ich schau mir, äh, Vorträge von denen und denen an, die reden über einen ganz anderen. Mohammed, ne? Ja. 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 Ich hab mir zeitlang ne Frage gestellt, ob es den zweimal gab. Ja, ich glaube, die, ja, bei den Sunniten und Schiiten, die haben zwei Mohammed. Einen zyidischen Mohammed und einen sunnitischen Mohammed. Ja, bei den, bei den Mutern. Ja. Okay, mein Lieber, hast du noch ne Frage ansonsten? Ne, ne. Gottes Segen. Gottes Segen, mein Lieber, ja? Ja. Ja. Amir, kurze Frage, ähm, ich hab letztens, äh, ein Hadith gelesen. Äh, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich fand den voll, äh, also ganz kurz, aber echt ne heftige Aussage. Äh, Sahar Hukhari Band 4, Buch 52, Hadith 73. Äh, da steht, äh, dass der Gesandter Allah, Allah, Seben und Heil auf und sagte, und wisset, dass, äh, und wisset, dass das Paradies unter dem Schatten des Schwertes liegt. Der Mohammed hat ja gesagt, ich wurde mit dem Terror, äh, also ich bin, mit Terror zu euch gekommen, ne. Um in die Herzen der ungläubigen Schrecken einzujagen. Der Mohammed hat ja die Leute nur in Schrecken versetzt, ne. Genau. Tesla und Tesla, ne. Und wer nicht genau verstanden war, der wurde direkt in die Ewigkeit geschehen. So, das war Mohammed. Hast ihn widersprochen, warst du dran. Braufig. Ja, süß, so säftig. Okay, mein Lieber, ich hole mal den nächsten rein, ja. Alles damit, dass du Das ist gut für dich, die früsen sollte nicht mehr. Alles gut, tschau. Hallo? 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 Hallo, grüß dich, mein Lieber. Grüß dich. Grüß dich. Grüß dich. Kurze Frage. Ich verfolge dich ja mit diesem Least-Stand, mit diesem Abunaji. Da hast du immer eine Debatte geführt mit ihm. Hast du mal wieder was von dem gehört? Oder wie ist denn die Debatte überhaupt ausgegangen? Abunaji hat doch gesagt, wir sehen uns am höchsten Tag, er wollte mich nur noch loswerden. Wo ich ihm gesagt habe, nein Abunaji, das ist wichtig, wir müssen das noch durchgehen, die Kreuzigung. Ja, ich erinnere mich, es war echt amüsant, wirklich. Ja genau, da hat er direkt mit so anderen Leuten geredet, Abunaji komm jetzt, sagt er, wir sehen uns am höchsten Tag, wir sehen uns am höchsten Tag. Ja, aber was ist mit dem passiert, hast du da irgendwie noch mal was gehört von oder so? Der ist glaube ich von der Bildfläche verschwunden, oder? Ja, der hat ja gesagt, diesen Gott, den du anbetest, den verachte ich. Und dann hat der Gott der Bibel, den ich anbete, hat sich dann gezeigt, da muss er das Land nicht verlassen. Wahnsinn, krass, krass, krass. Nee, das war es auch schon, ich wollte noch mal wissen, wollte noch mal hören. Also, okay, mein Bester. Alles klar, mein Lieber, danke dir, gell? Ja. Ja, haue ich auch. Der Abunaji, ich werde dieses Gespräch mit dem niemals vergessen, ne? Und auch als er die Kamera ausgemacht hat, wo er gesagt hat, wir dürfen das dem Muslim nicht zeigen. Wahnsinn, ne? Das ist so krass. Das, was ich die ganze Zeit allen so präsentiere, habe ich dem präsentiert, ne? Der wusste gar nicht mehr, wo oben und unten ist der Abunaji. Das war viel zu viel Information. Viel zu viel. Ja, der hat eine gefährliche Gesinnung, der Abunaji, ne? Eine absolut gefährliche Gesinnung. Und, äh, er schreckt auch nicht davor zurück, äh, Gewalt im Namen des Islams zu rechtfertigen, durch den Koran und den Islam im Allgemeinen. Der hat sogar gesagt, in einem seiner Videos, da sagt er, ja, es sind Taliban und, äh, Al-Qaida und so sind das Muslime. Da sagt er, wir müssen uns erstmal für Allah fürchten. Und die Füße, der Staub von den Füßen eines Mujahid. Wir sind nicht mal der Staub eines, von den Füßen eines Mujahid. Sind wir wert. Anstatt wir über sie reden. Wahnsinn, ne? Damit wir da die ganzen Organisationen, die im Namen Allahs ausrücken, um die Kufar zu bekämpfen. Wir sind nicht mal den Staub von den Füßen wert. Wahnsinn. Da hat er so leicht seine Gesinnung raus, hat man so leicht seine Gesinnung rausgehört, ne? Das er so damit sagen will, dass sie die Mujahidin, alle so tolle Typen sind und einfach die das Beste vom Besten sind. Ohhhh! Happy day! Happy day! Happy day! restrictions! Dieses Gespräch auch mit dieser Lehrerin, das war auch der Knaller. Ohhh! A Usu bilay min a Shaytana Rajim! A Usu bilay min am Shaytan Rajim! Jetzt hörn Sie es mal auf hier! Schauen Sie sich das mal an. Hahahaha! Ich konnte nicht mehr voll lachen, ey. Das war so heftig, das war so heftig. Auszubillah, was wissen Sie, was die da eigentlich sagen? Auszubillah, diese eine Frau mit Kopfdruck, die da am Stand steht. Ich seh den Teufel in ihren Augen. Jetzt hören Sie aber mal auf hier, du. Diese eine Lehrerin da, ey. Schämen sollten Sie sich, schämen. Ja, ist der Machiavelli schon wieder da? Das war 1886, ey. Wallahi, shame on you. You've been cooked. Wallahi. Abonagi. Abonagi. Ah, ja, dieser eine Chefanwerber vor drei Jahren, der Ableger des Islamischen Staates hier in Deutschland. Hier gibt es ja sehr viele Sympathisanten und Anhänger des Islamischen Staates. Und der Führer von ihnen, der wurde ja bis zu zehn, also der hat zehn Jahre Haft bekommen. Das ist heftig. Zehn Jahre lang Haft. Im Netz, das ist auch heftig, das Interview mit Abonagi. Ihr kennt doch das von Spiegel TV, ne? Zwischen Hartz IV und Heiliger Krieg. Donnerstag vor dem Kölner Amtsgericht. Im angrenzenden Jobcenter-Café bespricht sich Abonagi mit seinen Anwälten. Der Islamist ist wegen Sozialbetruges angeklagt. Wahnsinn. Er soll über 50.000 Euro Hartz IV bezogen haben. Obwohl er über genug Geld verfügte. Wenn Sie ehrlich sind, ob ich Sie berichten würden. Okay. Abonagi, der Bitz-Rüger. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, Abonagi, Spiegel TV, wie geht's Ihnen? Wunderbar. Wunderbar. Ich sag gar nichts. Via YouTube hatte der 50-Jährige seine Anhänger zum angeblichen Schauprozess geladen. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, dass er gegenüber den Sozialbehörden seine Einkünfte, die er auf Konten gehabt haben soll, nicht ordnungsgemäß deklariert hat. Insbesondere, dass er davon Einkünfte für die private Lebenshaltung auch genutzt hat. Wird ihm vorgeworfen, als Betrug angeklagt, Betrug in besonders schweren Fall, als gewerbsmäßiger Betrug. Abonagi wird seit Jahren vom Verfassungsschutz beobachtet. Er hat immer Schutz gehabt. Ein Propagandist, der gegen den Westen hetzt und den Dschihad zur Selbstverteidigung gegen Feinde des Islam verklärt. Mit seinem Lease-Projekt verteilt er europaweit kostenlos Korane. Doch auch den weltlichen Dingen scheint der Palästinenser nicht abgeneigt. Und ich zeige euch etwas, was die wenigsten Menschen in Deutschland besitzen. Das ist die höchste Karte weltweit. Das ist eine Black American Express. Die hat kein Limit. Also man kann einen Ferrari damit kaufen. Es geht nicht um diese Karte. Es geht nur darum, seit wann ich diese Karte besitze. Jeder kann lesen, das ist seit 1991. Und diese Karte hat mich auch nicht glücklich gemacht. Der Hand zum Materiellen brachte Abonagi jetzt vor Gericht. Die Anklage, während der Prediger zwei Jahre Hartz IV kassierte, konnte er auf ein Spendenkonto zugreifen. Ein Großteil des Geldes floss in die Verbreitung seiner radikalen Botschaften. Darüber hinaus soll er die Spendengelder für eigene Zwecke missbraucht haben. Für Lebensmittel, Friseurbesuche, Tankrechnungen oder Kleider. Laut Ergel haben alleine diese Privatausgaben bei mir als 40.000 Euro, ohne dass die Sozialbehörden davon erfuhren. Da werden Kontoauszüge falsch gelesen, falsche Rechnungen aufgemacht, welches Geld wo übergeblieben ist. Da muss man einfach nur einen einfachen Taschenrechner dazu nehmen und das mal durchrechnen. Und das hat die Kölner Polizei leider nicht geschafft, hat da vollkommen versagt. Ich weiß nicht, welche Schule die Polizeibeamten besucht haben, hatte nicht aufgepasst. Das Spendenkonto lief angeblich nur zum Schein auf den mitangeklagten Komplizen. Abonaci bestreitet alles und wittert alle Verhörungen von Politik. Die mögen das nicht, wenn Ausländer bei Edeka einkaufen. Habt ihr eine verblödetere Aussage als diese gehört? Als wäre jetzt Lidl oder Aldi etwas Schlimmeres jetzt wie Edeka. Das sind ganz normale Supermärkte. Jeder kann noch einkaufen, wo er will. Guck mal, was der macht. Der sagt Edeka und Lidl. Supermarkt einkaufen. Sie wollen, dass die Ausländer immer erniedrigt bleiben. Bleiben und bei Aldi und bei Lidl und bei ich weiß nicht, was noch stimmt. Und das zeigt, wie rassistisch die sind. Das zeigt, wie rassistisch sie sind. Ey bitte, das kannst du keinem erzählen. Ihr macht anhand der Einkäufe bei Edeka auf. Das sieht jetzt nicht so aus. Das sieht nicht so aus. Die Sterbe, ich kann gleich wieder Rückgrat rausholen. Der denkt so, die Behörden wollen den so rassistisch beleidigen, weil er bei Edeka einkaufen geht. Boah lieber Gott, bitte hilf mich, ich kann nicht mehr. Die wollen uns rassistisch behandeln. Sie sagen, wir sollen bei Lidl und Aldi einkaufen. Ich kann nicht mehr. Habt ihr was für Störenderes als das gehört, bitte? Weiter, weiter im Text. Unter den Unterstützern vor Gericht ist auch Salafistenprediger Sven Lau, der Gründer der selbsternannten Scharia-Polizei. Ist das genau, der Sven Lau. In Gen-Ele, 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 Gen-Ele. In Gen-Ele können wir fliegen und mit Udenlein vergnügen. Jahannam nur für Verlierer und Gen-Ele für Gewinner. In Gen-Ele ... Ich hätte auch beim Grillfest dabei sein müssen, damit ich den Gen-Ele song richtig dann singe. Unglaublich. Die Staatsanwaltschaft interessiert sich auch für diese Mercedes C-Class. Der Abunaci! Der Abunaci, der fährt dicke C-Klasse mit fetter Haus und mit C-Haz-Fir. Prototyp eines richtigen Dschihadisten in Deutschland. ...von seinem Mitangeklagten geliest, aber nur von Abunaci in Gefahr. Zumindest wenn Spiegel TV ihn besuchte. Kosten für Raten und Steuern? 10.000 Euro. Das Jobcenter erfuhr davon nichts. Privatsache, meint der Vater von drei Kindern. Außerdem diene alles der Verbreitung des Islam und der Rettung der Ungläubigen. Ich schreibe euch zwei Millionen Exemplare geschenkt. Die einen Wert von 4 Millionen Euro haben. Weißt du warum? Damit ich dich ins Paradies mitnehme. Kommen Christen bei Ihnen eigentlich immer noch in die Hölle? Laut diesem Buch... Kommen Christen bei Ihnen immer noch in die Hölle? Und jetzt pass mal auf, was Abunaci sagt. Laut diesem Buch ja. Nicht. Weil laut diesem Buch nicht. Laut diesem Buch nicht. Früher haben sie immer gesagt, wir kommen alle in die Hölle. Früher haben sie gesagt, alle Christen kommen in die Hölle. Und jetzt pass mal auf, was Abunaci sagt. In zwei Sekunden. Und jetzt pass mal auf, was Abunaci sagt. Laut diesem Buch kommt jeder nicht-Muslim in die Hölle. Also doch. Nach drei Stunden wieder. Also doch. Ja. Evi, das kannst du keinem erzählen. Innerhalb von einer Minute. Sich so zu widersprechen, ne? Es ist so krank. Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Bitte. Das geht doch nicht mehr. Das geht doch unter keine Kuhout mehr. Nächste Prozestag. Die Verhandlung wird verschoben. Wegen diverser Anträge der Verteidigung. Die Anhänger feiern das wie einen Sieg. Dabei wurde nicht mal die Anklage verlesen. Aufgeklärt ist also gar nichts. Schwiegeltv und seine Sendungen. Es ist so krank. Salafist vor Gericht. Was ist das denn? Warte mal. Von Bild. Tavunaci. Als ich da bei ihm war. Ich war ja der Letzte, der da war. Danach wurde das ja verboten. Weil das natürlich solche krassen Wellen geschlagen hat. Das war richtig heftig. Das hat eine Detonation ausgelöst, als ich da war. Und alle haben sich gewundert. Das ist total viral gegangen. Und das war auch direkt bei den Behörden. Und sofort. Das letzte Mal. Ja. Das letzte Typ, der da war, war ich dann. Und dann wurde es verboten. Und dann haben die die Lease-Aktion verboten. Denn der Abunaci musste das Land verlassen. Wahnsinn. Damals noch. Die Demisier hat das dann angeordnet. Der Innenminister Demisier. Dass die Lease-Aktion verboten wird. Wahnsinn. Die ganze Lease-Aktion zerschlagen. Wunderbar. Komm, sag den Polizei. Das war heftig. Der gute Abunaci. So heftig. Vor sieben Jahren habe ich mit ihm geredet. Ich sehe das gerade. Sieben Jahre ist das ja. Werkzeug. Blau. Und verherrlicht. Kreuzung. Das habe ich dir gerade angesprochen. Unglaublich. Vor sieben Jahren. Der ist doch in Indonesien, der Abunaci. Der ist gar nicht in Dings. Abunaci ist nach Indonesien abgehauen. Der lebt dort. Ich glaube, weil Indonesien nicht ausliefert, oder was, ne? Salafisten. Salafistenfürst. Hier, Vogel. Wie die Medien das darstellen. Der Salafistenfürst. Der Salafistenfürst. Ah, hier ist das, glaube ich. Warte mal. Und die Werbung ist immer größer, die Schwerz am Herzen. Nein, das ist alles hier. Ja. Abunaci. Ich glaube, ich glaube, mir ist die Schwerz am Herzen woman, Kaffee, herz treatyes, wie ich weiss, auch ihr weiss. Sai, ich lebe, die Schwerz am Herzen hospitalier ist. Not entrar, aber nicht wahr. karine Mo31e auch durchf più. Das ist ja immer sehr dur von stern lesen. ich muss das gleich mal raussuchen dieses eine gespräch von der oma diese was war das da diese komische lehrerin da die gesagt hatte dass das so alles verrückte sind ich habe mich kaputt gelacht was mach mal die doku koks und allah vom spiegel wie ehrlich wie echt koki und und allah auch nicht schlecht das ist ja krass ich komme zu füat wieder einmal Die Stimme, die du hörst, ist die Stimme, die du bist. Die Stimme, die du hörst, ist die Stimme von Shakey Shake. Du sollst dich hin und her schäkern. Du sollst auf die Stimme von Shakey Shake hören jetzt gerade. So, was haben wir denn hier gemacht? Da gab es ja dieses eine Gespräch, Mann. Ah, das ist auch heftig. Belohnung für den Märtyrer. Bitte zieht euch das mal rein. Kennt ihr das Video? Der Lohn für den Märtyrer. Guck mal, wie der sich freut, der Abu Naji. Der Prophet Mohammed, a.s.w. sagte, Der Lohn für den Märtyrer ist Nummer eins. Sobald der erste Bluttropfen aus seinem... Das, was der gerade so predigt, das ist pure Gehirnwäsche. Der nimmt also diesen Hadith aus Sunan Abidahud, ist das glaube ich, der ist als Sahih eingestuft worden, dass der Mohammed gesagt hat, dass wer am Krieg teilnimmt und als Schahid stirbt, der wird sicher ins Paradies kommen. Bei dem ersten Bluttropfen, der aus seinem Körper schießt, werden ihm alle seine Sünden vergeben. Deswegen siehst du auch, dass alle die Schahada wollen, dass sie als Märtyrer sterben. Guck mal hier. Korba rausfließt, rausgeschossen wird, werden alle seine Sünden vergeben. Siehst du, wie heftig. Alle seine Sünden werden mit dem ersten Tropfen Blut von Allah vergeben werden. Müll Allah uns allen die Schahada gewünscht haben. Nummer zwei. Er sieht seinen Platz im Paradies. Sofort. Nummer drei. Der wird im Grab nicht bestraft werden. Nummer vier. Am jüngsten Tag wird er nicht schockiert werden, wie die anderen Menschen. Denn der jüngste Tag, wenn die Menschen auferweckt werden, das ist ein Schock für die gesamte Menschheit, die je gelebt hat und je leben wird. An dem Tag wird er die Sicherheit haben. Der wird keinen Schock bekommen. Nummer fünf. Am jüngsten Tag wird er eine Krone der Königin auf dieser Erde. Das ist die Krone von Allah. Hier. Nummer sechs. Er wird 72 Frauen von Al-Humr al-Ain heiratet. Er wird 72 Frauen. Die Allah extra für diese Aufgabe, für das Paradies erstellen. Der Märtyrer wird mit 72 Jungfrauen verheiratet werden. Jetzt versteht ihr die Gehirnwäsche dahinter? Das ist pure Gehirnwäsche. Ja, ich werde meine Brüder in Ain sehen. Also ich muss als Märtyrer sterben, ja. Ich muss mein Leben für Allah geben im Krieg. Ich muss... ... und rapiert werden. Und dann kann ich in Allahs Himmelreich. Wahnsinn, ne? Schaffen halt. Und er nimmt 70 Angehörige von seiner Familie mit. Komm, subhanallah. Möge Allah uns allen als Märtyrer sterben. Wallahi. Wallahi, das ist mein Wunsch. Und ich bitte Allah in jedem Gebiet, oh Allah, lass mich als Märtyrer sterben. Das ist das Versprechen Allahs. Wahnsinn. Nochmal, damit wir... ... damit die Herzen tanzen. Ne. Aus Freude. Nochmal, damit dein Gehirn weiter eine Wäsche bekommt. Nicht die Herzen tanzen, sondern dass dein Gehirn gerade eine Gehirnwäsche verpasst bekommen. Wahnsinn, ne? Stell dir mal vor, der Muskel, der nimmt das ernst. Und der glaubt diesem Hadith, weil er als Sahih eingestuft worden ist, ne? Und dann auf einmal zieht er los und gibt sein Leben hin und nimmt das Leben von anderen. Absoluter Wahnsinn, ne? Mit den ersten Bluttropfen Allah vergibt ihnen alle seine Sünden. Allah zeigt ihm seinen Platz im Paradies. Im Grab wird er nicht bestraft werden. Am jüngsten Tag wird er nicht schockiert werden. Am jüngsten Tag bekommt er eine Krone, eine Krone der Ehre auf seinem Kopf von seinem Schöpfer. Er wird 72 Frauen im Paradies heiraten. Und er nimmt 70 Angehörige von seiner Familie ins Paradies mit. Absolut gerne, das ist ja. Aber natürlich die höchste Schahadestufe, der beste Mörtyrer bei Allah ist derjenige, der Allahs Wort das höchste macht auf dieser Erde. Ja, wie denn? Das heißt, jemand, der auch die Menschen zum Islam einlädt und stirbt dabei. Inschallah ist er ein Mörtyrer. Ne, der Abu Naji labert hier Müll. Der Mohammed wurde gefragt, was ist denn der beste Dschihad, den man machen kann für Allah? Was sollte man denn für Allah am besten machen? Was ist der beste Dschihad? Dem eines Mannes, der ausrückt, um die Feinde von Allah zu eliminieren, dessen Pferd verwundet und er selber verwundet wird. Wo guckst du das an? Hier auf YouTube. Ich habe ja hier eine Mediazentrale eingerichtet. Eine Mediazentrale. Extra für euch. Damit ihr diesen Wahnsinn eins zu eins live hört. Wie heißt das, wie du das heißt? Ibrahim Abu Naji, Belohnung der Märtyrer. Vor 13, nee, vor 12 Jahren. Wahnsinn, ne? Der Abu Naji, der ist so heftig, ey. Das ist so heftig. Bewerten wir den Islam anhand der Lehren und dem Vorbild von Mohammed. Mohammed A. dachte zu einem Zeitpunkt, dass er von einem Dämonen besessen war. B. Versuchte mehrmals, Selbstmord zu begehen. C. Gab zu, mal Offenbarung vom Teufel übermittelt zu haben. E. Beschwerte sich, ein Opfer von einem magischen Zauber zu sein. E. Unterstützte seine Religion dadurch, dass er Menschen ausraubte. F. Began einen Krieg mit Mekka, obwohl er die Chance hatte, in Frieden in Medina zu leben. G. Ließ Leute ermorden, die seine Religion kritisierten. H. Kämpfte hunderte von Juden dafür, dass sie versuchten, sich zu verteidigen. I. Befahl seinen Anhängern, jeden hinzurichten, der seine Religion verlässt. J. Befahl seinen Anhängern, gewaltsam die ganze Welt zu hinterwerfen. K. Ließ jemanden wegen Geldes foltern. L. Kaufte, verkaufte, besaß und tauschte schwarze afrikanische Sklaven. M. Nannte Äthiopien Rosinenköpfe und behauptete, dass Satan wie ein schwarzer Mann aussieht. N. Hatte Sex mit einem neunjährigen Mädchen. O. Hatte zu einem Zeitpunkt mindestens neun Frauen, obwohl seine eigenen Offenbarungen nur vier erlaubten. P. Heiratete die Frau seines eigenen adoptierten Sohnes, nachdem er die Scheidung dadurch verursachte, dass er nach ihr lüstete. Q. Hatte Sex mit einem Sklavenmädchen. R. Trach das Versprechen, nicht mehr Sex mit seinem Sklavenmädchen zu haben. Er gab das Versprechen seinen Frauen, nachdem er beim Sex mit seinem Sklavenmädchen in dem Wetter nach Frau Hasse erwischt wurde. S. Erlaubte seinen Anhängern, ihre weiblichen Gefangenen zu übergewaltigen. T. Nahm die schönsten Gefangenen in sein eigenes Zelt. U. Sagte seinen Anhängern, dass sie ihre Frauen zum Gehorsam schlagen können. V. sagte, dass Frauen dumm sind und ihr Zeugnis unzuverlässig ist. W. Förderte götzendienerische Praktiken, wie den schwarzen Stein zu küssen. X. Wiederholte Geschichten, die auf Fälschungen basierten, und gab sie als Gottesoffenbarung weiter. Y. Porträtierte Gott als betrügerisch, und Jesus als einen totalen Versager. Z. Hielt mehr Menschen in der Geschichte davon ab, den wahren Gott zu kennen, als jeder andere falsche Prophet in der Geschichte. Heftisch! Wenn wir den Islam anhand der Person und der Lehre von Mohammed beurteilen, zu welchem Schluss kommen wir dann? Das ist die schlimmste Religion aller Zeiten. Ja, wenn man das beurteilt, was der Mohammed alles in seinem Leben getan hat, und wir seine Religion so ausgeliebt haben, dann muss das die schrecklichste Religion der Welt sein. Tja, aber konsequent sein. D.h. wir sollten das Christentum nicht anhand der Handlung von Christen beurteilen, die Krankenhäuser erfanden, um sich um die Kranken zu kümmern, die Waisenhäuser erfanden, um sich um ungewollte Kinder zu kümmern, den Weg für das westliche Bildungssystem bereiteten, indem sie Universitäten wie Oxford, Cambridge, Harvard, Yale und Princeton starteten, die wissenschaftliche Revolution anführten, und so weiter. Wir bewerten das Christentum nicht anhand der ganzen Christen, die die Welt verändert haben. Wir bewerten das Christentum anhand der Lehre und dem Beispiel von Jesus. A. Durch ihn wurde das Universum geschaffen. B. Alles besteht in ihm. C. Jesus legte seine Herrlichkeit ab und trat als ein menschliches Wesen in die Schöpfung ein, um unsere Willen zu leiden. D. Wurde von einer Jungfrau hier auf Erden geboren. E. Erfüllte über Dutzende von Prophetien des Alten Testaments. F. Gab auf wunderhafte Weise tausenden Leuten an mehreren Begebenheiten Speise. G. Lief auf Wasser. H. Konnte durch Worte Stürme stillen. I. Halte die Kranken. J. Reinigte die Leprakranken. K. Treibte Dämonen aus. L. Erweckte Menschen von den Toten. M. Machte Lahme gähnt. N. Gab Blinden das Augengewicht. O. Lies Taube hören. P. Gab seinen Jüngern die Macht, Dämonen auszutreiben. Q. Sagte, dass die Friedfertigen die Kinder Gottes heißen werden. R. Und dass die Barmherzigen Barmherzigkeit erlangen werden. S. Befahl seinen Anhängern ihre Feinde zu lieben. T. Sagte, dass wer das Schwert nimmt, durch das Schwert umkommen soll. U. Erduldete Folter und den Tod für unsere Sünden. V. Bad seinen Vater, den zu vergeben, die ihn kreuzigten. W. Stand von den Toten auf. X. Gibt uns seine Gerechtigkeit. Y. Bittet für uns. Z. Ist das ganze Gericht übergeben. R. Wenn wir also das Christentum anhand der Person von Jesus beurteilen, dann müssen wir sagen, die beste Botschaft aller Zeiten. Beurteilen wir nicht eine Religion nach... R. Wahnsinn, ne? R. Sobald man sich dieses Video anguckt und man das auf sich einwirken lässt, dann wird man ganz schnell merken, dass Jesus Christus absolut das größte Vorbild aller Zeiten ist. R. Wahnsinn. R. Ja, wenn du Frieden, Liebe, Freude und alles Mögliche liebst, dann musst du den Herrn Jesus Christus lieben. R. Wenn du also Gewalt, Verachtung, Mord, Elend und Leid möchtest, dann kannst du zum Islam kommen. R. Ja, ist es. R. So ist das. R. Wie heißt das Video, Amir? R. Gib einfach ein, Mohammed vs. Jesus. R. Mohammed vs. Jesus. R. Ja, die haben mich wieder eingeschränkt. Deine Live-Sichtbarkeit ist eingeschränkt. Live ist eingeschränkt. R. Ja, bringt nichts. R. Ich geh mal raus und komm wieder rein, ja? R. Ich beende mal den Livestream und komm wieder rein, ja? R. Bis gleich. R. Also, den Mohammed gesehen hat, oder? R. Wo er zum Propheten wurde. R. Ja, was? R. Kannst du mal lauter sprechen? R. Also, es zählt ja nicht, wenn nur eine Frau den Propheten gesehen hat. R. Ich kann mich nicht erinnern, wie du das artikuliert hast. R. Man muss ja zwei Frauen den Propheten gesehen haben, also den Propheten Mohammed, dass er als Prophet betitelt wurde. R. Aber er wurde ja nur von seiner Frau gesehen, oder? R. Er wurde nur von seiner Frau gesehen und Waraka eben ein Auffall. R. Ja, und eine Frau zählt ja nicht als Zeuge, oder? R. Der Mann war ja da, dieser Waraka eben ein Auffall. R. Achso, achso. R. Okay, na, dann hab ich was verwechselt. R. Bruder, ich möchte dich etwas hören. R. Ja, dann musst du vorschlagen. R. Ja, ja, na, ich kontrolliere das sowieso noch. R. Ich wünsche dir gottesreichlichen Segen. R. Ich dir auch, mein Gott. R. Schon wieder, du? R. Was ist denn jetzt schon wieder? R. Oh, mir. R. Mir war ein bisschen langweilig. R. Ich kann es wieder ins Sunnit hochnehmen, damit ich ein bisschen wieder auseinandernehmen kann und du lachen kannst. R. Na, auf mit dem Quatsch. R. Lies ein wenig die Evangelien, mein Lieber. R. Und rette deine kostbare Seine. R. Aber wir haben noch zwei verschiedene Bibeln. R. Ja, ja, komm. R. Komm aus. R. Zwei verschiedene Bibeln. R. Scheiße, wo kommen die immer alle her? R. Das ist doch nicht normal. R. Na, 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 na. R. Jedes Mal, jedes Mal aufs Neueste, ne? R. Er kommt immer wieder hier rein, anstatt sich Gedanken zu machen um seine Ewigkeit und dieses Schiedentum da wegzulassen und zum wahrhaftigen Gott und zum ewigen Leben zu kommen. R. Jesus Christus da kommt, der sagt, alles ist durch Ali geschaffen. R. Ja, wir kennen das aus der Bibel. R. Das ist alles geklaut aus der Bibel, denn durch Jesus Christus ist alles erschaffen. R. Was im Himmel, auf der Erde und oben ist, alles ist durch ihn geschaffen. R. Kannst du erklären, wie man neu geboren wird? R. Eines Tages in deinem Leben musst du erkennen, dass du ein Sünder bist und dass du Vergebung deiner Schuld benötigst. R. Du gehst auf die Knie und nimmst den Herrn Jesus Christus als dein Herrn und Heiland an. R. Du bekennst ihn deine gesamte Schuld und zeigst Reue, tust also Buße. R. Und ab diesem Zeitpunkt an, wo du dein Leben dem Herrn Jesus Christus anvertraut hast und den Heiligen Geist empfangen hast, R. Bist du von neuem geboren. R. Nee, wir sind nicht verloren. Wir glauben nicht an ein Himmelreich, das ein Bordell gleicht. R. Ich glaube, du bist eher verloben. R. Verstehst du? R. Du verstehn! R. Verstehn, du! R. Ja, gerne. Gott segne dich und deine Familie. R. Wusch? R. Hallo? R. Hallo? R. Hallo? R. Hallo? R. Hallo? R. Was war das denn, Frau Holle oder was war das? R. Dachte immer. R. Was war das, was du da gerade geschickt hast, Toni? Was ist das denn gewesen? R. War das ein Frosch im Weltall oder was ist das? R. Tone? R. Tone? R. Ein Dino? R. Dein Dino? R. Kleiner Dino? R. Tone? 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 heraus leben. Und das ist das Schönste, das Schönste, was es überhaupt gibt. Dass der Herr stellvertretend für uns gezahlt hat. Wir können den Preis niemals geben, den der Herr gegeben hat. Der Herr hat alles vollbracht. Wow. Ich muss immer wieder staunen. Immer wieder staunen. Über das Werk am Kreuz. Was der Herr für Schmerzen erlitten hat durch uns. Wegen unserer Übertretungen wurde er zerschlagen. Jesaja 53. Jesaja 53. Jesaja 53. Jesaja 53. Du kannst nicht hoch, weil du keine Abonnenten hast. Wer hat unserer Botschaft geglaubt? Und wem ist der Arm des Allmächtigen offenbart worden? Er wuchs vor ihm auf wie ein Spross. Er entsprang wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Denn, dass wir ihn begehrt hätten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verworfen und wir haben ihn für nichts geachtet. Doch er hat unsere Leiden getragen. Und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir, wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Um unserer Übertretungen willen war er verwundert. Um unserer Ungerechtigkeiten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Und durch seine Wunden ist uns Heilung geworden. Wir alle, irgen umher wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Aber Gott warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt. Aber er beugte sich. Und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scheren. Und er tat seinen Mund nicht auf. Er ist weggenommen worden aus der Angst und aus dem Gericht. Wer aus seinem Geschlecht dachte darüber nach? Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Er wurde abgeschnitten aus dem Land der Lebendigen. Man betrug ihn bei Gondlosen. Aber im Grab eines reichen Mannes. Weil er kein Unrecht begangen hat. Und nichts Trügerisches in seinem Mund gewiss. Es war nichts Trügerisches in seinem Mund. Der Herr Jesus Christus kannte diese Bibel. Hallo Amir, Gottes Segen. Gottes Segen, Gallimero. Du Amir, Matthäus 10, 35. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen. Ja, sondern das Schlaf. Genau, genau. Aber in der Bergpredigt heißt das, selig sind die, die Frieden stiften. Ist das ein Widerspruch? Oder wie siehst du das? Nein, ganz und gar nicht. Weil der Herr Jesus Christus ist ja der allmächtige Gott. Und er hat ein Verlangen oder ein Anrecht darauf, dass man ihn mehr liebt als alles andere. Das hat nichts damit zu tun. Wenn er sagt, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, meint er etwas ganz anderes, als was wir verstehen. Nämlich das Schwert der Entzweihung kommt auch noch dazu. Siehst du, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Was meint er damit? Dass das, wenn du an ihn glaubst, du die erbittertsten Feinde in deinen eigenen Reihen zu finden hast, weil du Gott mehr liebst als deine Familie. Und da gibt es natürlich unter ihnen große, große Streitigkeiten. Aber du musst zum Herrn Jesus Christus stehen. Du hast keinen Widerspruch. Denn Gott hat ein Anrecht, mehr geliebt zu werden als alles andere. Ah, okay. Ja, Armin, vielen Dank. Das wollte ich nur kurz gerade aushaben. Vielen Dank, Armin. Okay, Gottes Segen. Gottes Segen. Ciao. Ciao. Ich bin Muslim. Komm doch rein, ein Muslim. Und hör auf, die Leute hier so anzumachen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hallo? 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 Was du woll... Das war nicht Messi, das war Nessi. Nessi. Ja, ja. Ja. Was ist das? Ja. Das kann er nicht fahren. Hallo, Armin. Wie geht's dir, Armin? Ja, gut. Wie geht's dir? Ja, gut. Ich wollte mal fragen. Ich wollte mal fragen, wann hatte Gott Geburtstag? Gott hat überhaupt kein Geburtstag. Der Mensch, Jesus Christus, wurde geboren. Ja, ist der Jesus nicht Gott, oder? Ja, er ist in Ewigkeit Gott. Ja, richtig. Aber wir können nicht sagen, dass... Dann hat er auch Geburtstag. Der ist geboren. Ja, wir wissen ja nicht die Geburt des Herrn Jesus Christus. Welcher Tag genau das ist. Aber ich wollte gerne den Tag feiern. Nee, der Herr Jesus kann... Wir sollten meine Auferstehung und meinen Tod immer feiern, ne? Wie kann man den Tod feiern, Junge? Wie kann man den Tod, da wo die den geprüft haben, genagelt haben, da soll man feiern? Nee, nee, das ist nicht so wie du das denkst. Sondern du sollst das, was der Herr für dich getan hat, du sollst immer daran gedenken. Aber wer hat ihn dazu gezwungen? Keiner. Bitte? Wer hat ihn dazu gezwungen, dass er sich da kreuzgelegt? Nein, gar keiner. Der hat doch gesagt, niemand nimmt mir mein Leben. Ich geb es freiwillig. Keiner hat sich mein Leben. Wozu? Stell dir vor, du liebst eine Frau. Und dann sagst du, ja, jetzt mach ich mal Selbstmord, damit ich dir beweise, dass ich dich lief. Aber ich hab dir doch gerade eben erklärt, dass es kein Selbstmord ist. Aber der konnte sich doch retten. Tito, Tito. Würdest du dich für deine Frau auch aufopfern? Aber guck mal, wenn... Tito! Tito! Guck mal, wer... Lass mich nicht auf Burger King Niveau runtergehen. Tito! Lass mich nicht auf Burger King Niveau runtergehen. Tito! Ich fahre gerade an Burger King vorbei. Ja, siehst du. Dann lass uns nicht auf Döner laden und hier McDonalds Niveau runtergehen. Okay? Okay. Ne, aber verstehst du, was ich meine? Ich rede ernst mit dir. Ich will dir das erklären, Tito, weil der Herr Jesus Christus ja uns liebt. Sollst du das als Beispiel empfinden, wie du das für deine Frau machen würdest? Wenn sie zum Beispiel ein Bedrängnis wäre, würdest du dein Leben für deine Frau geben? Ja, aber wer... Jesus war doch nicht im Bedrängnis, oder... Verstehst du, was ich meine? Eigentlich musste jemand über ihm stehen und sagen, entweder gibst du dein Leben oder ich werde die ganze Menschheit hier vernichten. Dann könnte ich das verstehen. Verstehst du, was ich meine? Dann hat er sich quasi gehoffert. Mein Lieber, es gab nur diesen einen einzigen Weg, den der Herr ausgewählt hat für uns. Und zwar, dass jemand unser Leben lässt. Amen. Aber der ist doch allmächtiger Gott, zum Beispiel. Wer kann ihm dann sagen, es gibt nur einen Weg. Der kann doch Verzeihung machen, was er will. Du siehst doch, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Du siehst doch, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. So. Und der Allah war ja auch damals im Paradies mit Adam und Eva. Wie viele Sünden haben Sie begangen, dass Allah Ihnen nicht verziehen hat? Super. Sag mal, das willst du mir nicht antworten. Lass mal jetzt, aber bitte, ich will das verstehen, ehrlich. Weil... Ja, aber du verstehst doch noch nicht mal seine eigenen... Gott sagt mir, sagt ihr, das ist ja alles... Dieter, du verstehst doch noch nicht mal seine eigene Regierung. Ja, okay. Aber dann... Ich will versuchen, diese Opfer zu verstehen. Weil... Glaub mir, alle Muslime, alle Menschen, die Welt, die verstehen nicht diesen Bedarf an diese Opfer. Weil das hat logisch keinen Sinn. Verstehst du? Wenn ich unaufgefordert jetzt sage, ich gebe mein Leben für dich. Und dann sagt er, warum, wo? Und dann sagt er, nur so. Das ergibt keinen Sinn. Verstehst du? Ich kann es verstehen, wenn ein Terrorist kommt in eine Bank und dann will jemanden schießen. Und dann sagst du, bitte nimm mich, nicht das Kind oder nicht diese Frau. Das kann ich verstehen. Das ist für mich ein Held. Das verstehst du. Aber das kannst du dann nicht übertragen auf Gott. Der dann zu... Der Sohn zu Gott zu ihm gesagt hat, dass er uns gerne... Aber wer war Terrorist gegenüber Gott? Tito. Amin. Aber wer war Terrorist gegenüber Gott? Wer hat ihn gezwungen, dass er quasi... Dann musste... Schon wieder machst du das? Schon wieder... Oder wer auch immer ihm auf die... Auf die Wahl gestellt haben und gesagt haben, entweder gibst du oder dein Sohn dem Leben oder ich vernische die ganzen Menschen oder ich mache die alle in die Hölle. Dann kann er sagen, okay, ich gebe mein Leben für die. Das konnte ich nachvollziehen. Aber so ohne Grund... Einfach... Ich lasse mich da irgendwie schlagen und sowas. Das verstehe. Tito, macht das Sinn, dass Adam selber gesündigt hat oder dass Gott ihn hat sündigen? Also dass Gott dafür zuständig war, dass er gesündigt hat? Nein. Gott hat ihn mir die Freiwahl gelassen. Ehrlich? Bist du dir sicher, Tito? Ja, natürlich. Gott wusste, wo er die Beschaffung hat, dass er Fehler hat. Schlag mal bitte für uns Sahih Bukhari 6614 auf. Guck mal, wie unlogisch dein Buch ist. Ich bin gerade Auto am fahren. Ich rede mit dir ganz normal. Ohne jetzt... Aber was machst du, Tito, was machst du, wenn Allah den freien Willen von Adam genommen hat und gesagt hat, ich will, dass du sündigst, Adam? Was machst du dann? Guck mal. Guck mal. Gott hat niemand gesagt, ich will, dass du sündigst, sondern... Das gehört die Liebe. Er kann das nicht ertragen. Das ist das Krasse. Komm, ich will mit dir normal reden, du... Ja, ist doch, wir reden doch normal. Wenn das für dich unlogisch klingt, dass Gott aus Liebe heraus die Form eines Menschen angenommen hat, um für die Geschöpfe der Menschen zu bezahlen, Warum klingt das dann logisch für dich, dass Adam keine Schuld hatte, sondern Allah es schuld war, dass Adam gesündigt hat? Bei wem muss er das bezahlen? Bei wem? Tito, kannst du bitte eine Konzentration machen oder eine Kamelurin im Kopf? Weißt du, dass das zweite Buch... Wie heißt es? Tito, ich muss kurz... Ich hole dich gleich wieder rein. Ich muss kurz was erledigen. Bis gleich. Ja, mach, mach halt. Ja... Merk dir das, Tito Saibuchadi6614. Du verlässt Islam heute noch. So, etwas nach... So... Was für eine verkörte Sicht auf diese ganzen Dinge. Tic... 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 Das ist, wisst ihr wer das ist, der mit dem ich gerade eben gesprochen habe? Wo ich ääh... Wo ich folgendes gesagt habe, das ist der, deine Mohamed hat mit einem 6-jährigen Kind gemacht, diese Mohamed. Und diese Eichel ist in der Schaukel am Spielen. Und sie macht viel Schaukel mit Freundinnen und spielt mit Barbie-Kuppeln. Was ist das für ein Mensch, was ist das für ein Mann, diese Mohamed, und Eichel spielen mit Puppen. Und diese Eichel ist in der Schaukel am Spielen. Und diese Eichel ist mit Schaukel am Spielen. Ja. Ja. Das ist der Mohamed. Hallo. Hallo, mein lieber Gott. Ich wollte nur sagen, kannst du Tito das nächste Mal sagen, also seinen Namen ändern, weil er heißt, also übersetzt, Jesus ist Muslim. Das heißt übersetzt, Jesus ist Muslim. Also immer, wenn er reinkommt, ist er mit dem Namen Jesus ist Muslim also drin. Tito heißt Jesus ist Muslim? Ja, also das ist Jugo halt. Ach so, sein Name, ja, okay, sein Account-Namen, Jesus ist Muslim, ja. Ja, genau. Ich wollte dir das nur sagen, falls du es nicht weißt. Also er nennt sich immer Jesus ist Muslim. Ja, okay, danke dir. Gott segne dich. All right, ciao. Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall ist das der, der kommt immer wieder hier rein und labert dann irgend so ein komisches Zeug, wovon er selber überhaupt keine Ahnung hat, wo man seine, wo man das direkt zu ihm zurückfeuern kann, ne? Ja, das ist das Problem. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Wie die mich ja gerade angeguckt hat, heftig. Voll mit so einem erstaunten Blick, als hätte die mich erkannt. Ist das ehrlich, ist das ehrlich. Ja, die kennen alle den Shakey. Den Shakey Shake. Die machen sich dann Gedanken, ist er das, ist er das nicht. Aber ist er das gewesen oder ist er denn da? Ist das dieser gute Dr. Shakey in seinem Handsmobil? Ich gehe mal wieder hinter Hijab, ist besser. Dr. Shakey Shake. Ja, wenn ich mich zeige, dann werde ich gesperrt. Das ist das. Mami, wir sehen dich, genau. Die war mit ihrer Mami da. Die war mit ihrer Mutter. Guckt die so. Geh lieber raus, Mitglied, ja. Ich zieh lieber wieder Hijab an, genau. Ja, komm, wird grün, Mann. Echt. Ja, die verstehen die Liebe Gottes nicht hinter dieser ganzen Geschichte. Die Liebesgeschichte der Bibel. Die ja einmalig ist, ne. Dass Gott aus Liebe heraus die Vorwand des Menschen annahm, um für uns zu bezahlen. Für seine Geschöpfe. Ja, das kannst du nicht raffen, wenn du selber so ungeistlich bist, ne. Total ungeistlich. Dein Verstand möchte das einfach nicht begreifen. Und ja, dann kommt sowas zustande. Dass du die Liebe Gottes nicht verstehst. Ja, der Lohn der Sünde ist ja der Tod. Das wissen wir ja. Und wir alle haben die Herrlichkeit Gottes verfehlt. So, Gottes Plan ist, dass der Stellvertretende für uns ans Kreuz ging. In seiner menschlichen Form. So, wie wenn wir bereit wären, für unsere Liebsten alles zu geben, so war der Herr bereit, für seine Liebsten alles zu geben. Heftig, ne. So ist das. Wenn Allah doch Gott ist und er einfach vergibt, dann hätte auch Adam und Eva einfach nur vergeben können, oder? Dann braucht er ja gar nicht die Tore, die Evangelium. Wofür das Ganze dann? Hätte er einfach vergeben, fertig, aus. Nein, da steckt doch etwas dahinter. Warum machen die Muslime sich nicht darüber Gedanken? Das ist der Wahnsinn, ist das. Warum hat Allah nicht einfach vergeben? Er hat ja die Möglichkeit dazu gehabt. Was geht? Was geht? Was ist das? Wir verkaufen Bayern, Dortmund, Hello Kitty, 2R Secret, polizenziert alles. Genau. Wow. Habt ihr euch auch schon mal Gedanken gemacht um eure Ewigkeit? Ja, warum? Ja, erzähl mal, was meine ich denn damit, dass du dir Gedanken gemacht hast um deine Ewigkeit? Weiß nicht. Sag du. Bitte? Sag du. Ja, wenn ich dich frage, hast du dir Gedanken gemacht um deine Ewigkeit? Du sagst mir ja. Und ich dich frage, ja, was meine ich denn damit jetzt? Ja, sag. Und dann sagst du mir, soll ich dir sagen? Ja, mach. Ist das gerade dein Ernst? Ist das dein Ernst? Oh, es geht bei dir. Was ich damit meine ist, mein Lieber, hast du dir Gedanken gemacht, was mit dir nach deinem Tod passiert? Ja, okay, ich merke schon, du bist Kamelurinisiert. Ich merke schon, da kommt so viel Kamelurin aus. Too much Kamelurin. It's too much Kamelurin. It's too much Kamelurin. Hallo. Hallo. Nicht viel, ein wenig über Jesus Christus reden und den Islam auf den Boden der Tatsachen rollen. Stark. Was machst du denn so? Darf ich dir ein wenig über Jesus Christus erzählen? Denn da ist Gott der Allmächtige, der ins Fleisch gekommen ist, um für die Schuld der Menschen zu bezahlen. Du bist von Gott geliebt und der Herr will dich retten. Ja, der Herr Jesus Christus kam mit der frohen Botschaft, nämlich das Evangelium, dass jeder Mensch aus Gnade errettet sein darf. Denn alle anderen Religionen bieten nicht diese rettende Botschaft, die der Herr Jesus Christus uns gibt. Denn alle Religionen sagen immer das eine, du musst tun, du musst dies, du musst das, du musst jenes und vielleicht wirst du errettet werden. Nein, Jesus Christus sagt in Johannes 11, 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Jeder, der an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er gibt dir also die Garantie, dass wenn du an ihn glaubst, nicht verloren gehst, sondern das ewige Leben erhältst. Ich weiß, ich weiß, ich bin Italiener, Bruno. Was bist du? Ich bin Italiener. Das spielt doch keine Rolle. Hast du dein Leben dem Herrn Jesus Christus übergeben? Ja. Hä? Ja. Wie war das denn? Erzähl mal. Ich hab dich gerade was gefragt. Hallo? Ja, sehr schön. Sehr schön. Ich bin Italiener. Habt ihr es gehört? Das war's. Ich bin Italiener. Ich bin doch schon Christ. Ja, so. Niemals Buße getan. Keine Reue gezeigt. Keine Beziehung zu Jesus Christus aufgebaut. Und deswegen gehen sie dann auch alle verloren. So ist das. Ja, so. Toll. Ja, das macht mich traurig, ne? Ich begreifen wollen, dass ich eine Bindung zu Jesus Christus aufbauen und Buße tun müssen. Hallo, Servus. Wie geht's? Ihr habt dich so lange nicht mehr... Wir haben so lange nicht mehr geredet. Ja, ich habe doch mehrere Accounts. Ich habe einen Account mit über 30.000, hier den mit 17.000. Überall, wo ich gesperrt werde, komme ich mit dem anderen rein. Ja, ja, ich bin eh die ganze Zeit schon drin, aber ich bin so lange nicht mehr reingegangen. Ach so. Ja, wie geht's? Was machst du? Wo fliegst du heute hin? Ich fliege heute nach Medina. Und du? Ah, nichts. Ich sitze hier. Ich höre deinen Stream. Ich habe gerade ein Video gedreht und habe es gepostet. Was hast du? Ein Video gedreht und gepostet. Ein Video gedreht? Ja, ein Video. Was ist denn für ein Video denn? Über Jesus und Christus. Ah, sehr schön. Videos über Jesus und Christus drehen, ist immer gut. Genau. Sehr, sehr gut. Gott segne dich, mein Lieber, ja? Ehe, Amir, ich wollte dir noch was sagen. Ja. Ich will ein Projekt starten mit meinen Jungs. Was hast du? Ich und meine Freunde, wir wollen ein Projekt starten. Ein Projekt starten? Ja. Also wir wollen einen Kurzfilm drehen über so Entwicklung ohne Jesus und mit Jesus. Also so eine kleine Geschichte erzählen. Wir ohne Jesus. Defressiv, traurig, schlechter Einfluss. Dann wo wir Jesus finden. Das ist alles so. Das ist positive. So einen Film wollen wir drehen. Ja, sehr schön. Wunderbar. Wir brauchen mehr Menschen. Aber ich schreibe gerade ins Skript, dann fange ich an Menschen zu suchen und wir schauen, dass wir das drehen. Ja, bete zum Herrn Jesus Christus, dass er dein Anliegen segnen werden soll. Das tue ich jeden Tag. Das tue ich jeden Tag. Ja, perfekt. Kann ich noch fragen, ob du mal, wenn ich fertig bin, ob du dir das anschauen würdest? Ja, bestimmt. Warum nicht? Kein Problem. Na, passt. Danke, Armin. Gott segne euch alle. Ciao. Ja, wenn wir hier für den Herrn arbeiten, der Herr wird das schon segnen. Wir müssen unsere Leiber zur Verfügung stellen. So ist das. Stellt eure Leiber zur Verfügung. Das soll euer wohlgeverdienter Gottesdienst sein. Eure Leiber als wohlgefällige Schlachtäupfer zu geben. So sieht's aus. Römerbrief. Acht. Wir sind das Werkzeug Gottes, genau. Der Herr arbeitet ja durch uns. Sobald du dein Leib zur Verfügung stellst und dem Herrn Jesus Christus dienst von ganzem Herz und ganzer Seele, wird der Herr dich auch benutzen und dich auch segnen. Du musst nur fest daran glauben und der Herr macht das schon für dich. Keine Sorge, nichts, was du machst, wird verschwendet, sondern der Herr nutzt es auf seine Art und Weise. Ob du Videos erstellst, ob du ein Traktat weitergibst, ob du von ihm redest, ob du dies, ob du das machst für Jesus Christus. Er wird alles nutzen und dich segnen. Glaub es mir. Er wird das alles nutzen. Schiff. Ach, ja. Schiff. 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 Ach, ja. Schiff. Riemen, wie geht's dir? Hallo mein lieber Gott segne dich und deine Familie. Komm ihr Lieben, wir müssen neigen. Danke alloch dir auch hin. Ich habe eine Frage. Du bist Christi? Ja, ich bin Nachfrager Jesu Christi. Bist du richtiger Christi? Du bist Muslim? Egal was ich bin. Ich habe eine Frage. Wie groß war Jesus? Warum schämst du dich für deine Religion? Nein, ich schäme dich nicht. Ich bin Muslim. Du bist Muslim. Wie groß war Jesus? Das wird nicht berichtet. Wie groß war Allah? Du sagst, Jesus ist Gott. Sag mir, wie groß er war. Du sagst, Allah ist Gott und er hat eine Größe. Hast du mich nicht gehört, was ich frage? Ich habe dich sehr gut gehört. Ich habe gesagt zu dir. Wie groß war Jesus? Wie groß war Jesus? Also ich glaube, Jesus hat nichts berichtet in der Bibel. Wie groß ist Jesus. Aber Mohammed sagt, Allah ist 70 Meter groß. Aber du weißt nicht, wie groß er war. Allah ist 70 Meter groß. Guck mal. Also du bist nicht der Richtige Christi. Du weißt nicht wie groß er war. Weil du nicht antwortest meine Fragen. Nein, ich habe dich fragen. Also du gefragt. Du brauchst mir nicht fragen. Also ganz normal gefragt. Ich habe gesagt. Du weißt nicht antworten. Also guck mal. Guck mal. Warum bist du nervös? Warum bist du nervös? Warum schreist du? In Bibel steht nichts über Größe von Jesu Christus. Ah, steht nichts. Aber im Hadith steht Größe von Allah. Genau. Du weißt du. Ja, du weißt du. Weißt du. Allah ist groß. Dann sag mir. Wie groß ist Jesus. Wie groß ist Allah. Wie groß ist Allah. Du bist eine manipulator. Du hast keine Anu vor Christen und Islam. Ja sag mir. Meine beste Freund. Warum bist du manipulator? Warum bist du manipulator? Warum bist du manipulator? Warum du bist manipulat? Ja, warum? Warum kannst du nicht antworten? Warum ist dein Gott so groß wie Adam? Wie groß war Heilige Maria? Wie groß war sie? Wie groß ist Allah Schienenbein? Ja, siehst du. Deine Bibel hat keine Ahnung wie groß sie war. Der Koran hat keine Ahnung wie groß Allah Bein ist. Da steht im Koran. Das steht alles. 7,75 Meter steht im Koran. Ja, siehst du. Der Koran steht. Aber bei dir steht nichts. Du hast keine Ahnung. Ja, ich weiß. Aber du weißt nicht wie groß der war Jesus. Und du weißt nicht wie groß war Heilige Maria. Du weißt nicht wie groß war Allah. Du weißt nicht wie groß war Schienenbein von Allah. Hatte große Schienenbein, hat keine Schienenbein. Glaubst du an Heiliger Geist? Glaubst du an Heiliger Geist? Siehst du Leute, der hat keine Ahnung von christlichen Sachen. Oh, der hat keine Ahnung von muslimischen Sachen. Weil Islam glaubt Heiliger Geist. Sowieso. Du warst niemals Muslim. Okay, du bist Muslim. Warum hat er dir weggewogen Islam? Du bist Muslim. Du bist einziger Muslim. Alhamdulillah. 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 Sechs Jahre Mädchen nehmen. Alhamdulillah. Was? Wo steht das? Sechs Jahre. Komm. Sechs Jahre Kinder nehmen. Und machen. Lulu. Bist du gegen Heiliger Christ? Ich bin nichts gegen Heiliger Christ. Ich bin gegen Kinder heiraten. Aber warum? Du bist gegen Gott. Du bist gegen Gott. Ich bin gegen Kinder heiraten. Du bist zur Tonne. Weißt du das? Ich bin gegen Teufel und seine Ideologie mit Kinder heiraten. Wo? Wo steht das Teufel? In der Bibel oder Kurat? In der Bibel sagt, ich gehe zu Vater. Wenn ich nicht zu Vater gehe, der kommt und werde über mich reden. Über meinen Vater. Und du gehst mit deiner Frau Schaukel spielen. Bist du Psycho? Bist du Psycho? Ja. Ja. Naja, so glaub ich dir. Du bist krank. Du bist krank. Ich glaub dir, du bist krank. Du bist Lugner. Du bist Lugner. Du bist Lugner. Du bist Lugner. Du hast keine Ahnung von deinen Christen. Dann überzeug mir, wie groß war Jesus? Jesus war Gott und der Gott von Mohammed und Allah. Ja, genau. Lach mal bei Allah. Du bist krank. Du bist krank. Du bist krank. Du bist krank in deinen Kopf. Danke, Arabian. Du bist krank. Du bist Psychopath. Nein, du bist Psychopath. Weißt du warum? Nein, du. Weil du glaubst an einen Gott. Das ist eine Fliege. Warum? Warum? Warum kannst du nicht mir antworten? Ich frage dich. Ich frage dich. Ich frage dich. Weiß fragen. Du kannst mir antworten. Du kannst mir antworten. Warum redest du? Bist du schwul? Ich habe gefragt, wie groß ist Allah Bein. Bist du schwul? Du habe gesagt, es ist im Koran. Wo steht im Koran Allahs Bein. Bist du schwul? Ja, sag mal. Bist du. Nein, ich lasse nicht. Liebst du Männer? Warum so redest du wie Frau? Ich frage keine Pris von kleinen Jungen. Warst du verheiratet? Ich mache niemals Zungen in Junge von kleinen Jungen. Warum hast du geschlagen Frau? Kannst du mich das antworten? Warum mache ich zu viele Zungen in den Mund von Kindern rein? Warum? Hast du genommen Drogen? Hast du genommen zu viel Allahs Bein geraucht? du bist mein bester freund du rauchst immer schöne haschisch was ist das kannst du mir das vorstellen das ist diese käse fuß was von käse ist das ja ja käse und immer raus zu käse du musst immer gucken dass du sieben ist hatte zu tun mit käse rasieren von beinen so eine große du bist eine größe du bist du du lüge mich an du sagst 32 von aller beinen koran ich möchte sehen du sein ist größe von aller beinen ja kannst du mir lesen also markus warum schreist du so du bist eine kaffee warum schreist du aber warum schreist du bist eine cappuccino warum schreist du bist eine milchkaffee warum schreist du kartoffel warum schreist du schreit du bist eine halal kartoffel warum schreist du ich sag dir kannst du ruhig so aber du sage mir wahrheit hast du schon mal penis von kleine kinder geküsst was hat es zu tun mit kinder warum jetzt redest du über kinder bist du krank deine mohammed hat gemacht aber warum hammed was hat es zu tun mit dir mohammed ja aber warum du machen dann nicht deine vorbild nach machen was du mit zu tun mit muhammed ja ist ein schönes vorbild diese ja aber du gerade hast gesagt du bist nicht ex muslim ja doch ich habe islam verlassen weil ich nicht ertragen was ist mit rebecca drei jahre rebecca war arnold schwarze rebecca war arnold schwarze rebecca war schwarze rebecca war arnold schwarze rebecca war arnold schwarze rebecca war arnold schwarze rebecca war ich weiß meine beste ich weiß kein problem kein problem allahs bein ist da für dich ja warum da kannst du mir nicht antworten wegen rebecca du bist christ oder du bist christ oder warum kannst du nicht antworten ich habe antworten warum deine kleine du sagst du sagst wegen mohammed und was ist mit dem heiligen maria warum gucken mohammed baby an und sagen 12 jahre schlimm oder 14 jahre schlimm oder 16 jahre aber rebecca war drei jahre oder rebecca war nicht drei jahre kannst du nicht zeigen drei jahre drei jahre vielleicht drei jahre kannst du lesen ich weiß dass sehr viel die prävisität in deinem kopf ist ja siehst du aber rebecca niemals drei jahre rebecca eine jahre ja drei jahre aber aisha waren sechs jahre echt und hat mit puppen gespielt ja zeig mir warum du teufel zeig mir wo du bist ein perwesling du bist richtige perwesling ja aber du redest super deine gott ich habe deine gott sagen erlauben baby heiraten okay ist eine gott hat diese hatte deine gott steine hatte deine gott steine was du sagen da warte deine gott steine hat deine gott steine oder die gott steine lecker 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 ja siehst du siehst du bist du eine gott steine schule steine hast du geschlagen frauen ja ich war wie mohammed ja ich war wie mohammed ich habe viel viel immer schlagen gute frauen ja du hast geschlagen deine ex frauen warum warum hast du geschlagen deine ex frauen warum mohammed schlagen auf brust ja der hat nicht geschlagen warum du hast geschlagen wegen mohammed du hast genommen droge und geschlagen warum haben mohammed aisha geschlagen eine thema nach dem anderen nicht johri jamba machen nicht johri jamba überzeugt mir wo steht das der hat die frauen warum zeig mir warum sagst du mir nicht du kannst nicht antworten ich zeige dir du verlassen islam du verlassen islam ich brauche nicht verlassen ist dann ich werde ganz leben bleiben du warst ex muslim und da jetzt bist du christen was bist du später ex katholik du wirst ex katholik werden später du wirst später wie kannst du so springen so andere und andere und immer springen und springen du wirst beweise ich gebe dir beweise du wirst beweisen ich gebe dir beweise ja komm zeig mir deine beweise du wirst gewissen mit mohammed du wirst aufschlagen sahim muslim 21 warum du hast geschlagen frauen warum ex frauen ich kann aufsagen warum hast du geschlagen frauen du wirst noch immer schlagen jetzt wenn immer mit dir zusammen du wirst wieder fragen nein nein wo steht das ist wo steht das ist wo steht das im vier vierunddreißig dann wo wo zu residen zeig zeig mir meine video und zeigen warum redest du mit mir ja siehst du bist krank ja siehst du bist krank ich sage die beweise und du willst nicht hören komm zeig warum du ich will christ sein du willst niemals christ sein du willst schön ich will ich will ich will Du lebst mit mir, du lebst mit mir. Ja, aber deine Frau, deine Frau hat gerade gemacht. Was? Kannst du reden nochmal? Du bist so behindert. Meine Frau hat die Winter gerade gemacht. Guck mal, meine Frau ist Ex-Christen. Und weißt du was? Nein, meine Frau ist nicht Ex-Christen. Weil wenn du wirklich bist, hätte niemals Jesus Christus gelassen. Weil Jesus Christus ist Eich. Jesus Christus ist Gerecht. Jesus Christus ist Schön. Jesus Christus ist Eich. Warum? Warum kannst du nicht überzeugen? Warum kannst du nicht überzeugen? Warum kannst du nicht überzeugen? Warum? Du kannst nicht hören. Echt? Ja, echt. 52 Szenen. Was putzen Zähne? Was hast du mit zu tun mit deinem Putzen? Hast du schon geputzt Zähne? Warum deine Frau verlassen Jesus Christus und kommen zu einer Religion? Ja, weil sie hat selber gesagt, dein Gott ist nicht Jesus. Warum deine Frau verlassen Jesus Christus und dann deine Eiter und Blut aus deiner Nase lecken? Warum? Aber wo steht das, der sagt, ich bin Gott? Wo steht das? Ja, in Johannes 8, 58. Und was sagt er? Mein Vater ist Gott. Er sagt, er sagt, er sagt, er, Abraham, warte bin ich und bin ich im Namen von Gott. Also, dein Jesus sagt, mein Vater ist Gott. Also, deine Allah schwören auf deinen Propheten Mohammed. Ist Allah? Ist Mohammed Gott von Allah? Ist Mohammed Gott von Allah? Warum deine Bibel immer sagt, mein Vater, mein Vater und mein Vater? Warum provokatest du? Warum schwören dein Gott auf Mohammed? Warum schwören dein Gott auf Mohammed? Schau mal! Schau mal, wissen Sie! Schau mal wie Teufel redet. Das kommt raus Teufel! Warum machen wir schwören auf Mohammed? Und was steht in deiner Bibel? Ist Teufel... Bist du Teufel? Warum machen deine Gott schwören? Warum? Bist du Teufel? Ja, bist du Teufel? Ja, ich frag dich! Ja, ich frage dich, ich bin nix Teufel, du bist Teufel. No, guck mal, wie redest du? Ja, guck mal, wie redest du? Hast du selber den Spiegel gesehen? Nein, hast du den Spiegel gesehen? Hast du den Spiegel gesehen? Hast du den Spiegel gesehen? So, und ich sehe, ich bin guter Islam. Mein Name ist Islam. Guck mal, mein Name ist Islam. Mein Name ist schon der Koran. Wie heisst du? Mein Name ist Islam. Wie heisst du? Anel, Anel, hol deinen Koran. Mein Name ist Islam. Wie heisst du? Amiri. Warum hast du geschlagen deine Ex-Frau? Ich kenne dich doch. Warum hast du geschlagen deine Frau? Warum deine Koran sagen schlagen Frauen? Warum deine Koran sagen schlagen Frauen? Ah komm, mach offen ein Video. Und warum? Mach du. Wo? Wo? Ja, Sure 4, 34. Warum du schlagen deine Koran? Ja, mach offen. Komm, komm auf ein Video. Zeig mir. Komm, schlag deine Koran. Mach deine Koran auf. Anel. Komm mal, ich mach groß. Anel. Mach Koran. Hol Koran. Ich brauche ja nicht Koran. Du, du sagst so. Ja, ich weiß. Du brauchst nicht so. 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 Und so. Sag ganz offen. Komm, überzeugen wir. Arrel. Komm, überzeugen wir deine Jesus. Tschüss. Tschüss, Arnel. Sag ihn, deine Frau. Komme wieder zurück zu Jesus. Jesus, besseres Vorbild als Mohammed. Glaub es nicht. Ja, man muss auf dieses Niveau dann einfach gehen. Salam alaikum. Wa alaikum salam, Gott segne dich und deine Familie. Ähm ... Also, ich hätte so eine Frage. Also, es soll auch kein Ding sein. Kannst du mal lauter sprechen? Es soll jetzt kein Argument unbedingt sein. Ich frage nur so, aus reiner Interesse. Also, ich will hier unbedingt keine Debatte aufmachen. Naja, ans Telefon, bitte. Hörst du mich nicht, oder was? Ja, dein Telefon ist sehr leise, Mann. Ach so, warte. Ist so okay? Ja, einfach so nah wie möglich an dein Handy. Ja, ja, warte. Ich hätte so eine Frage. Also, generell, ich befasse mich mehr mit Religion und so. Aber, ähm ... Könntest du mir sagen, was ... Also, warte, ich lese dir mal vor. Hallo. Ja, erzähl. Machst du ja, ähm ... Der rafft nicht, dass er nicht rausgehen kann. Und, ey, der ist heftig. Bitte. Heftig, der Typ. Heftig, heftig, heftig. Unglaublich, ne? Da geht er raus und redet einfach. Hallo Bruder, Gottes Segen. Hallo mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Ja, wie gesagt, ich bin selber, aber ich kenne ja die Geschichte von Bosnien. Damals im Osmanischen Reich, die waren ja davor auch alle Christen. Und dann die ganzen Muslime, die haben dieses ganze Land da irgendwie überfallen. Und die haben sie islamisiert. Wenn sie nicht die Schahada gesagt haben, da wurden ja Nackentherapeaten. Genau, Frauen und Kinder, die wurden ja dann versklavt und verkauft untereinander. Und die sind ja wie gesagt islamisiert, aber in Wahrheit waren ja alle Christen. Und die wollen das gar nicht zugeben, obwohl sie das wissen. Die heißen auch alle mit Witsch, Witsch. Nur haben sie nur diese Vorname, muslimische Vorname, ne? Aber sonst haben sie immer selbischen, also ursprünglichen selbischen Nachnamen und so, ne? Die gehen leider nicht zu. Das, was sie waren oder was sie sehen in Wahrheit, ne? Leider. Aber trotzdem, Gott, möge ich sie segnen und hoffentlich, dass Gott den Hälzen reinigt und den Gedanken. Ja, dass Jesus Christus zurückkehrt, weil Jesus ist der Weg, ist die Wahrheit. Ja. Ja, die Balkanleute sollten auch wieder begreifen, dass sie wieder zurück zu ihrem Ursprung kommen, nämlich zu Jesus Christus. Dass die ganzen Leute aus dem Balkan wieder umkehren zu ihrem wahrhaftigen Gott und zu ihrem Schöpfer, Jesus Christus. Amen. Keiner Pseudo-Religieunterfolgen. Wolltest du irgendwas sagen, Toni? Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Wolltest du irgendwas sagen? Kannst du mich hören? Ja, ich bin ja erfahren. Ja, sagen viel über den Typen da. Warum hast du deine Frau dies? Warum hast du das? Ja, ist egal. Das ist nicht schlimm. Ja, es geht ab, Amir. Alles gut, Amir. Okay, wir später tun ihn. Okay. Ciao, ciao. Servus, Amir. Hallo, Mr. African. Mein kurdisch-African. Ich bin kein Kurde. Ja, oder was weiß ich, was warst du, Araber oder was? Türke. Türke. Ja, Türke, der Afrika liebt. Das ist doch gut. Ich liebe die Menschen. Das ist das. Ja, ist doch wundervoll. Meine Religion befiehlt es mir. Deine Religion befiehlt es mir, Menschen zu lieben. Also meine Religion... Nein, nein. Meine Religion befiehlt es mir, die Muslime zu lieben. Und in Afrika sind sehr viele Muslime, Alhamdulillah. Ach so, also deine Religion befiehlt dir nur Muslime zu lieben, ne? Also guck mal, die Sache ist, wenn wir eine Dauer für euch machen, ne? Dann machen wir das wirklich für euch, damit ihr nicht in die Hölle kommt. Was ist das, weil wir... Okay, das ist die eine Sache, aber warum hält ihr ein Schwert an unseren Nacken? Wer sagt das? Habst du dir mal ein Schwert an den Nacken gehalten? Ja, du doch noch nicht, aber die Zeit wird irgendwann mal kommen, ne? Aber warte mal ganz kurz. Sieht's. Man hört dich nicht. Hallo? Hallo? Man hört dich nicht. Oh no. Hallo? Super. Der hat schlechten Empfang, oder bin ich das? Hört man mich nicht, oder hört man den nicht, oder was? Ja, muss noch mal eine Anfrage schicken. Amir, du musst denken, du hast Dings ja auch eine Nackentherapie gegeben. Das war Neck-Therapie. Neck-Therapie. Auf jeden Fall der Herzabgau. Ja, egal. Wie soll man denn sonst, wie soll man mit solchen Leuten reden, sag mal bitte. Keine Ahnung, das war so Döner für 1,99 Euro in den Zeiten, von damals. Ja. Also, ungeistlicher geht's gar nicht mehr. Ja, die Sprüche sagen ja schon, antworte dem Tore nach seiner Torheit. Genau auf diesem Niveau hab ich mich herabgelassen, dann hab ich dem Tore nach seiner Torheit geantwortet, fertig. Auf jeden Fall, du musst mal mehr solche Kandidaten und die sind so lustig. Ja, die sind sehr, sehr lustig. Ja, aber seine Seele ist ja auch in Gefahr. Aber trotzdem, er will das ja nicht raffen. Er will das nicht raffen. Ja, er redet einfach nur drauf los und möchte sich auch gar nichts, deswegen hab ich gesagt, hol doch mal den Koran, schreib mal bitte Surah 434 auf. Wir hatten die ganze Zeit so, er wartet, dass du jetzt mit einem Auto fährst, Digger, Unfall machst und so, dass du jetzt hier irgendwas aufmachst. Ja, ja, genau. Okay, mein lieber Gott sei Dank, ich bin schon deine Familie. Nein, nein. Ciao. 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 Hallo, Amir. Ja, grüß dich, hallo. Erstmal danke für den Content, ich schaue dich schon lange. Ja. Und zweitens, ich habe ein riesengroßes Problem. Ich bin schon verheiratet und wollte mir eine Zweitfrau zulegen und habe mal vor den örtlichen Kindergärten gewartet, ob sich da was ergibt. Aber jetzt darf ich mich nicht mehr nähern, also die Polizei hat es genommen und ich weiß nicht, was denen einfällt. Ja, auch mit dem Dreck. Wieso? Ja, dann musst du den Islam auf jeden Fall abschwören. Dann kannst du wieder in die Nähe von Kindern kommen. Das ist heftig, der Mohammed, der Mohammed hat seine kleinen Kindsfrau, Ahisha, auf die Brust geschlagen, was sie ihr Schmerzen bereitete. Das lesen wir in Sahih Muslim, Hadith 21, 27. Und dann gibt es noch den anderen Hadith, der Sure 4, 34 erklärt, dass Mohammed so stillschweigend der Prügel eines Mannes missbilligt. Das ist so krass. Das finden wir in Sahih al-Bukhari, Band 7, Buch 72, Hadith 715. Und dann hat der Mohammed sogar noch erlaubt, seine Frauen zu schlagen. In Sunan ibn Majah, Adith 1986, dass ein Mann nicht in Frage gestellt werden soll, warum er seine Frauen schlägt. Das ist krank, ne? Selbst Abu Bakr und Omar schlugen Hafsa und Ahisha so krass, dass sie beide regungslos auf dem Boden waren. Das befindet sich in Sahih Muslim. Hadith 3506. 3506. Ja. Ja, und der Omar ibn al-Khatab riet auch noch anderen dazu, ihre Frauen wegzuboxen. Und das befindet sich in Maliks Mouatta, Buch 30, Hadith 13. Wahnsinn, ne? Und dann kommt dieser Ahnel hier hoch und sagt, du hast deine Frau geschlagen. Mit anderen Worten, dass diejenigen zum Beispiel, die ihre Hand erheben vor ihren Frauen, was ich niemals getan habe, dass das, dass da diejenigen, die zum Beispiel von so einer Ideologie befallen sind, dass sie dann natürlich dreckig sind, ja, oder Mist gebaut haben, ja. Seht ihr, wie schlimm der Typ, der argumentiert die ganze Zeit gegen seinen eigenen Propheten, gegen seine eigene Sahaba, gegen seine eigene Religion. Ich frage mich allen Ernstes, warum er noch Muslim ist. Ja genau, der plappert nur nach, ja. Über welchen Typen redest du denn gerade? Mein Handy ist gerade ausgegangen, tut mir leid. Was sagst du? Über welchen Typen redest du gerade? Nein, da war gerade einer hier drinnen, der gesagt hat, dass Frauen schlagen nicht in Ordnung ist. Und da habe ich gesagt, er muss ja ein Problem mit seiner Religion und Mohammed haben. Weil die haben Frauen geschlagen. Nein, 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 nein. Ja, wie nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Schlagen. Wie heißt das? Du hast eine Kamelurinleitung. Lustig, lustig. Ja. Kannst du nicht einfach sagen, dass wir wirklich unsere Frauen schlagen, Koran, das Wort schlagen ist in 23 verschiedenen Übersetzungen und mit schlagen ist gemeint nicht auf die Fresse schlagen oder irgendwie bei der Profi. Achso, die haben ein Haus getarnt. Der wurde gesperrt. Heftig. Wahnsinn. Hallo. Hallo. Hallo, mein Lieber. Gott sei Dank. Hi, danke. Ich hoffe, du hast einen guten Tag gehabt bisher. Wie geht es dir, Armin? Ja, mein Tag war bisher ganz gut. Wie geht es dir denn so? Was hast du den ganzen Tag so gemacht? Ja, super. Ich will arbeiten. Ich laufe gerade nach Hause zu Fuß. Ich habe eine Nachricht bekommen vom DHL, dass ich ein Paket bekommen habe. Was hast du heute gegessen? Tatsächlich noch gar nichts. Ich mache mir große Sorgen um dich, also bitte zum nächsten Dönerladen und Oli was zu essen. Warum Dönerladen? Ja, oder auch zu KFC oder Burger King, McDonalds. Warum nicht, äh, wie heißt das nochmal, Tadik? Tadik. Kubide. Kann ich auch wissen. Tadik. Kubide. Heißt auch so, oder nicht? Armin, kurze Frage. Ja. Warum sieht man dich leider nicht so oft, dass du die schönen Seiten von deiner Religion zeigen möchtest? Mache ich doch die ganze Zeit, Jesus Christus ist der Schönste, der Beste, der Tollste, der aller, von allen der Wundervollste, der jemals seinen Fuß auf dieser Erde gelegt hat. Ist er wundervoller als der Vater? Nein. Er hat die gleiche Herrlichkeit wie der Vater. Also ist er nicht so wundervoll wie der Vater. Sie beide genießen die gleiche Herrlichkeit. Wer wir den Sohn verherrlichen, so verherrlicht wird den Vater direkt mit. Ist das nicht wundervoll? Nein, nein. Du hast die Frage nicht verstanden. Ich habe die Frage schon sehr gut verstanden. Schieht der Vater höher als Jesus? Nein. Der Herr Jesus Christus, als er die Stellung eines Menschen annahm, hat er sich den Vater als Gott über ihn genommen. Aber sie sind im gleichen Wesen der ewige Gott. Darum hat dann Jesus gesagt, dass der Vater der einzig allein wahre Gott ist. Ja. Und Jesus Christus, den du gesandt hast. Ja, sein gesandt hat. Vater verherrlich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, also Vater verherrlich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ja. Also der Sohn hat die gleiche Herrlichkeit wie der Vater genossen. Und der hat schon von Ewigkeit her existiert. Ja, aber was habe ich gesagt? Jesus hat gesagt, der Vater alleine ist der wahre Gott und ich bin dein Gesandter. Ja, und jetzt? Was ist das Problem? Das heißt, Gott ist Gott und Jesus ist ein Gesandter. Ach, Jesus ist ein Gesandter, obwohl er in Ewigkeit schon existiert hat? Das stimmt ja nicht, dass er in Ewigkeit existiert. Er ist aus einer Frau rausgekommen. Er kann nicht ewig existiert haben. Er sagt es doch selber, dass er von Ewigkeit her existiert hätte, bevor Abraham war. Das stimmt. Das hat nicht Jesus selber gesagt. Das stimmt nicht. Hat er es gesagt? Mit Kamelurin hat er es gesagt, oder was? Das ist fabriziert. Das hat die Kirche gesagt, nicht Jesus. Okay, ich danke dir vom ganzen Herzen für Kamelurin. Das hat die Kirche gesagt. Guck mal, das ist eine Lücke. Aber raus mit dir, das hat die Kirche gesagt. Habt ihr das gehört? Johannes 8, 58 hat die Kirche gesagt. So ein Kamelurin-Fetischist. Was für ein Dönerbudenniveau. Richtiger Dönerladen von der letzten Duisburger Ecke. Für 1,49 Euro. Mit Gammelfleisch und Pferdefleisch und Gammelfleisch auf einen Haufen. Schleifern. 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 Ich stelle mir nie wieder eine Anfrage. Hast du kapiert? Was ist das für ein Dönerbudenniveau? Ich bitte dich. das hat die kirche gesagt komm geh mal schlafen was erzählst du da mann unfassbar schiede sich gar ein bisschen Ja, Abu Bakr und Omar haben auch mit Miswaq auf Aisha und Hafsa draufgeschlagen, ist ja klar. Die haben natürlich auf Mohammed gehört, als der gesagt hat, mit Miswaq, ne? Die lagen mit Miswaq regungslos auf dem Boden, aber die haben mit Miswaq gemacht, ne? Ja, natürlich, ihr seid so ein Haufen von Lügnern, das kann sich keiner vorstellen. Ja, die hier im Westen lebenden Muslime schämen sich für den Islam, in Grund und Boden. Du hast keinen Empfang, wie oft noch, Mann? Der rafft das nicht. Ich wurde einfach so rausgeworfen, warum? Da stand gar nichts drauf, einfach rausgeworfen. Ich hab keine Ahnung. Du hast bestimmt irgendwas gesagt, dass das System nicht rausgekickt hat, oder was? Ja, ich glaub, ich hab gut über den Islam geredet und das gefällt ja der Welt nicht, weißt du? Gut über den Islam geredet, indem du gesagt hast, Frauen wegballern, ne? Ey, guck mal, siehst du, du verdrehst schon wieder meine Wörter, Hami, hör auf damit. Ich hab gesagt, das Wort Schlagen im Koran ist in 23 verschiedenen Übersetzungen auf Arabisch. Ja. Und das Schlagen ist nicht gemeint mit Schlagen aufs Gesicht oder irgendwie mit Fäusten oder Ohrfeigen oder so, nein. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel seine Frau mit seiner Faust schlägt, was macht, was ist das dann? Das ist eine Sünde. Das ist eine Sünde. Derjenige sündigt. Hat er dann auf Mohammed gehört oder eher nicht so? Der Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, hat gesagt, schlag niemals ins Gesicht. Also auf die Bruch und auf den anderen Körper ist dann okay? Nein, nein. Ja, was denn? Schlagen ist gemeint, das Wort Schlagen im Koran ist damit gemeint, so ähnlich wie mit zwei Fingern auf den Arm, so drauf, weißt du? Als Ermahnung, damit ist er es gemacht. Ach so, also hat Abu Bakr mit zwei Fingern Eicher bewusstlos geschlagen? Also, allahu alaihi wa sallam, ich kenne dich nicht, aber erkenn mir mal, wo er Eicher geschlagen hat, was war denn dein Grund? Ich weiß es nicht. Erkenn mir mal. Ja, sie war bei Mohammed frech, die wollte Geld haben. Sollte das ein Grund sein, eine Frau zu schlagen wegen Geld? Nein. Aber ich weiß nicht, was da los war. Ich weiß nicht, ob das stimmt, was du da sagst. Ich weiß nicht, was da los war. Keine Ahnung. Fragen wir mal anders. Fragen wir mal anders. Fragen wir mal anders. War das? Ja, das ist Sahi Bukhari. Ist das okay, dass diese zwei Leute, diese rechtgeleiteten Kalifen, du weißt ja, dass Mohammed sehr gut von ihnen geredet hat, ne? Okay. Welche rechtgeleiteten Kalifen? Kannst du den Leuten erklären, wer Abu Bakr und Omar waren, damit die Leute wissen, wer das war, wovon ich hier rede? Ja. Also, Abu Bakr ist auf jeden Fall der beste Freund vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam, gewesen. Ja. Abu Bakr ist, glaube ich, der Zweite, der den Islam angenommen hat. Ja. Allah'u alam, ich will nichts Falsches sagen. Abu Bakr ist eine Sahabi, das ist der eine, der mit dem Propheten zusammen geliebt hat. Und, äh, was, was war da noch die andere, andere Person? Omar Reben al-Khatab, du kannst die zwei Namen nicht spielen. Die Person, meinst du, du hast eine andere Person? Was? Was ich jetzt verlascht, Alter? Ich bin in der Arbeit, Alter. Ich schmeck mich jetzt eh alle Namen, die du sagst. Ich hab doch nur die zwei Kurven Kalifen. Ich weiß nicht, er war auf jeden Fall, er war, er war, er war also, er war auf jeden Fall sehr stark. Das weiß ich. Er war, äh, ja, sehr stark. Und, äh, keine Ahnung, mehr weiß ich so, Allah'u alam, ich will nichts Falsches sagen. Ich hab nur das gesagt, was ich weiß. Hallo? 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 Amir? Hörst du mich? Ja? Was ist los? Was ist mit deiner Verbindung los? Hörst du mich? Hörst du mich? Ja? Ich war im Tunnel. Ja. Ach so. Ich hab eine Frage an dich. Also, du siehst, warte mal bitte, du siehst, dass Abu Bakr und Omar Gefährten des Propheten waren. Das heißt, alles was sie machen, haben die ja von Mohammed gelernt. Das heißt, sie würden ja nicht etwas machen, was dem Islam widerspricht, oder? Ja, mach mal ganz kurz. Das kannst du nicht sagen. Es gibt so viele, so viele Gefährten, so viele Sahabi haben auch, die haben durch Fehler, wurden die korrigiert vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Du kannst nicht sagen einfach, dass die auch perfekt sind, nur weil die jetzt mit dem Propheten zusammen gelebt haben. Was kannst du nicht sagen? Okay, kein Problem. Wenn diese beiden zum Beispiel gleichzeitig vor Mohammed diese Frauen geschlagen haben, sollte Mohammed nicht darüber empört sein? Ich weiß nicht, ob das überhaupt authentisch ist, was du da sagst. Ja, es ist Sahibuch Ali, spiel keine Spielchen mit mir bitte. Du spielst Spielchen mit mir? Nein, du spielst Spielchen mit mir. Du sagst, du sagst, Abu Bakr hat Aicha, äh, 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 weiß doch mal, K.O geschlagen. Ja, Omar und Abu Bakr haben Hafsa und Aicha geschlagen. Und sie waren verregungslos auf dem Boden. Amir, ich weiß davon nichts und deswegen, ich will dazu nichts sagen. Ich weiß davon nichts. Wenn ich was anderes sage... Okay, kein Problem. Okay, ein Moment. Wenn die das vor deinem Propheten getan haben und das Unrecht war, müsste dein Prophet nicht sagen, ey, ihr zwei Bekloppte, was schlägt ihr Frauen? So, so redest du also. Also, guck mal, ich sag's nochmal. Ich weiß nicht drüber und deswegen will ich nichts dazu sagen. Aber, wenn du so redest, was ist denn schlimmer? Jetzt, da muss man wirklich einen Vergleich machen. Was ist schlimmer, töten oder schlagen? Antwort bitte, ganz ehrlich. Töten oder schlagen? Beides ist schlimm, aber wir reden davon, dass dein Prophet erlaubt hat zu schlagen. Guck mal, was Jesus in der Bibel gesagt hat. Hör dir das mal an. Dein Jesus. Dein Jesus. Was hat denn mein Jesus gesagt? Dein Jesus. Was hat er denn gesagt? Beruhig dich doch. Tötet alle Frauen, die nicht Jungfrauen sind. Ah, tötet alle Frauen, die nicht Jungfrauen sind. Ja, ganz genau. Was sagt er dann? Sie haben? Was haben sie denn getan? Sie haben? Was haben Sie? Sie haben Schändliches getrieben, richtig? Haha, okay. Und das ist ein Grund, die Frau zu töten? Also tut mir leid. Der Lohn der Sünde ist ja der Tod. Der Lohn der Sünde ist doch der Tod. Wie geht das denn unter der Scharia? Also bleibt ja, aber ganz genau. Ey, hab ich dich an den Fingern an. Ich wiederhole es. Guck mal, in der Bibel steht drauf. Tötet alle Frauen, die nicht Jungfrauen sind. Die da seinen eigenen Koran zerpumpt hat, ey. Guck mal hier. Das heftigste von allen ist, die schreiben doch ihr Amen. Tötet alle Frauen, die nicht Jungfrauen sind. Und ihr sagt noch Amen. Ja, aber du musst doch bedenken, warum? Was ist denn der Kontext der Geschichte? Ja, aber du brauchst doch nicht so nach. Genau. Und das, was du sagst, musst du auch nach dem Kontext der Geschichte Augen nachgehen. Okay, ich frag dich doch. Du fragst mich und ich antworte dir. Was ist denn die Antwort auf dein Gesicht? Ich hab keine Ahnung, um was es da geht. Ja, du kannst ihn doch aufschlagen. Hier, guck. Das ist in Sahih Muslim, Buch 9, Hadith 3, 5, 0, 6. Schlag mal auf. Ja, Bruder, schnell erfahren, Mann. Ich mach das. Ja, dann fahr mal. Guck mal, bitte. Bist du heute Abend live? Ich bin heute Abend, ja, mal gucken. Ich weiß noch nicht. Und heute Abend, guck mal, wie wir gesagt haben, ein Laptop. Ich pack mein Laptop und warte, ich gucke. Und warte, wir machen ein Battle. Ein Battle, hä? Ja, wir machen ein Battle. Ja, lass doch auch Match spielen, da machen wir richtige Battle. Du schlagst deine Seiten auf, ich schlag meine Seiten auf. Aber sag dir jetzt so voraus. Ja, aber ich will auch Match spielen, ich will richtig battle. Ja, und ich sag dir jetzt so voraus. Kein Christian Prinz, ne? Kein Christian Prinz? Ja, ja. Christian Prinz, äääh. Und Amir, Amir, noch was. Authentische Quellen, authentisch. Guck mal, wenn du noch einmal sowas sagst, lege ich auf dein Gesicht auf. Wenn du noch einmal sagst, authentische Quellen. Was ist denn authentischer als Sahi Bukhari und Sahi Muslim? Hör auf damit. Ja, ja, trotzdem. Manchmal kommst du nicht mit Sahi Al Bukhari. Kommst du nicht. Hör auf mit dem Unsinn. Du weißt ganz genau, dass ich nur mit Quellen komme, die wirklich anerkannt sind. Ich bin mal gespannt. Also heute Abend machen wir das auf jeden Fall mit den Quellen, auf jeden Fall. Ich bin dabei. Heute Abend, ich mach dich extra nach, nach meinem Feierabend. Ich bestell was zu essen. Ich mache perfekt für dich. Ich will dich auseinandernehmen heute Abend. Der, der macht das perfekte Dinner mit Dr. Scheramuamin fertig. Wenn du Cojones hast, wir machen heute Abend. Ich mach sogar Kamera an. Ich hab Cojones die größten von allen. Das kannst du keinem erzählen, das ist so heftig. Aber sag mir noch, sag mir nie wieder, der Islam ist frauenfeindlich oder so, wie bei euch. Tötet alle Frauen, die nicht jungen Frauen sind. Da muss ja 80% in Deutschland alle Frauen umgebracht werden. Habeb, Habeb. Eine Frau im Islam darf ohne die Erlaubnis des Mannes nicht das Haus verlassen. Ist das nicht frauenfeindlich? Hallo, alles schön und gut. Aber warte mal. Alle schön und gut? Das sagst du auf einmal alles schön und gut? Nein. Weil ich dazu gebe mir, was ich gerade gesagt habe. Das, was in der Bibel gerade draufsteht wird, tötet alle Frauen, die nicht jungen Frauen sind. Das heißt, 80% der Frauen in Deutschland oder in Europa müssen umgebracht werden. Habeb, Habeb. 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 und Allah, als er die Sinnflut brachte und unschuldige Frauen, Kinder, alles da drunter waren. Was ist denn der Unterschied? Ach so, okay. Aber ich kann mich schon erinnern, wo du einmal mit was kamst, dass der Prophet sallallahu alayhi wa sallam zu diesem homosexuellen Volk gegangen ist. Weißt du noch, wo du was dazu gesagt hast? Nee, der Mohammed hat homosexuelle aus seinem Haus geschmissen und Omar ibn al-Khatab auch. Ja, aber es gab ja mal ein Volk, das war homosexuell. Der Prophet sallallahu alayhi wa sallam wollte da hingehen. Ich komme gleich wieder. Bis gleich. Ach ja, das ist herrlich. Die Muslime sind schon echt cool. Richtig gut. Die Muslime sind schon echt cool, coole Leute, herrlich. Schmitz Müller-Meyer. Genau. Leute, was ist los? 3, 2, 1, liken. Los. Wir müssen likey-likey machen. Wir haben noch nicht mal die 100.000 erreicht. Das kann doch nicht normal sein. Ja, das ist doch heftig. Ja, das ist so, weil wir am Pennen sind. Wir sind am Schlafen. Wir waren Sleepy Hollow. Das kann doch nicht wahr sein. Unglaublich. Könnt ihr nur. Ich dachte, wir sind die heftigste Gruppe hier in TikTok. So geht das doch nicht weiter. Armin holt mich hoch. Ja, wie soll ich dich denn hochholen, wenn du 3 Abonnenten hast? Ach, du bist so ein ekelhafter Typ. Komm nie wieder hin mit diesem Bild. Dass du den Bruder Danny so verunglimmst. Du Mülleimer. Gott segne dich und deine Familie. Tut mir leid, dass du fleischig geworden hast. Lass mich ran. Na ja, komm. Hast du irgendwas zu sagen? Wie die das Bild von Bruder Danny nehmen und da so Faxen mitmachen, ne? Und so Dämonen, ne? Einfach nur geklappt. Aber merkt ihr, ihr Lieben? Sobald die Schriften aufgeschlagen werden, was mit Prügeln und alles verzeichnet ist, mit Prügelfersen und alles Mögliche, wie die Sahaba, die Aisha und Hafsa geboxt haben, wie Abu Bakr und Oma. Und das vor den Augen von Mohammed. Das ist ja das Kranke. Das Schlimmste daran ist ja, dass sie das vor den Augen von Mohammed getan haben. Schlimm genug, dass sie diese beiden Frauen da weggeprügelt haben. Nein, sie machen es unter der Anleitung oder unter den Augen von Mohammed und der sagt noch nicht mal so etwas. Immer ist er am Stil, immer ist er nichts am Sagen, der Mohammed. Nie sagt er irgendetwas, wenn jemand seine Frau schlägt. Nie. Immer belegt er das und nimmt das in Kauf. Das ist heftig. Hallo. Hallo. Hallo, Armin, hörst du dich? Ja, ich höre dich. Gott, sieg mich mit deiner Familie. Dankeschön, Armin, ich auch. Armin, ich habe eine Frage. Ich sehe immer, also was du davon hältst, ich sehe immer wieder, dass auf vielen Videos, viele, weiß ich nicht, viele Debatten, dass es in der Bibel wohl fehlende Bücher gibt. In der Bibel fehlen Bücher? Ja, genau. Nein. Die Katholikinnen und Orthodoxe haben einfach der Bibel etwas hinzugefügt, ne, an Büchern. Das ist das. Die Bibel ist abgeschlossen mit dem letzten Buch, also mit dem letzten Buch und das ist die Offenbarung. Genau, genau. Da steht, wer dem Buch noch etwas hinzufügt, dem wird Gott die Plage noch alles hinzufügen. Genau, das habe ich vor kurzem gelesen gehabt. Ich wusste, ich war mir nicht sicher, weil ich habe sehr viele Debatten jetzt gesehen, auch von Gelehrten etc., dass dort wohl ein Buch namens Theogon oder irgendwie sowas fehlen sollte. Ich bin mir unsicher. Deswegen. Und es stand auch halt im letzten Buch der Offenbarung, ich kann euch jetzt nicht in genauen Worten wiedergeben, dass nicht nur der, wer etwas hinzufügt, sondern der auch etwas aus dem Buch wecknimmt, dass dem Klage geschehen soll. Ja, du musst dich auseinandersetzen mit Apokryphen und deuterokanonischen Schriften. Dann wirst du sehen, dass die Kirche der Bibel etwas hinzugefügt hat. Das ist das. Alles klar. Die Bibel ist abgeschlossen mit 66 Büchern und das ist es daran, was wir glauben. Alles klar, mir. Gutes Segel. Ciao. 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 Habe ich dir nicht verboten, mir Anfrage zu stellen? Warum machst du das schon wieder? So, Sodale. Oh, Woman of God, fleißig Abteil. Vielen Dank. Heftig. Einfach tausendmal geteilt. Sehr gut. So muss das sein. Immer teilen, liken, machen, tun, damit wir vorankommen. Sonst, die sehen nichts gut. Ach, der Hassan ist da. Hassan, wie geht's dir? Hassan, ich nenne ihn immer Hassan, aber sein Name ist Hassan. Der nennt sich Hassan. Mashallah, Harmin. Du leistest wieder gute Arbeit. Mashallah. Wie geht's dir, du Ex-Muslim? Ja, danke. Gut, gut. Wie geht es dir? Alhamdulillah, Jesus. Mir geht's gut. Wie ist dein Glaubensleben zur Zeit? Ja, also, ich war jetzt vor zwei Wochen bei Ostern, genau. Ist das zwei Wochen her in der Kirche. Wir haben da auch mitgemacht und es ist gut, okay. Okay. Es ist schön. Ja, schön. Genau, ja. Aber ich finde deine Arbeit wirklich toll. Also, das ist ja eigentlich keine Arbeit. Du willst ja den Menschen eigentlich helfen. Du tust dir etwas Gutes im Sinne. Ja, ich glaube noch mal ganz herzlichen Dank an dich, dass du dich wirklich zuhörern zu dir hast. Und ich sag immer, Leute, Menschen, die den Koran nicht gelesen haben, das sind Moslems. Und Leute, Menschen, die den Koran lesen, die verlassen den Islam. Entweder sie gehen zum IS oder verlassen ihn, oder werden Christen. Ja, genau. Und ich sehe jetzt auch, sehr viele Moslems bilden sich auch. Also, das ist auch etwas Gutes. Ex-Moslems, sage ich mal. Die bilden sich, lesen und überlegen sie, recherchieren sie und verlassen sie halt den Islam. Und dann sagen sie, oh, es ist doch nicht so die wahre Religion, die es uns erzählt wird. Weil die, die den Koran nicht gelesen haben, die denken, der Islam ist eine sehr friedvolle, liebevolle Religion, die jeden Menschen schätzt, die sogar die Frau so... Hast du gehört, was der Typ gesagt hat, als er reinkam? Was? Dass der Islam Frauen sozusagen Rechte gewährt und die Frauen mit Anstatt und Respekt behandelt werden? Nein. Nein, nein, nein. Das Gegenteil ist der Fall. Nein. Also, die Frau hat keinen Stellenwert. Das ist so eine reine Männergesellschaft und die Frau hat so einen Stellenwert, sage ich mal, wie ein Nutztier. Richtig. Also, die Frau hat nichts zu sagen. Und es wird auch immer behauptet, zum Beispiel, wenn jemand dann sagt, ja, aber der Prophet hat so viele Sklavinnen, Sklaven. Und dann sagen sie, nein, Moment mal, das war nur damit, die sich ernähren konnten, damit sie nicht zerwahrlos werden. Nein, nein, so ist es nicht. Also, der Prophet Mohammed hatte 79 Sklaven und Sklaven. Der hatte 13 Ehefrauen. Ich glaube, 13 waren das, oder? 12 oder 13. Ja. Ja, genau. Er hatte 12 bis 13 reguläre Frauen, aber er hatte unzählige SEX-Sklavinnen. Ja, 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 klar. 79 waren das an der Zahl. 79, heftig. Ja, 79 waren das an der Zahl. Und mit denen hat er auch diesen Weihschlaf praktiziert. Zum Beispiel halt mit Maria, die ihm geschenkt wurde. Da hat er ja auch ein uneheliches Kind gezeugt, Ibrahim. Der ist ja nach einem Jahr verstorben. Aber, aber, äh, ich möchte dich was fragen. Also, ich hab, alles gut, schön, aber ich hab paar Hadithe gelesen, die mich wirklich schockiert haben. Ich weiß nicht, ob du die Hadithe auch kennst. Äh, ich muss sagen, ich hab auch wirklich Angst, diese Hadithe zu sagen, laut, ja, weiterzugeben. Äh, der Islam ist wirklich ganz anders, wie die Moslems denken. Und ich bitte jeden, liest es. Liest die Hadithe, liest die Koranversen. Äh, ja. Ja, natürlich. Wenn man das macht, dann verlässt man den Islam. Und die meisten... Ja, zum Beispiel, äh, äh, Armin, kennst du den Hadith, dass der Prophet, äh, von Hassan und Hüseyin die Beine gespreizt hat? Ja, klar kenn ich. Den hab ich doch schon allen in meiner WhatsApp-Gruppe gezeigt. Ja? Ja, okay, guck mal. Äh, so was sagen sie, nein, so was kann nicht stimmen. Ne? Und dann sagen sie, zeig mir bitte Quellen. Zeig mir bitte Quellen, sagen sie. Und dann zeigst du denen die Quellen, ne? Und dann sagen sie, oh, jetzt wissen wir, dass es stimmt, was wir sagen. Dann kommen sie plötzlich, ja, aber es ist, äh, ja, so wir Araber oder wir Moslems lieben Kinder anders. Das ist so eine, ne? Du weißt, was ich meine. Dann finden sie immer etwas. Zum Beispiel, oder als er seine Zunge von Hassan Hüseyin lutschen liest, äh, angeblich, weil sie damit ihren Durst gestillt haben. Die finden immer etwas. Ne? Äh, das ist so. Äh, so, für mich ist das widerlich. Tut mir leid, für mich ist das widerlich. Ich kann das nicht nachvollziehen. Und was mich auch total nervt, sind Frauen. Frauen, die immer noch den Islam, äh, verteidigen und noch behaupten, dass sie aus freien Stücken diesen Kopftuch tragen. Nein, ihr trägt den nicht aus freien Stücken. Ihr trägt den nicht aus freien Stücken. Die Männer damals wollten das, dass sie, äh, dieses, ja, gewandt, äh, oder, äh, Oma Rebena Al-Khattab wollte das, weil er die Frauen beim Kacken zugeguckt hat. Deswegen. Ja, ja. Genau. Ähm... Warte, wer ist denn hier bitte? Und, hallo? Was ist das denn? Ist das richtig, Kamil-Owin-Ezatz oder was? Bala, 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 gu, bala, jala, bala, garzana, nicht mal, Al-Fatih, was ist das? Das hat sich angehört wie Ratatouille, äh. Hallo. Ratatouille. Hallo, ja? Hallo, Ratatouille. Äh, wie läuft das Fremat hier ab? Kannst du mal deutlicher sprechen, wo mal den Kamil-Owin da raus? Läuft das Fremat hier ab? Das war's? Das Fremat, Fremat. Was für ein Fremat denn? Nein, der Fremat, wie läuft das ab? Ja? Verstehst du, deutsch oder kein deutsch? Dein Handy ist von 1993, deswegen versteht man kein Wort. Kauf dir ein vernünftiges Handy. Okay. Okay. Erst mal ein vernünftiges Handy holen, die Wolle aus dem Mund kriegen und dann kannst du reden. Okay, hörst du mich jetzt? Jetzt langsam höre ich dich besser, ja. Hast du Kamil-Owin rausgeholt aus deinem Mund? Nee, du hast deine Ohrenschmalz einfach weggemacht. Nee, kein Ohrenschmalz weggemacht. Jetzt hören wir dich perfekt. Perfekt, klasse. Erzähl mir mal, Jesus war ja 100% Mensch und Gott, ja? Ja, genau. Hat er auch eine fette Latte gehabt? Aller war ja auch 100% und 100% Bein. Ja, und dein Gott hat ja auch eine Latte gehabt. Hat dein Gott Eier gehabt? Nein, mein Gott hat keine Eier, aber das Gott hat Eier, oder? Doch, 744-23, Allah hat Nüsse. Dein Gott hat Latte gehabt, oder? Allah hat fette Klöten und das wird an so einem, Dings wird gezogen an seine Nüsse. Warum verteidigst du nicht dein Gottesbild? Hab ich doch gerade, warum verteidigst du nicht dein Gottesbild? Warum verteidigst du nicht die Eier von Allah? Warum verteidigst du nicht die Eier von Allah? Sag mir. Ja, weil ich sage, dass Allah Eier hat, aber du sagst, dein Gott hat Eier. Ja, aber dein Gott hat Eier davon. Nein, dein Gott hat Eier, nach deinem Gottesbild. Ein Bärmutter zieht an dem Gewand von Allah, und da kommen auch die Nüsse hervor. Okay, verteidigst du dein Gottesbild? Ja, mache ich doch die ganze Zeit, ja. Jetzt kannst du mal bitte antworten, warum eine Gebärmutter an der... Okay, danke schön, mein Lieber. Danke, dass du dabei warst. Kamelurin auf eurem Roll. Ja, jetzt kommt wieder Tralala und Dings, Ratatouille. Ratatouille und Tralala, guck mal. Ja, der hat auch Kamelurin-Leitung. Glaub nicht. So, Ratatouille hat es bestätigt. Was für ein Niveau, ne? Was für ein Low-Class-Niveau hier herrscht, ne? Dass nicht ein vernünftiger Mensch mal von denen reinkommt, vernünftig redet und einfach mal etwas wissen will, wartet, dass man antwortet und die Antwort schlüssig findet und so. Das ist echt krank, ne? Hier auf TikTok ist der absolute Wahnsinn unterwegs, ehrlich. Ich meine, wir haben schon niveauvolle Gespräche geführt, aber ihr versteht, was ich meine, ne? Dieses Niveau ist so Low-Class-Level. Unter dieser ganzen breiten Masse findest du nur so eine Handvoll Leute, die irgendwie bereit sind, sich das Ganze anzuhören, dem Beweis nachzugehen und sich darüber Gedanken zu machen. Armin, du untertreibst, ja, genau. Ich untertreibe sogar noch, genau, Toni. Das ist unterirdisch, ey. Das ist so richtig letzte Bahnhofskaschämme mit letzter Bahnhofstoilette da, mit Crackrauchen und so, ne? So was. Da, so ein Niveau ist das dann, was die an den Tag legen. Unglaublich. Das kannst du keinem erzählen. Ich zeige denen die authentischsten Schriften, also ihrer, ihrer Gelehrten, die sie selber als authentisch eingestuft haben, akzeptieren sie nicht. Man zeigt ihnen, macht, tut, gibt sich die ganze Zeit die Mühe, alles rauszusuchen. Hier, guck dir das mal an, schau dir das an. Nein. Wir wollen weiter ignorant bleiben. Bitte lass uns in unserer Ignoranz weiterhin bestehen bleiben. Lass mich. Lass mich. Lass mich endlich in Ruhe. Ich will bleiben bei Camelorien. Wir trinken ganzen Tag mein Camelorien. Oh ja. Weil diese Niveau ist so schau'n. Ich würde verstehen, wenn diese Religion so etwas Wahrheit beinhaltet, aber da stimmt von vorne bis hinten überhaupt gar nichts. Das ist ja das Krasse. Das ist ja das Krasse, was ich nicht verstehe. Überhaupt von vorne bis hinten. Der ganze Koran ist ein riesen Wirrwarr. Die Anordnung der Suren sind nach Größe geordnet, nicht nach Zeit und Epoche. Darüber hinaus sehen wir, dass die Überschrift, die Kuh, das Haus im Rans, der Tisch und so, alles von den Sahabern festgelegt wurde. Nicht mal von Allah. Wahnsinn, ne? Habt ihr die Muslime mal gefragt, wie kam das zustande, dass überhaupt diese Überschriften für ein Kapitel, für eine Suche entstanden sind? Es waren einfach die Sahabern, die die Namen gegeben haben. Wahnsinn, ne? Das könnte jeden aufrichtigen Muslim fragen. Der wird euch das bestätigen. Das ist krass. Das ist echt krass. Ja, genau, die Sahabers waren das und zwar. Das hast du. Ja, was ich dich fragen wollte, was hältst du von diesem Mann? Ich hab jetzt den Namen nicht im Kopf. Der geht doch von Stadt zu Stadt und informiert die Menschen. Hab ich unterstützt? Ja, genau. Genau, was hältst du von dem? Ja, der ist natürlich besorgt um sein Land. Weltlich gesehen hat er absolut recht. Der Islam ist ja keine normale Religion, wie man sie kennt, wie bei Buddhismus, Hinduismus und die ganzen anderen Religionen. Nein, der Koran hat auch eine politische Seite. Die politischen Proponente lassen die meisten außer Acht. Und das darf nicht sein. Man muss darüber sprechen, man muss über die Bestandteile sprechen, die gefährlich sind für unsere Gesellschaft. Verstehst du? Ja. Also ich finde ihn richtig toll und wie die alle da durchdrehen und die ganz unwissenden Moslems dastehen und versuchen ihn irgendwie fertig zu machen. Und die wahren Muslime würden sich niemals auf ein Gespräch einlassen, weil die wissen ganz genau, dass sie stürzen. Genau, genau. Also nur diejenigen, die laut streien, diese Ahnungslosen, die denken, das ist so ein Hetzter, der da gerade steht. Ja, genau, genau. Aber die wissen nicht, dass er eigentlich die Wahrheit erzählt. Natürlich, das ist das. Ich weiß, was das Problem ist, das Offensichtliche darf nicht wahr sein. Die meisten Muslime haben ein Riesenproblem, dass es doch stimmen könnte, dass der Islam eine wahnsinnige Sekte ist. Das ist das. Deswegen wehren die sich mit Haut und Haaren dagegen. Obwohl sie das Internet zur Verfügung haben. Sie bräuchten nur 10 Minuten Recherche, um herauszufinden, wie der Islam sich verbreitet hat, was Mohammed in seinem Leben getan hat und woher der Islam kommt. Das war's. 10 Minuten, eine halbe Stunde höchstens. Ja, und viele Moslems haben sich ihre eigene Religion im Kopf gebildet und denken, das ist die wahre Religion. Ja, Euromuslime haben es getan. Euromuslime, aber nicht die Muslime, die für Allahs Sache ausdrücken. Ja, ja. Naja, also die wahren Muslime müssen ja bis zum letzten Tag kämpfen. Also, das steht ja auch im Koran. Mohammed hat ja gesagt, wenn ihr nicht kämpft oder den Gedanken gehabt habt, zu kämpfen, dann begegnet ihr Allah mit so Mangel an Glauben. Sei Muslim im Bereich 33, ne? Das ist heftig. Und letztens, zum Beispiel Ramadan, es wird jetzt zu Ende, viele Muslime denken auch, sie fasten, damit die sich in die Rolle des Armen versetzen, also in Leute sich versetzen, die kein Brot und Essen haben. Das hat damit eigentlich nichts zu tun. Die beten, die fasten, damit sie sich Gott unterwerfen, Allah unterwerfen, ne? Und das hat mit Armen oder so nichts zu tun, aber die haben das selbst so interpretiert, damit die so, ja, dass etwas Besseres ist. Aber zum Beispiel auch, was ich sagen wollte, viele Muslime denken, wollen ja die Scharia haben, islamische Gesetze, das Wort Gottes, die ganzen Gesetze abschaffen, das Grundrechte, alles abschaffen. Aber die wissen gar nicht eigentlich, dass von 3.236 Versen nur 4% Scharia-Gesetze sind. Das reicht schon vollkommen aus. Und 80% nur Gewalt. Also da steht zum Beispiel, ein Dieb sollst du die Hände abhacken, ne? Ja, Surah 5 Vers 38. Genau. Viele Leute sagen gleich, ey, das ist doch vollkommen richtig, was hast du dagegen? Ein Dieb sollte man die Hände abhacken. Aber sagen wir mal, ein Dieb hast du die Hände abgehackt und danach kommt raus, dass er unschuldig ist. Was machst du dann? Nee, erst mal musst du ihm die Schuld nachweisen. Du kannst ja nicht einfach jemandem die Hand abhacken. Das stimmt nicht, da muss ich reingritschen. Die Schuld muss erst, also du musst das erst beweisen können und dann wird die Hand abgehackt. Du kannst nicht einfach die Hand von ihm abhacken. Das ist so Quatsch. Nein, wenn Zeugen das sehen und das bezeugen, ja, aber das ist das Kranke. Stell dir mal vor, es gibt zwei Zeugen, die auf einmal einen Hass haben auf jemanden und ihn beschuldigen und sagen, wir haben genau gesehen, dass er das gestohlen hat. Und dann muss der Staat ja handeln. Das ist ja das Kranke. Okay, aber zum Beispiel, da steht im Koran, die Strafe für Vergewaltigung, da wird das nicht erwähnt. Natürlich nicht, weil es keine Strafe gibt im Islam für Vergewaltigung. Ne? Dafür gibt es keine Strafe. Es gibt noch nicht nur Strafe, wie man ein kleines Kind auseinander nimmt. Dann soll Strafe für Dings geben. Ich bitte dich mal nicht. Ich brauche nicht Fußpassen in Europa. Genau, genau. Und ja. Okay, alles klar. Ja, okay, dann danke ich dir erst mal. Ciao. Ja. Mit Armut, alles gut bei dir? Ja, alles super bei dir. Gott segne dich und deine Familie. Ich habe nur eine Frage an dich, eine kurze. Kennst du einen Christian? Christian? Ja, der hat eine Gemeinde. Kennst du den? Nö. Achso, dann hat die Frage sich schon erledigt. Ich dachte, vielleicht kennst du den. Dann hat die Frage sich erledigt, oder? Naja, dann kannst du mich wieder rausschmeißen. Okay, alles klar. Gottes Segen. Gottes Segen. Ciao, ciao. Naja. Der Farid, der macht sich Gedanken darüber, dass wir über den Islam reden. Macht sich aber keine Gedanken darüber, dass Muslime die Christen in den islamischen Ländern auseinandernehmen. Das ist so heftig, ne? Der macht sich Gedanken um mich, dass ich um den Islam hier rede, ne? Und darauf aufmerksam mache, was unsere Geschwister in den islamischen Ländern durchmachen müssen. Und dass der Islam eine gefährliche Ideologie ist. Ja, stimmt. Ja, genau, Farid. Sehr gut. Sehr gut machst du das Farid. Sehr gut, das Farid. Wundervoll. Ja, ich habe den Einladen. Ich habe den Einladungen geschickt, aber er möchte nicht hoch. Weil er ganz genau weiß, dass er in Europa lebt und seine Religion dort, wo sie die Oberhand haben, wie man mit den Juden und Christen umgeht. Und alle anders gläubigen. Aber selber will man, dass man ihm das nicht antut, dem Farid und seiner Familie. Was ist das? Merkt ihr diese Doppelmoral? Unglaublich. Richtige Doppelmoralisten. Richtige Doppelmoralisten. Häftige Doppelmoralisten. Was soll ich euch dazu sagen? Ist das nicht beschämend, selbst als so ein Euromuslim, den Wahnsinn in seinen Schriften zu haben und dann noch hier hinzukommen und sagen, ihr seid alle schuld? Wie verrückt klingt das bitte? Wie verrückt klingt das? Der Westen ist schuld. Das kannst du keinem erzählen, genau. Ja, wir können liken die ganze Zeit. Wir können liken, wir können teilen, wir können dies, wir können das machen. Ich bin nicht eingeschränkt. Das ist das Gute. Sobald ich eingeschränkt bin, brauchen wir gar nicht mehr weiterzumachen, weil dann werde ich nirgends nur mal angezeigt. Super. Aber jetzt ist noch alles gut. Oh, Ibon ist auch wieder fleißig am Teil. Ist 88 mal geteilt säftig. Sehr gut. Hallo, mein Zinti-Bruder. Was machst du, der Zinti-Bruder? Ich bin kein Zinti. Ich bin kein Zinti. Aber warum sagst du sowas? Bist du Roma oder Zinti? Weder noch. Ich bin Roma. Und jetzt? Bist du von neun geboren? Ich brauche ein Rad. Ich brauche ein Rad. Ein Rad? Ein Auto. Kannst du mir einen Mercedes besorgen? Mit Felgen und so. Kannst du einen Kamel besorgen? Da kannst du auf dem Kamel rumreiten. Ja, Kamel kannst du dir nicht leisten. Ja, klar kann ich mir Kamel leisten. Kamel ist sparsamer als ein Auto. Ja, also siehst du, da tust du sogar noch was für die Umwelt. Willst du einen Kamel haben, ja oder nein? Ich will einen Mercedes haben. Ja, kein Problem. Ich nehme den Stern, reiß den ab und klebe den an die Stirn des Kamels. Da hast du einen Mercedes-Kamel. Kannst du auch machen. Ja, hast du fliegende Einhorn, kriegst du dann. Mein Bruder. Mein Zinti-Bruder. Also möchtest du einen Mercedes-Kamel, ja oder nein? Nein, ich will dein Rad haben, dein Zinti-Rad. Nein, du kriegst meine nicht. Meine ist viel zu kostbar für dich. Du, iranische Zinti, du laberst im Müll. Du bekommst nur einen Kamel, den das Benz streicht. Du bist lächerlich. Nein, du bist lächerlich. Du bist lächerlich. Du bist lächerlich. Warum redest du so wie der letzte Assi? Warum redest du so wie der letzte Assi? Du musst dich schämen und heulen. Was ist das für eine Art und Weise, Mann? Ja, weil du laberst im Müll. Hast du dich ein bisschen Manieren von deinen Eltern beigebracht bekommen? Du Zinti, laber keinen Müll, du iranischer Zinti. Nimm die mehr Wert als du und deine gesamte Familie. So, was jetzt? Idee. Kamelurin auf dich. Ist das ein Typ, ey. Wahnsinn. Habe ich euch nicht gesagt, Bahnhofstoiletten-Niveau? Habe ich euch das nicht gesagt? Und ich werde bestätigt. Da kommt nur Crack raus. Da kommt richtige Bahnhofstoilette raus. Der war hundertprozentig kein Roma. Ja, wissen wir nicht. Keine Ahnung. Ne, glaube ich auch nicht. Aber wir sind ja hier nicht, um eine Ethnie oder eine Volksgruppe zu erwähnen oder was. Nein. Hier geht es darum, Ideologien zu vergleichen und sie auf den Prüfstand zu stellen. So einfach ist das. Mein Herr Jesus Christus ist der Schönste von allen. Das Allerschönste, was die Welt jemals hervorgebracht hat. Aber pronto. Wer kann dem Herrn Jesus Christus auch nur eine Sünde nachweisen? Nicht einer kann ihm eine Sünde nachweisen. Ja, der Satz. Wer von euch kann mir auch nur eine Sünde nachweisen? Und sie alle mobilten vor sich hin. Keiner konnte es. Und dann vergleichen die das mit meinem Herrn, mit Mohammed. Mein Herr Jesus Christus mit Mohammed oder irgendjemanden hier auf dieser Erde. Er, der keine Sünde kannte, wurde für uns zu Sünde gemacht. Er kannte noch. Weißt du, wie krass das sich anhört, dass der Herr Jesus Christus überhaupt die Sünde nicht kennt. Dass kein Betrug in seinem Mund war. Dass keine Lästereien, keine Lüge, kein gar nichts in seinem Mund war. Aber in seinem Inneren. Er kannte die Sünde nicht. Wow. Das ist für mich so heilig und hoch. Wie heftig ist der Herr Jesus. Ihr Priesen sei sein heiliger Name in aller Ewigkeit. Amen. Und dann kommen die mit Zahaba und was weiß ich mit wem noch. Und vergleichen die mit meinem Herrn Jesus Christus und sagen, der war nur ein Prophet. Unser Herr Jesus Christus war nur ein Prophet. Ist das so fassend? Der Herr Jesus Christus sagt, ich bin der ewige Sohn Gottes, der Messias. Der Sohn des Menschen aus Daniel 47. Und dann sagen die, der ist nur ein Prophet. Guck mal, was für eine Herabstufung. Und dann sagen die Arme, du beleidigst unseren Glauben. Sie bemerken aber nicht, dass sie in ihrer Alphatia, in ihren fünfmaligen Gebeten, 17 Mal oder so die Christen verfluchen und sagen, dass wir die Abgeirrten sind. Ist das so fassend? Schaut euch diese Doppelmoral an. Ihr Gott beleidigt uns von oben bis unten. In den Büchern der Gelehrten steht, dass man sich die Seiten der Tora und des Evangeliums rausreißen kann und sich damit den, ihr wisst schon was, Allerwertesten abwischen kann. Und dann sagen die Arme, beleidigt uns. Ist das für euch Muslime keine Beleidigung, was der Koran sagt, was die Gelehrten sagen? Anscheinend nicht. Anscheinend seid ihr konform damit. Pure Heuchelei, pure Heuchelei. Ja, steht im Buch von Abishujeya. Das ist eine Riesen-Nummer, der Typ. Der sagt, dass die Tora und das Evangelium ja verfälscht sind. Deswegen ist es auch kein Problem, sie als Toilettenpapier zu benutzen. Ist das ein Mülltonnenhaufen? Heftig, ne? Stellt euch mal vor, ich würde das so einfach so sagen. Reißt die Seiten des Korans raus und wischt euch damit, ihr wisst schon was. Stellt euch mal vor, die Muslime würden von morgens bis abends Videos erstellen und sagen, guckt euch das mal an. Das seid ihr Christen also, ne? Aber wenn sie das selber machen, dann ist das überhaupt gar kein Thema. Das wird noch nicht mal angesprochen. Wahnsinn, ne? Was für ne Heuchlerbande. Vom Allerfeinsten. Allerfeinsten. Unglaublich. Ja klar ist das so. So ist das wirklich. Deswegen sollte sich jeder Muslim Gedanken machen, was da eigentlich für eine Religion da folgt. Und sich eingestehen, dass man dieser Religion absolut nicht folgen kann und auch gleichzeitig überhaupt gar nicht verteidigen kann. Das geht gar nicht. Ja. So ist das. Ja, es sei denn, du hast natürlich einen bösartigen Kern in dir, ne? Einen richtig, richtig bösartigen Kern. Dann bist du gut aufgehoben in dieser Religion. Dann bist du echt gut aufgehoben. Wie heißt der Camelo in Son? Und wir werden dich recht leiten. Was? Du wirst knien und Demut beten. Meinst du mich oder was? Salvador. Salvador. Ich glaube ja, dieser Song ist auch auf YouTube, ne? Camelo in Son. Ja, ich glaube ich muss mal dem Salvador eine Anfrage schicken. Du wirst knien für Camelo in. Ja, genau. Du wirst dich anfliehend vor Camelo in niederwerfen, genau. Hallo. Jesua ibn Allah Da war die zu viel Jesus ist der Herr Jesus ist der Sohn Gottes Oh, da muss er weg Er sitzt in der Bahn Er ist auch im Zug von Mexiko Ich traf sie irgendwo Kamel in Mexiko Anita As-salamu alaikum ex-Muslim Gott segne euch Wie geht's alles? Ayd Mubarak Aydatapirrosbe, Miriam Kamelo Ich hab jetzt Du sagst du kein Aydatapirrosbe zurück Ich feier dieses Fest doch gar nicht Ist doch egal, ob ihr dieses Fest feiert oder nicht Ist doch Gratulierst du uns auch zu uns? Wir haben uns auch zu unserem Fest, dass Jesus Christus gekreuzigt und auferstanden ist Natürlich, natürlich Ich Ich Beglückwunsch auch die Leute zu Ostern, zu Weihnachten Das ist doch ein ganz normales Das ist doch nichts Verwerfliches Okay, wenn du das machst, dann muss ich das ja nicht machen, oder? Oder muss ich das auch? Nein, aber es hat nichts mit Müssen zu tun Aber wenn dir doch jemand Hallo, wie geht's sagt Sagst du doch, oh gut, danke Ayd Mubarak Was hast du gesagt? Ich hab gesagt Ich liebe dich, ist das nicht das Schönste, was es gibt? Natürlich, ich liebe dich jetzt auch Tamam hast du mich Ist das nicht viel schöner? Alles ist schön Nein Nur Frieden Frieden ist das Schönste Aber wieso liebt denn Allah uns nicht? Er liebt uns Mach bitte jetzt nicht diese Filme jetzt Ja Nein, aber ich frage Das ist doch eine normale Frage, die ich gefragt habe Das ist keine normale Frage Du sagst du liebst uns Aber Allah sagt in Surah 3 Vers 32 Allah sagt in Surah 3 Vers 32 Allah liebt die Ungläubigen nicht, was soll das? Du weißt genau, was er damit meint Ja, was meint er denn? Du musst es nicht so aus dem Kontext ziehen Ja, okay, dann erzähl mal Jeder, der so verstehen, wie er verstehen möchte Allah liebt uns und fertig Du bist doch auch auf eine Art und Weise gläubig Also, liebt er nicht die Ungläubigen Aber Allah sagt, er liebt die Ungläubigen nicht Was machen wir denn jetzt? Bist du nicht gläubig? Ja, ich bin gläubig an den Herrn Du weißt doch, mein Freund Allah verflucht diejenigen, die sagen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist Surah 9 Vers 30 Nein Ja, was soll das? Warum verflucht das? Hör auf Hör auf Ja, wie? Hör auf? Das steht im Koran Ja, hör auf Ja, Hobby Ja, Hobby Hör auf War nicht so viel Flutschi, ne? Warte Flutschi Flutschi Warte Flutschi Flutschi Hör auf Mach gut Arrogante Wo bist du? Arrogante Warte, ich bin mit dem Freunde Soll ich ihn reinholen? Nein, lass mal, eh Hör auf Hör auf Warte mal 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 Mich hole ich erst mal raus Oh ne, Jesus hat nichts Sinn, genau So unglaublich, ne? Was kannst du keinem erzählen? Soll ich auch mal irgendwen einladen? Warte mal, ich guck mal Ich lade auch einfach irgendwen mal ein Die senden mir mal Einladung, aber ich sende denen keine Einladung Ist schon komisch, ne? Soll der Doktor Sheik auch jemand mal einladen? Was ist das denn? Flakuita Ich mach mal einfach Oh, abgelehnt Er wurde direkt abgelehnt Hülmen Ist er live oder was? Hülmen Ja, wenn die Muslime den beleidigen wollen, können die einfach sagen, er ist ein Müllmann Nicht Ülmen, Müllmann Aber nur Spaß, ne? Hülmen 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 Ja, der ist doch gar nicht live und außerdem sehe ich den doch gar nicht in dieser Liste Wo ist der Typ denn? Er ist gar nicht hier Diese ganzen Leute haben irgendwie nur zwei Leute da drin, ne? Zwei Zuschauer, ein Zuschauer, drei Zuschauer, 43 Zuschauer, 183 Ich weiß nicht, warum die überhaupt Tiktok machen, ne? Na gut, die haben auch keine Message, keine Botschaft, kein Content, ne? Was ist das? Ich weiß nicht, warum die überhaupt Tiktok machen, ne? Na gut, die haben auch keine Message, keine Botschaft, kein Content, ne? Er ist ja auch sehr, sehr provokant, ne? Sehr, sehr provokant Ich glaube, der Hansi war auch bei ihm drin, ne? Der Hansi Was mache du da, du Schwule? Du Schwule! Hä? Wie hat er den beleidigt, ne? Was mache du da, du Schwule? Unfassbar Du Schwule Mach ich diese Fahne weg, Mann! Diese Elche, bitte, Kofahne! Mach mal weg da! Spiegel TV dreht mit Ninja, 13, 50 Bruder, das sieht den Glauben in den Dreck Seht ihr? Sagen wir schnell, Spiegel TV, diese großen Medien würden niemals zu mir kommen und mich mal interviewen oder so Obwohl ich schon so eine riesen Reichweite habe Wo die sich sagen, komm, lass mal Ex-Muslim einmal so interviewen und das Ganze machen Wenn das zustande käme, ich würde sofort selber eine Kamera mitnehmen oder jemanden mitnehmen, der das Ganze dann aufzeichnet was wir da besprechen weil du, ihr wisst ja, wie heftig die sind Die schneiden ja alles aus dem Schneiden sich so zurecht, wie die wollen und machen das, was die wollen damit, ne? Das ist heftig Da muss man aufpassen auf so Massenmedien, ne? Die wollen nicht sterben, ja Nein, die haben doch schon heftigste Dokus gemacht über Salafismus, alles Aber die sind immer noch am Leben Die zeigen ja keine Mohammed-Karikaturen oder sowas Hier gibt es noch nicht mal eine Parkmöglichkeit, wo ich mal halten könnte Unglaublich, ja Alles voll Alles voll aus Ich halte es einfach hier So, da bin ich Hörst mich jetzt? Jetzt hör ich dich, ja Jetzt hast du wieder eine normale Leitung Ja, ey Wie schön in Deutschland Wie gesagt, äh Interpol holt die Verbrecher aus dem tiefsten Iran raus Weil die noch Metz haben Ich geh vor die Haustiere Und Bruder Amir ist weg Das darf nicht wahr sein Das kann einfach nicht wahr sein Wir müssen was dagegen tun Es kann nicht mehr so weitergehen Ja, ähm Was ich sagen wollte ist, der Spiegel sitzt ja hier in Hamburg Okay Hä, ich geh mal zu denen Geh mal zu denen und sagen, was ich will mit euch mal reden Lass mal den Namen des Herrn Jesus Christus in ganz Deutschland verkünden Ja, also ich meine das jetzt wirklich ernst Also ich, jetzt kein Flax, sondern der Spiegel sitzt ja in Riesengebäude Wenn man, also Äh Auch die, die Pendler, die immer mit dem Metronom oder Regionalzügen etc. nach Hamburg rein fahren In den Hauptbahnhof steht ja ganz groß das Gebäude Der Spiegel Und ähm So entstehen ja die Dinge Also nicht nur, dass die Ist nicht bei euch Hamburg so Hochbuch von so Selefis und so? Ja, wurde doch hier, äh, hier nach der Palästina-Israel-Konflikt Ist doch so viel hier hochgenommen worden Äh, die ganzen Jammies Äh, was, äh, ständig unter Beobachtung stand Und, äh, natürlich, was hat man alles wieder gefunden Massig an Geld und 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 Auch das, was Abonacci, dieses Video kannte ich gar nicht Diese schwarze American Express Was er da gesagt hat Also ich habe das Video nicht gesehen, ich habe ja nur den Ton gehört Äh, die kriegst du nur auf Empfehlung Wie? Ja, die kannst ja nicht bestellen Es gibt ja die grüne, silberne Achso, ja, die schwarze, ja klar Die schwarze können nur so Multimillionäre bekommen, ne? Ja, ja, die ist ja limitless und du bist auch verpflichtet Du hast, ich weiß es nicht, du musst einen gewissen Umsatz über die Karte, äh, ziehen und dir hier Fluglinien wie Emirates und so Äh, äh, viele die ja über die Karte bezahlen, die bezahlen ja keinen Cent für den Flug Für Business Class und et cetera Ne, aber jetzt ohne Flachs, also der Spiegel ist ja bei uns Und, ähm, ich habe ja eine Geschäfts-E-Mail-Adresse Ich kann da ja mal, äh, äh, und, äh, Lob, äh, Preise Jesus Christus, dass ich noch drei, äh, Wörter Deutsch hintereinander rein kann Das kann ich nicht irgendwie formulieren Schreib den mal, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe hier eine Empfehlung für Sie Ich kenne da einen Doktor-Sheikh Abu Hamil, der den Islam auf den Boden der Tatsachen gebracht hat Und Jesus Christus verkündigen möchte Möchten Sie sich gerne mal mit ihm unterhalten? Bitte um Rückruf Ja, aber... Ihnen mit befreundlichen Grüßen Kamelurin Nein, aber, ja, aber, äh, zum Beispiel hier, äh, 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 äh und, äh, Montana Black wohnt ja wirklich hier in Buchshode und der hat ja auch, der Spiegel hat ihn ja nie eingeladen Er hat ja... Also, sein Wunsch war es ja irgendwie einmal wegen seinen Großeltern, weil die immer, äh, 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 spiegel-TV schauen Äh, 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 entschuldige, Stern-TV schauen, dass er da auch einmal präsent ist und dann war ja sein Beitrag auch ja ein kurzer Ausschnitt Aber, ähm, ähm, nein, das will ich mal machen Ich mein, äh, Fragen kostet nichts Ja, mach das mal Und jetzt mal Spaß beiseite, alter Verwalter, und du weißt ja, wie du dich zu artikulieren hast, du weißt ja auch, wie man, du bist ja auch schon mittlerweile geschult, auch ruhig zu sprechen, nicht in Fleisch zu verfallen. Ab und zu, Alter. Ja, ab und zu, ich hätte schon zehnmal lebenslänglich bekommen, wenn ich an deiner Stelle wäre. Nee, aber das, ich probiere es mal aus. Ich meine, wer weiß. Nee, das wollte ich nur einmal sagen, wie gesagt, gucken, vielleicht melden die sich gleich nicht. Okay, Toni, danke dir. Gottes Segen, Armin. Danke für fliegende Einhörner von Burak. Danke für fliegende Einhörner mit Mercedes-Benz-Zeichen auf Stirn. Du weißt ganz genau, das kommt immer von Herzen. Das kommt immer von Herzen, genau. Danke dir, Toni. Danke, gerne, gerne, gerne. Gottes Segen, Armin. Bis später, Gottes Segen. Ciao. Ciao, ciao. Ah, Toni ist ein Guter. Sehr, sehr nett. Möge der Herr ihn segnen und ihm immer das zehnmillionenfache geben. Euch genauso. Möge der Jesus Christus euch immer das Doppelte und Dreifache geben für das, was ihr für mich tut. Lass mich mal euch eine schöne Weisheit mitgeben. Lass mich schon weisheit. Hey! Mach mal die Musik leiser. Was für ein Ding willst du? Mach Musik leiser. Mach ich nicht. Hast du ein Problem? Ja, dann geh raus, wenn du das nicht machst. Geh du raus, du nicken, Mann. Ja, sag, der beleidigt noch meine Mutter. Die sagt, egal, der Herr segne. Ich geh auf der Tube. Ich geh auf der Tube. Was ist das? Warum hast du denn ein Fischlippen? Das sieht aus wie Koi. Kennst du, kennst du diese chinesischen Fische? Warum machst du denn so Koi? Warum bist du denn ein chinesischer Fisch? Mach Pratt, mach Pratt. Mach Pratt, mach Pratt. Mach bereit, mach bereit. Immer so gut, immer so schön sein wie Fischkoi. Das ist sehr gut. Geil, du, du. Ich muss Pratt machen, Digger. Ich will euch mal was vorlesen. Allah sagt nach jedem SEX wiederhergestellte Jungfräulichkeit. Der Gesandte Allah sprach, immer wenn die Männer im Paradies mit ihren Frauen Verkehr haben, wird hier nach die Jungfräulichkeit der Frauen wiederhergestellt. Sie werden wieder zu Jungfrauen. Ich hoffe, dass der Fischkoi das auch noch gehört hat. Allah, die alte Nähmaschine. Ja, gut. So muss das sein. Allah, Gott sei Dank. Gott segne dich und deine Familie. Dann geht's dir. Willst du nicht auch nach jedem SEX wiederhergestellte Jungfräulichkeit? Mit so einem Abschauen will ich mich gar nicht schaffen. Sehr gut. Sehr, sehr weise gesprochen. Mit so einem Dreck und Abschauen will ich mich nicht begebe. Sehr weise gesprochen. Gut gemacht. Der Herr hat uns so etwas nicht beigebracht oder gezeigt. Sehr gut. Was hat der Herr uns beigebracht, sagt es dem Muslim? Ich bin nicht so bewandert wie du, Armin, aber ich weiß, sowas steht bei uns halt nicht in der Bibel. Sowas hat Gott nicht von sich gegeben, sowas. Der Herr Jesus Christus sagt, es ist ein Ort, wo ihr weder heiraten werdet noch verheiratet werdet. Ihr werdet wunderschön gemacht wie die Engel im Himmel und ihr werdet mit Gott im Einklang leben. Ist das nicht wunderschön? Natürlich. Da siehst du. Wenn die völlige Herrlichkeit und Frieden des Herrn einzugehen, was will ich denn mit Hurin Ayn? Armin, ich will kurz was fragen. Ich habe mich seit zwei Tagen diesen Exorzismus ein bisschen auseinandergesetzt. Was hältst du genau darauf? Mir macht das ein bisschen Angst, diesen Exorzismus und sowas. Naja, das ist schon heftig. Die Dämonen können sich natürlich den Menschen bemächtigen und dann Besitz von ihnen ergreifen. Ja, was hältst du vor diesen Priestern, die halt in so ganzen Filmen oder jetzt auch im Echten zu Leuten gehen, die so besessenmäßig sind und die Bibel vorlesen? Es gab schon einige Fälle. Der bekannteste war, glaube ich, Anneliese Meier oder wie die hieß. Oder die Geschwister können mich korrigieren. Da gibt es Aufnahmen von ihr, wie sie geredet hat, während sie besessen war. Genau wie die Muslime. Ich pumpte deine Mutter. Deine Mutter. Also, ganz genau wie die Muslime. Auch Emily Rose. Genau derselbe Fall. Alle Anneliese Michel. Perfekt. Sehr gut. Das, was die Muslime so normal raushauen, hat die Emily Rose und diese Anneliese Meier, Michel, hat das im dämonischen Zustand gesagt. Du siehst also, dass diese Leute dämonisch beladen sind, ohne es zu verstehen. Wer sagt, ich pumpte deine Mutter? Wer? Nur die Muslime eigentlich. Sehr gut. Wer sagt das noch? Die dämonisch Besessenen, ja. Super. Du hast sehr weise zugehört und sehr weise geantwortet. Du siehst also, die Parallele zu dämonisch Besessenheit und so wie die Muslime sich verhalten, ist dasselbe. Die Parallelen sind da. Und wie kann man so welche Leute halt retten jetzt, die jetzt dämonisch Besessen sind? Oder sind die schon verloren? Indem du denen das hier vorliest. Guck mal, jeder Mann im Paradies wird mit 500 Huris verheiratet sein und täglich, das gesagt, 4000 Frauen entjungfern. Und Attabarani zufolge würde durch einen Mann täglich 100 Jungfrauen ihre Jungfräulichkeit verlieren. Fatal Badi, Seite 374. Das musst du denen vorlesen, dann geht's dem besser. Dann sagen wir noch mal, wie ist noch mal die Geschichte mit diesem Typen, der zu Mohammed gesagt hat, keiner hat Bauchschmerzen. Ich muss kurz einmal aufschreiben mit mir, von Kollegen von mir. Ja. Kennst du die Geschichte? Weißt du, was ich meine? Ja. Ich glaube schon, aber ich gucke noch mal nach. Ich glaube, mein Internet hängt ein bisschen, ne? Bei mir ist alles flüssig. 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 Ja. Wie viel? Ja, sieht gut aus. Das sieht gut aus. Äh, Sayy al-Bukhari, 5684. 5684? Ja. Kannst du das einmal vorlesen für die Muslime, damit die einmal zuhören? Ja, okay. Wie wahnsinnig das klingt, ne? Die prophetische Weisung von Mohammed, wie weise er ist. Das Heft, das habe ich hier in Deutschland komplett publik gemacht in einem meiner Videos. Ich habe mich darüber so tot gelacht, ne? Der Bauch deines Bruders hat gelungen und Allah hat die Wahrheit gesagt. Kannst du dir das vorstellen? Der Typ ist da gerade total am Ende und sagt, dieses Zeugs, was du mir empfiehlst, bringt nichts. Und dann sagt er, lass ihn noch mehr trinken. Guck mal hier. Ein Mann kam zum Propheten und sagte, mein Bruder hat Bauchbeschwerden. Der Prophet sagte zu ihm, lass ihn Honig trinken. Der Mann kam zum zweiten Mal zu ihm. Und der Prophet sagte zu ihm, lass ihn Honig trinken. Er kam zum dritten Mal und der Prophet sagte, lass ihn Honig trinken. Er kam zurück und sagte, das habe ich getan. Der Prophet sagte, Allah hat die Wahrheit gesagt. Aber der Bauch deines Bruders hat gelogen. Also gab er ihm Honig zu trinken und er wurde geheilt. Also die Leute haben gesagt, ach wir haben die Schnauze voll. Ja, ja, es hat uns geheilt. Und die sind die Bauchschmerzen. Du musst dir mal vorstellen, der muss um die sechs Liter Honig getrunken haben. Das kannst du keinem erzählen. Das ist das Allerblödeste, was ich jemals gehört habe. Die Leute sind am Ende und sagen, dieser blöde Honig bringt nichts. Und er sagt, der Bauch deines Bruders hat gelogen. Wir trinken mehr Honig. Guck mal, da merkst du, da war richtig verzweifelt. Er musste irgendwas sagen, damit die den gelaufen sind. Du siehst also, wenn ich das über Mohammed so berichtet hätte, die Muslime, die würden nicht so von oben bis unten beleidigen. Aber weil das ihr imam Bukhari übermittelt, sagen sie nichts. Verstehst du? Die Frage, dieser Typ, also der Junge, der ihn jetzt gefragt hat, war das ein ärmerer Moslem zu der Zeit? Oder war das halt? Das wird dort nicht berichtet. Also es geht nur um diese eine Geschichte. Du weißt ja, Honig damals war ja wie kalt, so mäßig. Dass der Bauch des Bruders Schmerzen hatte, Bauchschmerzen der Bruder von ihm. Und dann kamen die zum Propheten, um natürlich eine Lösung zu finden. Der Mohammed hat ihnen dann Honig empfohlen, die haben es getrunken, aber dann wurde es nicht besser. Es wurde eigentlich schlimmer. Hier, der Hadith ist noch besser, pass mal auf. Das ist einer von unzähligen, guck mal hier, der hier, der ist ja noch besser. Achtung, halt dich fest, oder halt euch jetzt fest, guck mal hier. Hier wird es noch besser beschrieben, dass es nichts bringt. Weil es nur noch schlimmer und schlimmer wurde. Janna, 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 Janna können wir fliegen, mit uns zum Tod und im Verklügen. Warte, du hast mir das richtig aus, mir kannst du nie deinen Kopf versetzen. Das ist das richtige Ohr. Ja natürlich, Dr. Scheer, aber mir muss das ein paar Ohrwürmer verpassen. Danke, Mathe. Du musst das aber so machen. Das ist so wie so ein Zombie. Wie bei Hochzeiten, bei Ausländer. Du musst diese Dings machen. Hör mal zu hier, guck mal. Ein Mann kam zum Propheten und sagte, mein Bruder leidet unter Durchfall. Da ist das. Das ist der richtige Hadis. Mein Bruder leidet unter Durchfall. Er sagte, lass ihn Honig trinken. Also trank er es. Dann kam er und sagte, oh Gesandte Allahs. Er hat Honig getrunken, aber es hat ihn nur noch schlimmer gemacht. Er sagte, der Gesandte Allahs, lass ihn Honig trinken. Er sagte, also trank er ihn. Dann kam er und sagte, oh Gesandte Allahs, ich habe ihm noch etwas zu trinken gegeben, aber es hat ihn nur noch schlimmer gemacht. Er sagte, der Gesandte Allahs sagte, Allah hat die Wahrheit gesagt und der Magen deines Bruders hat gelogen. Gib ihm Honig zu trinken. Also wollte er ihm noch etwas Honig zu trinken und er wurde gehalten. Riechiger Blödsinn. Weil beim ersten Mal… Das kannst du gar nicht überzählen. Zieht euch das mal. Natürlich, das ist authentisch, das ist Mutawate, das ist Mehrheit nicht überliefert. Sahih, korrekt. Weil du weißt ja, die Muslime sagen, wenn das Tahiv ist, dann doch. Das ist Jami At-Tirmidhi, man. Das ist Jami At-Tirmidhi, Hadith 2082. Merkt euch das. Jami At-Tirmidhi 2082. Der Bauch deines Bruders hat gelogen. Allah hat die Wahrheit gesagt. Guck mal, wie er ertappt wurde als Lügner. Heftig, ne? Er war eigentlich dieser Mann, der sich halt auch zum Propheten machen wollte. Aber da hat Mohammed halt ihn schnell halt den Kopf kürzer gemacht. Wie hieß er denn? Ja genau, das war Ibn Abisar. Diese Geschichte findest du in Surah Al-Muqminun. Denkt, das sind Göttes Worte, das waren aber meine Worte. Und der Mohammed war richtig sauer darüber, ne? Boah. Okay, mein Lieber Gott. Okay, Amir, Gottes Segen, ja? Dir noch einen schönen Abend, mein Lieber. Tschau. Suriore. Amir. Eine Aramea, eine Aramea. Suriore. Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich und deine Familie, mein Bester. Danke. Ich wollte nur sagen, du machst das Richtige auf TikTok. Du bist der Beste hier. Bester Mann. Mach weiter so. Gott segne dich und deine Familie. Danke. Ja. 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 Der Bauch deines Bruders hat gelogen. Allah sagt die Wahrheit. Dieser Satz ist so krass, ne? Der Honig hat nichts gebracht und er sagt zu ihm, lass ihn noch mehr Honig trinken. Er hat doch schon mehr Honig getrunken. Hat nichts gebracht. Danke, King of Kings. Ja. Achso. So, 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 bitte einmal in den Spiegel gucken und nochmal sagen. Gott segne dich und deine Familie. Du gehst auf Stummsteigpaket. Deine Mutter kann nichts dafür, dass du so bist. Danke, Sonot. Möge Gott deine Mutter segnen. Amir Kack bei Hafsas Haus. Alhamdulillah, als Muslim geboren und als Muslim werde ich sterben. Was passiert mit dir danach? Toll. Jetzt bist du als Muslim gestorben. Und danach? Und danach kommt ewige Hölle für dich. Super. Tolle Entscheidung hast du gemacht wieder. Oder erwartest du etwa, dass Allah dir 72 Frauen gibt? Die mit schwellenden, du weißt schon was auf dich warten. Die wirst du nie zu Gesicht bekommen. Du wirst nur da stehen und da wird der ewige Sohn Gottes sein, der mit dir einen kurzen Prozess machen wird. Sei still, Soastria. Aber dein Prophet hat Soastria geliebt. Der hat von den Soastriern viel geklaut. Position ungenau. Suche Satelliten. Hat Reza noch Mr. Boom? Nein, der hat keinen Dr. Boom mehr. Er hat keinen Dr. Boom mehr. Vergesst nicht eure Entscheidung. Falls ihr noch keine Entscheidung für Jesus Christus getroffen habt, dann trifft sie. Nee, wie Schias kann ich nicht tanzen. Die hauen sich auf den Kopf. Wenn ihr wirst, geht es schon wieder in den Kopf. Was ist schon wieder, ich bin 1 cm, mal wieder in 5 cm. Da ist eine Ebony L Sage nicht. 5 cm Hermann habe ich nur die Reine gefangen. 2 cm, 5 cm für Jesus Christus. 5 cm, 5 cm. 6 cm. 6 cm. Salaam alaikum, Gott segne dich um deine Familie. Guck mal, guck mal, die Profi-Bettler, guck mal, baut euch das mal an, diese Profi-Bettler, heftig, ne? Der stellt seinen Sohn in die Ecke, damit das so noch, die schicken mir die ganze Zeit so ein Match anfragen, damit wir so Geld machen, guck mal, guck mal. Das hat er seinem Sohn beigebracht, One Match. Und sehr schön, dass er so und sowas beiruht. Unfassbar. Ja, das sind diese Betrügerbanden, die auf TikTok unterwegs sind, ne? Da gibt's ja einige, die da in irgendwelchen Gewässern da rum ihre Klamotten waschen mit Regen und so. Ich weiß nicht, wie die das machen, ne? Mitten in der Pampa so haben die bestes Internet und so hab ich euch ja erzählt, ne? Und da guck ich auf einmal die ganzen Leute da richtig am Reinspenden, vom Allerfeinsten, ne? Richtige Betrügerbanden. Also das, was wir auf den Straßen sehen, wenn die mit ihren Schildern schreiben Hunger, das sind ja alles Banden. Die platzieren ihre Leute an verschiedenen Kreuzungen, wo viel los ist. Und dann stehen die da mit diesem Hungerschild und das sind einfach nur Banden, die dann sich platzieren, um Geld zu machen. Wahnsinn, ne? Wie bösartig die Leute sind. Unfassbar. Ich weiß noch damals, hier bei uns eine Frau, warte kurz Toni, da gab's eine Frau, die stand immer, also die saß immer vor einem großen Kaufhaus mit so Kopftuch und die hatte so drei Finger und sowas, ne? Drei Finger und da hat die immer gesagt, eine Mark, eine Mark, eine Mark. Immer hab ich das gehört als so Jugendlicher mit, also so ungefähr mit 13, 14. Als ich immer an diesem Kaufhaus vorbeiging, hab ich das immer gehört, diese eine Mark, eine Mark. Und dann wollte ich mal wissen, wo geht diese Frau hin eigentlich abends, wenn alles auf einmal leer ist und so, weil die war da bis abends am Sitzen so, ne? Und jetzt zieht euch den Film rein. Ich steh da so und guck dazu, auf einmal kommt eine fette S-Klasse zu der damaligen Zeit und holt diese Oma ab. Ja, die Frau muss ja auch standesgemäht abgeholt werden von ihrer Bettlerei, denn der Job ist ja auch sehr, sehr schwierig. Eine Mark, eine Mark, eine Mark. Ist das heftig, ist das heftig. Richtige Bettlereihe. Diese alte Oma, 70 Jahre, wird die mit fette S-Klasse abgeholt? Ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein, was ist das für ein Betrüger hier? Hallo, Amir. Hallo, Schukamellen, wie geht's dir? Gott sei Dank für deine Familie. Mir geht es gut, und ihr? Kann du dir, Jesus. Gott segne dich auch und deine Familie. Danke, Schäbe. Danke dich auch und deine Familie. Ich wollte... Ich habe... Du hast schlechten Empfang. Ich habe gerade diese Geschichte gehört mit dieser Frau, die gebetet hat. Ich lebe nicht mal in Deutschland. Ja. Mich ist besser. Okay. Also ich sagte, ich lebe nicht mal in Deutschland. Und ich kenne so zwei Frauen, die machen genau das gleiche. Es sind so alte, bedeckte Muslimas. Und die sitzen einfach so auf der Straße vor diesen Supermärkten. Und dann fragen sie immer nach Geld. Und eines Tages, ich war einfach so am Laufen auf der Straße abends. Und ich sehe einfach, genau wie du, so ein fettes Auto. Ich hatte noch nie so ein schönes Auto gesehen, die diese Frau einfach so abholt. Und ich dachte mir, hä? Ich habe sogar Geld gegeben und so. Und ich habe mich richtig so dumm gefühlt. Und ich dachte mir, ich habe hier ein bisschen Geld gegeben, weil die hat mir leid getan. Und die kommt einfach so mit einem richtig fettes Auto. Und ich habe nicht mal selber Auto. Das ist mächtig, ne? Ja, das tut natürlich einem weh, wenn man denkt, so diese Leute brauchen Hilfe. Auf einmal guckst du sie, die werden mit den dicksten Autos abgeholt. Aha, ihr seid also eine Mafia-Bettler-Bande seid ihr, ha? Aber weißt du, wie viel Geld sie bekommt jedes Mal? Und bei Ramadan-Zeit und so weiter war sie auch so vor den Supermarkt. Und die hat richtig viel Geld bekommen von Muslimen und so. Weil sie auch diesen Sakat machen müssen. Also hat sie davon profitiert. Natürlich, klar, die wissen das auch. Aber das ist auch eine Sünde bei denen, einfach so zu betteln, wenn du nicht mal das Geld brauchst. Ja, da gibt es sogar in Dortmund, Innenstadt, als ich damals rumgelaufen war, und da gab es so einen Typen, der auch da saß und hat arabische Inschriften, so mit Allah und sowas. Das sind die Muslime, weil der weiß, die Muslime holen dann so raus. Der denkt so, das sind die Barmherzigen, so weißt du? Ja, und ich habe hier, die weiß, dass ich sie gesehen habe mit diesem Auto. Und ich gebe ihr jetzt nichts mehr. Und die guckt mich trotzdem und die weiß, dass ich sie gesehen habe. Und die sagt immer so trotzdem, so Salam alaikum zu mir. Ehrlich, das auch noch? Ja, die sagt immer so Salam alaikum und macht sie ihre Hand so. Und dann, eines Tages, da war niemand da. Ich gucke sie so an und ich sage, ich, Jesus Christus, nicht Salam alaikum. Die kann ich mal gut sprechen. Ich sage so, ich, Jesus, Jesus, nichts Allah. Nichts Allah. Nichts Allah, nichts mit Allah zu tun. Nichts mit Allah zu tun, sehr gut. Okay, Amir. Okay, mein Lieber, Gott segne dich. Dich auch und deine Familie. Tschüss, schönen Tag noch. Ja, dir auch. Machen wir, wie erkläre ich. Muslimen, Leviticus 20, 13. Drittes Buch, Mose. Danke. Jibril, der Bürger. Beste, auch ein sehr, sehr bezeichnender Name, der die Wahrheit äußert. Zaya, der Muschrik genauso. Zaya, der Muschrik sind. Warte mal ganz kurz, wo war das? Ja, genau. Wenn ein Mann bei einem Mann liegt, als würde er bei einer Frau liegen, so haben sie beide einen Groll begangen und sie sollen unbedingt nackentherapiert werden. Ihr Blut sei auf ihnen. Ja, im alten Israel war es ja so, dass der Herr sein Volk reingehalten hat. Und Homosexualität, wenn ein Mann mit einem Mann gemacht hat oder eine Frau mit einer Frau, dann wurde das mit dem, ihr wisst schon, was bestraft. So einfach ist das. Das ist das Gesetz Mose gewesen. Und das Volk, das war das Volk Gottes, Israel, das sich reinhalten musste und absondern musste von allen anderen Völkern. Sie mussten sich also reinhalten bis zum Messias. Und das waren so einige Gebote und Verbote, die der Herr seinem Volk mitgegeben hat. Das heißt, wenn Homosexualität praktiziert wird, dann wurde das mit dem, du warst schon was, bestraft. Ganz einfach. Ja, Schweinefleisch ist doch genau das gleiche, wie was ich dir gesagt habe. Im alten Bund hat der Herr Speisegebote gegeben, die für sein Volk Israel gaben. Im neuen Bund mit Jesus Christus erklärt er nochmal den Heiden und allen anderen, dass nicht was zu deinem Mund reingeht, macht dich unrein, sondern was aus deinem Mund rauskommt, das macht dich unrein. So sieht's aus. Hör zu, du Antichrist, was ist das? Wer trollt hier rum? Wer trollt hier rum? Wer macht hier Faxereien? Hallo? Lassen wir noch an, als danke. Ich glaube, der ist ja rum dran, ne? Ja, der. Der Bilal, der nicht hochkommen wollte. Bilal, komm doch hoch, Bilal. Bilal. Amir, kriege ich einen, was geht? Amir, wirst du eigentlich gar nicht müde? Nein. Der Dr. Scheer Abu Amir, der hat, der muss seinen Dienst erfüllen. Der hat Schichtarbeit. So, halt. Ja. Assalamu alaikum. Aber jetzt bist du alleine hier? Ja, ich habe, meine Verstärkung hat doch eh nichts gebracht. Der hat doch eh nichts gesagt. Ja, was soll das? Also, man sagt ihm, sein Gott liebt uns Ungläubige nicht. Der sagt, pah, mir, das stimmt gar nicht. Ne, ne, guck mal. Du hast dich widersprochen. Ich habe dich gefragt, bist du gläubig? Hast du gesagt, ja. Dann habe ich dir gesagt, also liebt er uns doch. Also liebt er dich doch auch. Nein, aber ich glaube an den Sohn Gottes. Sagt Allah, dass ich dann gläubig bin? Oder sagt er, dass ich ein Käfer bin? Keiner sagt, dass du ein Käfer bist, ja. Nein, Gott sagt das doch. Mach mich doch nicht bekloppt, Mann. Hat er mit dir gesprochen oder was? Was für das? Was sagst du im Koran? Spricht dein Gott nicht im Koran mit dir? Guck mal. Bleib locker, trink deinen Chai, break your milk. Und kann das sein, dass du heute so viel Kamelurin zu dir genommen hast, dass du sowas sagst? Beste. Kamelurin, Beste, was es gibt. Komm, mit mir kannst du diese Filme nicht machen. Hör doch auf. Lass doch diese Filme, du hast vollkommen recht, es tut mir leid. Lass doch normal Unterhaltsfilme. Ich weiß, was du brauchst. Ich weiß, was du brauchst. Einmal. Erzähl, erzähl. Ich zeige dir, was du brauchst. Guck jetzt. Ich zeig mal was Schönes. Jetzt komm. Zeig mal deine Moves. Jawohl. Das brauchst du. Ist das nicht der Song der Songs? Ich kenne den Song gar nicht, ja. Hast du den Song geschrieben? Hör mal, hör mal, hör mal. Nimm noch einen Schluck von Kamelurin, ja, Kamelurin. Oh, Beste, schmeckt. Aber woher weißt du, dass es so gut schmeckt? Wie viele Lieder hast du schon probiert? Der Asis, der kommt mal hier rein, der sagt immer, das schmeckt gut, Amir. Und da habe ich mir gedacht, ja, ich muss einen Song daraus machen. Kamelurin, oh, Kamelurin, das schmeckt so gut. Hast du diesen Song gemacht, produziert? Ja klar, ich bin der Produzent, Mann. Ja, bei dir läuft ja, wo kann ich mir den anhören? Oh, und Sänger, Rapper, Prediger, Macher, Tourer, Fahrer, alles. Alles in einem, ne? Alles in einem, was dir bei Dr. Shera Mohamed. Was bist du eigentlich für Landsmann? Erzähl mal. Ich bin alles, alles, was du brauchst. Ich bin jede... Aber weißt du, welches Land ich am meisten mag? Erzähl. Danke für Kamelurin. Vielen Dank für Kamelurin, das ist das beste Land. Position ungenau. Dankeschön, dass du dabei warst. Vielen Dank. Vielen Dank für Kamelurin. Amir. Ja. Wo ist mein Paket, Mann? Ach, Entschuldigung, einen Moment. Hier ist dein Paket. Komm mal hier, Father. Tut mir leid, dass ich dich so lange warten lassen. Da hast du dein Stummschaltpaket. Bitteschön. Bist du zufrieden damit? Wer will noch? Wer hat noch nicht? Kommt hier zu Dr. Shera Mohamed. Hallo. Hält deine Hand, wenn du ein Stummschaltpaket brauchst. Hallo. Hallo. Ja, wie geht's dir? Haben du, Jesus, mir geht's gut. Wie geht's dir? Ja, guck mal schön. Aber was genau ist dein Problem mit Islam, Bruder? Wenn ich fange an. Suche 9, Vers 29, suche 9, Vers 5, suche 8, Vers 39, suche 4, 24, suche 4, 34, suche 2, 23, 20, suche 65, Vers 4, suche 47, Vers 35, suche 47, Vers 4, suche 5, Vers 33. Ja, das sind so meine Probleme mit Islam. Guck mal, langsam, einer nach den anderen. Ich schreib mir das auf, ich komm morgen wieder, okay? Ich erklär dir jedes Einzelne. Was? Komm, nenn doch den Namen nochmal. So, aber langsam so. Nenn den Namen nochmal. Nein, wir suchen meinen nicht. Nenn den Namen jetzt nochmal, ey. Nein, ich mein die Suren, die Suren. Die Suren, Suren und Muren, genau. Unglaublich. Ich komm morgen und erklär dir das. Nicht komm, Armin, wir gehen das Ganze mal durch. Ich komm morgen und erklär dir das. Die coole Sonnenbrille, hä, Toni? Die coole Moji. Die coole Moji? Cool Moji. Die coole Moji. Oh, der hat die Kamelurie in Leitung. Hallo. Red Muslim. Warum denn? Was ist denn ein Grund, Muslim zu werden? Ja, guck mal, was der Allah dir dann verspricht. Jeder Mann wird im Paradies bis zu 500 Huris verheiraten. Und täglich insgesamt 4000 Frauen in Jungfern. Und Attabarani zufolge würde durch einen Mann täglich 100 Jungfrauen ihre Jungfräulichkeit verlieren. Willst du uns zu dieser Religion hinaus? Wenn du das willst, dann wird Muslim. Bitte? Wenn du das willst, dann wird Muslim. Ja, das will ich ja nicht. Deswegen will ich auch niemals Muslim werden. Und die ganzen Leute hier drin auch nicht. Ach so, okay. Tschüss. Ja, meinst du nicht, dass das so eine Pipi-Mann-Sache ist? Es ist der Weg. Tschüss. Ich kann nicht bemerken. Ich dachte, er will jetzt noch antworten und wartet erstmal. Armin, wie bist du in Bezug auf Sinti? Wie soll ich denn dazu sein? So ganz normale Menschen. Wir sind in erster Linie Menschen. Hört auf zu sagen, was hältst du von Afghanen? Was hältst du von Chinesen? Was hältst du von Türken? Und so, ihr seid Menschen, Mann. Wir sind Menschen. Innerhalb der menschlichen Rasse gibt es verdorbene Menschen. Und es gibt wertvolle Menschen. Und der Herr Jesus Christus ruft diejenigen, die Vergebung ihrer Schuld brauchen. Bist du derjenige, der Vergebung seiner Schuld braucht, dann geh zu Jesus Christus. Er ist nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen, sondern die Ungerechten. So. Ist das Thema jetzt gegessen? Was hältst du von Aramäa? Was hältst du von Armenien? Was hältst du von Syrer? Was hältst du von Chinesen? Was hältst du von Kurden? Was hältst du von Tchumbo-Tchumbo? Was hältst du von Lavalamba? Lavamba, was hältst du von Lavamba? Was hältst du von Kirschkuchen? Was hältst du von Mar Limonien? Hä? Was hältst du davon? Position ungenau. Sucher Satelliten. Hier, der Omar, der hat was zu sagen. Omar. Omar, habibi. Lack, was hältst du von dem? Lack, was hältst du von dem? Lack, was hältst du von meiner Schuhsohle? Lack, was hältst du von die Walise? Was hältst du von Türken? Die denken auch, du bist Diktator oder so, ne? Der Diktator, ey, Alter, Wahnsinn. Die denken, ey, du weißt, was das Schlimme ist, die denken dann, hast du gesehen, was der Armin gesagt hat über Türken und Kurden und so? Obwohl ich immer sage, ich... Alter, 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 wie geht's dir, wie geht's deinem Bruder? Erzähl mal. Ja, handel Jesus, uns geht's gut, so, um Herrn sein Loben. Wie geht's dir denn und dir Familie? Lack, was hältst du? Lack, Bruder, ganz gut. Lack, was hältst du von dem? Lack, was hältst du von dem? Lack, was hältst du von dieser Ampel? Ist sie die Grünen genug, oder könnte man noch sagen, dass sie grüner werden soll? Nein, nein, die soll grüner werden. Die Menschen, die haben es, weißt du, das Problem ist... Lack, mal. Lack, wusstest du, dass Allah einen grünen Anzug anhat und wolliges Haar hat? Lack, Bruder, keine Ahnung, Mann. Wenn ich, Digga, ich kiff manchmal, ich denke, bei dir ist dann alles grün. Jetzt darfst du es ja legal machen, diesen Scheiß, ey. Ja, mal, seit dem ersten... Hier war in der ganzen... Ich richte es nur noch nach Gras, ey, das ist nicht mehr normal. Bei mir ist dann alles grün, Mann, Schweine. Scheißegal, ey. Jetzt kannst du überall in den Aussprächern das Lied laufen lassen. I'm gonna clean my room until I got... Und die Leute würden alle vor diesem Ding stehen und alle anballern, ey. Oh my god, hi. Und Bob Marley, wenn siehst du die Leute, wie die anderen stehen, wie sie Dreadlocks und dann so... Ey, du bist so... Weißt du, ich sag dir ehrlich, die Leute, die dich hier haten oder so, mein Gott, er macht halt sein Content und versucht Aufklärungsarbeit zu machen, aber der Army ist ein richtig geiler Typ, Mann. Und wer das nicht schätzt und weiß, man kann doch manche nicht miteinander... Genau, welcome, die rote Bühne. Ich mach sie für dich, ich leg dir roten Teppich, Bruder. Ja, leg mir roten Teppich. Wann gibst du Steak aus mit schönen, leckeren, kleinen Kartoffelchins und sowas? Ich sag jedes Mal, Mann, lass uns mal zusammen treffen, die Schwester. Steak auf meinen Nacken, ohne mit. Steak auf meinen Nacken. Danke dir auch, Mann, danke dir. Gott segne dich und deine Familie. Ja, erzähl mal, ey, weißt du was... Letztens war ich bei dir... Das letzte Mal, wo ich bei dir im Stream war. Das wollte ich dir erzählen, bevor ich das vergesse. Ja. Da war ich bei dir im Stream und dann bin ich rauf... Ich hab halt paar Follower, mein Gott, ich will das jetzt auch nicht erwähnen oder so, aber ich hab ja schon meine Reichweite so aufgebaut. Und es gibt's einige, die kennen dich halt irgendwann mal, ja? Ja. Und dann haben sie mir geschrieben, privat. Sagen, ey... Du hast 484.000 Abonnenten, wie bist du dazu gekommen, Mann? Ich gucke gerade, das ist ja Wahnsinn. Wie hast du das geschafft? Wir haben ja Content. Ich und meine Frau waren die ersten Pärchen, die hier so Comedy-Content hatten vor zwei Jahren. Mistig. Gib mal 300.000 ab, damit ich viele zu jedem was füllen kann. Ey, gib mal 300. Hä? Ich schicke dir den Oma an. Ich schicke dir... Ey, bitte Leute, eine Rose. Einmal, komm... Du hast gesagt, das wären 3.000 Abonnenten. Ich gucke gerade 348k. Ja, ja, wir haben knapp... 384k. Wahnsinn, der Oma, guck dir den mal an. Das ist ja heftig. Wir haben, wir haben die erbettelt. Ey, bitte noch einen Follower, bitte noch einen Follower. Alle bitte einen Follower. Nein, auf jeden Fall. Da haben sie mich angeschrieben, da haben sie mich angeschrieben und gesagt, ey, du Heuschler, du Jahil, wie kannst du mit dem live gehen? Da habe ich gar nicht drauf geantwortet. Dann haben sie meiner Frau geschrieben, in Insta. Ey, dein Mann ist der richtige Jahil und so weiter. So richtige Kackleute, ja. Wahrscheinlich meine Landsleute. Wahnsinn. So traurig. Alter, richtig dumm, dass man heutzutage nicht mal menschlich miteinander kommunizieren kann. Ja, ihr Vollidioten, was ist denn dabei? Er hat niemandem was anzugehen. Ich kann doch mit wem ich will verkehren. Ist mir scheißegal, weißt du? Das ist das Problem. Du darfst nicht. Die wollen dir vorschreiben, wie du machst. Ein erwachsener Mann wollen dir vorschreiben, was er zu tun und was er zu lassen hat. Helft dich, ne? Ja, richtig dumm, richtig dumm. Lass mich doch machen, was ich will. Und da habe ich dem irgendwann geantwortet, weil er meine Frau angeschrieben hat. Habe ich gemeint, hey, dass du mich anschreibst, ist mir scheißegal, was du meine Frau anschreibst und so weiter. Und mit wem ich live gehe, das ist nicht dein Leben. Kehr erstmal vor deiner Tür, du Vollidioten, ja. Und solche Sachen und so. Also, ja, keine Ahnung, was die Leute haben. Also, dieser ganze Hass, der da verbreitet wird, ist echt ekelhaft. Und deswegen wollte ich dir das nochmal sagen. Und da hat einer geschrieben, ja, der Armir, der hat da noch so einen Bruder, der Reza. Und ich war bei dem in der WhatsApp-Gruppe, ne? Ja. Anscheinend. Und da habe ich gemeint, hey, geht mich da nichts an. Macht ihr, was ihr wollt, in welchen Gruppen ihr da auch seid. Ich habe mit Armir kein Problem. Menschlich gesehen, alles cool. Egal, was er da erzählt, ja. Ja. Genau so sieht es aus. Ich kann nicht jedem immer... Ja, also, von dem her... Das ist ein Quatsch. Das ist ein Quatsch. Ah, ja. Du kannst dir auch nicht jedem recht machen. Ja, mach dein Ding. Ich kann nicht jedem immer alles recht machen. Das ist doch Quatsch. Das ist doch Blödsinn. Mein Bruder, genauso wenig. Sobald man eine andere Meinung hat, viele andere sich total auf den Schlips getreten. Das ist doch nicht normal. Ja, ja. Ich weiß. Und ich habe... Und wie gesagt, die wollten halt direkt mit dieser WhatsApp-Gruppe... Hey, lass... Habe ich gesagt, gib mich einen Scheißdreck, alles mir egal. Ja, lass den doch machen, was er will. Wenn du da keinen Bock drauf hast, dann verpiss dich oder scroll weiter. Dann geh doch einfach raus, wenn du keine Lust auf diese Gruppe hast. Seh da einfach raus. Was ist das Problem? Dann brauchst du ja nicht die ganze Zeit hier, dies und da, sowas dir nicht gefallen. So, weißt du? Wichtig. Und die, die in der Gruppe sind, die wissen ja, warum sie drin sind. Und schau mal, wenn du deine Ansicht hast, mach deine Aufklärungsarbeit. Und wer ein Problem damit hat, gegenüber dir oder in dem Fall, dass er sich dadurch angegriffen fühlt, dann weiß ich nicht. Also ich kann den Menschen auch nicht weiterhelfen. Tut mir leid. Ja. Also wenn du jetzt zum Beispiel mich irgendwie für irgendwas kritisierst, zum Beispiel, wo ich einen Fehler gemacht habe, das ist eine ganz andere Sache. Wenn du jetzt über eine Sache sprichst, die ja schon tausende von Jahren her ist, wo keiner von uns wirklich... Ja, da hat jeder seine Ansicht. Und fertig. So sieht's gut. Aber dafür brauch ich dich nicht zu bedrohen mit deinem Leben oder so. Oder sagen, hey, ich bring dich um, wenn ich du leben sollst. Die sind so, Oma. Die sind so. Diese Glaubensgemeinschaft der Islam ist einfach so. Das ist das Problem, was wir haben. Ja, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht, Mann. Das gefällt niemandem. Das gefällt niemandem. Das gefällt niemandem. Und egal wo Menschen sterben, habe ich dir schon mal gesagt. Ich bin absolut, egal wo Menschen sterben, für mich sind das Opfer. Und die tun mir leid. Egal wo auf dieser Welt. Egal wo. So sieht's aus, ja. Und ich sag das als Moslem. Ja, auch für deine Community. Also ich bin ein Mensch, mit mir kannst du über alles reden. Und da wo Menschen sterben, das tut mir weh. Egal wo. Egal wo. Deswegen, wenn mich jemand fragt mit diesem Israel-Palästina-Konflikt, sage ich wirklich, ich weine auf beiden Seiten. Sind das keine Menschen, die unschuldig dort sterben? Ja. Nur weil sie Juden sind oder weil sie Palästinenser sind? Wo ist eure Moral, Ethik und Anstand? Wo ist eure Empathie? Seid ihr empathielos oder was ist los mit euch? Ja. Empathielos gefühlt? Ey, es kann doch nicht sein. Also, mir tut das genauso, wie wenn ein Kind in... Ich muss das jetzt einfach erwähnen... Man hört dich nicht. Ja, ich werde doch nicht drüber lachen oder sonst was. Das sind doch keine Menschen. Hörst du mich jetzt, Amir? Ja, du hörst dich. Ja, ja. Du kommst immer manchmal am Tag drüber. Hallo. Ja. Hallo. 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 Ja. Ich glaube, du hast schlechten Empfang. Äh, komm gleich nochmal. Äh, Toni sag ich. Ich mein auch mal. Ha, 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 ha da kam ja letztens jemand da haben die leute da habe ich mit jemand geredet da auch toni hieß und der toni hat versucht mich die ganze zeit zu übertönen und da habe ich die ganze zeit seinen namen immer so voll laut gesagt das war heftig das weiß ich hab mich tot gelacht wie laut ich dort geredet damit er endlich aufhört und mich so übertönen danke aber ich muss noch mal nicht verstanden habe dieser oma der ist muslim noch ja der ist ein liberaler muslim ist ein cooler typ sachen die wir ihnen gezeigt haben und was weiß ich was noch kommt hat total ist ein totales problem selber mit seinen eigenen schriften und sagt das ist der wahnsinn mann der guckt immer als mensch so wieder logisch nachdenkt bis ich bete immer für das eines tages zum herrn jesus christus findet ist vielleicht gerade geredet hat das war für mich halt bin ich kein mosle weißt ja er redet so als würde er selber den islam kritisieren das ist auch berechtigt er will nicht dass menschen aufgrund seiner religion benachteiligt werden oder gar in die ewigkeit geschickt werden es ist eine liberale auffassung so sind viele muss man auch noch auf seinem tiktok drauf weil das ist nicht wie er moslem aus er hat eine liberale auffassung er trennt staat und religion was die meisten muslim aber nicht machen ist bei islam ist ja statt eine religion ist da zusammen ist gibt es ja nicht getrennt wo sieht es aus man kann es nicht trennen das ist das aber es gibt halt muslimen die hat sich wollen ja geschwister bietet er bittet alle den oma er redet alle für ihn dass davon herr ein bisschen dings bekommt ja die herr mit spät immer form an dass der herr gnade mit ihm hat das ist gut das ist gut dass er so mit 384 tausend abonnenten geschrieben zu der sommer dich ein bisschen pushen ja dass du ganz deutschland gezeigt wird ja das macht der herr siehst du der holt immer mittlerweile habe ich schon mit sehr vielen leuten hier gesprochen die mich schon übelst nach vorne gebracht haben du weißt ja diese ganzen gehen gewaschen die sind ja heutzutage auf platz eins auf dick da weiß ja diese ganzen blutzen so ganz leipzig was was meinst du wenn ich so mädchen spielen würde dann will ich immer auf platz fünf oder in den charts und so aber das mache ich nicht platz eins ja aber das gehört sich nicht weil ich will ich bin ja nicht hier um den leuten das geld aus der tasche zu ziehen sondern ich hoffe dass der herr mir das irgendwie ermöglicht dass ich nicht die ganzen geschenke die von uns bekommst das machen wir nur damit du hier bleibst deine arbeit unabhängig davon aber der herr macht das alles man muss ihm vertrauen das ist das maler weise müssen vier euro für eine frage geben wie anders anders ich glaube es ist wirklich leute für vier euro pro frage eine frage beantwortet das ist wahnsinn oder schule hast du hast eine frage zum leben ich habe eine frage ja erst mal grund und boden schämen wenn ich von jemandem geld für eine frage nehmen würde es ist und macht das machen wir alles freiwillig aber das hat man ja warum noch nicht in einem sagen wir haben das umsonst bekommen und umsonst könnt ihr sonst jetzt weiter geben nicht ihr habt bezahlt und dann solltet ihr bezahlt werden dafür daran merkst du wie falsch der islam ist der hat uns das wort geschenkt und er will noch geld dafür habt ihr gesehen als ich mit ahmad ex muslim live als er gezeigt hat die ali dauer das geld aus den taschen der gläubigen rauszieht 170.000 euro durch ein stream 170.000 euro ist das geld sind damit der für die menschen betet das ist geistes krank mann aber du musst ja so auch denken also wer christliche aber ich rede es von unseren christen also wir jetzt ne ich rede ich rede es von der katholischen kirche die macht auch blödsinn heutzutage weißt du ja ne lass mal das jetzt lass mal das außen vor aber dass der typ dieser ali dauer der hat ja eine million abonnenten auf youtube weiß was das heißt eine millionen so gläubige die ihm glauben und vertrauen ja natürlich und dann auf einmal kommt er mit seine seiten auf null und will so den apologeten raushängen lassen und dann sagt er jetzt jetzt 100 dollar für denjenigen der will dass ich für ihn jetzt bete muss sich mal vorstellen und dann gibt dann spendet auf einmal jemand 100 dollar damit er für seinen kind betet ich dachte ich gucke nicht mehr richtig stellt euch mal vor ich würde so sowas machen und sagen leute gibt mir erst mal 200 euro damit ich für eure familie bete wie viel hast du bekommt auf sein konto dann ja genau ihr bekommt dann viel viel wie wird das gut geschrieben aufs konto eigentlich derjenige der sowas macht muss sich in grund und boden schämen und der wird in die tiefste der tiefsten kommen was meinst du wo ali dauer und diese ganze bande von england da die ihr unwesen treibt wo sie hingehen wo der ort ist wo die hinkommen sie liebten das geld mehr als gott leben dieses leben hier mehr als der herz als im himmel als gott ich habe es vergessen vorhin zu sagen was hältst du zeit von der alvaro thematik ich habe ja bisschen schlechtes über den alvaro gehört ja nein der alvaro ist einfach netter mensch ich weiß dass er nett ist aber ich höre von jedem dass der irgendwie falsch predigt oder irgendwas ist noch ganz frisch im glauben er versteht und er versteht das nicht so richtig dass es wirklich nur eine lehre gibt und nicht lehren verstehst du dass wir diese eine lehre bewahren sollen sowohl die glauben dass sie die wahre lehre haben als auch wir glauben dass wir die wahre lehre haben und anhand der schrift müssen wir das ganze dann prüfen und durchgehen verstehst du wir können ja nicht alle die lehre haben das geht ja nicht dass man da in der whatsapp gruppe da war ja allerdings paulus ja drin da war wir haben es ein geschwister ein bisschen telefoniert als es ist ein bisschen traurig auch ein bisschen ding alvaro weiß er war ein bisschen erschüttert mäßig weißt ja aber da muss er weiterentwickelt da war er muss erst mal die bibel lesen und das dann anwenden schablonartig ob das passt mit dem oder ist es vereinbar mit dem was er aus der bibel halt rausgelesen hat was die leute so praktizieren so ist das ohne jetzt irgendwelche denomination zu erwähnen der heilige geist wird das schon machen glaubt es ist krank das ganze den mutationen das verstehe ich bis heute noch nicht weißt du ja deswegen das einzige heil kommt aus jesus christus er ist unser retter unser heiland und außer ihm gibt es niemanden wodurch wir gerettet werden amen sohn gottes du hättest okay mach's gut sohn gottes ja alles klar ja der alvaro lasst ihn erst mal ein bisschen die bibel lesen das gerade mal seit ein paar wochen im glauben aber alvaros absichten sind eigentlich gute absichten glaubt es mir alvaro meint das überhaupt nicht böse er versucht uns alle so zusammenzubringen aber es ist natürlich schwierig ist das kannst du anhand der bibel nicht so leicht machen denn die bibel vertritt eine lehre ja und jeder von sich aus denkt so dass er so die einzig wahre lehrer hat also muss man die bibel halt sprechen lassen und dann musst du halt gucken wie der heilige geist dich führt und zu welcher du also welche du tendierst ne ja alvaro ist einfach ein lieber kerl das ist das weil war es ein lieber kerl er will niemanden schaden er will so dass wir uns alle lieben so wie es auch sein soll so wie der erste johannesbrief das sagt die geschwisterliebe das ist sehr hoch für den herrn jesus christus ich zeige euch das mal ich stelle es erst mal vor die geschwisterliebe ist ein ein hohes gut was der herr den menschen gegeben hat also den gläubigen ein moment hier guck mal das ist erst johannes kapitel 3 ab vers 13 verwundert euch nicht meine brüder wenn euch die welt hasst wir wissen dass wir auch dass wir aus dem tod zum leben gelangt sind denn wir lieben die brüder wer den bruder nicht liebt bleibt im tod versteht ihr wie wichtig das ist jeder der seinen bruder hasst ist ein mörder und ihr wisst dass kein mörder ewiges leben bleiben in sich hat daran haben wir die liebe erkannt dass er sein leben für uns hingegeben hat auch wir sind es schuldig für die brüder das leben hinzugeben versteht ihr wie hoch was der herr von uns verlangt dass wir bereit sind dass falls eine kugel kommt sogar wir uns vor unserem bruder hinten schmeißen müssen so heilig ist der bruder für uns daran haben wir die liebe erkannt oder die schwester ist dasselbe auch wir sind es schuldig für die brüder das leben hinzugeben wer aber die güter dieser welt hat und sein bruder notleiden sieht und sein herz vor ihm verschließt wie bleibt die liebe gottes in ihm meine kinder lasst euch nicht mit worten lieben noch mit der zunge sondern in tat und wahrheit so wie der eine heute gesagt hat der gesagt hat ich liebe jesus habe ich gesagt dieser machiavelli habe ich gesagt du liebst jesus nicht du liebst irgendeinen anderen jesus den es nie gab denn du sollst ihn mit tat lieben und das heißt zu ihnen sich zu ihm bekennen und daran erkennen wir dass wir aus der wahrheit sind und damit werden wir unseren herzen vor ihm stillen dass wenn unsere herzen uns verurteilt gott größer ist als unser herz und alles weiß geliebte wenn unser herz uns nicht verurteilt dann haben wir freimütigkeit zu gott und was immer wir bitten das empfangen wir von ihm weil wir seine gebote halten und tun was vor ihm wohlgefällig ist und das ist sein gebot dass wir glauben an den namen seines sohnes jesus christus und einander lieben nach dem gebot dass er uns gegeben hat und wer seine gebote hält der bleibt in ihm und er in ihm und daran erkennen wir dass er in uns bleibt an dem geist den er uns gegeben hat merkt ihr so einfach ist das und jetzt wende den ersten johannesbrief kapitel 3 an die christenheit da wisst ihr schon wer liebt und wer nicht liebt so einfach ist das ja viele viele sind zu brüdern mutiert das ist heftig würde mich niemals hinstellen und zu jemanden sagen zur hölle mit dir und mit denen die mit dir die dir folgen sagt das ein christ so was allgemein würde so ein christ so was aussprechen zur hölle mit dir und mit jedem der dir folgt das ist geisteskrank man es ist der wahnsinn ja das stimmt hallo sagt sowas ein christ oder wünscht jeder christ jemanden die rechtleitung oder aber auch das ewige leben in christus möge dein buch dein name im buch des lebens verzeichnet sein möge der herr dich begleiten behüten beschützen das sind die worte eines jemanden der zu christus gehört nicht möge die hölle mögest du zur hölle fahren und alle die mit dir sind ja ich wollte ich wollte nur sagen das geht aber vielen so viele kommen ganz neu zum glauben und dann auf tik tok und ja also ich muss selber sagen ich habe am anfang irgendwie auch gedacht die liebe und die alle zusammen und diese eifersöhnung dann habe ich erst verstanden dass es halt wirklich nur eine lehre gibt habe mich ganz arg mit der bibel beschäftigt also ich höre die auch abends vor allem mit des johannes kapitel ist einfach mein lieblings kapitel und ja ich denke das geht vielen so johannes evangelium oder der johannes brief johannes evangelium ist auch mein lieblings evangeli und ja das geht das geht wirklich vielen so und man muss halt dann sich einfach auch den richtigen weg halt bahnen und den erstmal finden und ich muss sagen ich habe auch weniger leute dadurch also gerade was ich halt für mich richtig finde und ich gehe halt einfach nur in streams wo ich wo ich einfach finde die lehre ist korrekt also es geht auch nicht immer nur um den mensch sondern es geht wirklich auch darum was ist die richtige lehre ja und da wir hat alles einfach nur menschen sind es hat auch keiner perfekt und ja aber aber die lehre ist halt schon wichtig ja klar natürlich sage ich doch diese ganzen sachen was es hier alles gibt also ich ich selber habe das alles ich habe davon nie gehört also erst durch tik tok habe ich erstmal rausgefunden was da es gibt ich kann am anfang nur evangelisch katholisch orthodox und dann habe ich erstmal rausgefunden was da alles für so unterscheidungen gibt mit charismatiker alle wetten baptisten und ich weiß bis heute immer noch nicht richtig genau was sie da also bei den charismatikern habe ich jetzt auch ein paar videos gesehen und oder zu ihnen rede ich kannte das wirklich alles gar nicht das habe ich hier durch tik tok erstmal und war auch ein bisschen geschockt dass überhaupt sowas gibt für die menschen wir müssen für die menschen beten es bringt nur das gebet ist die waffe eines eines gläubigen als wiedergeborenen ist das gebet das gebet eines rechten zermarkt viel wenn es ernstlich ist so sagt sie jakobus brief kapitel 5 versicht ja und mach weiter so also es ist eine aufklärung und ja es kann auch viele zum nachdenken bringen und hat auch schon viele zum nachdenken gebracht und ja ich danke gott dass er mich benutzt um seine botschaft weiterzugeben und ich versuche mein bestes halt seine botschaft weiterzugeben und meine aufklärungsarbeit zu machen ja und du hast echt viel geduld und also manchmal manchmal nicht ja ja deswegen ok meine liebe gott segne dich und deine familie danke sohn gott rosen für den shake rosen für den shake bitte weiter pushen ja genau man muss pushen ich dachte ich guck gerade nicht richtig sehr also ich glaube der der omar war Er war mit seiner Frau dann, wie er schon gesagt hat, der Erste, der dieses Beziehungscontent gemacht hat, dieses Frau und Mann da, diese lustigen Sachen oder was, das ist das. Ich glaube, der war so mit der Einzige oder der Erste, was für Einzige, der Erste. So, mach mir bitte für mich, ich gebe dir dafür 250 Euro. Ja genau, Schwester Assyrien, das kann nicht wahr sein. Ich bete auch so für dich, ich brauche keine 250 Euro, um für dich in Liebe zu beten. Dafür brauche ich kein Geld, um für dich und deine Probleme zu beten. Herr Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, ich danke dir von ganzem Herzen, dass ich jetzt zu dir beten darf, Herr, und dass ich in Liebe auch für die Schwester hier, Schwester Assyrien beten darf, Herr, dass du ihre Probleme löst, dass du ihre Sorgen und Ängste nimmst, die sie gerade in sich hat, Herr. Bitte segne sie, behüte sie, bitte beherzige ihre Probleme, Herr, und ihre Gebete erhöre sie, Herr, wenn sie zu dir betet, Herr Jesus Christus, denn aber dein Wille soll geschehen, aber nicht und nicht unser Wille. Herr, wir wollen uns ganz klein machen und dich erhöhen, Herr Jesus Christus, denn du bist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben und wir sind deine Geschöpfe, Herr Jesus Christus und wir möchten uns ganz dir widmen und dir von ganzem Herzen Danke sagen für das, was du in unserem Leben tust und noch tun wirst, Herr. Und bitte segne uns weiterhin und gebe uns Kraft, weiterzumachen, jeden Einzelnen von uns und die schwierigen Situationen in unserem Leben mit dir zu meistern, denn wir wissen, wir können über Mauern springen mit dir, Herr, und mit dir ist alles möglich, Herr, denn wenn du für uns bist, dann kann niemand gegen uns sein. Ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, und segne bitte unsere Geschwister, die gerade Leid erfahren, Herr, auf der ganzen Welt. Darum bitte ich dich in deinem heiligen Namen. Amen. Amen. Ja, ich hoffe natürlich, dass das Gebet Frucht bringt und beziehungsweise, dass der Herr das auch erhört und dir deine Sorgen, Ängste nimmt und was auch immer du gerade in deinem Leben so hast oder euch auch. Gottes Segen, wundervoll. Gott bless you all. Und stell dir mal vor, jetzt nimmt der Ali Dawa für ein Gebet 100 englische Pfund. Schau dir das mal an. Stell dir mal vor, ich würde zu dieser Schwester Assyrian jetzt sagen, ja, Schwester, bevor ich für die Späte spende, nochmal jetzt 100 Euro rein, damit die Gebete auch besser ankommen. Was würdet ihr von mir denken? Das ist doch krank. Das ist einfach nur krank. Ja, und die machen dort richtig Kohle, ne? Boah. Ja, dann mach das mal, äh, Stugotz. Aber ich bin derjenige, der die AI-Bilder gemacht hat. Ich kann das Lied mit deiner Stimme machen. Ja, mach das doch mal. Ja, Schwester Assyrian, du lachst jetzt gerade, aber der Ali Dawa macht das ja wirklich. Da kommen arme Muslime zu ihm und sagen, kannst du bitte für meinen kleinen Sohn beten oder für meine, äh, für meine, äh, erkrankte Schwester oder was auch immer? Und dann sagt ihr, ja, äh, kannst du, äh, äh, 100 Euro, 150 Pfund da rein machen? dann ist besser ist das zu fassen das ist es ist einfach nur traurig habe kein problem danke ich hoffe natürlich dass die stimme dann auch gut wird das sind wirklich blut sogar natürlich wenn du also hingeht als so ein vermeintlicher gläubiger oder quasi so jemand der den islam angehört und dann auf einmal hey was machst du da spritte will er fast aus dem aus der tür raus kannst du auch für mich bitte ich heiße jesus christus mein herr mein gott ich danke dir von ganz herzlich dass ich jetzt wieder zu dem beten darf ich bitte für den joel hier kommentar bereich aber auch wieder für uns her dass du uns ja segne es herren dass du uns wirklich die gabe gibst die wir brauchen um viele viele menschen für dein reich zu gewinnen der jesus christus und immer von dir gesegnet zu werden ich danke dir von ganz herzen dass wir uns kinder gottes durch dich nennen dürfen und bitte gebe uns die kraft weiterhin durchzuhalten darum bitte ich in einem heiligen namen für mich auch für euch alle ich habe eigentlich schon im ganzen für euch alle gebeten jetzt kommt jeder für mich auch für mich nein wer hier drin ist ich habe ja gesagt für jeden der hier drin ist ach so ja stimmt ja das ist auch heftig der dein von deinem der der bruder der dann mit den islamen das ist auch sehr sehr schrecklich ja magena auch magena die geht es auch nicht so gut dir geht es auch nicht so gut aber wir haben alle probleme haben hier und da alle unsere sorgen und ängste das ist das ist heftig möge der herr uns alle wirklich uns das geben was wir brauchen aber nicht unser wille soll geschehen ihr lieben sondern der wille des herrn so sieht es aus aber schon extrem das ist schon extrem mit alida das ist so auffällig aber auch und die muslimen checken das gar nicht ich verstehe nicht dass der typ dort die das geld den leuten aus der tasche zieht und das auch vom allerfeinsten das ist das geisteskrank der macht eine ganze show indem er die leute dazu aufruft da übelst rein zu spenden man das ist das wahnsinn alles gut ich habe eine frage an dich noch ich habe gestern mit einem christen noch geredet gehabt also er nennt sich halt so der ist auch sehr biblisch unterwegs nur er lehnt halt die trinität arbeit und hat mir dann erst auf jeden fall im ersten gründer brief stand das überhaupt das jetzt irgendwie vergessen gab was stand im ersten gründer brief was die macht vom vater wieder zu mehr genau dass jesus die macht wieder entristen wird so in der art und wieder zum vater kommen da meinte er da siehst du doch die tätigkeit gibt es nicht in der diesel da habe ich mir gedacht aber machte ich eine sekunde nur eine sekunde habe ich entfernt danke danny entschuldigung ich habe dir ich habe das nicht verstanden das ist auch heftig der ist der geht die ganze zeit raus gibt anrufe ja ok dann komm noch mal rein ich hab den färs jetzt erster korinther war das 15 28 was steht denn da ja ich kann jetzt nicht rausgehen weißt du dann hörst du mich ja nicht mehr ja so wie mit deinen worten geben sie mit deinen worten wieder ja warte lass mich nur mal kurz lesen er hat sich nämlich darauf bezogen dass der sohn sich dem vater unterwerfen tut deswegen ja ist auch richtig so damit gott in allem eins ist ja der jesus christus hat ja die form eines menschen angenommen und mit dem verherrlichen körper ist er auch in den himmel aufgefahren und hat nennt ja auch jetzt gott seinen vater und hat sich ihm untergeordnet so aber er bleibt der gleich ewige gott nur zu seiner göttlichen natur hat er sich auch eine menschliche natur genommen das darfst du nicht außer achten dass sonst fliegt das alles auseinander ach so und er als er hat der sohn gottes der gott der war hat sich losgelöst und hat zu seiner göttlichen form ewigkeit eine menschliche natur angenommen und mit dieser menschlichen natur ist er in den himmel aufgefahren ach mit der menschlichen natur ja natürlich der apostel johannes der stand doch vor dem herrn jesus christus und er ist viele anbeten vor ihm nieder und er legte seine rechte hand auf ihn und sprach sie ich war tot und lebe doch von ewigkeit zu ewigkeit ich bin der erste und der letzte und du weißt doch dass gott ja wie selber der erste und der letzte ist jesaja 44 6 ich glaube ja auch also ich glaube ja auch an die trinität nur da hatten wir gestern so ein vers gegen die ohren geworfen es war auch noch spät weißt du hat schlicht so die passende antwort gegen den gegenüber weißt du was war das problem ja der darf nicht die wertung gottes außer acht lassen sonst geht das alles nicht auf das problem ist ich hab ihm dann das machte der haupte ja das ist ja quatsch es heißt abc sondern aaa die trinität ist nicht abc dass der vater so der höhere gott wäre als jesus christus der ein kleinerer gott ist dass der politismus nein im wesen sind sie der gleich ewige gott jesus christus hat ja kein anfang kein ende gehabt er kam nur in diese schöpfung hinein ja aber er war von ewigkeit zu hebräer 13 8 christus ist derselbe gestern und heute und in ewigkeit christus in ewigkeit mit gott dem vater du musst du noch eins überlegen weil gestern meinte er dann zu mir noch jesus ist ein teil von gott aber er ist nicht dort habe ich mir gedacht nein das ist ein teil von gott er ist gott selbst man der sohn gottes ist gott selbst warum haben die juden in johannes 5 vers 18 wollten sie ihn steinigen als er gesagt ich bin der sohn gottes ja weil er sich ja gott gleich gemacht hat der gut was haben die juden also verstanden dass er sich so hingestellt hat als wäre er selbst gott ja nicht wegen einer guten werke willen wollen wir nicht steinigen weil du der du ein mensch bist behauptet das gott selbst zu sein wenn du sagst also zu den juden ich bin der sohn gottes dann heißt es nicht selber dass du gott der sohn bist weil sie wissen dass im alten testament in sprüche 30 1 bis 4 der sohn gottes gott selber ist aber ich habe meine frage auch an dich wissen auch die juden von heute noch wie die geschichte damals war was sie den so abgelehnt haben den jesus natürlich sie haben sie haben historische beweise auch ihr talmund gibt erzeugnis von jesus christus ja diese dieser teuflische babylonische talmund der den herrn jesus christus beleidigt spricht ja über seine sache ihr getan hat dann frage ich mich warum er dann zu mir kommt wieso fragt er nicht einfach einen juden weiß was ich meine und erklärt erklärt der jude ihm das und dann bin ich doch aus das sind leute die lesen die bibel mit einem falschen herz und mit einem falschen geist das ist das ein jeglicher geist der bekennt dass christus ins fleisch gekommen ist der ist aus gott geboren was bedeutet christus ins fleisch bekennen christ das weiß ich gerade nicht oft auf der hat mensch wurde christus ins fleisch ist johannes 1 vers 1 bis 14 im anfang war das wort das wort war bei gott und das wort war gott jesus christus ist ja das wort gottes das gott selber ist und das wort war fleisch und wurde unter uns das musst du dir merken diese sache musste die merken du musst dich ein bisschen mit der trinität auseinandersetzen du kannst dich ja ich habe mich auch sehr gute kanäle nicht gesagt das problem ist habe ich ja diese stellen aus dem ersten buch mose beleuchten ich sag zu ihm du hast doch erste du hast den ersten buch mose schon in trinität sage ich zu ihm dann sagt er zu mir wo denn sage ich ja da geist gottes schwebt über dem wasser und gott sprach sage ich dem da hast du dich doch schon meinte er immer genau das wort gott das wort und der heilige geist so einfach ist dass der geist gottes schwebt über dem wasser und durch das wort hat gott alles geschaffen schöpfer das habe ich ihm auch so erklärt da meinte er ja man könnte das jetzt so argumentieren ja aber ja aber da fängt schon an ja aber glaube sie haben ein problem mit jesus christus sie hassen jesus christus sie wollen ihn nicht als gott bekennen weil sie denke dass er doch das ist doch nur ein band mensch die für grafen ja gar nicht dass er von ewigkeit her existiert alles was ewig ist es gott selbst das muss den leuten ja bewusst sein gestern ist mir auch das fand ich auch interessant das hat mir jemand anderes zugetragen dann zum beispiel blickwinkel hat das auch nicht betrachtet ja lass mich ausreden mit adam zum beispiel wurde mir das gestern auch so erklärt er hat ja als erster mensch gesündigt deswegen haben wir den tod als strafe bekommen und durch einen perfekten menschen muss die sünde aus der welt geschaffen werden genau 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 das hatte auch noch mal so erklärt bekommen dann ist auch noch mal viel noch mal logischer gewesen weißt du dich meine ja genau ok mein lieber gott segne dich und deine familie ich habe jetzt fragen du hast jetzt fragt und argumente ja fragt man und argumentier mal erst mal schön wissen warum bist du zum christentum kommentiert weil mohammed in zur 33 fest 50 sagt dass er meine frau heiratet und ich sie geben geben muss wo steht das durch 33 fest 50 tafsir al-kurtubi auf der seite 423 ist das eine deutsche übersetzung das ist eine arabische überlieferung von deinem imam al-kurtubi in zur 33 fest 50 der das für dich auf legt auslegt dass der mohammed deine frau haben will und sie bunga bunga machen will ich habe letztens nicht ich habe letztens gesehen aus der seite gezeigt und die ist echt fehl die redest du das deutsche übersetzung und deutschland so zu reden was soll das das meiste deutsche übersetzung ich kann nicht mal normal artikulieren das alles klo ist kein junger intelligenter mann warum muss sagt er ich habe eine frage und argumentiere da sage ich ihm eine sache da ist er schon am ende auch wenn man das mal der war ich sehe von dem ra ، auch wenn ich die ein kammer sich nur kammern muss kammer kann man nur elowe die gell-o ich bin glücklicherweise sie sind Hallo, Kamil, Uffi. Ja, genau. Jetzt hat er auf einmal bemerkt, dass er bei mir drin war. No, 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 no. Grüß Gott. Grüß Gott, mein lieber. Gott segne dich und deine Familie. Nein, ich brauche von dir nichts. Ich habe einen Gott. Der gibt mir sowas. Was ist dieser Gott? Ich will nicht mit dir über Islam oder über Christen reden. Warum kommst du dann hier rein, wenn du nicht darüber reden willst? Wegen Respektlos. Warum? Der Junge fragt dich. Gute Fragen. Du lachst. Einfach. Warum? Willst du mich gerade veräppeln, oder was? Also, wenn ich über Religion rede, mit Leuten, die so Respekt haben. Wenn du schwere Fragen kriegst, dann fängst du diese Kindergarten, du lachst und so. Warum? Also, der hat mich gefragt, warum hast du den Islam verlassen, oder was? Warum magst du den Islam? Der Islam braucht dich nicht, Kollege. Aber trotzdem, Respekt ist alles. Du musst Leute respektieren. Ob die deine Seite ist, oder nicht. Warum hast du denn noch Respekt vor Allah, der uns nicht respektiert? Ich habe Respekt an Allah, weil er hat uns erschöpft in diesem Leben. Warum beleidigt dein Gott uns? Wenn du das nicht glaubst, das ist deine Probleme. Warum beleidigt dein Gott uns? Warum? Schrei mich nicht an. Dann geh raus. Du Idiot. Du Missgebot. Du kannst den nennen, der ein 6-jähriges Kind geheiratet hat. Du bist ein Missgebot. Guck mal, du bist ein... Zwei Sekunden halten die aus, um normal zu reden. Ehrlich. Unfassbar. Du bist ein Idiot. Eine Missgebot. Unfassbar, ne? Gott segne ihn und seine Familie. So sind sie. Einer nach dem anderen. Sie sind alle so. Die kommen erstmal so friedlich rein und dann zeigen sie ihre wahre Gesinnung. Was ich mir hier gebe, mit diesen Leuten. Und da könnte ich nur weinen um jede einzelne Seele, ne? Weil ich weiß, wo sie hingehen nach ihrem Tod. Ich weiß, wo sie hingehen nach ihrem Tod. Ja, irgendwann mal platzt mir auch der Kragen. Was für ein Quatsch der mir erzählt. Der Typ kam rein, hat er gesagt, ich habe jetzt eine Frage und will auch argumentieren. Okay. Der hat mich gefragt, Armin, warum hast du den Islam fallen? Also, warum magst du Islam? Ich habe ich gesagt, in Sura 33, Vers 50 sagt Mohammed oder beziehungsweise sagt der Ausleger, Imam al-Kurtubi auf der Seite 423, dass er mit zehn Privilegien bevorzugt wurde von der ganzen Menschheit. Und dass in Punkt 10 steht, dass wenn Mohammeds Augen auf eine verheiratete Frau fallen, dass es die unbestreitbare Pflicht eines jeden Mannes ist, sich von ihr scheiden zu lassen, damit Mohammed mit ihr in Ruhe SEX arbeitet. Ich kann das niemals akzeptieren und werde auch niemals meine Frau Mohammed hergeben. Ende aus. Das ist für mich schon allein Grund genug zu sagen, das ist ein großer Betrug und hat Allah ausgenutzt, um an Frauen ranzukommen. Ende aus der Geschichte. Ende aus. Das reicht doch schon. Was laberst du? Das stimmt nicht. Ja, siehst du. Meinst du, ich erfinde das alles oder was? Ich nenne dir Suchen. Ich nenne dir Quellen. Ich nenne dir die Gelehrten-Namen. Ich nenne dir die Bücher-Namen. Alles mache ich. Und dann sagt er, das stimmt nicht. Ich bin in der Irrenanstalt angekommen mit euch, Mann. Du hast keine Argumente mehr. Er hat dir gute Frage gestellt. Du kannst nur lachen. Ja, natürlich kann ich nur lachen bei so einem Unsinn. Wer kann denn nicht lachen? Unglaublich. Du kannst nur lachen bei mir. Oh, Jesus Christus, bitte. Was ist denn bloß hier los? Das ist Wahnsinn. Ich verstehe das nicht. Die müssen doch wenigstens einen Grad an Bildung mitbringen, Mann. Ein bisschen. Wenigstens einen Hauptschulabschluss. Und nicht Baumschule. Hauptschulabschluss reicht doch schon, um das zu verstehen. Mann. Das kriegt ja wohl jeder hin, ein wenig Gehirnmasse an den Tag zu legen. Und das zu benutzen. Sein Gehirn zu benutzen. Ist doch nicht normal. Das ist nix normal. Das ist nix normal, diese. Das ist nix normal. Doch, die haben schon Gehirn. Die haben ein verdorbenes Herz. Das ist das. Das Herz lässt es nicht zu. Nee. Oh, das ist nix normal. Das ist nix normal. Du kannst mit mir ein paar Besonderes ernst nehmen. Du kannst mir das mit dir sein können. One more time! Trink aus! Trink aus! Trink aus! Trink aus! Ich sag es zu dir, one more time! Das kannst du keiner mit sehen. Man hält das doch nicht so aus. Man hält das eigentlich nur noch so aus. Maria war zwölf und Josef neunzig. Levent! Der Levent! Guck mal, wie toll der ist! Guck mal, der gute alte Levent! Der Kapus! Levent Kapus Corpum! Er hat jetzt das richtige Argument gebracht! Maria war zwölf und Josef war neunzig! Das hast du super gemacht, Levent! Das hast du super gemacht, Levent! Ja, du bist ein toller Typ! Du hast herausgefunden, was geht! Ich klatsch in Hände für dich, oh ja! Du bist wirklich einsame Spitze! Maria war zwölf und Josef war neunzig. Das ist klar. Maria war Jungfrau, mein lieber Mann! Lass mich nicht ausrasten! Ich hab in sechs Jahren mit Puppen gespielt! Maria war Jungfrau! Nicht wie A, ich hab in sechs Jahren mit Puppen gespielt! Gartbus! 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 Ab zusammen! Hallo! Hallo, ab zusammen! Wie geht's? Wie geht's dir? Auch gut! Ich hab da mal ne Frage! Eine oder mehrere? Eine, eine! Eine, eine! Und gehst du mit ABK zum Freitag? Ich wusste es! Hab ich dir nicht gesagt? Ich wusste es! Entweder Shisha-Bar oder mit ABK! Wie ich das riechen kann, ne? Boah! Das ist heftig, ey! Warte, ich muss mal kurz diesen Levent mal stumm, der geht mir auf den Zeiger. Levent, es tut mir leid, du bekommst jetzt erstmal dein Stumm-Shark-Paket, worauf du so lange gewartet hast. Levent! Levent! Levent 3, 2, 1, Stumm-Shark-Paket! Go! Also, ich werde auf keinen Fall hier mit ABK so Faxereien machen. Wenn er mich erwähnt, werde ich ein wenig wieder auf ihn reagieren, aber ansonsten brauche ich ihn nicht zu erwähnen. Ah, okay. Okay, mach dir lieber Gedanken um deine Ewigkeit, mein Lieber. Gott segne dich! Ich würde mir gar nicht recht leiten. Welcher Teil davon? Die Schienenbeine, das Fuß oder die zwei rechten Hände? Irgendein. Welcher Teil davon? Wer von Allah? Welcher Teil von Allah soll mich denn recht leiten? Oh, danke. Panther-Lady. Unglaublich. Katsama. Was ist denn hier los? Hallo, mein Bester. Danke. Ja, was kann ich für dich tun? Ja, was geht denn hier? Bleib Breaking News, habe ich gelesen. Erzähl doch mal das Neueste. Ja, Jesus Christus ist vor den Toten aufgestanden, hat den Tod besiegt und hat damit allen bewiesen, dass er Gott, der Allmächtig ist, der nicht Kamelurin verteilt, sondern das ewige Leben. Sehr gut. Mach weiter so. Gott segne dich und deine Familie. Hau rein. Ciao. Nein, 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 nein. Danke, Feser 5. Hallo, Gottes Segen, Gaetano. Alles gut? Guten Morgen. Guten Morgen, fratello. Bei dir auch? Ja, auch. Grazie. Ich habe meine Frage. Es ist ja alles schön und gut, dass wir jetzt auch alles reden, aber eins musst du uns jetzt mal sagen. Was machen wir denn jetzt? Wir müssen uns doch irgendwie jetzt wehren. Jesus muss das annehmen und ihm nachfolgen. Das machen wir jetzt. Ja, das machen wir. Das ist ja kein Problem, aber wir müssen uns doch jetzt... Du sagst das einfach so, aber die meisten machen es nicht. Es ist nur eine kleine Schar. Also auch hier alle, die bei mir sind, ja, die sind das. Und einige Geschwister hier, die sich herumtummeln, ja. Die folgen Jesus Christus. Du weißt ja jetzt, du hast ja auch letztens gehört, was hier alles abgeht und das wird auch hier jetzt kommen. Wir müssen uns ja wehren. Was denkst du darüber? Nein, der Herr Jesus Christus hat alles im Griff. Du musst im Gebet bleiben und für die Muslime beten und beziehungsweise Aufklärungsarbeit machen, so wie der Herr das von dir verlangt. Also der Herr möchte, dass du deinen Charisma einsetzt. Das, was der Herr dir gegeben hat, das musst du für ihn einsetzen, bis er zurückkehrt. Okay, aber was ist jetzt, wenn es jetzt so weit kommt, wie wir letztens ja geredet haben? Nein. Nein. Es wird erstmal das Bargeld verschwinden. Dann kommt diese, kurz bevor diese Chip-Implantierung kommt, wird der Herr selbst zurückkommen. Das wirst du sehen, dass das so kommen wird. Muslime, die denken, dass sie das Land disklamisieren, aber dabei wissen sie gar nicht, dass sie aus einem Grund hier sind. Aber du siehst ja, wie viele Christen und so geschlagen werden, auch weil wir uns jetzt auch wehren und dies und das. Sollen wir da einfach zuschauen oder sollen wir uns wehren? Was meinst du jetzt? Nein, wenn du siehst, dass da irgendwo Unrecht geschieht vor deinem Auge. Natürlich sollst du hingehen und versuchen, das Ganze zu klären. Aber nicht so, dass du demjenigen dann, weiß ich nicht, total schadest oder was, ne? Aber ich sehe es ja immer wieder, weißt du, es gibt immer wieder Probleme und, weißt du, wie ich meine, ich denke jetzt auch, ey, bevor ich mich in Schwierigkeiten, was soll ich machen? Es ist klar, wir beten, wir beten, wir beten. Aber wir können nicht zuschauen, wenn unsere Brüder geschlagen werden oder misshandelt werden und diese ganze Sache, weißt du, wie ich meine? Ja, ich verstehe dich schon. Ich könnte sowas auch nicht ertragen, sage ich dir ehrlich. Allein schon nur, wenn ich jemanden sehe, der irgendwie vor meinen Augen geschlagen wird. Das ist doch eine natürliche Reaktion, dass du sofort hingehst und versuchst, das Ganze zu beenden. Verstehst du? Ja, das wird noch harte Zeiten kommen, ja. Und das ist so. Natürlich, der Herr hat uns ja vorbereitet auf die Verfolgung. Wenn sie mich verfolgt haben, so werden sie euch verfolgen. Damit müssen wir rechnen. Du gehörst zu Jesus Christus. Du bist ja aus der Welt raus. Deswegen heißt es ja, Christus nachzufolgen ist so gut wie unmöglich. Du musst quasi alles über dich ergehen lassen. Ja, ich habe jetzt nicht Angst, aber weißt du, ich meine jetzt, wir sollen uns ja wehren. Wenn wir, es ist klar, wir, äh, verstehst du, wie ich meine? Ich bin jetzt so, was soll ich dann machen? Weißt du, nicht, dass ich dann falsch handelte und dann habe ich ja wieder den Sonnen, weißt du? Ich weiß doch, Gaitan, das ist die natürliche Reaktion eines Menschen, wenn er angegriffen wird, dass er in den Verteidigungsmodus geht. Wir Christen gehen ja niemals, sind wir ja der Aggressor irgendeiner Sache. Wir gehen ja nicht hin und schlagen irgendwelchen Leuten auf die Fresse oder was. Deswegen sollten wir uns immer bewusst machen, dass der Herr, dass wir eine große Verantwortung haben und der Herr etwas von uns abverlangt, ne? Und seine Gebote müssen wir halten. Es ist schwierig, aber ja, wir müssen es in die Tat umsetzen, ne? Auch wenn es manchmal unmöglich erscheint, aber ja, müssen wir durch. Ich danke dir für die Antwort, Gaitan. Gott, ich sehe dir und deine Familie. Dankeschön, dir auch, danke. Ciao, ciao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, hi, was war das denn für eine Begrüßung? War das Kamin? Das war eine Aussprächung, die auch im Koran steht und ja. Kannst du das mal nochmal aussprechen, bitte? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Was ist das? Das hat Allah im Koran geschrieben. Ja, aber so wie du das sagst, kommt mir vor, als hättest du irgendwas im Mund mit Kamelurin oder was? Nee, hab ich nicht. Ich bin Tschetschener auf dem Mund. Also, ich spreche das dann so aus. Red nicht über den Islam. Red nicht über den Islam. Ja, aber jetzt rede ich erst recht über den Islam, wenn du sagst, red nicht über den Islam. Warum redest du denn über den Islam? Warum redet denn der Islam über die Christen? Äh, wo redet der über die Christen? Äh, Sura 98 Vers 7, Sura 2 Vers 64, Sura 5 Vers 51, Sura 9 Vers 29, äh, und so weiter und so fort. Sura 8 Vers 55. Ja, ich will dir eine Frage noch stellen. Bitte? Ich will dir eine Frage stellen. Ja. Wie findest du das? Wie bist du auf das Christentum gekommen? Äh, durch Jesus Christus und Eigenstudium. Eigenstudium? Ja genau, durch Eigenstudium und lesen, das was die wenigsten machen, ne? Komm mal. Komm mal. Danke, Cabrus. Komm mal, was ist es? Ich hoffe, die Zehnerin. Warum bist du denn überhaupt noch Muslim? Ach, jetzt ist der rausgegangen. Ja, toller Typ. Toller Typ. Aber du sollst doch deine Feinde lieben, sagt doch Jesus. Ja, was mach ich denn? Hab ich denen irgendwas getan? Der sagt, er will meine Zähne rausholen und ich sage was? Du musst doch deine Feinde lieben, Armin. Ja, was mach ich denn? Hab ich doch gesagt, ich liebe ihn. Ach so, okay, du liebst ihn? Ja, weil der andere, der vor ihm kam, der hat ja gesagt, was müssen wir machen? Wir müssen was machen, hat er gesagt. Ja, und ich hab ihm gesagt, nein. Ich hab ihm gesagt, der Herr Jesus Christus wird zurückkommen. Und wenn du zum Beispiel jemanden siehst, der Leid erfährt oder Unrecht behandelt wird, dann geht man hin und versucht das Ganze zu schlichten oder aufzuhalten. Aber wir sind nie der Aggressor, hab ich doch gerade gesagt. Hast du irgendwie Kamelurin auf den Ohren? Nein, nein, du hast ja gesagt, dann geh hin und regel das, hast du ja gesagt. Aber schlag ihn nicht behindert zu. Aber was heißt denn, regel das? Ich hab gesagt, du sollst nicht hingehen und ihn kaputt schlagen. Hörst du das mit zu? Genau, nicht kaputt schlagen. Also, ein bisschen schlagen ist okay, aber schlag ihn nicht kaputt zu. Nein, auch das nicht. Ich hab gesagt, du sollst hingehen und versuchen das Ganze zu schlichten, also so aufzuhalten. Nicht, dass du in ihn reinsteckst und musst mir noch mal zuhören. Guck mal, in den Kommentaren sagen die Leute, man darf sich verteidigen, stimmt das? Ja, das ist ein großes Thema. Der Herr sagt, wenn ihr zum Beispiel unter Verfolgung leidet, dann fliegt ihr in die nächste Stadt. Aber wir sind ja immer noch Menschen und aus einer natürlichen Reaktion heraus, wenn zum Beispiel unsere Familie angegriffen wird oder unsere Freunde in Gefahr stehen, dann siehst du, dass der Mensch aus natürlicher Reflex oder natürlicher Intuition und seiner Art und Weise, wie er lebt, dazu geneigt ist, direkt in den Verteidigungsmodus zu gehen. Das ist normal. Ja, ja, aber nicht alles, was der Mensch in seiner Fütter hat, also in seiner natürlichen Veranlagerung, ist ja richtig. Ja, aber gut, du würdest ja nicht deine Familie einfach so im Stich lassen, während sie gerade geschlagen wird, oder? Ja, ich bin ja kein Christ, bei mir ist das ja auch voll gespielt. Ich meine nur, ob du Christ bist, Muslim, Hinduist, Buddhist, keiner kann das mit ansehen. Jeder würde da hingehen und wenigstens sich schützend vor seiner Familie hinstellen. Ja, aber Jesus, sag doch halt die andere Wange hin. Was macht mir das mit dem Herrn? Sag ich doch, du gehst da hin und du hältst die Wange für die anderen hin. Ende aus. Ja, aber was machen wir denn mit dem Vers jetzt? Wir können den ja nicht aus der Bibel nehmen. Ja, sag ich doch. Du gehst da hin und hältst deine Wange da hin. Nee, ich geh da hin, ich bin doch kein Christ. Hä? Ich bin doch kein Christ, wenn jetzt... Ja, ich weiß, aber ich sage, falls du Christ wirst, dann gehst du hin und verteidigst andere. Also indem du dich zusammenschlagen lässt, oder was? Ja, du hältst die Wange dann hin, du nimmst den Leid auf dich. Also wenn jemand kommt und deine Familie angreift, dann hältst du die andere Wange hin, oder was? Nein, ich stelle mich schützend davor. Ich versuche mit einer Macht, denjenigen dann aufzuhalten. Also du schlägst dann, oder was? Nein, guck mal, wenn du mir noch einmal irgendwelche Worte in meinen Mund legst, gehst du immer hier raus. Hast du kapiert? Ich habe zu dir gesagt, ich stelle mich dann schützend hin, ohne ihn zusammenzuschlagen. Ich versuche ihn auf andere Mittel aufzuhalten. Jetzt hast du es gerafft. Also du hältst dann seine Hände fest, zum Beispiel. Wie machst du das denn im Islam? Guck mal, du hältst seine Hände fest, oder wie machst du das? Wie machst du das denn im Islam? Also ich versuche mit allen Mitteln irgendwie ihn aufzuhalten, ohne ihn wirklich zu schaden. Wie machst du das denn? Steckst du ein Messer in den Dings? Guck mal, wenn er mich angreift, dann greife ich zurück. So ganz normal. Das ist ganz normal. Was ist denn dein Unterschied zwischen dir und ihm? Der will mich ja angreifen. Der will mir ja Schaden zufügen, oder nicht? Also machst du ihn dann genauso kaputt, ne? Hä? Oder versuchst du ihn auf eine andere Art und Weise aufzuhalten, ohne dass er so... Geh mal ein Beispiel. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Auf eine andere Art. Was meinst du denn damit? Ja, wenn du die Möglichkeit hast, ihn so lange festzuhalten, dass die Polizei kommt, um ihn festzunehmen, ohne ihn dabei so richtig zu demolieren? Würdest du das in Kauf nehmen? Ja, aber du bist ja nicht, du bist ja nicht Habib Numagomedov oder so. Antwort auf meine Frage. Ich habe gesagt, wenn du die mögliche... Ich antworte ja. Lass mich ausfüllen. Du musst mich zuhören, Kamelorien, Mensch. Wenn du die Möglichkeit hast, du musst zuhören. Wenn du die Möglichkeit hast, ihn auch ohne krass zu verletzen, ihn festzuhalten, dass die Polizei kommt, um ihn abzuführen, würdest du das eher machen, oder würdest du ein Messer in seinen Rücken stecken? Guck mal, was, wenn ich nicht die Möglichkeit habe? Wir reden doch davon gerade, ob du die Möglichkeit hast. Willst du mich gerade verabreden? Ja, normal. Ja, dann normal. Aber was, wenn ich nicht die Möglichkeit habe? Ja, dann musst du halt da durch. Dann musst du halt versuchen, so gut es geht, ihn aufzuhalten. Ende aus. Ja. Und wie hältst du jetzt die aus? Schlägt so zurück, oder? Keiner lässt... Das ist ganz normal. Keiner lässt zu, dass jemand seiner Familie irgendwas antut. Das ist die natürliche Veranlagung eines Menschen, dass er aus einer Schutzreaktion her hingeht und versucht, den Angreifer aufzuhalten. Natürlich denken wir Christen in erster Linie, dass er nicht so Leid davon tragen sollte, sondern dass man versucht, ihn so weit unschädlich zu machen, dass er einfach nur kampfunfähig ist. Nicht ihn so kaputt zu machen oder zu töten oder was auch immer. Ja, aber wir sind ja keine Kampfsportler oder so. Wir sind ja keine Kampfsportler. Aber das ist ja kein Problem. In dem Moment entwickelst du ja Kräfte, wenn zum Beispiel Gefahr siehst. Du weißt jetzt, was der Mensch dann fähig ist, wenn Adrenalin durch seinen ganzen Körper schießt. Richtig? Ja, richtig. Ja, richtig. Aber du musst ja in dieser Situation sagen, normalerweise musst du ja sagen, ich halte meine andere Wange hin. Nein. Weil das ist ja so bei den Christen. Ja, ist ja kein Problem. Du kannst das ja gerne praktizieren. Aber wenn jemand dann auch aus reiner Schutzmechanismus diese Sache dann quasi auf sich nimmt und versucht, den Angreifer aufzuhalten, dann ist das auch gar kein Problem. Sowohl als auch darfst du den Menschen nicht allzu schaden, sondern versuchen, ihn so lange irgendwie hinzukriegen, dass die Polizei kommt und dass dann die Obrigkeit das regelt. Du sollst ja nicht zur Obrigkeit werden. Also ich muss dir Respekt geben, wenigstens verteidigst du deine Sicht und kommst jetzt nicht mit irgendwas, was jetzt nicht im Christentum ist, weißt du? Wenigstens verteidigst du... Ja, warum soll ich denn rumheucheln oder lügen? Der Herr Jesus Christus sagt das. Du weißt ja, dass der Mensch nicht perfekt ist und du kannst deine Familie nicht im Stich lassen. Das ist doch Quatsch. Ja, ich respektiere deine Antwort auf jeden Fall, stark geantwortet. Und ich... Wenn du noch keine Fragen hast, würde ich den Stream verlassen. Und ansonsten wünsche ich den Leuten hier im Chat, die alle sagen, ich schmeiß den raus und so... Wünsche denen trotzdem einen gesegneten Tag, ne? Alles gut. Ja, aber du weißt so, was deine Religion fähig ist, was sie uns antut, ne? Mit Nackentherapie, Schutzgelderpressung und alles Mögliche, ne? Was meinst du damit? Ja, mit Einverstanden. Was meinst du damit? Ja, in Sura 9, Vers 29 sagt Allah, kämpf gegen diejenigen, die nicht an Allah glauben und an den jüngsten Tag. Und die nicht das verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten haben, von den Leuten der Schrift, das heißt Juden und Christen, bis sie eigenhändig den Tribut entrichten, in vollster Erniedrigung. Das heißt die Jizia. Wir müssen den Muslimen Geld geben, um uns vor der Nackentherapie zu schützen. Bist du damit einverstanden? Guck mal, wenn du in einem muslimischen Staat lebst, dann ist das ja normal, dass du eine Steuer zahlst, ne? Aber gut, ich zahle ja keine Steuer in Demütigung und Schande, oder? Es steht ja nichts von Demütigung und Schande. Ja doch, der Ibn Qasir sagt, sie müssen die Jizia in Demütigung und Schande entrichten. Und Tafsir Ar-Razi sagt, der muslimische Herrscher muss das Geld von den Muslimen im Sitzen nehmen und sie müssen stehen. Sie müssen auf einem Esel angeritten kommen, mit einem orangenen Anzug. Die Vorderkopfhälfte muss abrasiert sein, wie so ein Bollo musst du aussehen. Und dann kriegst du einen Nackenklatscher und dann musst du das geben. Wer sagt das? Al-Razi sagt das? Ja, Tafsir Al-Razi, ja genau. Ja, guck mal, das sind... Al-Tamari sagt das auch. Ja, das sind aber auch Menschen gewesen, ne? Du tust jetzt so, als wäre das Gottes Wort. Alles sind Menschen gewesen, genau. Die zitieren zwar deinen Propheten und Omar eben Al-Khatab und den Vertrag, aber das sind Menschen gewesen, ne? Ja, aber wir wollen auch nicht sagen, was hier Paulus saulos gesagt hat. Das kann ich ja auch nicht als Maßstab für den Christentum nehmen, oder? Was hat denn Paulus gesagt? Sag mal, was hat Paulus gesagt? Da hat er gesagt, schlag das Schwert in die Menschen rein, unterdrück die Menschen. Hast du die Bibel zur Hand? Er hat doch Jesus und so hat er doch verflucht am Ende. Ja, aber er war noch nicht zu Paulus gekommen, also er war nicht Paulus, er war saulos. So, und dann hat er die Gemeinde verfolgt und danach, was ist dann passiert? Ja, was ist dann passiert? Ja, dann wurde er blind gemacht und hat es dem Herrn Jesus Christus gefolgt und ist als Märtyrer durchgegangen. Er ist also für sein Glauben, ist er gestorben. Sie haben ihn geköpft. Guck mal, es gibt Gelehrte, die sagen so, es gibt Gelehrte, die sagen so. Du kannst nicht rauspicken von einzelnen Gelehrten und sagen, wer hat das so gesagt, also ist es so. Ich sage nicht einige Gelehrten, ich sage die höchsten Gelehrten. Wer ist denn der höchste Gelehrte für dich? Ja, für dich ist das nicht Attabadi, ist ein riesen Monster Gelehrter? Guck mal, es gibt die vier Rechtsschulen, das sind die höchsten Gelehrten, wird es angesehen. Ja, also, du siehst, dass die vier Rechtsschulen damit einverstanden sind, dass Omar ibn al-Khatab seinen Vertrag gültig ist für alle Juden und Christen, die an einem islamischen Staat leben wollen. Und das sind unter den schlimmsten Bedingungen. Dann darf ein Jude und Christ seine Religion behalten, wenn er gedemütigt wird in seiner Religion. Ist das okay? Es steht nirgendwo gedemütigt. Im Koran steht, dass sie die Jizia zahlen sollen. Ja, wie sollen sie denn die Jizia bezahlen? Wie sollen sie das bezahlen? Hast du dich schon mal damit auseinandergesetzt? Ja, indem sie die damalige Währung, was das auch war, indem sie das abrichten. Das ganz normal, wie du hier auch Steuern zahlst, das ist ganz easy. Easy mal cheesy, ne? Einfach. Ja klar, guck mal. Einfach so ist deinem bezahlen. Also wir bezahlen die Jizia und bei Nichtbezahlung machen wir mit uns Nackentherapie, aber das ist so easy mal cheesy. Nein, 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 es gibt keine Nackentherapie, hör mal zu. Nein, es gibt keine Nackentherapie. Die Sache ist ja die, wir sind ja keine Physiotherapeuten oder so, dass es Nackentherapie gibt. Guck mal, die Sachen sind ja alle irgendwie Physiotherapeuten, sie können ganz gut mit den Nacken umgehen. Die Sache ist ja, die Sache ist ja die, bei der Entrichtung der Jizia, da hast du Schutz. Verstehst du? Schutz vor wem? Schutz. Der Schutz vor Feinden? Damals war doch zum Beispiel Genghis Khan, mongolisches Reich und so, dies, das, Ananas. Verstehst du, was ich meine? Ja, aber der Imam At-Tawadi, der sagt zum Beispiel, die Nicht-Muslime, die Juden und Christen geben den Muslimen Geld, um sich vor dem Enthaupten zu schützen. Das ist Jizia. Guck mal, vor dem Enthaupten, vor wen aber? Vor den Muslimen, weil wenn du das Geld nicht bezahlst, bist du dran. Woher weißt du, dass es die von Muslimen ist? Weil Imam At-Tawadi das sagt in Surah 9, Vers 29, Ausleger auch eben kassiert, alle sind damit einverstanden. Die islamische Enzyklopädie, Band 15, Seite 147. Jizia kommt von dem Wort Jaza, das bedeutet Strafmaß. Es bedeutet, man gibt den Muslimen ein wenig Geld, um sich vor dem Nackentherapie zu schützen. Und du kommst hin und sagst, so ein Schmott. Guck mal, die Jizia muss ja auch nicht jeder entrichten. Das heißt, wer nicht in der Lage ist, der muss es nicht entrichten. Wer behindert ist und arbeitet. Nee, ganz und gar nicht. Die Jizia muss jeder entrichten, der in einem islamischen Staat lebt. Das stimmt gar nicht. Der islamische Führer entscheidet dann in dem Fall, wie viel der Mann entrichten kann. Und dazu muss er dann den Vertrag von Omar auf sich ergehen lassen. Und in einem Punkt vom Vertrag von Omar steht, dass der Mann bzw. der Christ sein Haus und seine Tür für die Muslime offen lassen muss. Drei Tage Kost und das Bett von ihm zur Verfügung stellt und seine Frau. Das heißt, die Muslime machen aus dem Haus eines Christen ein Bordell. Darf ich mal den Vertrag von Omar an dir und deine Familie praktizieren? Ich will auch aus deinem Haus ein Bordell machen. Guck mal, wie unverschämt du wirst. Das ist wirklich unverschämt, was du hier sagst. Guck mal, die Sache ist doch okay. Wir haben den Koran als Maßstab. Du kommst mit Gelehrten, was die einzelnen Gelehrten gesagt haben. Guck mal, wenn du die Geschichte anguckst, wie viele tausend, hunderttausend Gelehrten gab es denn? Du pickst hier zwei, drei raus und sagst, die haben das so und so gesagt und danach haben wir... Ich picke mir zwei, drei raus. Ich picke mir die größten aus. Imam al-Tabari und Ibn Qatir Reich. Wer ist der größte? Ibn Qasir ist der größte Gelehrte oder was? Hat er keine Fehler gemacht? Ich habe gesagt, die sind einer der größten Gelehrten. Und Imam al-Tabari, mit dem kannst du gar nicht Spaß machen. Der ist der höchste Mufastelin, den ihr habt. Da gibt es kein Druck und Rütteln mit ihm. Guck mal, Ibn Qasir war schon mal kein Hadith-Wissenschaftler. Guck mal, er war kein Hadith-Wissenschaftler. Er war wirklich ein Wissenschaftler. Er war Fitness-Wissenschaftler. Fick, Fick. Fick-Wissenschaftler. Ja, genau. Und die Sache ist ja die, die Sache ist ja die. Guck mal, die Gelehrten, die du hier nimmst, werden auch nicht alle Hadithe zu seiner Zeit zur Verfügung. Verstehst du? Weil die haben vor tausend Jahren gelebt. Vor 1400 Jahren. Ja, okay. Also wenn Omar ibn al-Khatab, der dritte rechtgeleitete Kalif, die Juden und Christen wie Dreck behandelt hat. Nach Surah 9, Vers 29. Hat er falsch gehandelt oder war er richtig? Aber was meinst du mit wie Dreck behandelt hat? Ja, er hat den Christen von Ascham von Syrien einen Vertrag aufgezwungen, was heute als Staatsvertrag mit allen Juden und Christen geschlossen wird, die in einem islamischen Staat unter den grausamsten Bedingungen neben den Muslimen leben dürfen. Weißt du, was ein Zimmi ist? Ja, ein was? Ein Zimmi. Ähm, der Begriff kommt mir irgendwie bekannt vor, aber... Ja, das wird im Buch von Ibn al-Qaim. Ach kam alo Zimma. Wie man mit den Leuten der Zimma umgeht. Die Juden und Christen dürfen ihre Religion behalten, aber sie müssen unter den schlimmsten Bedingungen in Erniedrigung neben den Muslimen leben. Weißt du, was das heißt? Ja, ich verstehe, was du meinst. Kuba, ich verstehe, was du meinst. Und du gibst auch Beispiele, aber es gibt auch andere Beispiele wie in Andalusien, wo die Christen, die Juden, die Muslime friedlich miteinander gelebt haben und jeder konnte seine Religion praktizieren. Und Omar Ibn al-Khatab war kein Heiliger. Du tust so, als wäre... Aber der war ein Gefährte von deinen Propheten. Ja, aber... Kuba, es ist nicht... Wenn jemand nach ihm ein Prophet sein würde, dann wäre es Omar Ibn al-Khatab, weil er ihn als den gerechtesten Menschen gesehen hat, richtig? Kannst du mich kurz ausreden lassen? Einen Satz und dann kannst du weiterreden. Ich wollte nur sagen, guck mal, bei uns ist es nicht so wie bei den Christen, dass die Jünger eine göttliche Eingebung bekommen haben und es unfehlbar waren. Bei uns waren die Khalifen nicht unfehlbar. Ah, das heißt, die Khalifen haben natürlich einen Fehler gemacht, wie sie Sura 9, Vers 29 ausreden, richtig? Klar, klar können wir auch einen Fehler gemacht haben. Ja, aber habt ihr das gehört, die dummen Muslime? Ja, klar. Omar Ibn al-Khatab hat einen Fehler gemacht, wie er Sura 9, Vers 29 ausreden. Unglaublich. Er kann einen Fehler gemacht haben. Er war ein Gefährte deines Propheten. Er lief und hat mit deinen Propheten Seite an Seite gekämpft. Willst du mich gerade veräppeln oder was? Guck, Amir, ich gebe dir ein Beispiel. Amir, Amir. Amir. Wenn du mich ausreden lässt und wenn du so kinnig bist, dann gebe ich dir ein Beispiel. Ein TikTok-Shisha-Muslim sagt zu Omar Ibn al-Khatab, dass er einen Fehler gemacht hat in der Auslegung zum Koran. Ich habe nicht gesagt, dass er einen Fehler zu diesem Spezifikat gemacht hat. Also ist das richtig, was er getan hat? Ich habe gesagt, das sind Menschen, die auch Fehler gemacht haben. Okay, hat er in Sura 9, Vers 29 einen Fehler gemacht? Ja, der Prophet, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, zum Beispiel, lasst die Frauen in die Moschee gehen. Jetzt kommt er mit Frauen. Und Omar Ibn al-Khatab hat gesagt, nein, ich lasse nicht, dass meine Frau in die Moschee geht. Also er hat quasi da den Propheten widersprochen. Er hat gesagt, nein, ich möchte nicht meine Frau in die Moschee gehen. Okay, habe ich verstanden. Okay, hat das einen Propheten auch in Sura 9, Vers 29 widersprochen? Beweis mir das. Beweis mir das, dass er auch deinen Propheten in Sura 9, Vers 29 widersprochen hat. Was die Gizzy angeht? Also ich meine alles, alles. Was meinst du mit alles? Du bist der Vers für die Gizzy, oder? Ja, und zwar mit den Leuten so umzugehen. Den Vertrag von Omar. Hast du den schon mal angeguckt? Den Vertrag von Omar habe ich mir nicht angeguckt, nein. Ja, dann wäre es mal an der Zeit, dir den Vertrag mal anzugucken und dann können wir darüber reden. Bist du damit einverstanden? Ja, können wir machen. Dann guck ich mir den Vertrag an. Wann bist du wieder live? Ich bin jetzt die ganze Zeit live. Die ganze Zeit? Ja, leider habe ich heute keine Zeit, aber morgen könnte ich. Bist du morgen live? Oh, ja. Kein Problem. Ich bin da für dich. Du siehst ja immer, dass ich immer live bin. Ich bin da für dich. Ich küsse dein Herz, wenn du für mich da bist. Mach's gut. Okay, ich schaue mir den Vertrag an. Ich schaue mir dieses Thema an, dann komme ich wieder hoch und inshallah regen wir das. Mach's gut, ich schaue mir das. Mach's gut. Mach's gut. Selam euch. Danke. 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 Das kann doch alles nicht mehr wahr sein. Glaub mir, wenn er den Vertrag von Omar gelesen hat, sagt er, Amir hat recht gehabt. Amir hat absolut recht gehabt. Wir gehören einer wahnsinnigen Sekte an, die man aufhalten muss. Amir hat absolut recht. Glaubt es mir. Wenn er ehrlich zu sich selber ist, wird er sagen, Amir hat recht gehabt. Kamelurin Wasserbräuss. So, ich bin wieder auf meiner wundervollen Couch. Auf Entspannung. Ja, was ist denn, Amir, Amir, Amir? Was ist denn, ja? Willst du so reinkommen? Na, komm. Tina, Tina. Gottes Segen, Amir. Gott segne dich und deine Familie, meine Liebe. Dankeschön. Deine auch. Ich habe eine Frage, also eine ganz kurze. Du hattest mal gesagt, dass es einen Hadith gibt, der besagt, dass wenn der Prophet Mohammed fremde, verheiratete Frauen gewollt hätte, der Mann sie sofort hätte scheiden müssen und dem Propheten die Frau übergeben. Kannst du mir kurz sagen, wo ich das finden kann? Ja, das ist Sura 33 Vers 50 Tafsir al-Kurtubi auf der Seite 423. Warte, ich schreibe das kurz auf. Sura nochmal. Sura 33 Vers 50 Tafsir al-Kurtubi auf der Seite 423. 423. Sura 33 Vers 50 Tafsir al-Kurtubi in seinem Buch auf der Seite 423. Okay, in Ordnung. Danke dir. War's gut, meine Liebe. Das war's? Ja, das war's. Danke. Ciao. Wenn die Augen des Propheten auf eine verheiratete Frau fallen, ist es die unbestreitbare Pflicht eines jeden Mannes, sich von ihr scheiden zu lassen, damit Mohammed sie in Ruhe heiraten kann. Tolles Vorbild. Sehr, sehr schön. Warum du logen? Warum du machen viel loge loge? Amir, lach mal bitte wieder. Ich bin auch schon die ganze Zeit am Lachen. Irgendwann kann ich auch nicht mehr. Ich glaube, so viel wie ich lacht, lacht glaube ich keiner. Amir, warst du mal in Polen? Ne, ich glaube ich muss nach Polen ziehen, da hab ich's richtig gut. Da kommen die Muslime nicht so einfach hin. Ich geh zu meinem Popolskos. Zu meinem Popolskos geh ich hier. Da werd ich herzlich empfangen von meinem Popolskos. Oder China, genau, oder China. Ich muss nach Polen, das geht nicht mehr. Letizia Miriam. Hallo. Hallo Letizia, Gottes Segen. Ich will dich nur was fragen, also ich glaube auch an Jesus. Gott sei Dank. Aber ich will dich nur was fragen. Und zwar, also schau mal, wir richten uns ja nach dem Neuen Testament. Also wo Jesus seine Lebzeit hatte, oder nicht? Ja, ist es, genau. Genau. Aber ich weiß nicht, weil die Muslime, die tun ganze Zeit, also ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, die tun die ganze Zeit Lives machen und dann von dem Alten Testament zum Beispiel über die Steinigung reden und so. Obwohl Jesus die Frau damals davor beschützt hat. Weil Mose hat das ja befohlen, dass eigentlich die Frau gesternigt werden sollte. Aber Jesus hat ihr vergeben, weil er so ein barmherziger Gott ist. Aber es stimmt doch, dass im Koran, weil du warst ja auch ein Moslem, glaube ich, oder? Ja. Genau. Es stimmt doch, dass im Koran das immer noch erlaubt ist. Oder stimmt das nicht? Ich will jetzt deine Meinung wissen. Weil es steht doch, dass eine Frau gepeitscht werden darf. Oder Blutrache oder sowas. Nein, die Strafe im Koran für Ehebruch ist Peitschenhebel, da hast du recht. Steinigung befindet sich nicht im Koran. Das befand sich im Koran, aber wurde durch eine Ziege gefressen. Okay. Die ziege kam, die richtige Ziege kam und hat Allahs Ferse gefressen. Das Brustsaugen eines Erwachsenen und das Steinigen. Das befindet sich in Sunan ibn Maja, Hadith 1944. Ach so. Aber sie haben einen Hadith aus Sahih Bukhari, in dem Omar ibn al-Khatab sagt, dass er befürchtet, dass die Muslime in die Irre gehen, weil sie den Steinigungsvers in Allahs Buch nicht mehr finden. Und dann werden sie auch nicht mehr Allahs Strafe vollziehen und somit in die Irre gehen. Und dann haben die Muslime daraus abgeleitet, dass die Strafe für Ehebruch Steinigung ist. Und das machen sie anhand des Hadiths fest. Das musst du dir mal geben. Hadith sind höher als Allahs Wort, wo er sagt, Ehebrecher musst du auspeitschen, nicht Steinigen. Heftig, ne? Ja. Und daran sind wir, dass Allah schon wieder nicht in der Lage war, sein Wort vor Verfälschung zu beschützen, weil der Steinigungsvers befand sich im Koran. Nur Muslime haben den dann rausgeholt, beziehungsweise die Ziege hat ihn gefressen. Okay. Ich habe jetzt noch eine Frage an dich, weil ich will nichts Falsches sagen. Stimmt es deiner Meinung nach, dass eine Frau im Christentum nicht predigen darf, also dass sie jetzt nicht so was machen darf, was ich gerade mache, dass sie so das Evangelium verbreiten darf? Ja, eine Frau ist es nicht erlaubt zu predigen, ne? Sie soll sich stimmt halten. Das ist aber nicht als abwertend gedacht, sondern weil der Herr in seiner Weitsicht etwas mehr weiß als wir. Weil ihr Frauen sehr emotional seid und emotional geleitet seid, versteht ihr auch manchmal nicht, dass die Leute versuchen euch emotional auch zu catchen und zu packen. Das heißt, du musst dich also Gott unterordnen, weil Gott dich besser kennt als jeder andere. Verstehst du? Ja. Das ist das. Das ist nicht böse gemeint, sondern du sollst in deinem stillen Geist mit deinen Schwestern untereinander lehren, aber nicht so dich da hinstellen wie so ein Gockel und anfangen zu lehren. Das geht nicht. Ja, ich predige ja gerade nicht. Ich tue ja nur was zu. Nein, du musst ja normal dich mit Leuten unterhalten, aber wenn du jetzt sagst, Jesus hat das und das gesagt und Jesus kommt hier und da und du weißt ja, wie zum Beispiel so eine Joyce Meyer, die dann anfängt da auf der Bühne rum zu predigen. Hat der Herr dir das? Nein. Okay. Das ist ja in Epheser gemeint. Der Herr liebt die Frauen genauso wie die Männer. Natürlich liebt er die Frauen. Natürlich. Einfach nur den Epheserbrief lesen. Epheser Kapitel 5. Ja. Okay. Ich bedanke mich bei dir. Danke für deine Zeit. Einen schönen Tag dir noch. Dir auch. Gott segne dich. Ich auch. Ja. Was soll ich denn antworten? Laura Maria. Liest du Lydia? Sie ist eine Frau. Ja. Alte Testament. Gab es natürlich einige Frauen, die etwas gesagt haben und gemacht haben und getan haben. Aber wir haben das Neue Testament, wo der Herr Jesus Christus dir ein neues Gebot gibt und du sollst als Frau dich still verhalten. Aber das heißt doch nicht, dass du minderwertig bist oder weniger wert bist wie im Islam, dass du die Eiter und Blut aus der Nase eines Mannes rausschlecken sollst. Mhhh lecker. Lecker lecker. Ami erklär mal die Schlange und den Hirten statt. Ja. Die mächtige Schlange. Also der Allah, der sich da als Schlange geoffenbart hat. Du musst dir auch mal vorstellen, der Allah hat ja einen Namen, der sehr, sehr bezeichnend ist. Wenn man den arabischen Namen für Allah eingibt, hast du erstmal diese sogenannte umgekehrte eins und dann diesen Kopf von der Schlange, der Bauch, wie die sich wendet und dann am Ende der Schwanz. Aber das erste ist ja heftig, der Stab des Zauberers, der zur Schlange wird. Habt ihr euch das mal betrachtet? Ist euch das mal aufgefallen, dass dieses, dass der erste, dieses erste, ähm, erste Buchstabe von Allah, dieses, dieses, dieses umgekehrte eins. Ja genau, da ist das, da ist das, der Stab und dann kommt die Schlange. Da ist das. Das ist alle vier. Marie, kannst du über etwas anderes reden? Du kannst ja gerne hier rausgehen, wenn dir das nicht gefällt, Marie. Wie wär's damit? Wenn dir nicht gefällt, was der Dr. Schäger von mir redet, dann kannst du ganz, ganz normal zu einem anderen Livestream gehen. Was ist das Problem? Ja, das hilft dich, ey. Sie ist bösartig, ja. Eine, eine wahre, wiedergeborene Frau, die akzeptiert das, was der Herr ihr gebietet im, im, in der Heiligen Schrift. Das ist für sie überhaupt kein Problem. Sie liebt ja Gott. Und sie weiß ganz genau, dass Gott jetzt genau weiß, wie eine Frau funktioniert, wie ein Mann funktioniert. Weil er hat uns ja geschaffen. Sie hat mir Krebs gewünscht. Ja, das siehst du mal, was für ein Widerling. Gott segne dich und deine Familie. Du wünschst mir Krebs, ich wünsche dir das ewige Leben in Christus. Und sei nicht so widerlich. Hab nicht so einen widerwärtigen Geist in dir. Darf man in Schweinfurt leben als Muslim? Ja, schwierig. Also das Wort Schwein ist schon sehr, sehr hart. Also ich würde dir davon abraten, Achie, ein Schwein vorzulegen. Weil es könnte sein, dass dich dort dieses Wort Schwein in deiner, ähm, in deiner Akita dann auslegt und, äh, du dann dementsprechend dich dann verhältst wie so einer. Darf man in Kreuzberg wohnen? Ja, du sollst aber nicht auf den Berg gehen, wo das Kreuz ist. Das ist so heftig, ey. Aber wie die Eiche auch den Mohammed so als falschen Propheten entlarvt hat, ne? In Sahih Muslim 1464a, ne? Ich war eifersüchtig auf die Frauen, die sich dem Gesandten Allahs anboten und sagten, als dann Allah der Erhabene und Glorreiche dies offenbarte, du kannst jede von ihnen haben, die du willst. und dir nehmen, welche du willst. Siehst du, wie der Gott des Islams für die ähm, ähm, sexuelle Lust des, des Propheten Mohammed, also von Mohammed dann da, äh, geregelt hat, dass er immer für ihn da war, wenn es um Frauen ging. Das ist so krank. Der kann sich aussuchen in einem äh Multiple-Choice-Verfahren. Du, ja, du, nein, du, ja, du, nein, 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 ja, ja, ja. Ist das heftig? Kennt ihr diese eine Sendung, wo der eine Typ reinkommt und dann 20 Frauen vor ihm stehen und er hat die Qual der Wahl? Habibi, wie geht's dir? Mashallah, Brüda. Mashallah, Brüda. Gott segne dich und deine Familie. Ramadan, Mubarak, Eid, Mubarak. Ja, der Jesus Christus segne dich, mein Bester. Warum ex-Muslim? Mach ex-Excel-Muslim. Nein, ja, wir haben Islam verlassen für Jesus Christus, der ist der Schönste, der Beste, der wahrhaftige Gott. Nee, stark, Jörg, hier. Er ist ein Blutgruppe. Dann, welche Blutgruppe haben Sie gesagt? Welche Blutgruppe? Ja. 0,0 Kamelurin. Oh, stark. Welche hast du? Ich auch, 0,0 negativ. Ah, negatives Kamelurin, okay. Stark, Blutgruppe stark. Wie lange bist du schon hier in Deutschland? Ich glaube nur aus Türkei oder aus Deutschland sagt Null, das Null nicht. Wie lange bist du schon hier in Deutschland? Seit 10 Jahren, ich bin Ernährung-Muslim. Ah, du bist Ex-Muslim. Hallo. Ich bin Ernährungberater, seit 10 Jahren, ich bin hier in Deutschland. Und ich lerne die Leute, was ist gut oder nicht gut. Deine Blutgruppe hat große Probleme mit Kaffeein. Passt auf, glaube ich. Mit Kaffeein? Ja, Kaffeein. Normalerweise, man trinkst so viel Kaffee, dein Daumen ist kaputt direkt. Fertig. Ah, da ist Daumen kaputt. Daumen oder Darm? Darm. Das ist so süß. Okay, mein Lieber, ich hoffe dazu. Ich hoffe dazu. Ich hoffe dazu. Ich hoffe dazu. Bisschen, nehmt ein bisschen Fett und ein bisschen dick. Von Schildhusa. Die Schildhusa macht kontrolliert immer. Jede 6 Monate. Und nehmt Jud mit Selin. 100 Gramm. Jud 100 Gramm. Ah, okay. Mach deine Schildhusa stark sein und arbeit mehr. Und keiner mehr Fett kommt gleich. Das war's. Okay, danke dir für Kamilurin. Vielen Dank. Gott segne dich. Also habt ihr gehört, ihr sollt Fett nehmen, damit eure Darm nicht so kaputt geht? Sehr gut. Ex-Muslim, wie geht's dir? Gott segne dich und deine Familie. Alhamdulillah, mir geht's gut. Wie geht's dir? Boah, ich bin gerade voll. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Ich wollte nur ernsthaft. Wallah, ich hab ernsthaft. Eine Frage so, ne? Ja, okay. Wallah, das ist jetzt nicht, um jetzt hier Beef zu machen. Oder unbedingt. Ich will nur verstehen, nochmal, warum Ex-Muslim. Ich hab, ich kenn dich nicht. Ja, in Sura 78 Vers 33 sagt Allah, dass der Hudis mit schwellenden Busen im Himmelreich verspricht. Und das ist der letzte Müll, ist das. Bruder, ich küsse deinen Ernst, aber ich muss... Bruder, ich muss den aber jetzt runter tun. Das war schon wieder viel zu viel. Oh nein, was? Busen, schwellende Busen. Äh, nein. Das ist das Herrliche. Und Busen. Amir. Wie geht's? Hallo. Amir, wie geht's? Hi. Amir, wie geht's dir? Gott sei Dank. Wir sind auf Platz 15 jetzt schon. Seht ihr? Guck mal hier, wir sind auf Platz 15. Wir müssen tippen. Sag mal. Sag mal. Ich hör dich einige Zeit. Ich mag dein Content. Was passiert, ey? Ja. Du was brauchst? Ja, jetzt hörst du mich. Ja, ich hör dich. Ich hör dich. Ich finde das super, dass du Christ geworden bist. Sehr gut. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist, dass du über andere, ja, über Orthodoxie so ein bisschen schlecht redest, dein Bruder. Das finde ich ein bisschen schade. Das finde ich ein bisschen schade. Also wenn wir sagen, dass du über Neuen geboren werden musst, das findest du schade? Nein, nein, Neuen geboren, natürlich. Neue geboren ist wichtig. Ja, aber warum? Natürlich. Du sagst, du bist ein Irrlehrer. Nein, warum? Guck mal. Natürlich, du wirst, hör mal, hör mal. Du wirst hier getauft und damit empfängst du ja von der Taufe. Nein, siehst du das? So ist das nicht. Hast du die Bibel zur Hand? Ja, die Bibel zur Hand. Ich hab momentan nicht. Ich fahre.